Der Star-Traum, Serie, Blue Moon Bay, Buch Dritter Von Susan Hatler Kapitel 1 Mein Kindheitstraum, einmal groß herauszukommen, stellte sich als mein größter Untergang heraus. Naja, technisch betrachtet war es am Ende mein Ex-Mann, der groß herausgekommen war. Trotzdem wurde dadurch auch ich berühmt, und ich hatte mir nicht vorgestellt, dass das alles sein würde. Nicht einmal annähernd. Ronnie Clement und ich verliebten uns noch in der Hicks-Schul ineinander. Nach dem Abschluss waren wir nach Los Angeles gezogen, sodass seine Band in Restaurants und Clubs spielen konnte, während ich an der UCLA studierte. Wir heirateten noch in derselben Woche, in der wir angekommen waren, zwei Kleinstadt-Kids voller Hoffnungen und Träume und dem Glauben daran, dass die Erfüllung all unserer Träumereien möglich war. Als einem Plattenlabel Ronnys unglaubliche Gesangsstimme aufgefallen war, verließ dieser seine Band, änderte seinen Namen in Wax Rockwell und seine Karriere startete durch. Auf seinen Wunsch hin stellte ich meine schauspielerischen Ambitionen hinten an, um ihn unterstützen zu können. Wir einigten uns darauf, dass ich später drankommen würde. Natürlich passierte das nicht. Es gab immer ein nächstes Album, ein nächstes Konzert, eine nächste Welttournee und meine Möchtegern-Schauspielkarriere verschwand einfach. Mit der Zeit fühlte ich mich auch selbst verschwinden. Zusammen mit Rex, Berühmtheit wuchs auch sein Ego, bis er schließlich so viel Party machte, dass er sehr oft nachts nicht mehr nach Hause kam. Ich hatte Gerüchte über Untreue gehört und darüber in der Klatschpresse gelesen, war mir aber nicht sicher, dass er sich so weit herablassen würde, bis ich ihn mit einem Groupie erwischte, ehem, nackt, auf der Veranda unseres Ferienhauses, in meiner Lieblingshängematte. Rex flehte mich um Vergebung an und versprach, dass es nie wieder vorkommen würde, aber ich konnte nicht länger so tun, als würde ich seinen Lügen glauben. Also reichte ich die Scheidung ein. Ich tauschte auch die Hängematte aus, weil, ich geht. Trotz der Berichte aus der Klatschpresse, dass ich Millionen bekommen hatte, als ich mich von meinem Rockstar-Ex-Mann hatte scheiden lassen, war die Wahrheit, dass ich völlig pleite war. Während der Scheidung hatte Rex um jeden Cent gekämpft, mich angefläht, bei ihm zu bleiben. Ich ließ es gut ein, um die Streiterei schnell beizulegen und das Einzige, was ich am Ende von der Scheidung hatte, naja, abgesehen von einem gebrochenen Herzen, war unser Ferienhaus in den Klippen in meiner Heimatstadt Blue Moon Bay, Kalifornien. Und jetzt musste ich das Haus verkaufen. Naja, es sei denn, ich würde mir eine Möglichkeit einfallen lassen, die Kosten mit null Einkommen zu bezahlen. Mit 27 hatte ich keinen Job, keinen College-Abschluss und nur Amateurrollen beim Theater in meinem Lebenslauf vorzuweisen. Meine Anwältin war gerade auf dem Weg zu mir, um die deprimierenden Details meiner miserablen finanziellen Lage mit mir durchzugehen. Ich wollte mein Haus nicht verlieren. Ich vergrub meine Zehen im seilartigen Gewebe der Hängematte, in der ich auf meiner Veranda lag und über den Pazifischen Ozean schaute. Mein Handy klebte mir am Ohr und ich beachtete kaum die Stimme meiner Schwester Claire, die durch den Lautsprecher dröhnte, während ich gegen die aufsteigende Panik in meiner Brust ankämpfte. Meine wunderschöne Villa in den Klippen rühmte sich mit einem Blick auf den überwältigenden Blauen Ozean, die spanischen Kolonialgebäude im malerischen Stadtzentrum, was darunter eingenistet war, und der langen Landzunge, in welcher das weltbekannte Wahrzeichen der Stadt, das in In Blue Moon Bay, stolz eingebettet war. Dieses Haus war im vergangenen Jahr mein Zufluchtsort gewesen, der mich vor den skrupellosen Reportern schützte, die alle einen Exklusivbericht über die Ex von Rex Rockwell schreiben wollten. Die Ex von Rex Rockwell, so kannten mich die Medien und nicht etwa unter meinem echten Namen, Charlie Rockwell. Mein Haus zu verlieren würde bedeuten, auch meine geliebte Privatsphäre zu verlieren. Ich hatte wirklich den Tiefpunkt erreicht. Etwas, das Claire sagte, weckte meine Aufmerksamkeit und ließ Frustration über die bereits anwesende Panik in mir schwappen. Du bist meine Schwester, Claire, ich drückte mein Handy an mein Ohr. Wieso hörst du dich so glücklich darüber an, dass ich aus dem Haus ziehen muss, das ich liebe? Ich bin nicht per se glücklich darüber, dass du ausziehen musst, aber vielleicht tut dir eine Herausforderung ja ganz gut, ihre Stimme schwang durch die Leitung, ganz munter und fröhlich und viel zu zufrieden. Du hast dich lange genug in dieser Villa versteckt. Du musst wieder anfangen zu leben. Was denkst du denn, was ich gerade mache? Einen langsamen Tod sterben, fragte ich und begriff dann, dass sich das eigentlich ziemlich passend anhörte. Meine Einsamkeit war fast mit den Händen zu greifen. Ich ließ meinen Kopf nach hinten auf das wattierte Hängemackenkissen fallen. Im Haus herumzuhängen und den ganzen Tag an den Fernseher festgeklebt zu sein ist kein Leben. Du kannst nicht einfach ersatzweise dein Leben durch deine Lieblingssoab erleben. Und versuch erst gar nicht, das zu leugnen, fügte sie schnell hinzu, ehe ich überhaupt lügen und behaupten konnte, ich sei nicht von einer so ab abhängig. Ich weiß, wie du deine Tage verbringst. Ich atmete lange aus. Oh Mann. Beläuft sich mein Leben inzwischen wirklich nur darauf? Ich war mal lustig. Ja, ich erinnere mich. Dann hast du dein Rückgrat verloren und es drehte sich alles nur noch um Rex Rockwell. Sie sagte seinen Namen, als sei er eine lahme Reality-Show, die der letzte Schrei war. Ich verstehe immer noch nicht, wieso du auf die lächerliche Scheidungsvereinbarung eingegangen bist. Das Einzige, was die Vermittlung angerichtet hat, war, den Paparazzi-Treibstoff zu geben, sagte ich und ließ einen langen Seufzer von mir. Ich dachte mir, ich verkaufe das Haus und habe eine Menge Geld, um weiterzuleben. Aber es ist zu meinem Rückzugsort geworden. Du meinst wohl zu deiner selbstgewehrwählten Gefängniszelle, Claire spültelte in ihren Hörer. Hallo. Du warst mit Rex Rockwell verheiratet, der so viele Grammys abgesandt hat, dass ich schon völlig den Überblick verloren habe. Die Hälfte des Geldes hätte also dir zugestanden. Wenn ich diese Ratte von Ex-Schwager jemals in die Finger bekommen sollte. Gibt es einen eigentlichen Grund für deinen Anruf, Schwesterherz? Ich bewegte mich ruckweise, um mich aufzurichten, aber die Hängematte schwang plötzlich nach hinten und drohte, mich zu Fall zu bringen. Schnell warf ich mich wieder in sie hinein, bewegte mich hin und her, bis sich die Hängematte stabilisierte. Das war knapp. Wenn du mich nur angerufen hast, um mir das Leben schwer zu machen, dann ziehe ich es vor, meine letzten Tage hier in Ruhe zu verbringen. Ich nehme dich heute mit zum Abendessen, befahl Claire und benutzte einen strengen Ton. Du musst dich wieder unter das lebende Volk mischen. Das habe ich letzten Monat bei dem luxuriösen Rückzugstrip für Frauen getan und schau nur, wohin es mich gebracht hat, erinnerte ich sie. Während mein Herz von all der Unterstützung beim Rückzugstrip für Frauen genesen war, was mich wieder zum Daten bereit gemacht hatte, war meine erste Wahl so richtig gefloppt. Ich hatte begonnen, weil zu Daten, einen Feuerwehrmann, der beim Rückzugstrip in der Villa nebenan wohnte. Anfangs schien er richtig süß. Es stellte sich aber heraus, dass er beiläufig ein Möchtegern-Musiker war und schließlich frage er mich, ob ich ihm eine von Rex Rockwells alten Gitarren besorgen könnte. Ähm, im Ernst? Kumpel, beachte das Ex-In-Ex-Mann oder blättere in einem beliebigen Magazin oder einer Zeitung, um zu erfahren, wie häufig mich mein Ex betrogen hat. Rex und ich hatten uns nicht unter den besten Umständen getrennt und die Klatschpresse wusste nicht einmal die Hälfte von allem. Claire machte ein stöhnendes Geräusch. Wenigstens hattest du ein paar lustige Dates. Ich halte mich lieber in der Privatsphäre meines eigenen Heims auf, danke sehr. Wir wissen beide, dass du dich vor den Paparazzi versteckst. Aber, nur damit du es weißt, die finden sowieso vieles über dich, was sie schreiben werden, sie räusperte sich. Rex Rockwell hat gerade ein weiteres Hit-Video veröffentlicht, mit der Oscar-Gewinnerin Werner D'Angelo in der weiteren Hauptrolle, während sich nach Aussagen von Freunden des Musikers die Ex von Rex Rockwell weiterhin in seinem Reichtum wälzt, den sie durch den Ehegatten Unterhalt bekommen hat. Welche Freunde, ich verdrehte die Augen, Irritation floss durch mich hindurch. Die Freunde, die Rex und ich in Hollywood hatten, sind überhaupt keine gewesen, sondern nur Menschen, die etwas von ihm wollten. Als er und ich uns scheiden ließen, ließen sie mich auch fallen. Ohne Rex hatte ich nichts, was sie wollten. Na ja, anscheinend außer der falschen Geschichten, die sie der Klatschpresse verkaufen konnten. Claire seufzte. Ich meine nur, lass uns zum Abendessen ausgehen. Das Leben hat mehr zu bieten als das TV-Programm von Nachmittag-Tageszeitliches-Fernsehen, weißt du. Zieh mich nicht mit der letzten Freude auf, die ich noch am Leben habe, sagte ich stirnrunzelnd. Dann hörte ich ein lautes Geräusch von der Vorderseite meines Hauses kommen, was sich anhörte wie eine zuschlagende Autotür. Zeit, die Suppe auszulüffeln. Ich stieg aus der Hängematte, dieses Mal vorsichtig, und eilte zum Seitentor. Meine Anwältin ist hier. Sie wird mir verkünden, wie viel Geld ich nicht habe. Ich gehe lieber. Was ist mit dem Abendessen? Ein anderes Mal, sagte ich und legte auf. Ich öffnete das Seitentor zum Vorgarten und mein Magen toste, während ich durchlief. Ich fürchtete, mich meiner Anwältin Auge in Auge gegenüberzustellen und ihre Bestätigung zu hören, dass ich pleite war. Unser Treffen würde die Tatsache zur Realität werden lassen, dass ich das Haus würde verkaufen müssen. Mein Heim war meine Sicherheitsdecke im spanischen Kolonialstil, der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte. Und bald schon würde es weg sein. Harper Avery, meine Anwältin, würde mir meine Optionen benennen, ohne etwas zu beschönigen. Die Frau war smart, gerissen und glaubte an direkte Problemlösungen. Verleugnung war kein Luxus, den sie mich genießen lassen würde, aber ich war mir nicht sicher, dass ich bereit war, der Realität ins Auge zu blicken. Ich wollte nur noch ein weiteres Jahr hier haben, um zu ergründen, was ich falsch gemacht hatte. Oder vielleicht zwei Jahre. Ich schloss das Tor hinter mir und erblickte Harpers luxuriösen Sedan in der kreisförmigen Auffahrt. Dann schoss mein Blick zur Frau, die neben dem Auto stand. Sie trug einen maßgeschneiderten dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, ihre dunklen Haare waren nach hinten zu einer Banane gesteckt und ihre grünen Augen leuchteten auf, als sie mich sah. Harper und ich waren beide 27 Jahre alt und Singles. Ich bewunderte ihr taffes Äußeres, obwohl sie eine ernste Einstellung gegenüber Männern hatte, was mich dazu brachte, mich heimlich zu fragen, ob sie wegen der vielen Scheidungen, die sie ausgetragen hatte, abgestumpft war. Oder vielleicht hatte man ihr nur einmal zu oft das Herz gebrochen. Charlie Toll zu sehen, dass du so erholt aussiehst, sie schüttelte fest meine Hand und fasste dann meinen Tritt, als wir zur Eingangstür liefen. Danke, dass du gekommen bist, Harper. Und dass du mir den Rückzugstrip für Frauen empfohlen hast, sagte ich, auch wenn das meine letzten Ersparnisse verschlungen hatte. Mein letztes Geld für einen luxuriösen Trip für Frauen mit Greta von Strand als Gastgeberin auszugeben, der Autorin von Männer, Wer braucht die schon, war finanziell betrachtet wahrscheinlich nicht mein bester Schachzug gewesen. Aber Ronnys Verrat hatte sich tief eingeschnitten und ich brauchte etwas, um die Schmerzen zu lindern. Wichtiger noch, Greta von Strands Eventplanerin ist Olivia Lane gewesen, die meine beste Freundin in der Higgs-Schul war. Unser Kontakt war abgebrochen, nachdem ich mit Ronny nach Südkalifornien gezogen war. Den Kontakt zu Olivia wieder aufzunehmen und zusätzlich noch zu den anderen zwei Mädels, die in unserer festen Viererbande waren, Wendy Watts und Megan Wallace, war unbezahlbar gewesen. Ich atmete einen tiefen Atemzug des bittersüßen Geruchs der Meeresluft ein. Sag es mir offen, ich sammelte meine Kräfte. Wann sind die Steuern fällig? Genehmigen Sie mir einen Aufschub? Wie schnell muss ich verkaufen, ehe ich pleite bin? Nicht so schnell, sie hob ihre Louis Vuitton Aktentasche hoch, wackelte mit ihr in der Luft, als hätte sie darin etwas aus Gold. Ich habe eine Möglichkeit, die dir mit deinen Ausgaben helfen kann. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Ist das dein Ernst? Na dann, was immer es ist, die Antwort ist ja. Du weißt, ich tue alles, um dieses Haus zu behalten. Sie warf mir einen skeptischen Blick zu. Hiermit dürftest du vielleicht nicht einverstanden sein. Was meinst du, ich öffnete die Eingangstür, in meinem Kopf drehte sich alles. Wenn es einen Weg gab, das Haus zu behalten, außer Rex Rockwell wieder zu heiraten, ich würde es tun. Du wirst schon sehen, sie folgte mir durch das Foyer, den Gang entlang ins Wohnzimmer. Sie setzte sich aufs Sofa, stellte ihre Aktentasche auf den Kaffeetisch und öffnete sie. Möchtest du etwas trinken? fragte ich, auch wenn mein Blick an die Öffnung ihrer braunen Ledertasche festgeklebt war. Kaffee, Tee oder? Nein, danke, winkte sie ab. Ich bin seit vier Uhr heute Morgen wach und ich hatte schon zu viele Tassen Kaffee. Noch eine und ich vibriere aus Brewmoon Bay heraus. Ich zwang mich zu einem Lächeln über ihren Witz, was sehr schwer war, angesichts der Tatsache, dass meine gesamte Zukunft von dem abhing, was auch immer sie da in ihrer Designertasche hatte. Ich ließ mich auf das Sofa gegenüber von ihr fallen. Also, was hast du im Sinn? Sie platzierte ihre Hände in eine Spitzturmposition, tippte dabei schnell mit ihren pinken Fingerkuppen aneinander, um die angestaute Energie freizulassen. Oder das Koffein. Also, ich habe zwei Ideen. Ich glaube, die erste dürfte dir bekannt sein. Ein eiskalter Schauer fuhr mir den Rücken runter. Was wäre die erste? Du hast letzten Monat zwei Wochen mit Greta von Strand bei ihrem luxuriösen Rückzugstrip für Frauen verbracht und sie war sehr beeindruckt von dir. Du bist dir dessen bewusst, dass die Vorbestellung von Liebe, wir alle brauchen sie momentan bei allen großen Händlern auf Platz 1 ist? Ja, sagte ich, ohne zuzugeben, dass ich mir selbst Exemplare in allen möglichen verfügbaren Formaten vorbestellt hatte. Als ich ihren ersten Bestseller, Männer, wer braucht die schon, gelesen hatte, fühlte es sich an, als hätte sie jedes einzelne Wort direkt aus meinem gebrochenen Herzen gezehrt. Ironischerweise hat sich Greta am Ende des Rückzugstrips mit ihrem Exfreund verlobt und hat jetzt offensichtlich eine ganz neue Sicht auf das Leben. Deshalb auch das neue Buch. Während Greta von Strand eine schonungslos ehrgeizige Frau war, hatte sie am Ende des Rückzugstrips auch eine verletzliche Seite gezeigt, mit der ich mich hatte identifizieren können und ich konnte es insgeheim kaum erwarten, ihr nächstes Buch zu lesen. Ja, ich habe einen Artikel über ihre Verlobung im Blue Moon Bay Beak gelesen, sagte Harper, die populäre Lokalzeitung erwähnend. Ich habe auch mit ihrem Agenten gesprochen, der sagte, dass sie Liebe, wir alle brauchen sie überfliegt und dass er daran arbeitet, wenn du damit einverstanden bist, Gretas neuen Bestseller aufzustellen, die enthüllenden Mimwa von Rex Rockwells Ex. So sollte das Buch heißen, Rex Rockwells Ex, sagte ich durch zusammengebissene Zähne. Ich stand auf und lief zur Bar. Ich nahm eine Flasche prickelndes Mineralwasser aus dem winzigen Kühlschrank und drehte den Flaschendeckel mit einem erfrischenden Brausen auf. Ich nahm einen schnellen Schluck, während ich mich an die Bar lehnte. Oder wie wäre es mit gehörnte Ehefrau? Na, das hört sich doch mal wie ein Bestsellerbuch an, voll mit Geheimnissen eines Rockstars. Meinst du nicht? Er war ein totaler Mistkerl dir gegenüber, Charlie Harper nahm einen Stoß Papiere aus ihrer Tasche, stand auf und reichte mir ein offiziell anmutendes Dokument. Du hast jedes Recht dazu, die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren zu lassen. Das ist der Vorschuss, den Gretas Herausgeber bereit ist, dir zu zahlen. Einen Vorschuss? Ich kam nahe genug heran, um die Papiere zu nehmen und starte dann auf alle sechs Nullen nach der ersten Zahl. Eine Minute lang dachte ich darüber nach, ein Buch mit Greta zu schreiben, das der Welt erzählen würde, wie sich der Ruhm den Typen, den ich geliebt hatte, gekrallt hatte, ihn mit ständiger Verherrlichung begossen hatte, bis er sich zu der eingebildeten Berühmtheit transformiert hatte, die er geworden war, zu dem Mann, der mich verraten hatte, mein gutgläubiges Herz in Fetzen gerissen hatte. Dollarzeichen rasten durch meinen Kopf, so viele, dass ich mir nie wieder würde Sorgen darum machen müssen, ein Einkommen zu haben. Ich wäre in der Lage, mein Heim und meine geliebte Privatsphäre für immer zu behalten. Du hast kein Geld mehr und du bist vollkommen im Recht, nach dem, wie er dich behandelt hat. Ich weiß, aber, meine Stimme verstummte allmählich, als ein lang vergessener Teil meines Herzens erweichte. Er war immerhin mein Ehemann, ich schluckte einen Kloss, der mir in den Hals stieg. Wir haben uns mal geliebt. Und auf eine Art werde ich ihn auch immer lieben. Ich könnte niemals seine Geheimnisse verkaufen. Auch wenn der Vorschuss dich retten würde, sie sah mich an, als hätte ich meinen Verstand verloren. Rex ist gerade mit Virna di Angelo in St. Barz und verprasst alles für sie, was deine Hälfte des ehelichen Fonds sein sollte. Nein, ich kann es trotzdem nicht, sagte ich, meinen Kopf schüttelnd. Nur, weil er tief gesunken war, bedeutete das nicht, dass ich mich ihm da unten anschließen musste. Ich gab ihr das Papier zurück. Gibt es eine andere Möglichkeit? Harper atmete lang aus, während sie durch die Papiere ging, die sie aus ihrer kleinen, ordentlichen Tasche geholt hatte. Sie räusperte sich und reichte mir dann ein anderes Dokument, während ich einen Schluck meines Wassers nahm. Just. One. Love. Ich verschluckte mich an meinem Wasser. Entschuldige, hast du mir gerade dazu geraten, mir einen Liebhaber zu besorgen? Harper hob eine Augenbraue. Nein. Aber das wäre auch keine schlechte Idee. Ich stellte die Flasche ab und wischte mir den Mund. Das ist eine schreckliche Idee. Unter den gegebenen Umständen. Sie nickte. Du hast recht. Bei deinem Glück würde er wahrscheinlich auch in Sandbarts enden. Mein Glück war in letzter Zeit wirklich nicht das Allerbeste, gab ich zu. Sie hielt mir weiterhin das Papier hin, bis ich es nahm. Wie dem auch sei, das meinte ich nicht. Ich sagte Just One Love, wie in der Fernsehshow. Ich lief zurück zu meinem Platz und plumpste drauf. Die so ab? Ja. Hast du sie gesehen? Nein, ja. Ich schaute sie regelmäßig, aber das würde ich vor meiner zusammengerissenen Anwälte nie im Leben zugeben. Ich schwärmte auch ein bisschen für den Hauptdarsteller, Luke Montgomery. Nicht, dass ich auch das jemals zugeben würde. Ich bin aber etwas verwirrt. Du möchtest, dass ich in der Show auftrete? Ich habe seit Jahren nicht geschauspielert. Nein, etwas komplett anderes. Weißt du, eine der Produzentinnen, Maggie Sparks, ist eine gute Freundin von mir. Sie drehen die Show in San Francisco, aber sie hat mir erzählt, dass sie auf der Suche nach einem Haus in Blue Moon Bay sind, um einen Monat lang hier zu drehen. Und dein Haus ist perfekt. Es erfüllt all ihre Voraussetzungen. Die Bezahlung ist phänomenal. Du könntest deine Steuern und Betriebskosten für eine lange Zeit bezahlen, sie schaute mich erwartungsvoll an. Ich stand auf und schritt herum. Durch die Fenster winkte mich die Aussicht zu sich heran, aber ich ignorierte das einen Moment lang. Harper hatte mir zwei plausible Optionen geboten, aber keine von beiden würde funktionieren. Mit Rex abzurechnen erschien als fair, vor allem mit dem fetten Vorschuss. Der Widerling hatte mein Vertrauen missbraucht, mich wortwörtlich pleite gehen lassen und, als wäre das alles noch nicht genug, hatte er auch einen großen Knacks in meinem Selbstbewusstsein hinterlassen, dass sogar meine Schwester mich schallt, weil ich meine tröstliche Beziehung mit dem Fernseher hatte. Ja, klar. Ich war von meinen Sendungen anhängig geworden, vor allem von Just One Love und sabberte Luke Montgomery nach, der den ach so heißen Detective Derek Bishop spielte. Aber es war ja nicht so, als wollte ich wirkliche Schauspieler in meinem Haus haben. Das wäre das komplette Gegenteil von Privatsphäre. Obwohl, ja. Ich brauchte meine Privatsphäre, damit ich die Wunden in meinem Haus heilen konnte, aber dann wiederum brauchte ich ein Haus, in dem das passieren könnte. Vielleicht sollte ich mein Haus verkaufen und irgendwo zur Miete wohnen, bis ich mir etwas anderes einfallen lassen konnte. Nur, dass ich in dem Falle die Sicherheit meiner geschlossenen Gemeinschaft verlassen würde und die Paparazzi waren gnadenlos. Sie sprangen aus jedem Schatten. Ich konnte mich ihnen nicht wieder zeigen und deswegen könnte ich an keinem Ort wohnen, wo sie einfach so vor meine Tür kommen könnten, in der Hoffnung, einen Schnappschuss von mir im Bademantel zu machen. Wenn Just One Love hier gedreht werden würde, wo würde ich dann wohnen? Sie hob beide Hände in die Luft, tätschelte sie auf eine beruhigende Weise. Keine Sorge. Die Show ist vollkommen bereit, dich im unteren Gästebereich wohnen zu lassen. Sie brauchen nur das Haupthaus. Verstehe, ich verstand, leider. Ich konnte weder Rex als den Mistkerl, der er war, auffliegen lassen, noch konnte ich mein Haus einen Monat lang an eine Fernsehshow abgeben. In beiden Fällen würde ich meine Privatsphäre aufgeben müssen. Aber im zweiten Szenario würde ich mich selbst immer noch respektieren können. Können wir uns nicht etwas anderes einfallen lassen? Irgendetwas? Sie grinste. Du kannst immer Rex zurücknehmen. Seine Anwälte rufen mich tagtäglich an. Ich hörte auf herumzulaufen, lange genug, um ihr einen bösen Blick zuzuwerfen. Ich springe lieber bei Nacht nackt von meiner Veranda und falle in den kalten Ozean in den Tod. Das wirst du vielleicht auch müssen, wenn dir das Geld für die Einkäufe von Lebensmitteln ausgeht. Stell dir nur vor, das wäre doch ein Film, der fürs Fernsehen geradezu wie gemacht wäre, sie griff mit ihren Händen vor sich in der Luft umher, als könnte sie die Idee unter hellen Lichtern zwischen uns erstrahlen sehen. Sie würden dieses Haus zu einem gruseligen, knarrenden Ort machen und die Schauspielerin, die dich spielen würde, würde ganz in Weiß in den Gängen herumschleichen, mit Haaren über dem Gesicht und Lippenstift auf den Zähnen und sie würde stöhnen, ich nehme dich nicht zurück. Nicht lustig, Harper, sagte ich, weil ich die Szene viel zu klar in meinem Kopf sehen konnte. Unheimlich. Ich ging wieder zu meinem Platz und ließ meinen Kopf in meine Hände fallen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wie ich schon sagte, meine Freundin Maggie ist eine der Produzentinnen. Das ist ein toller Deal, Charlie. Du bekommst nie wieder einen solchen und es ist ja nur für einen Monat. Du hast die Wahl zwischen dem hier, Rex zurückzunehmen oder Greta von Strand. Ich sprach durch meine Hände. Ich kann das Buch nicht schreiben. Oder Rex zurücknehmen. Also dann, just one love. Soll ich meine Freundin anrufen und den Deal besiegeln? Ich nahm meine Hände von meinem Gesicht, mein Blick traf ihre erwartungsvollen grünen Augen. Ja. Just one love soll es sein. Du wirst es nicht bereuen. Sie fuhr mit einer Siegergeste der Faust durch die Luft, nahm dann ihr Handy und rief ihre Freundin, die Produzentin, an. Als sie die Details der Show während des einmonatigen Sonderdrehs ihrer groß angekündigten Handlung am Strand durchgingen, die ich davor begierig erwartet hatte, wusste ich, dass ich erleichtert darüber sein sollte, mein Haus behalten zu können. Stattdessen fragte ich mich aber, in was ich mich da bloß hineingeritten hatte. Kapitel 2 Zwei Wochen, nachdem ich den Vertrag mit Just One Love unterzeichnet hatte, kamen die Schauspieler und die Crew an, um mit dem Dreh zu beginnen. Manche pendelten von San Francisco und andere kamen im Inn in Blue Moon Bay unter, welches meiner Freundin Wendy gehörte. Ich fühlte mich nicht einmal annähernd dazu bereit, Fremde in meinem Haus zu haben, aber wenigstens bedeutete das Einkommen, dass ich mein Haus für ein weiteres Jahr behalten konnte. Ich hatte all meine persönlichen Dinge nach unten in die Gästesuite verlagert, entschlossen, den ganzen Monat lang, während die Show da war, dort zu bleiben und zu versuchen, meine Privatsphäre zu behalten. Statt aber meinen Plan zu genießen, schritt ich nervös in meinem Zimmer umher und fand es schwierig, mich zusammenzureißen und nicht nach oben zu gehen. In der letzten Folge von Just One Love hatte eine Schattengestalt den superreichen Sebastian Holloway seine lange Treppe hinuntergestoßen und der Gerichtsmediziner hatte ihn für tot erklärt. Das hieß, dass Sebastian ermordet worden war. Sebastian hatte vor kurzem die Intrig Antun Katrina Reed in großem Stil im Yachtclub der San Francisco Bay geheiratet, doch dann trennte sich das Paar schnell wieder, was gut war, weil Sebastian wirklich was Besseres verdiente als Katrina. Aber dann kamen sie wieder zusammen und gingen zur Eheberatung, weil Katrina behauptet hatte, schwanger zu sein, was sich aber als falscher Alarm herausstellte. Ja, sicher. Es war so offensichtlich, dass das nur eine weitere von Katrinas Lügen war. Und jetzt war Sebastian tot? Katharina Holloway würde alles erben. Mein Herz schlug schneller und passend dazu beschleunigte sich auch mein Gang, während ich vor den großen Panorama-Finnstern hin und her lief. Katrina war in armen Verhältnissen aufgewachsen und jetzt war sie reich. Sie hätte am meisten vom Tod ihres Ehemanns profitiert, also musste sie die Mörderin sein. Dem heißen Detective, Derek Bishop, meinem heimlichen Schwarm, war dieser Fall zugeteilt worden. Er könnte in diesem Moment da oben sein und herausfinden, wer Sebastian ermordet hatte. Mit diesem letzten Gedanken im Sinn konnte ich nicht länger widerstehen. Auch wenn ich nur eine Jeans und ein T-Shirt trug, band ich mir einen Schal um den Kopf, schnappte mir meine riesige Sonnenbrille und schoss aus dem Zimmer. Ich eilte zur privaten Treppe hinter dem Haus, kam ins Erdgeschoss und hastete in die hinterste Ecke des Zimmers. Ich hielt an einem Platz an, der durch eine große Topfpflanze überwiegend versteckt war. Vor mir stand Roger Abbott. Ein großer und schlanker, rothaariger Mann mit einem Ziegenbärtchen, den ich aus dem Magazin Soap Opera Now kannte und von dem ich wusste, dass er der Regisseur war, erteilte Anweisungen und die Menschen liefen herum und beklebten alles mit blauem Klebeband, da die Show versichert hatte, meinen Marmorboden nicht zu beschädigen. In dem Moment hätte ich nicht darauf geachtet, selbst dann nicht, wenn eine Zamboni-Stadion-Eisaufbereitungsmaschine auf meinen Böden amok gelaufen wäre, weil ich aus dem Augenwinkel den sexy Soapstar Luke Montgomery erblickte. Er stand mir fast direkt diagonal gegenüber und wenn ich einen wirklich guten Blick erhaschen wollte, und den wollte ich wirklich, musste ich meinen Kopf drehen und wirklich so aussehen, als würde ich schauen. Dem Himmel sei Dank für die Brille, die meine Augen bedeckte. Mit einer nonchalanten Geste drehte ich meinen Kopf und schaute ihn von der Seite an. Meine Knie wurden weich. Ich hielt mich am Beistelltisch fest, um mich abzustützen. Oh, wow! Luke Montgomery war die Definition vom Begriff Filmstar und sah in echt noch so viel besser aus, dass man sogar noch mehr ins Schwärmen geraten konnte. Luke trug eine zerzauste und strukturierte Gelfrisur, die ihm ein klassisches Aussehen verlieh und seine blaugrauen Augen hingen beständig am Regisseur, der ihm Anweisungen ins Gesicht schrie. Ich wünschte mir, diese Augen wären auf mich fixiert. Oh, Baby! Action! kommandierte Roger Abbott und die Szene begann. Luke lief an seinen Platz, trug ein graues Knopfshirt und eine blaue Krawatte in seine dunkelgraue Hose gestopft und eine Polizeimarke an der Taille. Ich versuchte, mich nicht auf seine langen, schlanken Beine und die breite Brust zu konzentrieren. Aber als er sich nach vorn bewegte, bewegten sich auch die kräftigen Muskeln seiner Schultern und brachten mein Herz zum Flattern. Er war nicht etwa maßig, ganz und gar nicht, nur durchtrainiert und fest, überall, vor allem aber seine Hinterseite, auf die ich im Moment den besten Blick hatte. Ich konnte meine Augen nicht zwingen, wegzuschauen. Adele Andrews spielte die weibliche Hauptrolle der verwitweten Katrina Holloway. Katrina fegte in den Raum mit ihrer perfekten Fülle an blonden Locken und kühlen Wesenszügen, die durch ein filigranes Spitzenkleid und Designerschmuck ergänzt wurden. Sie öffnete Luke die Eingangstür. Möchtest du nicht reinkommen? Luke, in der Rolle, betrat den Raum. Frau Holloway Ich bin Detective Bishop. Mir wurden die Ermittlungen im Falle des Mordes an Sebastian Holloway zugeteilt. Ich weiß, wer du bist, Derek. Katrina machte einen Schmollmond, während sie die Tür schloss und warf ihm einen verruchten Blick zu. TU nicht so, als seien wir Fremde, als sei der Sommer vor zwei Jahren nie passiert. Ich bin hier, um einen Job zu erledigen, Katrina. Sie legte den Rücken ihrer rotmanikürten Hand auf seine Stirn. Deine Gleichgültigkeit ist sogar noch gemeiner als damals, als du mich verlassen hast. Wieso hast du mich verlassen, Derek? Mann, das war gutes Fernsehen. Ich schob meine Brille weiter die Nase runter, um noch besser sehen zu können. Hör auf, Katrina. Hör einfach auf. Ich muss es wissen. Hast du Sebastian die Treppe runtergestoßen? Er zeigte in Richtung meiner Treppe. Einer Treppe, die dir hier sehr ähnlich ist. In meinem Kopf hörte ich einen Streich melodramatischer Musik, die immer in Momenten wie diesem spielte. Ich hielt meinen Atem an und wartete auf ihre Antwort. Natürlich nicht, Katrina umklammerte mit ihren Händen ihre Brust und klimperte mit ihren Wimpern. Wie kannst du mich so etwas überhaupt fragen, Derek? Du weißt, wie sehr ich ihn geliebt habe. Ja, sagte er, lief zu ihr rüber und griff dann ihren Arm. Ich weiß genau, wie sehr du deinen Ehemann geliebt hast. So, wie du mich geliebt hast. Spiel hier nicht die Unschuldige, Katrina. Spiel du mir nicht den Bullen. Ich unterdrückte ein Grinsen. Katrina wusste die Dinge immer herumzudrehen. Ich muss den Bullen spielen, Katrina, sein Griff um ihren Arm lockerte sich und er fuhr mit seiner Hand langsam über ihn. Egal, was früher zwischen uns passiert ist, ich bin jetzt Detective und dein Mann wurde unten bei der Treppe tot aufgefunden und du standst über ihm. Er ist gefallen. Ich schwöre, es war ein Unfall, Katrina schnaufte und brach dann schluchzend zusammen, die sich ähnlich merkwürdig anhörten wie eine bellende Robbe. Schnitt, seufzte Roger Abbot. Adele. Ich brauche etwas weniger Schmierentheater und dafür etwas mehr echte Verzweiflung. Adele lief zu Roger und ich machte einen Schritt zurück in den Schatten. Sie legte ihre Fäuste auf ihre mit Spitze bedeckten Hüften und starrte Roger an. Wirfst du mir schlechtes Schauspiel vor? Nein, Adele. Ich sage, du Schauspiel erst etwas mehr als nötig. Rogers Stimme war ruhig, aber entschlossen. Ich starrte Adele fasziniert an. Sie war eine notorische Diva und wenn die Gerüchte im Soap Opera Nau stimmten, stimmten, dann hatte sich mal die ganze Quill zusammengetan, um sie aus der Show zu schmeißen. Die Autoren hatten einen Handlungsstrang eingeschoben, der vorsah, dass sie für zwei Monate alleine und verirrt im Himalaya herumwanderte, ja, ehrlich, aber nachdem sie armeselige Bewertungen bekommen hatten, holten sie sie zurück. Die Gerüchteküche behauptete ebenfalls, dass Adele und Luke im wahren Leben ein Pärchen sein. Waren sie es? Ich wollte es unbedingt wissen. Verstehe, sagte Adele und zog beleidigt ab. Luke verließ den Platz, an dem er gestanden hatte und bewegte sich in Richtung des Beistelltisches, auf dem ein Krug mit Wasser und Gläser standen. Ich sah ihm dabei zu, wie er durch den Raum lief und seine Dienstmarke glitzerte, während er sich bewegte. Das Leben war so unfair. Das letzte Mal, als ich einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit bekommen habe, hatte der Polizist überhaupt nicht wie Luke ausgesehen. Auch wenn ich definitiv mehr Strafzettel bekommen wollen würde, wenn Polizisten wie Luke aussehen würden. Die Szene begann erneut und endete mit gedämpften Schluchtzern von Katrina, die mich zerrissen. Sie war das ultimative böse Mädchen, weil sie es schaffte, mich daran zweifeln zu lassen, dass sie Sebastian ermordet hatte, auch wenn man sie über seinem toten Körper stehend vorgefunden hatte. Luke schlenderte zum Tisch in meiner Nähe, auf dem Erfrischungen standen, hielt dann aber bei der hohen Topfpflanze an, von der ich eigentlich dachte, sie würde mich gut verstecken. Er lächelte. Greta Garbo oder eine der fabelhaften Filmstars aus den Vierzigern? Ich blinzelte. Entschuldigung? Seine blaugrauen Augen waren warm und verführerisch. Der Schal und die Brille. Oh, meine Hand schnellte zum hauchdünnen Schal, den ich vorher aufgesetzt hatte. Ich wollte nur Wax Rockwells Ex. Daher kommen sie mir bekannt vor. Eine weibliche Stimme heilte hinter mir wieder. Ich zuckte zusammen, drehte meinen Kopf und sah eine der Schauspielerinnen in der Nähe stehen und auf ihren Einsatz vor der Kamera warten. Sie starrte mich an. Sie sind Wax Rockwells Ehefrau. Ex-Ehefrau, korrigierte ich sie. Sie flatterte förmlich. Keine Chance. Ich habe zwar gehört, das sei ihr Haus, aber ich war mir nicht sicher, ob das stimmte. Hey Leute, das ist Wax Rockwells Frau. Mein Magen verknotete sich, als mich plötzlich noch vier andere Menschen umgaben. Die Frau, die ursprünglich gesprochen hatte, schritt noch näher an mich heran. Also kommen Sie, erzählen Sie es uns schon. Ist das hier das Haus, wo Sie ihn beim Sex mit einem Groupie in ihrer Lieblingshängematte erwischt haben? Mein Gesicht wurde heiß. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich öffnete meinen Mund, um zu antworten. Jenny, das ist unhöflich, Lukas Stimme legte sich um meine Schultern wie eine warme Umarmung. Magst du es etwa, wenn totale Fremde auf dich zukommen und anfangen, dich über dein Privatleben auszufragen? Natürlich mag sie das, schnaubte Adele und nahm eine einzige Traube von der Erfrischungsplatte. Jenny hat praktisch ihre Seele an diese Mediengeier verkauft, die den Stars nachstellen. Wieso, es würde mich nicht im Geringsten überraschen, wenn Lasst uns nicht die Privatsphäre von jemand anderem stören, in Ordnung, er schaute Adele und Jenny bedeutungsvoll an und die zwei anderen Zuschauer zogen ab. Er drehte sich mit einem warmen Lächeln zu mir. Danke, dass wir ihr Haus für die Show benutzen können und nebenbei gesagt, es ist völlig umwerfend. Danke, sagte ich, dankbar darüber, dass er mich aus einer unbehaglichen Situation gerettet hatte. Ich habe hier eine Szene zu drehen, Leute, rief Roger Abbott. Und der Tag wird nicht jünger. Geht bitte an eure Plätze. Tut mir leid, Jenny warf mir einen reuevollen Blick zu und ging dann an ihren Platz. Ich nickte in ihre Richtung, drehte mich dann zu Luke, der so nahe stand, dass ich den köstlichen Duft seines Aftershaves riechen konnte. Mein Magen flatterte. Ich weiß ihr Einschreiten wirklich zu schätzen. Luke zuckte mit den Achseln. Man muss manchmal über Jennys Worte hinwegsehen. Sie ist erst 18 und beginnt gerade erst im Geschäft. Sie hat noch nicht kapiert, wie aufdringlich die Paparazzi sind oder wie sehr ihre Handlungen unsere Leben affizieren können. Ein kleines Lächeln entfloh mir. Affizieren, also beeinflussen, oder infizieren. Man kann es sich aussuchen. Er warf seinen Kopf nach hinten und lachte. Infizieren ist so manches Mal sicherlich zutreffender. Adele lehnte sich gegen Luke und legte eine Hand auf seinen Arm. Er war mindestens 30 Zentimeter größer als sie. Komm, Luke, ich helfe dir, einen anständigen Snack zu finden. Mein Blick blieb an Adele hängen, wie sie ihn auf so eine ganz vertraute Weise berührte und wie ihr Körper an seinen geschmiegt war. Waren sie ein Pärchen? Luke trat weg und löste sich Lega aus ihrem Griff. Sein Ausdruck änderte sich nicht, aber die Distanz, die er zwischen ihnen beiden geschaffen hatte, fühlte sich weit und tiefgehend an. Ich bin eigentlich immer noch satt vom Frühstück. Ich habe neben der Autobahn ein idyllisches Diener namens Over the Moon gefunden. Deren Pfannkuchen sind so gut, dass ich darüber nachdenke, die Frau, die den Laden leitet, um ihre Hand zu bitten. Ich verschluckte mich an einem Lachen. Meinst du Mrs. Hanson? Sie ist fast 80. Seine Augen funkelten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Pfannkuchenliebe kein Alter kennt. Adele rümpfte die Nase. I.S. esst du nur weiter Pfannkuchen und die Kostümleute werden dich in deine Klamotten einnähen müssen. Oder sie feuern dich. Ich wäre bereit, einen schrecklichen Tod in einer Feuersbrunst zu sterben, wenn es sein müsste, am Set natürlich, wenn das bedeuten würde, dass ich diese Pfannkuchen für immer essen könnte. Adele schmiss ihre Hände in die Luft und ging weg. Luke, ich brauche dich bitte hier, Roger Abbott rief ihn und schrie dann in Richtung der anderen Schauspieler. Luke drehte sich zu mir. Es war, naja, ich wollte sagen, nett, sie kennenzulernen, aber wir haben uns ja noch gar nicht offiziell einander vorgestellt. Ich bin Luke Montgomery, sagte er, mir seine Hand hinhaltend. Charlie Rockwell, ich nahm seine Hand, die sich um meine schloss. Meine Knie wurden augenblicklich zu Brei. Ich lächelte und versuchte, die Wirkung, die er auf mich hatte, zu überspielen. Viel Glück bei deiner bevorstehenden Eheschließung, Luke. Ich kann dich doch Luke nennen? Sein Mundwinkel verzog sich nach oben. Klar, Charlie. Und danke. Ich hatte immer schon Probleme damit, gute Pfannkuchen zu finden. Er lächelte mich geheimnisvoll an und schlenderte davon. Es wurde mir warm in der Magengegend. Hatte er mit seiner Bemerkung über die Pfannkuchen gerade mit mir geflirtet? Da ich so jung geheiratet hatte, war ich nie wirklich in der Deetschleife gewesen, sodass es schwer zu sagen war. Ich sah ihm beim Gehen zu und fragte mich, ob die Klatschpresse das mit Adele und Luke in den falschen Hals bekommen hatte. Er schien jedenfalls kein bisschen an ihr interessiert zu sein. Und, vielleicht träumte ich ja, aber es schien fast so, als sei er an mir interessiert. Kapitel 3 Das Diner over the Moon gab es schon, seit ich ein Kind war und war von außen nicht wirklich ansehnlich. Ein kleines, altes Haus mit in den Verandersäulen eingeritzten Delfinen und einem verblassten Vollmond am Vorderfenster. Auf der vorderen Veranda waren Schaukelstühle mit blauen Kissen, für den Fall, dass man so viel aß, dass man es da nicht rausschaffte, was dank der leckeren Pfannkuchen viel öfter passiert war, als man es sich vorstellen konnte. Als ich hineinging, atmete ich einen dicken Nebel ein, gefüllt mit dem Geruch von Vanille, Ahorn und gebratenem Speck. Mein Magen wütete. Lecker. Ich scannte das rappelvolle Innere und erblickte meine Schwester Claire, die an einem Tisch in einer entfernten Ecke saß. Ich kämpfte mich durch den dicht besetzten Raum, eine Hand auf meinem großen Schlapphut und die andere seitlich an meiner großen Sonnenbrille. Danke, dass du den Tisch hinten erhascht hast, flüsterte ich und setzte mich auf den Stuhl gegenüber von ihr. Sie musterte mich von oben nach unten und schien meine dunkle Sonnenbrille, den großen Hut und das superweite Sommerkleid mit dem leichten Sweater darüber aufzunehmen. Sie hob eine Augenbraue. Ich bin ja begeistert, dass du dich mitten am helllichten Tage rausgewagt hast, wirklich begeistert, aber ich tue mich etwas schwer damit, dieses Outfit zu akzeptieren. Ich schaute auf mein Outfit hinunter. Hey? Bitte sag mir, dass du vergessen hast, die Wäsche zu waschen oder zufällig deine Haare orange gefärbt oder einen Nesselausschlag hast, denn das wäre die einzig vernünftige Ausrede dafür. Klares Stimme war jetzt und schon immer etwas lauter gewesen als die von allen anderen im Raum, sogar in diesem lauten Diener. Ich zuckte zusammen. So viel dazu, unauffällig zu sein. Ich versuche, nicht gesehen zu werden, okay? Dann hättest du kein Zelt anziehen sollen. Oder diese Brille tragen. Mit ihr siehst du aus wie eine Fliege. Aber mal zu Wichtigerem, was hat dich denn die Grenzen deines Hauses durchbrechen lassen? Ich bin ernsthaft geschockt. Ich dachte, wir würden so etwas wie eine Intervention einlegen müssen, um dich da rauszuholen. PSSST, ich schob meine Brille die Nase runter und griff nach der Speisekarte. Mach doch da jetzt kein großes Ding draus. Ich wollte nur etwas Zeit mit meiner Schwester verbringen. Na ja gut, ich wollte zwar Zeit mit Claire verbringen, aber die Antwort war nur die halbe Wahrheit gewesen. Ich hoffte tatsächlich, einen Blick auf Luke zu erhaschen. Er sagte, er liebte die Pfannkuchen hier und ich dachte, er würde vielleicht heute hier aufkreuzen, um eine Portion zu essen. Ich drücke mir jedenfalls die Daumen. Genau, Claires Stimme war emotionslos und machte deutlich, dass sie meiner Zeit mit der Schwester verbringen, Ausrede nicht glaubte. Na ja, was auch immer der Grund ist, zumindest bist du draußen. Also erzähl mir, was es Neues gibt. Hast du es dir wegen des Enthüllungsbuchs über deinen lausigen Ex anders überlegt? Sag bitte ja und versüß mir den Tag. Der Kellner unterbrach mich bei der Antwort, als er kam, um die Bestellungen aufzunehmen und sich entschuldigte, dass wir hatten warten müssen. Wir beide bestellten Kaffee und ich wählte die Pfannkuchen. Lecker. Claire bestellte Spiegeleier mit Toast und Speck. Wir gaben dem Kellner die Speisekarten, der in Richtung Küche davon zog und ich wendete mich wieder meiner Schwester zu. Also? Greta von Strand stupste sie mich an. Meine Stirn runzelte sich. Ich werde kein Enthüllungsbuch über Rex schreiben, Claire. Wieso nicht? Du musst ja nicht dein echtes Privatleben enthüllen, du schmeißt nur einfach alles da rein und kannst es ihm in großem Stil heimzahlen. Wie etwa, wenn du sagen würdest, dass er es ablehnte, Liebe zu machen, es sei denn, er hatte ein Clownskostüm an und du würdest auf seiner großen roten Nase hupen. Du könntest sagen, er hatte ein Fetisch für. Claire, nein. Einfach nein. Du bist so unlustig, schmollte sie und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Wenn es um mich ginge, würde ich mich verrückt schreiben. Ich würde allen sagen, dass er seinen Bassisten mehr mochte als mich. Na, das würde doch mal einen urkomischen Skandal auslösen. Er mochte seinen Bassisten tatsächlich mehr als mich, aber nicht auf die Weise, ich lachte über das schmollende Aussehen, mit dem mir meine Schwester gegenüber saß, aber ich ließ mich nicht kleinkriegen. Ich werde es nicht tun. Zum milliardsten Mal, wieso denn nicht? Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn man so etwas veröffentlicht. Vergiss auch nicht, dass Menschen auch in meinem Leben herumstochern. Und davon habe ich schon genug. Du solltest gleich auf die Halsader zielen, sie richtete nachahmend eine Gabel in Richtung ihres Halses, und ich musste noch mehr lachen. Oh, und du könntest sogar allen sagen, das Rex. Es reicht, unterbrach ich, meinen Kopf schüttelnd. Tief in mir drin glaube ich, dass in ihm irgendwo noch der gute Kerl steckt, in den ich mich damals in der Hicks-Schul verliebt hatte. Er ist nur unter dem ganzen Rex-Rockwell-Image begraben, ich seufzte. Sehr tief begraben. Warte, sie bekam große Augen. Sag mir nicht, dass du immer noch Gefühle für ihn hast. Nein, nicht so, ich verdrehte meine Augen wegen des Blicks, mit dem sie mich ansah. Ich bin nicht mehr in ihn verliebt, aber ein Teil von mir wird ihn immer lieben, wenn das überhaupt Sinn macht. Ehrlich gesagt, war ich schon lange nicht mehr in ihn verliebt, bevor, du weißt schon. Er sich mit dem Groupie in deiner Hängematte vergnügte? Ex-Hängematte, merkte ich an. Die Klatschpresse hat Geschichten erfunden, dass ich die Hängematte verbrannt hätte, was eine totale Lüge war. Alles, was ich wirklich gemacht hatte, war, die Haushälterin zu bitten, sie in den Müll zu schmeißen. Weniger dramatisch, aber zweckerfüllend. Ich hoffe, dass sich Rex eines Tages wieder daran erinnert, wer er wirklich ist und wieso er überhaupt erst ins Musikgeschäft eingestiegen ist. Vielleicht könnte er sich ja sogar wieder mit den Bandmitgliedern versöhnen, die er so schnell hatte fallen lassen, als das Plattenlebel an seine Tür klopfte. Er müsste dafür erst wieder auf den Boden der Tatsachen kehren und ich sehe nicht, dass das passieren wird, weil. Das war der Moment, in dem die Eingangstür quietschte und aufging. Mein Blick schoss zum Eingang, genau in dem Moment, als Luke Montgomery reinkam. Mein Atem blieb mir im Halse stecken. Ich hörte Claire nicht mehr zu und starrte. Seine sandblonden Haare waren auf klassische Weise nach hinten frisiert, aber mit weniger Gel als bei der Show. Er trug eine dunkelblaue Jeans und ein einfarbiges Shirt, Sneakas und einen gelassenen Ausdruck auf seinem hübschen Gesicht. Er schien so bodenständig wie aus einer Jeanswerbung von Ralph Lauren zu sein. Claire räusperte sich. Du schiebst dir vielleicht lieber die Brille wieder hoch, wenn du vorhast, weiter so zu starren. PSSST, sagte ich verzweifelt, während ich versuchte, meine Sonnenbrille wieder die Nase hoch zu schieben. Wieso soll ich still sein, laffte sie praktisch. Wahrscheinlich war es wegen Claire's lauter Stimme, dass Luke seinen Kopf in unsere Richtung drehte und sein Blick sich mit meinem traf. Er sah so viel entspannter aus in diesen Klamotten und außerhalb des Sets, und mein Herz machte einen kleinen verrückten Sprung in meiner Brust. Sein Mund bog sich langsam nach oben und dann winkte er. Das ist das Zeichen, dass du zurückwinken sollst, begann Claire. Ich weiß, nuschelte ich und winkte ihm zaghaft zurück. Plötzlich fühlte ich mich mehr als peinlich berührt. Luke hatte mir gegenüber diesen Ort gestern erwähnt. Was, wenn er dachte, ich würde ihn stalken? Was, naja, eigentlich gar nicht so falsch war. Ich war hergekommen, um ihn zu sehen, aber ich hatte nicht drüber nachgedacht, dass auch er mich sehen könnte. Ich studierte meine Hände und wünschte mir, dass ich unter den Tisch gleiten und mich verstecken könnte. Claire warf mir einen was um alles in der Welt tust du, Blick zu, aber ich ignorierte sowohl den Blick als auch sie. Ich konnte aber Luke nicht wirklich ignorieren, da ich aus dem Augenwinkel sah, dass er zu uns rüberkam. Guten Morgen, Charlie, seine warme Stimme war mit einem Funken Überraschung versehen. Schön, dich außerhalb des Sets zu sehen. Guten Morgen, ich hob meinen Blick, legte die Sonnenbrille ab und fuchtelte mit ihr merkwürdig auf dem Tisch herum. War ich da etwa schüchtern? Ich war in Gegenwart von Männern eigentlich nie schüchtern. Hallo, ich bin Claire, Charlies Schwester. Wieso setzen sie sich nicht zu uns, fragte sie mit einem verspielten Ton. Ich dachte wirklich darüber nach, sie unter dem Tisch zu hauen. Meine Wangen waren heiß und ich konnte nur hoffen, dass sie nicht knallpink waren. Ich wich seinem Blick aus. Was, wenn er dachte, ich hätte Claire dazu angestiftet, das zu sagen? Ich bin Luke, antwortete er und ich spürte seinen Blick auf mir. Dann bewegte er sich leicht, als hätte er geahnt, wie unwohl ich mich fühlte. Ehm, danke für die Einladung. Aber wie wäre es, wenn wir das auf ein anderes Mal verschieben, Charlie? Ich nickte. Ein anderes Mal hört sich gut an. War schön, dich kennenzulernen, Luke. Sie wackelte mit ihren Fingern in seine Richtung, als er ging. Dann pflasterte sie sich ein Riesengrensen aufs Gesicht. War das Luke Montgomery? Von Just One Day? Just One Love, korrigierte ich sie. Wie auch immer, sie winkte mit der Hand ab. Spuck es aus. Was ist los? Ich fuchtelte mit meinem Silberbesteck. Ich habe das Haus für einen Monat an die Soab vermietet. Claire's beschwingter Ausdruck war unbezahlbar. Sie hob einen Arm und winkte eine Kellnerin herbei. Wir brauchen wirklich unseren Kaffee, sagte sie. Ich kann nicht länger warten. Viel Kaffee, bitte. Die Kellnerin sah genervt aus, aber sie nickte. Ich sage ihrem Kellner Bescheid. Claire kratzte sich an der Schläfe. Du hast seit deiner Scheidung über ein Jahr lang wie ein Mönch in Abgeschiedenheit gelebt. Wie und warum hast du dich dazu entschlossen, eine Soab dein Haus übernehmen zu lassen? Weil ich das Geld brauche, um mein Haus zu behalten, flüsterte ich und schob mir meine Sonnenbrille wieder auf die Nase. Ich konnte nicht anders und mein Blick schoss in die Richtung, wo der Kellner Luke Platz nehmen ließ. Warte mal, wusstest du etwa, dass Luke Montgomery heute hier sein würde? Ist das der Grund, wieso du dich in die wahre Welt hinausgewagt hast? Ähm, ich fuchtelte an meiner Sonnenbrille herum. Du bist in ihn verknallt. PSSST, ich schaute wild um mich, um zu sehen, ob ihre laute Stimme irgendjemandes Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. In dem Moment raste eine Horde von Reportern durch die Tür, die Kameras blitzten, fingen jedermanns Aufmerksamkeit. Mein Herz hämmerte und ich bereitete mich auf einen Herzanfall vor und fragte mich, wie ich entkommen könnte. Anstatt aber in meine Richtung zu kommen, rasten die Reporter auf Luke zu. Luke richtete sich auf seinem Stuhl auf, sein Ausdruck hieß die Paparazzi mit einem subtilen Lächeln willkommen, das den bescheidenen Mann, den ich noch vor einer Minute begrüßt hatte, verschwinden und ihn zu einem Star werden ließ. Als er an unseren Tisch gekommen war und sich Claire nur als Luke vorgestellt hatte, hatte ich die verrückte Idee gehabt, dass er vielleicht das Wahre war und wir wie normale Single-Menschen Daten könnten. Jetzt wusste ich, dass das niemals passieren würde. An der Art, wie Luke den Kameras schmeichelte, die von den Angestellten des Over the Moon langsam hinausgebeten wurden, schien es offensichtlich zu sein, dass er es liebte, ein Star zu sein. Ich war aber schon mit Männern bedient, die es liebten, berühmt zu sein und ich hatte daraus eine harte Lektion gelernt. Wegen seiner plötzlichen Verhaltensänderung fragte ich mich, ob die Klatschpresse vielleicht doch recht hatte und er im wahren Leben doch Adele Andrew startete. Kapitel 4 Später an dem Tag lief ich durch die große Doppeltür der Blue Moon Bay Bibliothek, die sehr geräumig war, aber sehr einer Umgestaltung bedürfte. Die Tapeten lösten sich an mehreren Stellen von den Wänden ab, die Böden sahen aus, als hätten sie eine Bombenexplosion überlebt und die Bibliothek hatte immer noch denselben moderigen Geruch, den ich schon aus meiner Kindheit kannte. Während ich aufwuchs, hatte ich, hier viele Tage mit dem Lesen verbracht, die fantasievollen Geschichten wurden durch meine Vorstellungskraft zum Leben erweckt. Das Lesen brachte mich auch dazu, mich bei meiner ersten Aufführung in der Higgs-Schul zu versuchen. Ich konnte es kaum abwarten, durch meine eigenen Emotionen die Rollen zum Leben zu erwecken. Leider war ich seit dem College nicht mehr in der Bibliothek gewesen. Aber das schien als der perfekte Platz, um einige relativ ruhige und stille Stunden zu verbringen, während ich dem Dreh in meinem Haus an diesem Nachmittag, aka Luke, aus dem Weg ging. Auch wenn ich die Bequemlichkeit meines E-Book-Readers liebte, vor allem dann, wenn ich gegen Mitternacht nach einem neuen Buch suchte, konnte doch nichts das Gefühl einer gebundenen Ausgabe in meinen Händen ersetzen. Ich hatte eine lebenslange Affäre mit Liebesromanen gehabt, vorzugsweise historischen, denn wer verstößt schon einen Piraten oder Sexy-Fürsten? Oder einen Sexy-Fürsten, der sein Leben als Pirat verbracht hat? Beides würde auf meiner imaginären Freundsskala an hoher Stelle stehen. Nachdem ich etwa eine halbe Stunde lang zwischen den alten Bücherregalen herumgeschlendert war, hatte ich einige Romane ausgewählt, die vielversprechend schienen, aber es war immer noch zu früh, um nach Hause zu gehen, also ging ich zu den Regalen mit den Magazinen. Die Blue Moon Bay Bibliothek archivierte alle größeren Veröffentlichungen und als ich gerade nach einem Reisemagazin greifen wollte, erblickte ich ein wohlbekanntes Klatschblatt. Ich las Klatschblätter nicht wirklich, vor allem, wenn ich als die rachsüchtige Ex drinnen war, aber mein Blick rastete auf dem Titelblattbild von Luke Montgomery ein. Sein Arm war um Adele Andrews gelegt und er hatte ein keckes Grinsen auf dem Gesicht, während sie, ihn anhimmelnd, zu ihm hoch sah. Ehe ich mich bremsen konnte, hatte ich mir schon das Magazin geschnappt und starrte auf die Zeile gleich neben deren Bild, ist ihre Liebe verblasst? Ich verdrehte meine Augen. Was für eine schmalzige Zeile! Und ja, ich musste weiterlesen. Ich blätterte durch die Seiten, flog an skandalösen Geschichten über Promis vorbei, bis ich beim Artikel über Luke Montgomery und Adele Andrews ankam. Auch wenn ich wusste, dass das meiste, oder alles, an dieser Geschichte frei erfunden war, saugten meine Augen jede Zeile auf und ich war tief drin, inmitten ihrer angeblich turbulenten Liebesaffäre, als ich spürte, dass jemand in meiner Nähe stand. Ich schaute auf und mein Blick traf Luke's sexy blaugraue Augen. Mein Körper wurde augenblicklich zu Brei. Was machte er denn in der Bibliothek? Er schien ebenfalls überrascht, mich zu sehen. Seine Augenbrauen hoben sich. Charlie? Luke, mein Gesicht wurde heiß, als ich mich an den Artikel erinnerte, den ich soeben gelesen hatte und der immer noch offen in meinen Händen lag. Ach du Schande! Ich schlug das Magazin zu. Aber als ich versuchte, die Seiten unter meinen Arm zu klammern, fiel das Magazin mit einem heftigen Geraschel runter auf den Boden. Luke bückte sich und hob das Magazin auf, hielt es dann in meine Richtung, das sexy Bild von ihm mit Adele drauf in kitschiger Großaufnahme mit der Titelseite nach oben. Bitteschön! Danke, meine Wangen wurden zu einem wütenden Inferno, während ich das Magazin ins Regal zwischen die anderen stopfte. Ich schaffte es, leicht zu lächeln und fühlte mich dabei klitzerklein, da er mich dabei erwischt hatte, wie ich im Klatschblatt Müll über ihn lass. Dachte er etwa, ich würde den Quatsch auch normalerweise lesen? Oder vermutete er, ich sei in ihn verknallt? Keine der beiden Optionen verhieß Gutes. Ich persönlich glaube nicht alles, was ich lese, sein Blick wanderte zum Regal, aus dem immer noch die Ecke des Magazins herauslugte, das ich soeben wieder zurückgelegt hatte und dann hin zu mir. Er tippte auch mit dem Finger auf das Magazin, das er in der Hand hielt. Man weiß nie, was stimmt und was nicht. Ich schaute mir das Magazin genauer an, das er da hielt und musste seufzen. Auf der Titelseite war ein Foto von Rex und mir, mit einem Blitz, der zwischen unseren Gesichtern einschlug. Die Paparazzi hatten das Foto, auf dem wir uns auf einer Yacht in Südfrankreich küßten, vor mindestens drei Jahren aufgenommen. Die Schlagzeile war, vom Aus zum Anbandeln. Rex Rockwell und seine Frau spielen immer noch wunderbare Musik zusammen. Wer lässt sich nur diese Schlagzeilen einfallen, platzte ich heraus und drückte meine Hand auf meine Brust. Dann kam mir etwas in den Sinn und mein Magen flatterte. Hatte Luke das Magazin genommen, weil ein Foto von mir auf der Titelseite war? Oder war es bloß Zufall? Ich schaute mir wieder die Schlagzeile an und stöhnte. Die Fakten checken, Leute. Ich bin die Ex, nicht die Ehefrau. Bedeutet das, ihr zwei macht keine wunderbare Musik mehr zusammen, sein Mundwinkel hob sich wegen seines Witzes, aber in seinem Blick war ein ernsthaftes Funkeln, das auf meine Antwort wartete. Es ist schwer, Musik mit jemandem zu machen, mit dem man über ein Jahr gar nicht geredet hat, sagte ich, überrascht darüber, dass mir die Wahrheit so leicht über die Lippen kam. Ich sprach nie über mein Privatleben, vor allem nicht mit jemandem, den ich so gut wie gar nicht kannte. Aber vielleicht hatte er ja das Magazin genommen, weil ich drauf war und ich wollte nicht, dass er dachte, Rex und ich würden anbandeln, aber das ließ immer noch die Frage offen, ob Luke nun Adele datete oder nicht. Nicht, dass ich ihn danach fragen könnte. Solltet ihr nicht beim Dreh sein, fragte ich. Ich habe heute keine Szenen mehr, also habe ich Freizeit. Ich habe noch nie Zeit in Blue Moon Bay verbracht, also wollte ich etwas über die Umgebung erfahren. Sehen, was man unternehmen kann und so. Du hättest das einfach im Internet nachsehen können, wies ich hin. Er kicherte. Ja, aber ich ziehe das altmodische Gefühl vor, in der Bibliothek zu lernen. Macht mir mehr Spaß. Und außerdem, wenn ich mich ans Internet geklammert hätte, dann hätte ich dich nicht hier getroffen. Mein Magen schlug einen Purzelbaum. Nun ja, ich bin in Blue Moon Bay aufgewachsen, also kann ich dir vielleicht weiterhelfen, wenn du Fragen über die Stadt hast. Er stellte das Magazin wieder ins Regal und zwinkerte mir dabei zu. Glück für dich, dass du in so einem charmanten Städtchen in der Bucht aufgewachsen bist. Ich bin in einer kleinen Stadt in Florida aufgewachsen, etwas landeinwärts, aber es war einfach, zum Wasser zu fahren. Wirklich? Florida? Ich war ein paar Mal in Miami und Rex spielte dort zum Spring Break Konzerte die Küste rauf und runter, ich biss mir in die Lippe, wollte mir selbst in den Hintern treten dafür, dass ich Rex erwähnt hatte. Luke lächelte aber nur. Blue Moon Bay erinnert mich etwas an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Es ist einladend, mit diesem heimischen Gefühl. Ich weiß, das hört sich merkwürdig an. Nein, ich verstehe es total. Eigentlich, ich hielt inne, weil ein komisches Geräusch von hinter den Regalen kam. Ich hob eine Augenbraue. Luke grinste mich an und schob dann ein paar Bücher zur Seite, gerade so viele, dass wir hinter den Regalen ein Pärchen beim leidenschaftlichen Küssen sehen konnten. Ich erkannte die glatte, dunkle Bobfrisur der Frau. Wendy, keuchte ich, und wollte fast vor Lachen platzen. Wendy und ich waren in der Hicks-Schul beste Freundinnen gewesen. Sie und ihr Bruder hatten gerade das in In Blue Moon Bay geerbt, von dem ich wusste, dass Luke und einige der anderen Schauspieler und Co-Mitglieder während der Dreharbeiten dort wohnten. Bist du das? Und Max? Wendys Hand flog zu ihrem Mund, als sie durch die kleine Öffnung zwischen den Büchern schaute. Dann lächelte sie breit und winkte. Hallo, Charlie. Max ist gerade von einer Geschäftsreise zurückgekommen und wir, ähm, ja. Wendys Freund Max kicherte. Wir suchen nach Büchern übers Gärtnern. Ich zwinkerte. Gärtnern? Für das in, erklärte Wendy und erholte sich schnell davon, dass sie soeben in einer romantischen Umarmung erwischt worden war. Ich denke darüber nach, einige Blumen zu pflanzen, um den Eingang freundlicher zu gestalten. Du weißt schon, die Umgebung verschönern, sie lief, mit Max Händchen haltend, um die Regale herum, ihr Blick wanderte zu Luke und dann wieder zu mir. Wer ist dein Freund? Tut mir leid, ich habe meine Manieren ganz vergessen. Luke, das sind meine Freundin Wendy und ihr Freund Max. Wendy gehört das in In Blue Moon Bay, das praktisch ein historisches Wahrzeichen hier ist. Max gehört das Restaurant gleich nebenan. Schön, euch kennenzulernen, Luke schüttelte zuerst Wendys und dann Max' Hand. Ich wohne im In, während ich wegen der Arbeit in der Stadt bin. Ich liebe das Schild mit der Legende. Danke, Wendy tauschte ein heimliches Lächeln mit Max aus und ihr Gesichtsausdruck wurde weich. Wir lieben die Legende auch. Ich weiß nicht, ob du schon im Restaurant nebenan warst, aber das ist Max' neuestes Projekt und es hat auch schon auf und läuft wirklich gut, was total aufregend ist. Ich wollte mir das Restaurant mal ansehen. Wir essen meistens drüben im Over-the-Moon-Diner wegen dir. Der Pfannkuchen, beendete Max seinen Satz und dann kicherten sie beide. Ich ziehe es ernsthaft in Erwägung, die Besitzerin zu heiraten, aber alle denken, dass ich damit nur Spaß mache, sagte Luke lächelnd. Du würdest dich hinter hundert anderen Männern anstellen müssen, die drauf brennen, für den Rest ihres Lebens jeden Tag diese kleinen leckeren Scheiben serviert zu bekommen, spaßte Max. Leckere kleine Scheiben, fragte ich und konnte mein Lachen nicht mehr aufhalten, dass diese Worte ausgelöst hatten. Wenn dies Beschreibung, zuckte Max mit den Schultern. Ich bekomme nur die Pfannkuchen-Notverpflegung und versuche mich an die gesünderen Optionen zu halten, die wir im Restaurant anbieten. Aber manchmal muss ich einfach rüber ins Diener. Luke nickte. Ich würde mir wirklich gerne mal dein Restaurant ansehen. Na, Charlie, wie wär's? Vielleicht kann ich ja den Gutschein für das vielleicht ein anderes Mal einlösen und dich am Freitag zum Abendessen ausführen? Mein Blick schoss Hilfesuchend zu Wendy. Aber der erheiterte Ausdruck auf ihrem Gesicht verriet mir, dass ich keine bekommen würde. Ich wollte Luke darum bitten, klarzustellen, was denn dieses Abendessen bedeuten würde, ein Abendessen unter Freunden, sodass ich ihn mit der Umgebung vertraut machen konnte. Oder war es ein Date? Und wenn er dachte, es sei ein Date, was war dann mit Adele? Auch erschien ein Bild in meinem Kopf, was im Diener passiert war, als ihn die Reporter umzingelt hatten. Die Gedanken schwirrten mir im Kopf rum, bis mir schwindelig wurde. Ich hatte einen Dutzend Gründe, Nein zu diesem Abendessen zu sagen. Ich wusste, dass ich hätte Nein sagen sollen. Aber irgendwie hörte ich mir selbst dabei zu, wie ich sagte, ich würde gerne mit dir zu Abend essen. Auch wenn Wendy und Max genau neben uns standen und unseren Austausch bezeugten, brach auf Lukes Gesicht ein Lächeln durch. Toll! Wir haben ein Date. Ein Date? Hatte Luke soeben unser Abendessen ein Date genannt? Mit all meinen Besorgnissen wusste ich, dass ich mich auf dem weiteren Weg vorsichtig verhalten musste. Ich fühlte aber stattdessen, wie sich ein großes, albernes Lächeln auf meinem Gesicht breit machte. Und ich freute mich schon auf unser Date, auch wenn ich mir ziemlich sicher war, dass ich das nicht sollte. Kapitel 5 Am nächsten Morgen lief ich in meinem Zimmer umher und fühlte mich rastlos und nervös. Ich hatte mich die ganze Nacht im Bett gewälzt und an Luke gedacht und meine Gedanken waren immer noch ein ungeordnetes Wirrwarr. Wieso hatte ich eingewilligt, mit ihm auszugehen, wenn ich doch wusste, dass er auch Adele dartete? Die Klatschpresse blies Dinge manchmal nur auf, um eine Story zu haben, aber manchmal entsprach das Gedruckte auch der Wahrheit. Luke hätte mich auch freundschaftlich zum Abendessen einladen können, damit ich im Blue Moon Bay zeige. Das war ein depressiver Gedanke. Ich freute mich viel zu sehr auf unser Abendessen und wir hatten noch nicht einmal die Zeit verabredet. Mein Handy zwitscherte auf dem Nachttisch. Konnte das Luke sein? Hatte er angerufen, als ich vorher unter der Dusche war? Mein Herz raste, als ich das Handy nahm, um dann nur zu sehen, dass ich drei Anrufe in Abwesenheit von Claire hatte. Ich seufzte. Sie hatte wahrscheinlich angerufen, um mich über Luke auszufragen, und ich hätte auf ihre Fragen sowieso nicht antworten können. Ich ließ einen Seufzer von mir und starrte aus dem Fenster auf die ausgedehnte Weite des blaugrauen Wassers und des schimmernden Sandes darunter. Meine Beklommenheit klang ab, während ich jeder der Wellen beim Anrollen zusah. Dieses Gefühl der Ruhe war der Grund, wieso ich wieder nach Blue Moon Bay gezogen war und warum ich dieses Haus behalten wollte. Die Sicht auf all das Endlose, glitzernde Wasser besänftigte mich und vielleicht, nur vielleicht, half es mir dabei, meinen Glauben an die Träume wieder zu beleben. Die Rechnung von Just One Love auf meinem Nachttisch fing meine Aufmerksamkeit. Mit diesem Geld würde ich mein Haus noch über ein Jahr behalten können, aber es war keine langfristige Lösung. Ich musste herausfinden, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Mein Handy klingelte und riss mich aus meinen Gedanken. Ich schaute auf den Bildschirm und erwartete, Claire's Nummer darauf zu sehen, aber stattdessen sah ich den Namen Maggie Sparks. Wieso rief mich die Produzentin der Show an? Es gab nur einen Weg, es herauszufinden. Ich drückte auf den Antworten, Knopf. Hallo. Hallo Charlie, Magies Ton war durch und durch geschäftlich. Deine Schwester ist hier am Set und sie fragt nach dir. Es macht mir nichts aus, dass sie hier ist, aber die Autoren und ich gehen gerade die Szenen durch. Danke für den Anruf. Ich komme gleich hoch, sagte ich und wünschte mir, dass Claire mir auf die Mailbox gesprochen hätte, anstatt ungebeten am Set aufzukreuzen. Ich hoffte, dass die Störung nicht die ganze Show unterbrochen hatte. Ich eilte zur Treppe, die zum Erdgeschoss führte, wo die Crew drehte. Da stand sie auch, Claire, plauderte mit Anna und schaute sich interessiert um. Ich biss mir auf die Zähne. Ich wollte mich bedeckt hatten, während hier gedreht wurde und vielleicht unbeobachtet aus einer Ecke dem Dreh zu sehen. Aber meine Schwester war alles andere als unauffällig. Ich eilte zu ihr. Ich werde in der Maske gebraucht, sagte Anna und umarmte Claire mit einem Arm, als seien sie beste Freundinnen geworden. Es war so toll, dich kennenzulernen. Wir werden später noch mehr zu reden haben. Klar, lächelte Claire und dann blieb ihr Blick am attraktiven Kameramann kleben. Sie glitt zu ihm rüber. Wow. Einblenden, ausblenden, das sieht alles sehr kompliziert aus. Er lächelte sie an, sichtlich bezaubert. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ist es nicht so schwer. Oh nein. Jetzt flirtiert Claire mit der Crew? Ich musste sie hier wegbringen. Ich umklammerte mit meiner Hand ihren Arm. Hallo, Schwesterherz. Lass uns aus der Küche etwas Koffein holen, schlug ich streng vor. Claire bürstete mich ab. Ja, gleich. Ist das nicht Adele Andrews? Oh wow, sie ist es. Ich kann nicht glauben, dass Just One Love bei dir zu Hause dreht. Ich auch nicht, sagte ich und zog wieder am Arm meiner Schwester. Musste ich Claire etwa auf meine Schultern heben und sie wie einen Sack Kartoffeln wegtragen? War ich überhaupt kräftig genug, um das zu tun? Ich hatte nicht die Zeit, um es herauszufinden, weil sie sich freizappelte und auf eine kleine Gruppe von Schauspielern zulief, die an eine weit entfernte Wand gelehnt waren und auf ihre Einsätze warteten. Heilöchen, Claire winkte ihnen allen zu und fragte sie prompt, ob sie sich alle ihre eigene Kleidung gekauft hatten oder ob sie sie von der Show gestellt bekamen. Es entstand eine Unterhaltung über Modedesigner. Claire konnte sich schon immer leicht mit jedem anfreunden, egal, wohin sie ging. Alle liebten ihren Sinn für Humor und ihre Wärme und auch heute gab es da keine Ausnahme. Aber es war weder die Zeit noch der Ort, da ich hier versuchte, diskret zu sein. Ich lief wieder auf sie zu, als sie sich gerade dann zu Adele drehte, die wie üblich finstert reinblickte. Ich würde zu gern erfahren, wie sie ihre Haut so dermaßen zum Leuchten bringen. Umwerfend, sagte Claire. Adele lächelte tatsächlich. Ich benutze einen Meeresalgentoner und Reinigungsmilch jeden Tag und ich liebe. Ruhe, bitte, rief Maggie. Adele, wir brauchen dich. Adele zwinkerte Claire zu und eilte dann davon. Ich lief zu Claire hin und flüsterte, was machst du hier? Sicherstellen, dass dich die merkwürdige Dimension der Soab nicht aufsaugt. Ich habe dich heute Morgen eine Million Mal angerufen, aber du bist nicht rangegangen, sie schaute mich entnervt an und schnaufte dann, als Luke und Adele zusammen am Set entlang liefen. Oh, schau mal, da ist dein Typ. Mein Gesicht brannte. Er ist nicht mein Typ. Wieso trägt er keine Uniform? Derek wurde zum Detective befördert, also trägt er Zivilkleidung, während er nach Sebastians Mörder sucht. Aber ich vermisse die Uniform, ups. Den letzten Teil hatte ich ungewollt laut ausgesprochen. Glücklicherweise rief der Regisseur, Action, und die Szene begann, ehe Claire antworten konnte. Claire und ich schauten mit gespannte Aufmerksamkeit zu. Adele fegte ins Wohnzimmer, eine Hand auf ihre Brust gepresst und das elegante Kleid um ihren Körper flatternd. Sie schaute mit verzweifeltem Blick zu Luke auf und rannte dann zu ihm hin und schmiss sich ihm in die Arme. Ich bin so froh, dass du hier bist, Derek. Es wird alles nur schlimmer. Die Lebensversicherungsgesellschaft meint, sie führe Ermittlungen durch und Sebastians Familie möchte nicht mit mir sprechen. Seine Hände klammerten sich um ihre Taille. Katrina Oh, Derek, du musst mir helfen. Ich habe meinen Mann nicht ermordet. Alldenken, ich sei eine Mörderin, nur, weil wir einen Streit hatten. Ich sagte zwar, ich würde ihn umbringen, aber das hatte ich doch nicht so gemeint. Wenn alle Ehefrauen verurteilt werden würden, nur, weil sie sagen, dass sie ihren Mann umbringen, wären die meisten Frauen auf der Welt hinter gittern, sagte sie schluchzend. Katrina, bitte beruhige dich. Es tut nichts Gutes, so aufgewühlt zu sein. Adele schaffte es, einen regelrechten Wasserfall zu inszenieren. Tränen strömten ihre Wangen runter und ihr schlanker Körper zitterte. Was, wenn die mich ins Gefängnis stecken? Was passiert dann mit mir? Ich lasse dich nicht ins Gefängnis gehen, Katrina. Das verspreche ich dir. Ihre Blicke verfingen sich ineinander. Ihre Gesichter kamen näher aneinander heran. Und dann küßten sie sich. Ein Donner von Eifersucht schlug in mir ein. Ich versuchte ihn vergebens zu zermalmen. Mein Magen zog sich zusammen, obwohl mein Verstand realisierte, dass es Teil von Luchs Job war, Adele zu küssen. Oder war da mehr? Genoss er es, sie zu küssen? Und, hallo? Würden sie diesen verflixten Kuss jemals beenden? Das war doch schon genug. Das nennst du einen Kuss, flüsterte Claire. Was, fragte ich, unfähig, meinen Blick von ihnen abzuwenden. Keine Chemie, sagte sie und schüttelte ihren Kopf. Er könnte genauso gut einen Dorsch küssen. Ich erstickte ein Lachen, genau in dem Moment, als Katrina von Derek abließ, den Boden entlang schlenderte und ihr Kleid hinter ihr herwirbelte. Ich brauche einen Drink. Ich rufe das Dienstmädchen. Sie schaute in Richtung der Küche und rief dann, Pieper. Niemand kam. Adele, die offensichtlich aus der Fassung war, schaute umher und rief dann erneut, Pieper. Schnitt, rief Roger. Wo ist das Dienstmädchen? Es wurde mir gesagt, sie sei hier. Maggie eilte am Set umher und sprach mit den Leuten. Die Statistin, die das Dienstmädchen hätte spielen sollen, ist nicht aufgetaucht. Das wirft uns zwar zurück, aber es ist so eine einfache Rolle. Wir brauchen ein Dienstmädchen. Claire legte ihre Hände auf meinen Rücken und drückte mich fest in Magies Richtung, mich in die Mitte des Zimmers stoßend. Charlie würde liebend gern das Dienstmädchen spielen. Maggie klatschte sich in die Hände. Danke, Charlie. Jemand soll ihr gleich eine Dienstmädchenuniform besorgen. Ich drehte mich um und schaute fassungslos meine Schwester an, als sich die anderen um mich versammelten. Claire grinste mich an und ich schoss einen niederschmetternden Blick in ihre Richtung, einen, der sagte, dass wenn nicht so viele Menschen um uns herum wären, ein wirklicher Mord im Haus passieren würde. Aber ich konnte nicht kneifen. Wohl oder übel würde ich in einer Szene von Just One Love auftauchen. Kapitel 6 Meine Gedanken kreisten um all die Möglichkeiten, wie ich meine Schwester dafür büßen lassen konnte, dass sie mich in die Rolle der Pieper, Katrina Holloways neuen Sommerhausdienstmädchens in Just One Love hineingetrickst hatte. Ich stand für die Garderobendame still und schoss Claire einen Du steckst so im Schlamassel, Blick zu, aber sie ignorierte mich. Es war offensichtlich, dass sie dachte, sie wäre clever, was mich nur noch mehr irritierte. In einer Szene mitzuspielen war das genaue Gegenteil meines eigentlichen Ziels, unauffällig zu sein. Ich wollte protestieren, aber da sich auf einmal alle bei mir bedankten, dafür, dass ich bei dieser kleinen Rolle als Ersatz einsprang, konnte ich mich nicht so einfach aus der Affäre ziehen, ohne als Spielförderbärin da zu stehen. Halten Sie still, ich muss da ein bisschen was abstecken, sagte die Garderobiere zu mir. Oder doch viel, warf Claire mit einem hämischen Grinsen ein. Charlie könnte ein sexy Dienstmädchen sein, wenn sie den Saum um eine halbe Meile nach oben verlegen würden. Die Uniform sieht aus, als sei sie für einen Riesen gemacht worden. Aus irgendeinem unklaren Grund kicherte die Garderobenfrau. Oh, Claire! Ich stand still, starrte zu Claire, die weiterlief, um sich vergnügt mit den anderen Schauspielern zu unterhalten. Ich wollte eigentlich, dass meine Schwester verschwand, aber stattdessen war sie die beliebteste Person im Raum geworden. Seufz! Das sollte genügen, die Garderobiere machte einen Schritt zurück, um die Uniform zu inspizieren. Danke, ich schaute hinunter auf die hässliche schwarze Uniform und versuchte, nicht über die Tatsache nachzudenken, dass ich vor der Kamera stehen würde. Im Fernsehen Gut, lass uns dich an deine Position bringen, sagte Maggie und legte einen Arm um mich. Wenn Katrina nach dir ruft, läufst du einfach nur rein, bleibst an der blauen Markierung stehen und sagst, sie haben mich gerufen, gnädige Frau, und dann, wenn sie dir anordnet, ihnen etwas zum Trinken zu bringen, läufst du zu der Spüle dort. Das ist keine echte Spüle und sie hat keinen Boden, also pass du bitte auf, dass du das Wasser nicht laufen lässt. Okay? Kapiert, sagte ich und erzwang ein Lächeln. Ja, ich würde gleich vor der Kamera stehen, anstatt mich hinter einer Topfpflanze zu verstecken, aber ich könnte das schon hinbekommen. Was ist schon dabei, eine klitzekleine Rolle in einer Szene zu spielen? Oh, richtig. Mehr Treibstoff für die Klatschpresse. Mir graute es beim Gedanken daran, was sie über das hier schreiben würden. Eine Welle von Gelächter heilte im Raum wieder und ich schaute rüber zur Stelle, an der Claire einigen Schauspielern zeigte, wie man den Blue Moon Shuffle tanzte, einen Tanz, den wir üblicherweise jedes Jahr beim Kürbisfestival machen. Als hätte sie gespürt, dass ich sie ansah, schaute Claire zu mir rüber. Ihr Blick traf meinen. Ich runzelte meine Stirn. Als Antwort grinste sie breit. Also wirklich, sie war unmöglich. Bist du bereit, Charlie? fragte Maggie. Nein. Nicht in einer Million Jahren würde ich hierfür bereit sein. Ja, sagte ich höflich. Action, rief Roger Abbott. Luke und Adele nahmen ihre Positionen ein und Adele rief, Pieper. Ich atmete kräftigend ein und lief dann in den Raum. Sie haben mich gerufen, gnädige Frau? Sobald ich in Lukes Nähe gekommen war, lief mir eine Gänsehaut den Rücken hinauf. Sein Blick traf meinen und eine oder zwei Sekunden lang schauten wir uns an. Schmetterlinge brachen in meinem Bauch aus und flogen wild herum. Er lächelte. Ein langes, sexy Lächeln. Meine Knie wurden weich. Adele atmete ein. Pieper, hol uns einen Drink. Ich konnte kaum meinen Blick von Luke abwenden, weil er mich immer noch anstarrte. Aber ich schaffte es, mich umzudrehen und in Richtung der kleinen unechten Spüle zu laufen. Ich holte die Gläser aus dem Schrank, während Adele irgendetwas zu Luke murmelte, darüber, dass gutes Personal so schwer zu finden sei. Die Kamera war nicht auf mich gerichtet. Meine einzige Aufgabe war es, Wasser in die Gläser zu füllen, sie zu Katrina und Derek zu bringen und dann zu gehen. Ich drehte mich von der Spüle weg und schritt in Richtung des Duos. Ich reichte Katrina ihr Glas und dann reichte ich Derek sein Glas. Seine Finger schlossen meine ein. Mein Puls raste und mein Gesicht wurde heiß. Mein Körper schwang in Richtung Lukes, aus dem Augenwinkel sah ich Katrinas Gesicht finster werden. Ich machte einen Schritt zurück, genau in dem Moment, in dem mir Luke etwas näher kam. Danke, Pieper, sagte er, seine Stimme rauchig und tief. Meine Beine wurden zu Spaghetti. Wie hatte es Luke bloß geschafft, dass es so sexy klang, sich bei einem Dienstmädchen zu bedanken? Gern geschehen, Herr Detective, ich lächelte und lief dann aus dem Drehfokus des Zimmers aus, während Katrina und Derek ihre letzten Worte miteinander austauschten. Schnitt, rief Roger. Ich ließ einen stürmischen Erleichterungsseufzer von mir. Inakzeptabel, Adele schrie vor Wut. Sie lief zu der kleinen unechten Spüle und gerade, als sie sie erreichte und das Glas dort abstellen wollte, flogen ihre Arme in die Luft, sie ließ einen langen Schrei von sich und glitt dann über den Holzboden, ihre Beine rutschten und schlitterten dabei. Ich starrte sie an, als Adele mitten auf den Boden auf ihren Hintern knallte, ihr flatteriges Kleid pufte nach oben, gerade genug, um allen einen flüchtigen Blick auf ihren gebräunten Oberschenkel zu gewähren. Oh, nein! Ich hatte vergessen, das Wasser in der Spüle abzustellen. Das Wasser lief aus der Spüle, lief auf den Boden über und machte eine Pfütze um Adele herum. Einige Leute, die ich nicht erkannte, rannten zu ihr, um ihr aufzuhelfen und den Wasserlauf zu hemmen. Ich hoffte, dass es Adele gut ging und dass ich meine Haftpflichtversicherung bezahlt hatte, für den Fall, dass sich Adele das Steißbein gebrochen hatte. Sie hat das Wasser absichtlich laufen lassen, schrie Adele. Ich ging nach vorn, mein Gesicht heiß. So viel dazu, mich bedeckt zu halten, während ich diese eine kleine Szene spielte. Nicht nur war ich in einer so abgelandet, sondern ich hatte fast die weibliche Hauptrolle vernichtet. Es tut mir wirklich leid. Ich habe komplett vergessen, es abzustellen. Das ist komplett unprofessionell, schäumte Adele vor Wut und richtete sich dann stampfend auf. Jeder Versuch, den sie für einen würdigen Abgang unternommen hatte, war durch den großen nassen Fleck auf der Hinterseite ihres Kleides ruiniert gewesen. Ich sah Maggie und Roger, den Regisseur, in einer Ecke des Raumes in ein Gespräch vertieft. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Sie waren wahrscheinlich gerade dabei zu entscheiden, ob ich eine Gefahr für die Sicherheit darstellte. Luke kam an meine Seite. Gute Arbeit. Dass ich Adele zu Fall gebracht habe? Sein Grinsen war weiß und ansteckend. Nein, ich meine, du hast eine tolle Ausstrahlung vor der Kamera. Ich rang nach Luft. Danke. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das Wasser vergessen habe. Charlie, Luke, Maggie kam auf uns zu. Ich habe gerade mit Roger und den Autoren gesprochen. Wir konnten nicht anders, als die Chemie zwischen Pieper und Derek zu bemerken. Die Spannung war granatenmäßig. Es hat wirklich funktioniert. Würde es dir was ausmachen, morgen noch ein paar Textzeilen zu spielen, Charlie? Na klar kann sie. Sie hatte an der Uni Schauspiel als Hauptfach viel Claire ein. Ich glotzte Claire an. Ich habe nie meinen Abschluss gemacht und das ist auch eine lange Zeit her. Ich bin wirklich nicht mehr an der Schauspielerei interessiert, aber danke für das Kompliment. Maggie und Roger tauschten panische Blicke aus. Maggie hob ihre Handflächen. Es sind nur eine oder zwei Textzeilen, Charlie. Nicht der Rede wert. Und du würdest uns wirklich weiterhelfen. Es wird Spaß machen, fügte Luke hinzu. Claire pflasterte ihre Hand auf ihre Hüfte. Wie viele Menschen können schon von sich behaupten, dass sie in einer Soab mitgespielt haben, die bei ihnen zu Hause gedreht wurde. Ich schmiss meine Hände in die Luft, wissend, dass ich überstimmt worden war. Nur eine oder zwei Zeilen? Nur eine oder zwei, bestätigte Roger. Na gut. Ich mach's, willigte ich ein und alle zogen ab. Eine oder zwei Zeilen als Pieper und dann war ich raus. Die erste Szene als Pieper war so schnell passiert und dann war auch noch Adele gefallen. Ich hatte nicht einmal Zeit gehabt, um über das tatsächliche Schauspiel nachzudenken. Jetzt, wo ich alleine war, dachte ich über das Spielen der Rolle der Pieper morgen nach und etwas, was ich lange Zeit nicht mehr in mir gespürt hatte, blubbärte plötzlich wieder in mir auf. Plötzlich fühlte ich mich wieder aufgeregt. Kapitel 7 Ich hatte irgendwie den Nachmittag als Teil der Soab überlebt, aber jetzt war ich zu einem nervösen Wrack geworden. Meine steigende Aufregung über diese Rolle konfrontierte mich mit der realen Möglichkeit der Enttäuschung, was bedeutete, dass ich wieder lebte. Ich hatte morgen eine kleine Rolle in einer Soab, auf die ich mich freute und ein bevorstehendes Date mit Luke. Das bedeutete eines, ich brauchte jetzt meine Freunde so sehr. Als ich mich fertig machte, um mich an dem Abend mit Olivia, Wendy und Megan in Frankis Fiesta zu treffen, wühlte ich in meinen Kleiderschrank nach etwas herum, was ich anziehen konnte. Ich entschied mich für meine älteste Jeans, ein langärmliches blassblaues Shirt und Ballerinas. Ich steckte die Seiten meiner dunklen Haare hoch und ließ den Rest in lockeren Wellen nach unten hängen. Ich band mir einen Schal um den Kopf und betrachtete mich im Spiegel. Meine großen braunen Augen funkelten vor Aufregung und ich wollte sie mit einer dunklen Brille verdecken, sodass ich weniger erkennbar wurde. Aber dann wiederum würde ich wegen der Sonnenbrille nachts auffallen wie ein bunter Hund. Der Schal funktionierte aber gut und versteckte meine Haare. Ich hüpfte in mein schwarzes Cabrio und fuhr über die Autobahn runter in die Stadt, mein Lächeln wurde größer mit jeder Kurve, die ich nahm. Die erfrischende Meeresbrise wusch über mich und blies mir Strähnen meiner Haare ins Gesicht. Das Kreischen der Möwen war laut und ich schaute über den Ozean, während sich die feurig-roten und goldenen Töne des Sonnenuntergangs mit der aufkommenden Dunkelheit des Himmels vermischten. Olivia, Megan und Wendy standen draußen vor dem Eingang zu Frankys Fiesta, als ich ankam. Ein Anflug von Glück traf mich, als ich zu ihnen lief und sie begrüßte. Alles fühlte sich besser an, jetzt, wo ich mit meinen Freundinnen zusammen war und mich in deren Umarmungen und Lachen einhöhlen ließ. Hast du dir eine Dauerwelle machen lassen und es ist dabei etwas schiefgelaufen, fragte Megan. Ich blinzelte. Nein, wieso? Weil du das letzte Mal mit einem Schal auf dem Kopf in der Stadt herumgelaufen bist, als wir in der zehnten Klasse waren und du dir eine Dauerwelle hattest machen lassen. Ich glaube, das habe ich verdrängt, spaßte ich und lachte, als ich mich daran erinnerte. Ich sah aus wie ein Pudel, dem man Elektroschocks verpasst hatte. Keine Sorge, du darfst es ruhig sagen. Ich glaube, wir hatten es gesagt, sagte Olivia, die sich zum Gespräch gesellte. Sie fuchtelte an einer ihrer langen roten Strähnen. Aber wenn nicht das passiert ist, wieso trägst du dann einen Schal? Ich nagte an meiner Unterlippe. Ich versuche unbemerkt zu bleiben. Ach so, na dann macht es ja Sinn, nickte Olivia und sorgte dafür, dass ich mich verstanden fühlte. Sie führte den Weg nach innen an und fragte nach einem Tisch im hinteren Teil. Die lächelnde Hostess wies uns an einen Tisch in einer hellroten Ecknische. Ich war nur einige Male draußen, seitdem ich wieder nach Blue Moon Bay gezogen bin. Ich fühle mich, als würden mich alle anstarren, gab ich zu, als wir unsere Speisekarten aufschlugen und sie zu studieren begannen. Wendy gestikulierte in Richtung meines Schals. Sie starren wahrscheinlich wegen des Schals. Ich befürchte, wenn es dein Ziel ist, der Aufmerksamkeit aus dem Weg zu gehen, verfehlst du irgendwie den Sinn, weil du ihn trägst. Er ist zwar schön, aber er zieht definitiv die Aufmerksamkeit auf dich. Wirklich, fragte ich und fragte mich, ob sie damit vielleicht nicht ganz Unrecht hatte. Der Schal hatte ein tropisches Muster mit leuchtendem Gelb und Rot, die den Hintergrund dominierten. Ich nahm ihn ab und legte ihn auf den Tisch. Vielleicht sollte ich einen Schal in gedecktieren Tönen finden. Sieht so aus, als hätte ich beim Umzug vom Schlafzimmer ins Gästezimmer eine Menge Zeug verlegt. Okay, das ist der perfekte Stichpunkt für meine nächste Frage, Megan rubbelte ihre Handflächen aneinander. Wann sagst du uns endlich, was in deinem Haus vor sich geht? Wie ich höre, wimmelt es da nur so von so ab Darstellern. Wir hielten unsere Unterhaltung an, während der Kellner an unserem Tisch war und unsere Bestellungen aufnahm. Einen Moment lang war ich besorgt, weil ich mein Schutzschild aus Sonnenbrille, Hut und Schal nicht hatte. Aber der Kellner schaute mich kaum an, bevor er unsere Speisekarten nahm und verschwand. Die Soap Just One Love dreht einen Monat lang in meinem Haus, sagte ich und stellte mir gleich Luke vor und die Art und Weise, wie Fältchen um seine Augen entstehen, wenn er mich anlächelte. Es ist ein reklamefördernder Handlungsstrang, weil Adele Andrews hier in Blue Moon Bay aufgewachsen ist und offensichtlich eine große Fangemeinde hier hat. Wendy drehte ihren Kopf, ihr dunkler Bob fiel ihr auf die Wange. Ich erinnere mich an niemanden namens Adele. Sie ist auf eine Privatschule gegangen und in einem der Interviews, die ich gelesen habe, stand, dass sie sich selbst in ihrer Jugend als Mauerblümchen sah. Die Show hat eine Menge Interviews mit Adele und den anderen Schauspielern während des Monats arrangiert, also bin ich mir sicher, dass das mehr über sie aufdecken wird. Weißt du, ob Katrina Sebastian ermordet hat? Frage Megan und lehnte sich auf ihrem Stuhl nach vorne. Wenn du mir das nicht verraten kannst, dann ist das schon in Ordnung. Ich dachte nur, es würde nicht schaden, mal zu fragen. Ich musste lachen. Nein, aber glaube mir, ich würde nur zu gern die Antwort wissen. Aus irgendeinem Grund kam mir das Bild von Luke und Adele in den Sinn, wie sie sich in der Szene küssten und mein Magen verknotete sich. Ich wusste, dass er ein Schauspieler war und dass das sein Job war und wir hatten noch nicht einmal unser erstes Date gehabt, aber das Bild von ihnen gefiel mir ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Ich entschloss mich, das Thema zu wechseln und fragte, Olivia, wie läuft es mit Brody? Olivia lächelte breit. Sehr gut. Wir waren diese Woche draußen am Wasser und er bringt mir das Surfen bei. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, aber es ist eine tolle Übung und ich liebe es, im Ozean zu sein. Er hat mich auch mit zwei Dutzend lebenden Orchideen zu unserem zweimonatigen überrascht. Lebende. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich liebe Orchideen. Der Kellner kam zurück und stellte einen Krug mit den Margaritas ab, den wir bestellt hatten, vier Gläser und eine kleine Schüssel Chips mit allerlei verschiedenen Arten von Salsa. Wir hielten die Unterhaltung lange genug an, um uns jeweils ein Glas einzuschenken und auf unsere Freundschaft anzustoßen. Ich kann nicht glauben, dass Brody so romantisch ist. Meine Stimme verstummte allmählich, als ich einen langen Schluck meiner Margarita nahm und der Geschmack in meinem Mund explodierte. Freut mich, dass ihr so glücklich seid. Ich habe dasselbe zu Olivia gesagt. Wendy hob ihr Glas und stieß dann mit mir an. Also, du bist als Nächste dran. Wann ist dein Date mit Luke? Freitagabend, nicht? Was? Wer ist Luke? fragte Olivia. Megan schaute mich an, während sie einen langen Schluck ihrer Margarita nahm, dann wanderte ihr Blick weit über den Rand ihres Glases und sie verschluckte sich an ihrem Drink. Moment mal. Luke? Du kannst doch keineswegs Luke Montgomery aus Just One Love meinen? Du gehst doch nicht etwa mit ihm aus? Ja, das tut sie, sagte Wendy lächelnd. Der Grund, dass ich das weiß, ist der, dass ich sie in der Bibliothek getroffen habe und er sie in meiner Gegenwart fragte, ob sie mit ihm ausgehen möchte. Nee, oder? Ich war schon immer in Derek Bishop verliebt, erklärte Megan. Ist das wahr? Fragte Olivia. Ich gestikulierte in Wendys Richtung. Es stimmt, dass Wendy und Max in der Bibliothek gencoacht haben. Gib mir da nicht die Schuld dran, scherzte Wendy, sondern der Legende. Max und ich haben uns an dem besonderen Platz unten in der Bucht unter einem blauen Mond geküsst, und der Rest ist Geschichte. Ich lachte. Naja, das erklärt ja die öffentlichen Liebesbekundungen in der Bibliothek. Es kamen mehrere Kellner und brachten uns unser Essen. Ich stach mit der Gabel in meinen Tacosalat, nahm dann einen Bissen vom Häppchen mit saftigem Fleisch und geschnittenem Salat mit Sauerrahm und Salsa obendrauf. Köstlich. Wie ist er so, Megan zupfte ein Stückchen Tortilla von ihrem Burrito ab. Der Soapstar, meine ich. Ich weiß, wie Max ist. Ich leerte mein Margarita-Glas. Ich hatte nicht geplant, über Luke zu sprechen, aber es machte mir überhaupt nichts aus. Diese Frauen waren meine Freundinnen und ich vertraute ihnen vollkommen. Luke ist nett. Manchmal scheint er so bodenstillig, aber ich weiß nicht. Ich meine, er ist ein Schauspieler. Er kann vorgeben, alles zu sein, was er möchte, wie kann ich dann also wissen, wie er wirklich ist? Wendy stellte ihren Fischtaco auf den Teller und schluckte den Bissen in ihrem Mund herunter. Warte mal. Es geht doch hier in Wahrheit nicht um den guten alten Rex, nicht? Mir schauderte es bei der Erwähnung von Rex' Namen und mein Blick schoss umher, um sicherzustellen, dass niemand es gehört hatte. Aber die Geräusche von den umliegenden Tischen machten unsere Unterhaltung in der Ecke außerordentlich schwer hörbar. Dem Himmel sei Dank. Oh! Raumstimme, Wendy, sagte Olivia und schenkte mir eine weitere gesunde Ladung Margarita ein. Unsere Freundin versucht, nicht in der Klatschpresse zu erscheinen, weißt du noch? Wir möchten nicht, dass dieser Schall wieder zum Einsatz kommt, nicht wahr? Wendy schaute mich entschuldigend an. Ups! Tut mir leid. Das ist schon in Ordnung, ich presste meine Lippen zusammen, liebte es, wie süß und unterstützend meine Freundinnen waren. Ich weiß nicht, ob meine nervöse Unruhe was mit Rex zu tun haben könnte. Ich habe mich zwar verbrannt, aber ich bin mehr als bereit, wieder zu daten. Und ich mag Luke auch wirklich. Aber, es könnte sein, dass er ein Verhältnis mit einer seiner Schauspielerkolleginnen hat. Ich habe gelesen, dass er heimlich mit Adele Andrews liiert ist. Naja, wir glauben ja alle alles, was wir lesen, spaßte Wendy. Sie tätschelte meinen Arm. Es ist nur ein Date, Charlie. Ich meine, nur ein Date. Es ist ja nicht so, als hätte er um deine Hand angehalten. Geh zu dem Date und hab Spaß. Es würde dir gut tun, dich wieder in die Welt zu wagen. Megan tippte mit ihrem Finger vor Wendy auf dem Tisch. Nicht jeder kann einen Typen am Strand kennenlernen, ihn gleich unter dem blauen Mond küssen, so wie es dir passiert ist, und glücklich bis ans Lebensende sein. Die meisten Typen sind wie Rex. Glaub mir, ich habe viel zu viele von ihnen gedatet. Ich habe mal genauso gedacht, sagte Olivia, trank ihren Drink aus und griff dann nach einem Glas Wasser. Ich hatte eine Menge schlechter Dates und ein paar unheimliche Freunde, bevor ich Brody kennengelernt habe. Aber jetzt bin ich in einer guten Beziehung. Die Frage ist wirklich, möchtest du zu dem Date mit ihm gehen? Wenn die Antwort ja ist, dann ran an die Sache. Ich legte meine Gabel ab. Er schafft es, dass ich mich innerlich so warm und schnulzig fühle. Vielleicht habe ich ja auch deswegen Angst, mit ihm auszugehen. Er lässt mich etwas fühlen, was ich vorher nie gefühlt habe. Und das ist wirklich unheimlich. Du solltest einfach nur zu dem Date gehen und es genießen, sagte Megan und verwandelte sich wieder mal in das optimistische Mädchen, das ich schon immer als solches gekannt und geliebt habe. Fass es einfach nur als das auf, was es ist und hör auf, dir um den Rest Sorgen zu machen. Ich, ich wäre schon mit einem Steak, einer tollen Flasche Wein und einer anständigen Unterhaltung mit einem Typen zufrieden, der tatsächlich bei mir an die Tür klopfen würde, anstatt ihn beknien und herbeirufen zu müssen. Na gut. Ich werde es einfach genießen und mich nicht damit verrückt machen, dass Luke sich in Rex verwandelnd wird. Ich hob mein Glas in die Luft und meine drei Freundinnen stießen mit mir an. Prost darauf. Plötzlich war an der Tür ein lauter Tumult zu hören. Wir alle drehten unsere Köpfe in die Richtung, um zu sehen, was vor sich ging. Dann lief das ganze Blut aus meinem Gesicht. Luke Montgomery und Adele Andrews kamen händchenhaltend ins Restaurant. Die Blitzbirnen um sie herum spielten verrückt und jagten den bereits anwesenden Gästen Angst ein. Aber an ihren ruhigen Gesichtsausdrücken war deutlich zu erkennen gewesen, dass Luke und Adele das schon gewohnt waren. Luke lächelte und nickte und er spaßte sogar mit den Paparazzi, während er für Adele den Stuhl heranzog. Mein Herz rutschte mir in die Knie. Ich versuchte, mir selbst vernünftig zu begründen, dass Luke nie wirklich eindeutig gesagt hatte, dass er Adele nicht datete. Aber das spielte keine Rolle, denn sie sahen wie ein schnuppeliges Pärchen aus, was mich an der Frage nagen ließ, wieso er mich zum Abendessen eingeladen hatte. Vielleicht wollte mich mein Schwarm ja wirklich nur als die Reiseführerin durch Blue Moon Bay. Nicht gerade das Szenario meiner Träume. Kapitel 8 Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich entschlossen, mein bevorstehendes Date mit Luke abzusagen. Vielleicht kamen ja manche Frauen klar damit, einen Typen zu daten, der ebenfalls jemand anderen datete, aber ich war nicht eine von ihnen. Ich kam am Set an, aber ehe ich mit Luke sprechen konnte, versperrte mir eine der jüngeren Schauspielerinnen den Weg. Sagen Sie mir bitte, wie es war, mit Rex Rockwell verheiratet zu sein? Er ist so himmlisch. Ich habe alle seine Alben und ich höre sie mir jeden Tag im Fitnesscenter an. Oh, Moment, ist das hier das Haus, in dem Sie ihn beim Fremdgehen mit dem Groupie erwischt haben? Müssen wir nicht unsere Szenen üben oder so? Ich starrte Anna an und versuchte, geduldig zu sein. Es war offensichtlich, dass das Mädel nicht die leiseste Ahnung hatte, wie unhöflich sie war oder wie aufdringlich. Ich musste jetzt mein Date mit Luke absagen, während sie die nächste Szene vorbereiteten und alle in der Pause waren, aber Anna gab einfach nicht auf. Rex ist so heiß. Bei allem Respekt, ich hätte ihm einfach verziehen. Ich meine, er ist heiß. Und reich. Und wirklich berühmt. Ich wette, Sie zwei hatten ständig Paparazzi um sich herum. Was würde ich für so eine Art von Aufmerksamkeit geben? Nein, würdest du nicht, versicherte ich ihr. Das Blitzlichtgewitter kann einem die Netzhaut verbrennen. Anna warf ihren Kopf nach hinten und lachte. Deswegen gibt es ja Brillen. Luke war am anderen Ende des Raumes, zur Abwechslung mal alleine. Wenn ich jetzt an ihn rankommen könnte, könnte ich unser Date an einem Ort absagen, an dem er mich nicht nach weiteren Erklärungen fragen könnte. Es wäre leicht und schmerzlos und ich könnte mit meinem Leben weitermachen. Zumindest redete ich mir das selbst ein. Ich drehte mich zu Anna. Wenn du mich bitte entschuldigst. Sie griff meinen Ärmel. Ich habe gesehen, dass ihre Rolle mehr Textzeilen bekommen hat. Werden Sie jetzt Schauspielerin werden? Ich meine, so viele Leute, die Sie kennen, da könnten Sie bestimmt viele Aufträge bekommen. Sie wären ja nicht die erste Hollywood-Ehefrau, die nach einer Scheidung berühmt geworden ist. Wenn ich nicht bald bessere Rollen bekomme, dann kann ich vielleicht drüber nachdenken, einen Typen zu heiraten, von dem ich mich scheiden lassen kann. Ich hoffe, du machst Spaß? fragte ich. Mein Blick heftete sich an Adele, die sich zu dem Platz rüber bewegt hatte, an dem Luke stand. Die beiden begannen miteinander zu reden und zu lachen. Meine Zähne vergruben sich in meiner Unterlippe. Es sah jedenfalls nicht aus, als würde ihn Adeles offensichtliches Flirten stören. Adele lehnte sich zu Luke, schaute zu seinem Gesicht auf und klimperte mit ihren 5 cm Wimpern, die ihr die Maske heute Morgen aufgeklebt hatte. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging sie endlich weg von ihm. Tschüss, Anna, ich lief in Lukes Richtung, aber bevor ich ihn erreichen konnte, klebte sich die Maskenbildnäherin an meinen Arm. Sie haben ihren ganzen Lippenstift abgeleckt, sagte sie mit einer durch- und durchvorwurfsvollen Stimme. Tut mir leid, murmelte ich und sah, wie jemand Lukes Stirn puderte, bevor mich das Team aus der Garderobe mit sich wegzog. Hinter meinen Augen machten sich Kopfschmerzen breit. Ich musste das Date absagen und ich musste es jetzt tun. Luke hatte offensichtlich Adele gedartet, und während ich wusste, dass es albern war, von einem Mann, den ich gerade erst kennenlernte, zu verlangen, dass er ausschließlich mit mir ausging, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er sehr an mir interessiert war, wenn er doch auch jemand anderen datete. Was mich betraf, war es wirklich so einfach. Nur, das Date abzusagen, schien alles andere als einfach zu werden. Ich hatte gerade die Leute für die Haare und das Makoib abgewimmelt, als Anna zu mir zurückkam und ihre pinken Lippen spitzte. Sie haben mir nicht gesagt, ob sie eine Schauspielkarriere beginnen? Wie sieht es aus? Ich spiele diese Rolle nur, um den Regisseuren einen Gefallen zu tun. Das ist alles, versicherte ich ihr und lief dann auf Luke zu. Aber bevor ich auch nur in seine Nähe gekommen war, rief auch schon der Regisseur und wies alle an ihre Plätze. Girl! Ich war verärgert, nahm meinen Platz ein und wartete, das Roger-Action, rief. Wir drehten eine einfache Szene. Detective Bishop, aka Luke, sollte Pieper, das Dienstmädchen, aka Moy, über meine Arbeitgeberin Katrina Holloway befragen und wo sie sich in der Nacht des Mordes an Sebastian aufgehalten hatte. Ich würde die Fragen beantworten und die Szene wäre zu Ende. Jemand überprüfte, ob meine neue Uniform, sie hatten mir mein vorher locker sitzendes Dienstmädchenkleid umschneidern lassen, richtig saß und dass das Glas und der Krug mit Eiswasser an der Bar waren. Dann rief Roger ab, bot Action, und die Kameras begannen zu filmen. Ich nahm den Krug und das Glas, so wie ich es sollte, und drehte mich dann zu Luke. Hätten Sie gerne ein Wasser, Detective Bishop? Luke, der sexier als jemals zuvor war, kam ein bisschen näher an mich heran. Mein Herz begann, wie wild zu pochen und ich musste schwer schlucken. Ich wollte unser Date absagen, bevor es dazu kam, dass ich mich in den blaugrauen Augen verlor, die er genau auf mich gerichtet hatte. Ich wollte mich gerade selbst dafür ohrfeigen, dass ich darüber nachdachte, das Date nicht abzusagen, auch wenn ich wusste, dass ich es auf jeden Fall sollte. Reiß dich zusammen, Charlie. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen stellen, sagte er, seine blaugrauen Augen bohrten sich in meine. Ja, ich würde ihm auch gerne einige Fragen stellen wollen. Ich blieb in der Rolle und lächelte. Natürlich, Herr Detektive. Was auch immer nötig ist, um Sebastian Holloways Mörder zu finden. Er war ein guter Boss und ein guter Mensch. Ich hatte meine Zeilen zwar drauf, aber ich war so aufgewühlt, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, was ich mit dem Krug und dem Glas machen sollte und er hatte weder Nein noch ja zum Wasser gesagt. Hatte er sich entscheiden sollen? Mein Kopf war leer. Waren Sie in der fraglichen Nacht im Haus? Fragte er. Ich verlagerte mein Gewicht, versuchte, nicht in Panik auszubrechen. Ich war hier, ja. Verstehe. War Katrina mit Sebastian allein? Oh. Mein Herz schlug wie wild in meiner Brust, als mir meine Zeilen wieder einfielen. Ich wollte vor Freude aufspringen, dass sie mir wieder eingefallen waren. Aber naja, ich tat es nicht. Ich atmete ein. Möchten Sie wissen, ob Katrina mit Sebastian alleine war, weil Sie wissen möchten, ob sie eine Mörderin ist oder weil Sie versuchen herauszufinden, ob Sie wieder unglücklich miteinander waren? Ich meine, Sie treffen sich wieder mit ihr, nicht wahr? Oh, nein. Ich hatte mich mit dieser letzten Frage nicht an das Skript gehalten und irgendwie die Frage gestellt, die tief in mir brannte. Lukas Gesichtsausdruck veränderte sich nicht und er hielt Gleichschritt. Ich stelle hier die Fragen, Pieper. Ich muss wissen, ob Katrina an dem Abend zu Hause war und ob sie alleine war. Denken Sie, es ist in Ordnung, mehr als eine Person gleichzeitig zu daten, Detective? Seine Stirn runzelte sich. Ich nehme jetzt das Wasser. Er hatte die Frage nicht beantwortet. Ich hatte meinen Text vermasselt, eine Idiotin aus mir gemacht und wusste immer noch nicht, ob er sich mit Adele traf oder nicht. Sicher können Sie ein Wasser bekommen, Detective, ich hielt den Krug, hob meinen Arm und meine Hand zog sich um den Krug zusammen, als ich vorhatte, wirklich vorhatte, das Wasser ins Glas zu gießen. Aber als Luca auf mich zukam, zog ich meinen Arm weg und wollte ihm mit der Hand ein Bleibgenau dastehen, Signal geben, was ich zwar tat, nur hatte ich vergessen, dass ich den Wasserkrug in der Hand hielt. Das Eiswasser flog durch die Luft und klatschte auf seine Brust. In der einen Sekunde war Luke noch trocken gewesen, aber schon in der nächsten war er patschnass. Meine Augen wurden groß und ich machte einen Schritt zurück. Mein Blick schoss durch den Raum und landete auf Adele. Ihre Hände schnellten zu ihren Wangen und sie bot einen perfekten Ausdruck des Grauens. Schnitt, rief Roger. Nun, das war es dann wohl. Jetzt würde ich gefeuert werden. Ich hätte die Gästesuite niemals verlassen sollen. Dann hätte ich mich nicht in den Hauptdarsteller der Show verknallt. Ich war an diesem ersten Tag die Treppe nur deswegen hochgekommen, weil ich wissen wollte, wer Sebastian ermordet hat. Konnte man mir das wirklich übel nehmen? Es war ganz eindeutig die Schuld der Autoren gewesen, die die Folge mit der spannendsten Szene abgebrochen hatten. Eine Frau rannte mit einem Handtuch ans Set und begann, Luke trocken zu tupfen. Wenn ich mich nicht so elendig gefühlt hätte, dann wäre die Szene vielleicht sogar komisch gewesen. Ich holperte zum Ende des Raumes hin, aber jemand rief meinen Namen. Ich hielt an, drehte mich um und sah einen der Assistenten auf mich zukommen. Mein Mut sank noch tiefer. Es nahte die Kündigung. Sie hatten wahrscheinlich entschieden, dass sie nicht nur keine Verrückte am Set gebrauchen konnten, sondern auch, dass sie nicht in einem Haus drehen konnten, das der besagten Verrückten gehörte. Der Assistent, ein rüstiger Kerl namens Theo, hielt vor mir an. Die Chemie war so toll zwischen dir und Luke, dass die Autoren nicht einmal wütend sind. Na gut, sie sind etwas verärgert. Besser gesagt, sie sind sehr verärgert. Aber Maggie liebte es. Sie und Roger meinten, die Szene hätte phänomenal funktioniert. Sie lassen dir für morgen ein längeres Skript zukommen. Meine Kinnlade fiel runter. Ich war mir sicher gewesen, dass ich entweder völlig verrückt geworden war oder in einem Streich gelandet. Aber ich schaffte es, meinen Mund zu öffnen. Ähm. Okay. Theo grinste und lief davon. Ich sah jemanden Lukas Kopf mit einem Handtuch bedecken und er konnte mich im Moment sicher nicht sehen. Aber alle anderen konnten mich sehen, und sie starrten mich ganz offen an. Ich wollte wirklich meine Privatsphäre zurück. Kapitel 9 Die Wasserplatzszene war vorbei, aber die Besetzung und die Crew schauten mich weiterhin sonderbar an. Also tat ich, was jede normale Person machen würde. Ich flitzte runter zum Strand, in jedem meiner Schritte ein Wechsel zwischen Selbstvorwürfen und Sorgen. Ich hatte mich gerade zur Idiotin gemacht. Ich hatte Luke mit einem Krugwasser begossen. Wahrscheinlich wussten alle, wieso ich mit dieser letzten Frage herausgeplatzt war. Ich fragte mich, worum es in diesem neuen Skript gehen würde. Sie werden mich wahrscheinlich auf blutrünstige Weise vernichten. Nee, überhaupt keine kuscheligen Gefühle in meinem Hirn, während ich die vielen Stufen hinunter eilte und den Strand erreichte, was mich normalerweise beruhigte. Die Aussicht auf all die Klippen hinter mir, das endlos blaue Wasser vor mir, das mit weißem Schaum von der Brandung gegen den glitzernden braunen Sand bedeckt war, Das Land, das die Bucht umkreiste, aber in diesem Augenblick half nichts davon. Ich stand im Sand, schaute den Vögeln zu, wie sie im wolkenbefangenen, blauen Himmel kreisten. Ich wollte weinen. Oder schreien. Beides wäre gut gewesen, aber anscheinend konnte ich keines von beidem. Stattdessen stöhnte ich frustriert über den Anblick auf, der sich mir neben mir auf dem Sandboot jemand hatte sich dazu entschlossen, meine guten Außenmöbel aus meinem Lagerraum zu nehmen und sie am Strand aufzustellen. Ich wusste, dass die Crew manchmal herkam und den Strand genoss, was mir nichts ausmachte, aber der Wind hatte an den Möbeln gezerrt, bis die Stühle seitlich hingeflogen waren und der Schirm halb auf dem Tisch und halb auf dem Boden lag. Wenn ich sie nicht wieder reinbrachte, hätte sie der Ozean mitnehmen können. Ich versuchte, mir den Schirm zu greifen, aber der Wind drückte abwehrend, so dass ich die Stange nicht aus dem kleinen Loch in der Mitte des Tisches ziehen konnte. Frustriert wegen des Windes und noch frustrierter wegen meines Auftritts, griff ich mir die Stange und zog so stark ich konnte. Der Schirm bewegte sich nicht von der Stelle, aber ich verlor meinen Halt und flog nach hinten mit dem Hintern auf den Sand. Lass mich dir helfen, Lukes warme Stimme ertönte hinter mir. Es kribbelte in meiner Brust. Luke war hier rausgekommen? Er war mir gefolgt? Ich war aber so beschämt, dass ich nur wollte, dass er mich in Ruhe ließ. Ich sprang auf und klopfte mir den Sand vom Hintern. Danke, aber ich kriege es schon hin. Er griff trotzdem nach dem Schirm, zog ihn mit Leichtigkeit heraus und stellte ihn auf dem Sand neben dem Tisch ab. Bei diesem Wetter sollten wir die Möbel wahrscheinlich wegbringen. Ich kann den Stuhl nehmen, der am nächsten beim Wasser ist, denn du weißt ja, ich bin ja sowieso nass. Er war wirklich immer noch vollkommen nass. Ich konnte den feuchten Fleck auf seinem Shirt und auf seiner Hose sehen. Seine normalerweise glatten Haare fielen ihm unordentlich über die Stirn, was an ihm wirklich sexy aussah. Ich nagte an meiner Unterlippe. Es tut mir so leid. Es war ein Unfall. War es das, grinste er, seine weißen Zähne blitzten zwischen seinen vollen Lippen hervor. Natürlich war es das. Er begann zu lachen. Du hattest mich für eine Sekunde wirklich aus der Bahn geworfen. Ich musste schwer schlucken. Ich hatte meinen Text vergessen. Er schaute mich an. Ein langer strahlwässrigen Sonnenlichts fiel auf ihn, die Breite seiner Schultern und den schmalen Schnitt seiner Taille und Hüften betonend. Nass siehst du aber ziemlich gut aus, fügte ich hinzu und mein Herz schlug etwas schneller. Hatte ich das wirklich laut gesagt? Ich sollte eigentlich unser Date absagen und nicht mit ihm flirten. Na, danke, er kam auf mich zu, sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Charlie, hattest du nur improvisiert, weil du deinen Text vergessen hattest oder hast du versucht mich zu fragen, ob ich mich mit Adele treffe? Ich vergrub meinen Fuß im Sand. Ich habe dich gestern in Frankis Fiesta mit ihr gesehen. Es sah irgendwie aus, als würdet ihr daten. Wir treten wegen der Publicity in der Öffentlichkeit auf und wir sind per Vertrag verpflichtet, die Leute so hinters Licht zu führen. Sie und ich gehen nicht aus. Wir sind nur Freunde. Ich treffe mich nicht mit ihr, es sei denn, ich muss. Na, gut zu wissen, ich glaubte ihm, aber ich machte trotzdem einen Schritt zurück. Es fühlte sich gefährlich an, ihm zu nahe zu sein. Ich wollte seine vollen Lippen küssen, so sehr. Also trat ich ein Stück zurück. Die gestreute auf, haute mich fast um. Luke fing mich und ich sackte für einen glückseligen Moment lang gegen seinen harten Körper. Dann bewegte ich mich weg vom Wasser, als eine weitere Welle sich bereit machte. Luke kam mit mir, meine Hand haltend. Ich glaube, du hast soeben deine Schuhe ruiniert. Ich starrte hinunter auf sie. Na toll. Sie gehören dem Set. Ich sage das nur ungern, aber du solltest die hässlichen Dinger wahrscheinlich gleich ins Meer schmeißen. Ja, sie sind ziemlich abscheulich, ich lachte. Die Anspannung zwischen uns löste sich endlich. Du hättest mich einfach fragen können, weißt du. Anstatt mich mit Wasser zu begießen, er legte seinen Arm um meine Taille. Sein Gewicht und seine Wärme fühlten sich gut an. Sehr gut. Ich schlug meine Wimpern auf. Es tut mir leid. Meine letzte Beziehung hat mich etwas skeptisch werden lassen. Er zwinkerte. Ich weiß. Hab's in der Klatschpresse gesehen. Ich lächelte. Du kannst nicht alles glauben, was da drin steht, weil ich darin zum ersten Mal gelesen habe, dass du Adele datest. Ich wollte unser Date absagen und deswegen war ich am Set so nervös. Ich habe seit Jahren nicht geschauspielert und ich bin nie vor einer Kamera gestanden. Die ganze Angelegenheit mit dem Wasser war aber ein Unfall. Mach dir darum keine Gedanken. Du solltest dir auch keinen Kopf machen, wenn du mal deinen Text vergisst. Das passiert jedem und wir machen dann einfach eine neue Aufnahme. Er zog mich näher an sich heran und lehnte seine Stirn an mich. Um ehrlich zu sein, ich bin bei meiner allerersten Rolle auch eingefroren und hatte den Text vergessen. Wirklich? Fragte ich und liebte es, wie sich seine Haut auf meiner anfühlte. Ich wollte dahin schmelzen, aber etwas ließ mich mich beherrschen. Ja, ich war der einzige Kerl in der Theatergruppe in meiner kleinen ländlichen Higgs-Schul, also hatte ich eine ziemlich große Rolle. Als ich aber da auf die Bühne gekommen bin, um meine Zeilen aufzusagen, hatte ich sie einfach ganz vergessen. Ich stand einfach nur da und sagte nichts. Alle lachten mich aus, er atmete tief aus. Ich hatte jahrelang Albträume. Meine Kehle zog sich zusammen. Das ist schrecklich. Ich habe noch nie jemandem von den Albträumen erzählt, flüsterte er. Der Wind blies durch uns hindurch und er drehte sich, sodass sein Körper meinem völligen Schutz bot. Seine Hände bewegten sich leicht meine Arme rauf und runter. So fühlte ich mich mit ihm. Beschützt und sicher. Wieso würdest du mir etwas so Privates erzählen wollen, frage ich, von seiner Offenheit und von seinen Berührungen bezaubert. Luke öffnete seinen Mund, um zu antworten, als sich genau in dem Augenblick einer der Stühle im Wind verfing, herumwirbelte und über den Sand segelte. Ich schrie auf. Luke rannte dem kleinen Stuhl nach, griff die Armlehne gerade rechtzeitig, bevor dieser im Ozean landete. Ohne ein weiteres Wort begannen wir, die Möbel zurück ins Haus zu tragen, und stellten sie im kleinen Lagerraum ab. Als wir fertig waren, zog er mich wieder in seine Arme, sein Blick war ernst. Ich weiß, dass du dir wegen unseres Dates Sorgen machst, aber das solltest du nicht. Ich bin nur ein Typ aus einer Kleinstadt, der die Schauspielerei genießt. Ich habe das nie vergessen und das werde ich auch nie vergessen. Wirst du nicht? Ich starrte in seine blaugrauen Augen und begriff, dass er es wusste. Er wusste genau, was mit Rex passiert war und wie sehr ich Angst hatte. Rex kam auch aus einer Kleinstadt, aber sobald er berühmt geworden war, war er zu jemand völlig anderem geworden. Vielleicht würde Luke ja anders sein. Er kam mir näher, sein Gesicht nur Zentimeter weg von meinem. Ich atmete den Geruch seines Aftershaves ein und spitzte meine Lippen. Meine Atemzüge wurden kürzer, wie der Moment näher kam, und ich frage mich, ob er mich wohl küssen würde. Vielleicht sollte ich ihn küssen? Ich wollte es, so sehr. Einige Sekunden vergingen und ich zählte sie an meinen Herzschlägen ab. Langsam neigte sich sein Kopf zu meinem und dann klingelte sein Telefon, ertönte schrill durch die Stille zwischen uns. Er wich zurück, sah genauso durcheinander aus, wie ich mich fühlte. Es tut mir leid, murmelte er. Das ist der Klingelton vom Produzenten. Wir müssen zurück ans Set. Aber wir können bei unserem Date weitermachen, nicht wahr? Ich lächelte ihn an. Oh, ja. Wir würden ganz bestimmt weitermachen. Kapitel 10 Nach unserer nächsten Szene kam ich wieder zum Ozean hinaus, die Klänge der Wellen füllten meine Ohren mit einem beruhigenden Rhythmus. Der Wind blies wieder und schnellte über meinen Körper, drückte die Dienstmädchenuniform gegen meinen Körper und riss mir die Haare aus der Hochsteckfrisur, die der Haarstylist so ordentlich zusammengesteckt hatte. Die Schuhe waren nass und klebrig an meinen Füßen, aber ich war viel zu sehr mit den Gedanken über Luke beschäftigt, als dass mir das hätte etwas ausmachen können und ich wünschte mir wieder diesen Kuss herbei, der beinahe passiert wäre. Seinen Mund auf meinem zu spüren wäre umwerfend gewesen. Ich wusste es einfach. Das Wasser lief über den Sand und wich dann wieder zurück, eine kleine Schatztruhe von kleinen, schönen Muscheln hinterlassend. Ich bückte mich und sortierte einige von ihnen aus, während ich versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Meine Finger glitten über die groben und sanften Kanten der Muscheln und ich richtete mich auf und sah in Richtung des Hauses, wo Luke gerade eine Szene mit Adele und Travis, dem anderen Detective, drehte. Ich wollte zu diesem Date. Ich wollte es so sehr, aber mit jedem Moment wurde klarer, dass das einfach nur unvernünftig wäre. Ich mochte Luke schon viel zu sehr. Und ich hatte nicht das beste Urteilsvermögen, was Männer anging. Ich meine, ich dachte, Rex wäre ein guter Mann und da schaue sich einmal einer an, wie das ausgegangen war. Ich war pleite, vermietete mein Haus an eine Soabbesetzung und war immer noch wegen des Betruges gekränkt, auch wenn ich ihn nicht mehr liebte. Ich drehte mich um und stieg die Treppe zum Haus hinauf, immer noch im Zweifel, was ich tun sollte. Als ich ins Erdgeschoss kam, war ich die Zielscheibe eines grimmigen Blicks von Bette, der Garderobiere. Ich folgte der Richtung ihres Blickes hin zu diesen hässlichen Schuhen. Ich grinste sie verlegen an. Tut mir leid, die Strömung hat mich erwischt. Lass mich sie nehmen, Bette schnob und sah herunter zu meinen Schuhen. War das ihr ernst? Sie wollte, dass ich ihr die Schuhe auf der Stelle gab, und dann? Okay, ich zog sie aus und hielt sie ihr vorsichtig hin. Ich werde sehen, was ich machen kann, sie seufzte und wischte an ihnen herum. Da ich jetzt barfuß dastand, lief ich zur Hintertreppe, damit ich in mein Schlafzimmer gelangen und mir neue und trockene Schuhe holen konnte. Aber bevor ich die Treppe erreicht hatte, erschien Anna, das junge Stahlet, und sah mich. Charlie. Sie wollen sie am Set. Ich schaute mich schnell nach einem herumliegenden Paar Slipper oder Boots um. Kein Glück. Ich schluckte und gestikulierte in Richtung der Treppe. Bin gleich wieder da. Jetzt, sie wedelte wild mit den Armen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig. Sie beeilen sich lieber. Ich muss schnell runter und mir Schuhe holen. Die Garderobenfrau hat mir die weggenommen, die ich anhatte. Anna zuckte mit den Achseln. Sie sind nicht die erste Person, der Bette die Schuhe weggenommen hat. Seien sie nur froh, dass sie sich nicht entschieden hat, dass sie auch das Outfit will. Ich knirschte mit den Zähnen. Das Letzte, was ich wollte, war, dass mich jemand so sah, wie ich in dem Moment ausgesehen haben musste. Meine Haare hingen mir um die Wangen in fest mit Haarspray eingesprühten Locken. Ich war barfuß und da war ein verdächtig feuchter Fleck am Saum meines Rocks. Ich laufe nur schnell los und kralle mir. Da bist du ja, rief Adele und lehnte sich gegen die Türöffnung. Ihr Blick wanderte über mich auf eine abweisende, aber durch und durch abwägende Weise. Wow, du siehst ja schrecklich aus. Adele sah natürlich frisch und perfekt aus. Ich öffnete meinen Mund, um zu sagen, dass ich in einer Minute wiederkommen würde. Charlie gefunden, rief Adele über ihre Schulter und lächelte mich dann heimtückisch an. Roger kam in den Flur, schaute mich an und sagte, oh, das ist perfekt. Du musst Gedanken lesen können. Dieser Look ist genau das, was ich mir für die nächste Szene vorgestellt hatte. Ich blinzelte einige Male. Hey? Wir improvisieren eine Szene und wir brauchen dich. Eine Szene improvisieren? Was zum? Roger griff meinen Arm und zog mich ins Wohnzimmer. Mein Gesicht wurde heiß, als sich jeder Blick im Zimmer auf mich richtete. Wir nehmen die Szenen nicht immer linear auf, erklärte Roger, seinen Arm um meine Schultern legend. Die Autoren haben sich gerade einen unglaublichen Handlungsbogen einfallen lassen und sie arbeiten gerade daran. Das bedeutet, dass wir mit dem vorherigen Skript aufholen müssen. Okay, ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Ich schaute mich nach Luke um und fand ihn an einem Tisch mit einem Haufen anderer Leute, alle von ihnen mit Laptops und Tablets bewaffnet und wild herumtippten. Also, folgendermaßen, sagte Roger. Du und Luke seid toll zusammen. Die Chemie ist bombastisch. Wir testen diese Szene, um zu sehen, ob der Handlungsbogen, den die Autoren im Sinn haben, gut funktionieren würde. Im Grunde wird Detective Bishop gerade entdecken, dass du in irgendeine unklar aussehende Aktivität am Strand verwickelt warst. Er vermutet, dass du Beweise verschwinden lässt. Alles klar? Ich zeigte mit dem Finger aufs andere Ende des Raums. Ähm, die Garderobenfrau hat mir meine Schuhe weggenommen. Roger schaute runter auf meine nackten Füße und dann lächelnd wieder zu mir auf. Deine Füße sind in Ordnung, dem Himmel sei Dank. Ich kann für den Rest der Köl nicht dasselbe behaupten. Anna hat die Füße eines tollwütigen Dachses. Sie in etwas zu stecken, was vorn offen ist, geht gar nicht. Macht Bette verrückt. Sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Sie beißt nämlich. Watcher wirbelte davon und ließ mich erstaunt und blinzeln zurück. Die Besetzung chillte überall im Raum, aber das Produktionsteam nicht, also musste ich von der einen Seite des Raums zu anderen huschen, während sie die Kameras aufstellten und den Boden mit neuen Markierungen versahen. Ich entfloh gerade so einer Gehirnerschütterung, als ein übereifriger Tonassistent mich nicht sah und beinahe das Mikro fallen ließ. Die Leute aus der Maske schnappten mich und zogen mich in eine Ecke. Einer von ihnen sagte, oh, Horror. Sie hat Sand überall im Gesicht. Lass es, sagte die Frau, die das Sagen hatte. Sie soll auch so aussehen, als käme sie gerade vom Strand. Ich war auch gerade am Strand. Au, ich schaute zum Mann, der eine Bürste an meinen Haaren hielt. Er zuckte mit den Schultern. Salziges Wasser und starkes Haarspray gehören nicht zusammen, Liebes. Lass dir das eine Lehre sein, er tippte einen Moment lang mit der Bürste auf seiner Handfläche und fuhr dann mit einer Hand zu seinen perfekt frisierten Locken mit einer unfehlbar routinierten Geste, die alles sagte. Wir brauchen Charlie, rief Roger und gestikulierte in Richtung einer Stelle vor der Eingangstür. In meinem Kopf drehte sich alles. Irgendwie schaffte ich es, dorthin zu gehen. Du kommst rein, wenn wir dir ein Signal geben, Charlie. Dann fällt Luke über dich her. Er fällt über mich her, mein ganzer Körper ging in Flammen auf, als ich mir vorstellte, wie Lukes Körper meinen bedeckte. Ich konnte das keineswegs richtig interpretiert haben. Ich stotterte heraus, ähm, okay. Mach einfach nur mit, Roger beite beide seiner Hände mit einer heftigen Geste zusammen. Tio und sage einfach nur das, was dir von allein in den Sinn kommt. Okay, Leute, Action. Luke stand im Raum mit dem Rücken zu mir, während er durch die hohen Fenster hinaus sah. Er wandte sich von ihnen ab und einer aus der Crew gab mir ein panisches Signal. Ich schritt in den Raum und Luke lief auf mich zu. Sein Gesichtsausdruck war sowohl wütend als auch ernst und er sagte, was hast du gerade dort am Strand gemacht, Pieper. Und denk gar nicht daran, mich anzulügen. Ich wurde rot und schoss einen Blick durch den Raum. Wollte er, dass ich sage, was da draußen passiert war? Wie er mich beinahe geküsst hätte. Nein, das konnte ich nicht sagen, während die Kameras auf uns gerichtet waren. Nichts, Detective. Ich war spazieren und habe mir die Wellen angesehen. Ich habe ein paar Muscheln gefunden. Luke starrte mich an, starrte durch mich hindurch. Du hast etwas versteckt, Pieper. Was war es? Ich habe nichts versteckt, ich schwöre, ich stand still und wollte, dass er mir glaubt. Doch, das hast du. Ich habe dich gesehen. Sag mir, was es war. Er kam auf mich zu. Er war mir jetzt so nah. Der Fastkuss verweilte in der Luft zwischen uns. Meine Augen nahmen seinen vollen, perfekten Mund auf. Ich stellte mir vor, wie er sich auf meinem anfühlen würde, ich konnte nicht länger warten. Ich packte Luke mit beiden Händen am Kragen und tat genau das, was ich mit ihm draußen am Strand hatte tun wollen. Ich küsste ihn. Luke reagierte sofort, sein Mund bewegte sich in perfektem Einklang mit meinem. Jede Zelle meines Körpers wurde zum Leben erweckt, als war es schon immer vorherbestimmt, dass ich diesen Moment mit diesem Mann teilte. Ich atmete den Duft seines Aftershaves ein, während mein Körper an seinen gepresst war und meine Knie weich wurden. Oh, wow. Meine Hände umfassten fester seinen Kragen und der Kuss wurde inniger, bis ich alles andere vergaß. Ich vergaß die Kamerakrow und die Besetzung, ich vergaß Rex und den Berg von Misstrauen, den er hinterlassen hatte und ich vergaß auch meine Besorgnis hinsichtlich des Dates mit Luke. Alles, was noch existierte, war das warme Gefühl seiner Lippen auf meinen, die Art, wie sein Körper mich an seinen geschmiegt hielt und das Gefühl seiner Hände auf meinen Schultern und dann auf meinem Gesicht. Dann spreizten sich unsere Lippen, seine Zunge traf sich mit meiner und ich war verloren. Verloren in einer Welt aus Träumen und Hoffnung, verloren in Luke. Ich war atemlos und mir war schwindelig, als er plötzlich zurückwich und die Welt wieder auf mich niederprallte. Der Kuss endete und wir beide wichen zurück und starrten einander an. Sein Blick durchbohrte mich. Das hast du getan, um mich von der Wahrheit abzulenken. Nicht wahr? Ich habe dich da draußen gesehen, Pieper. Du verheimlichst mir etwas. Ich weiß nicht, was sie meinen gesehen zu haben, aber ich habe nichts Falsches gemacht. Ich bin unschuldig. Sie müssen mir glauben, Detective. Ich komme am Ende sowieso hinter die Wahrheit. Ich gehe nirgends hin, bis ich das tue. Was, wenn ich nicht möchte, dass sie die Wahrheit erfahren? Was, wenn die Wahrheit viel zu dunkel und schmerzhaft ist? Meine Stimme verstummte allmählich und ich hielt genau da an. Es gab eine lange Pause, in der wir uns ansahen und dicke Anspannung in der Luft zwischen uns lag. Schnitt, rief Roger. Die Crew um uns herum begann zu applaudieren. Ich schaute sie fassungslos an und da begriff ich es. Detective Bishop war derjenige, der hätte über Pieper herfallen sollen. Stattdessen hatte ich Luke geküsst. Vor allen. Und wow, war das ein Kuss. Roger klatschte sich in die Hände. Charlie, du bist fertig für heute. Mein Assistent wird dir die nächsten Szenen heute Nacht zustellen. Luke, du und Adele macht euch bereit für die Szenen, die wir heute auf der Veranda drehen. Alle an ihre Plätze. Als ich den Raum verlassen wollte, lehnte sich Luke zu mir, sein Mund ruhte an meinem Ohr. Weißt du, du hättest mich auch am Strand küssen können. Mein Magen flatterte. Ich war viel zu baff, um zu antworten, also sah ich ihm dabei zu, wie er mir zuzwinkerte und sich dann auf zu seiner Markierung machte. Ich nutzte diesen Moment und flüchtete. Nach der Dusche und dem Umziehen machte ich mich auf den Weg zu Claire. Sie hatte mir gerade eine ziemlich merkwürdige Nachricht geschickt, dass sie heute Nachmittag von der Arbeit frei hatte und etwas große Schwesterzeit bräuchte. Ich war ungeduldig, das Haus zu verlassen und von der Besetzung und der Crew, einschließlich Luke, wegzukommen. Jedes Mal, wenn ich an unseren Kuss dachte, wurde es mir warm um die Magengegend. Aber ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich ihn vor der Kamera und vor allen Anwesenden und im Fernsehen einfach so geküsst hatte, wenn der Regisseur mir doch angewiesen hatte, dass Luke den ersten Schritt machen sollte. Meine Schwärmerei für ihn war also nicht mehr geheim gewesen. Wie peinlich. Claire lebte in einem kleinen, hübschen Haus in der Nähe des Stadtzentrums von Blue Moon Bay und als ich dort ankam, schlug sie die Tür auf. Was ist mit deinen Haaren passiert? Ich verzog mein Gesicht zu einer Grimasse und fuhr mit der Hand zu ihnen. Ich musste sie dreimal waschen, um das Haarspray rauszubekommen und dann musste ich noch zweimal mit der Spülung ran. Es ist irgendwas zwischen fettig und trocken. Ich weiß es nicht. Vielleicht legt es sich ja. Das will ich doch hoffen, sie berührte ihre eigenen dunklen Haare. Mir ist die Schokolade ausgegangen und ich brauche wirklich was Süßes. Wollen wirt runter zum Bayside Café laufen und uns einen Keks und einen Mokka gönnen oder so? Klar, ich stellte mich auf ihre Veranda und sie schloss die Tür hinter mir und wir liefen los. Der Wind hatte wieder zu Blasen begonnen und die Markisen über den Geschäften flatterten lebhaft. Claire war eine schnelle Läuferin und ich versuchte gar nicht erst, mit ihr zu reden, während wir die windigen Straßen hin zum Café entlang liefen. Wir gingen rein und bestellten beim Barista, nahmen dann unsere Getränke und Kekse mit zu einem kleinen Tisch im hinteren Teil. Als wir uns setzten, nahm Claire einen kleinen Bissen ihres Kekses und schluckte. Ich bin froh, dass du nicht mehr die dämliche Verkleidung trägst. Ich schwöre, eines der Kleider, das du getragen hast, es war entweder ein Zelt oder ein modisches Projekt, das furchtbar in die Hose gegangen ist. Danke für das Feedback, ich verdrehte meine Augen und dachte mir, dass ich das Kleid nie wieder tragen würde. Ich tippte auf dem kleinen Kartonrand meines Bechers herum. Ich mag es nur nicht, wenn mich Leute erkennen. Wegen all dem Mist, den man über dich und Rex geschrieben hat? So ungefähr, ich wechselte das Thema abrupt. Was gibt's bei dir? Claire halbierte ihren Keks und dann halbierte sie die halbierten Hälften. Krümel verstreuten sich auf dem kleinen Pappteller und sie steckte sich einen Bissen in den Mund. Ich habe ein Problem bei der Arbeit. Naja, es ist nicht wirklich die Arbeit, die das Problem ist. Es ist Skat, mit dem ich zusammenarbeite, also schätze ich mal, dass es was mit der Arbeit zu tun hat. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück. Du musst schon etwas genauer werden, Schwesterherz. Claire zupfte an den Ärmeln ihres hellgrünen Shirts und fummelte dann an dem kleinen, unechten Perlenarmband an ihrem Handgelenk. Sie seufzte. Skat ist ein toller Kerl, wirklich. Ich mag es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist einer meiner Teamleiter und er ist supersmart und heiß. Mann, ist der heiß. Ich nahm den Keks von meinem Teller. Bist du im Dilemma, ob du einen Mitarbeiter daten sollst? Ein kleines Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Vielleicht. Du weißt, dass das keine gute Idee ist, sagt die Frau, die einen ihrer Filmpartner datet. Ich verschluckte mich an meinem Kaffee. Also erstens bin ich nur jemand, für den sie sich eine kleine Rolle ausgedacht haben, also bin ich kaum ein Filmstar. Zweitens, ich tät Luke nicht. Sie hob eine Augenbraue. Ich dachte, ihr beiden würdet ausgehen? Ich rutschte auf meinem harten Stuhl. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehe, ja, aber wir sind noch nicht wirklich ausgegangen. Und wir sind hier, um über dich zu reden. Genau, sie nahm einen langen Schluck ihres Kaffees und stellte den Becher zurück auf den Tisch. Ich mag Scott wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Im Büro gab es so einige Gerüchte, aber ich weiß nicht, ob diese Gerüchte über ihn stimmen oder nicht. Die Geschichte meines Lebens, murmelte ich. Aber ich liebte meine Schwester, und der Gedanke daran, dass sie verletzt werden könnte, alarmierte mich. Ich winkte also mit meiner Hand durch die Luft. Erzähl es mir, was ist denn das Gerücht? Sie knabberte an einem Fingernagel, ein klares Zeichen dafür, dass sie nervös war. Naja, er hat für eine kurze Zeit eine der Aushilfskräfte gedatet. Es gibt Gerüchte, dass er eine andere Frau aus der Firma datet, aber er sagt, er hätte sie nie gedatet. Ich weiß einfach nicht, wem ich glauben soll. Ich möchte ihm glauben. Er sagt, er arbeitet einfach eng mit der Frau zusammen, die er angeblich datet, und dass die Leute die Dinge unnötig aufblasen. Was soll ich tun? Als wüste ich die Antwort darauf. Ich war so ziemlich in derselben Situation wie Claire. Luca hatte im Grunde dasselbe über Adele gesagt, dass sie eng zusammenarbeiten, aber nicht daten würden. Ich wollte ihm auch glauben. Aber etwas ließ mich immer noch zögern. Ich nahm den Deckel ab und schaute in meinen Kaffee, darauf hoffend, auf der tiefschwarzen Oberfläche eine Antwort zu finden. Ich glaube, du musst auf dein Gefühl vertrauen, Claire. Ist es das, was du auch vorhast? Wir reden über dich, erinnerte ich sie. Ich wollte ja zu dem Dec gehen, aber es türmte sich in meinen Gedanken so riesig auf. Ich wusste, dass ich wählen musste. Entweder vertraute ich Luke oder nicht. Mein Magen blutbärte vor Sorge. Was sagt dir dein Instinkt? Sie nahm ihren Kaffeebecher. Oh, ich werde dem Beispiel meiner großen Schwester folgen. Na toll. Das war, als führte ein Blinder einen Blinden über eine Klippe, die zum tiefsten Punkt des Ozeans führte. Ich konnte aber nicht länger hin und her schwanken. Dieses Herumwerfen gab mir ein mentales Schleudertrauma. Es war Zeit, mich wie eine Erwachsene zu verhalten und eine Entscheidung zu treffen. Ich atmete tief ein. Ich werde Luke einen Korb geben. Das Funkeln in Claire's Augen verblasste und sie nickte langsam. Ich skarrt auch. Auch wenn ich wusste, dass ich eine schlaue und sichere Entscheidung getroffen hatte, zersplitterte mein Herz ein bisschen. Kapitel 11 Am nächsten Morgen machte ich mich auf zur Garderobe. Adele kam bereits raus, für den Tag zurechtgemacht, und sie schaute mich niederträchtig an. Adele liebte Claire, aber nicht mich. Wie auch immer. Ich brauchte es nicht, sie zu verärgern, indem ich ihr einen genauso dreckigen Blick zuwerfen würde. Sie hielt vor mir an. Ich weiß, was du hier machst. In die Garderobe gehen, fragte ich. Ihre Lippe kringelte sich. Nein, du dartest Luke, nur um mehr Text zu bekommen. Aber das wird nicht klappen. Schau mal, Adele, begann ich, aber sie flitzte davon. Ich hörte ein Gekicher hinter mir und drehte mich um und sah Anna, wie sie praktisch leuchtete. Ich schaute ihr dabei zu, wie sie ging und ich wusste auch genau, wohin. Ich hatte mitbekommen, dass sie ein unglaubliches Lästermaul war und es würde nicht lange dauern, bis alle wussten, was Adele zu mir gesagt hatte. Würden sie es glauben? Nach dem Kuss vor den Kameras wahrscheinlich ja. Das Gerücht, ich würde Luke daten, um mehr Text in der Soab zu bekommen, stimmte natürlich nicht, aber es gab mir zu denken. Ich wusste bereits, dass ich mit Luke nicht ausgehen konnte. Ich mochte ihn zu sehr und alles war viel zu schnell viel zu kompliziert geworden. Diese letzte Bemerkung von Adele hatte alles nur noch schlimmer gemacht. Ich musste jetzt das Date mit ihm absagen. Nachdem die Garderobe mit mir fertig war, bekam ich gesagt, nach draußen zu gehen. Ich freute mich eigentlich auf meine Szenen, aber als ich aus dem Haus lief, wurde mein Mut so bleiern wie der Himmel. Das Meer war aufgewühlt und schäumte und die Wolken wurden mit jeder Minute dicker und dunkler, was besorgniserregend war. Ich bezweifelte, dass meine Versicherung jemals dafür aufkommen würde, wenn jemand vom Blitz getroffen werden würde. Hoffentlich hatte die Show ihre eigene Versicherung. Harper würde das wissen. Adele stand neben dem Wasser an ihrer Markierung und ihr Gesicht war zu einem Ausdruck verzehrt, den man nur als mörderisch wütend bezeichnen konnte. Sie sah mich die letzte Stufe mit Roger herunterkommen und stürmte zu uns rüber. Sie hielt genau vor uns an und legte ihre Fäuste auf ihre Hüften. Einer ihrer Füße klopfte so schnell auf und ab, dass es den Sand unter ihrem Schuh aufwirbelte. Roger, wir drehen in Blue Moon Bay wegen meiner Fangemeinde, aber sie hat in dieser Szene mehr Text als ich. Ich verlange zu erfahren, warum. Nun Adele, das ist ja nur ein Handlungsstrang. Das kommt schon mal vor. Du weißt, dass du der Star bist. Das stimmt, ich bin der Star. Nicht sie, ihr Gekreische war laut und wutend brandt, so sehr, dass einige Leute aus der Besetzung und der Crew zurückwichen. Das vergisst du mal lieber nicht, Roger. Luke schlenderte daher. Er sah besonders attraktiv aus in seinem blauen, langärmligen Hemd, das seine starken Muskeln sehr gut zur Geltung brachte. Er trug eine Polizeimarke um die Taille. Maggie Sparks kam mit einem rot angelaufenen Gesicht gerannt. Roger, wir müssen diese Szene im Kasten haben, bevor es beginnt zu regnen. Er nickte. Alle an ihre Plätze. Luke kam rüber und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Als ich den bösen Blick von Adele bemerkte, der auf uns zwei gerichtet war, schüttelte ich meinen Kopf, stellte mich aber auf meinen Platz am Strand. Action, rief Roger. Ich hatte die erste Zeile, also öffnete ich meinen Mund. Das sollte nicht so sein, schrie Adele und kam auf mich zu. Ähm, mein Kopf war leer. Das war nicht Katrinas Text. Der Wind wirbelte das süße, kleine Kleid, das Adele trug, um ihre Knie auf und ich starrte sie an. Sie trug Hickels und sie schaffte es irgendwie, in den Dingern nicht im weichen Sand zu versinken. Dasselbe konnte ich über mich nicht behaupten. Meine Absätze hingen praktisch in ihm fest. Ich versuchte, mich nach vorn zu bewegen, so wie ich es in der Szene tun sollte, aber als ich einen Schritt machte, blieb der blöde Absatz genau dort stecken, wo er war. Ich trat mit meinem Fuß hastig wieder zurück, glitt wieder in den Schuh, so gut ich das nur konnte, und hoffte, dass sie das in der Szene bearbeiten konnten. Detective Derek Bishop schritt nach vorn. Wir können das genauer besprechen, Katrina. Sag nichts, was du später mal bereuen wirst. Okay, das war sein Text. Gut. Wir sind wieder auf dem richtigen Kurs. Ich atmete ein und öffnete meinen Mund, um meine nächste Zeile aufzusagen. Nein, schrie Adele, ihre durchdringende Stimme halte am sandigen Strand wieder. Nein, wir können das nicht genauer besprechen, Derek. Es ist alles ein großes Durcheinander und das ist alles ihre Schuld. Ich starrte auf ihren Finger, der genau auf mich zeigte. M. Verwirrung. Katrina hätte in dem Moment neben mir stehen sollen und sie hätte etwas über ihren verstorbenen Ehemann sagen sollen, Sebastian, dass er derjenige gewesen war, der mich angestellt hatte, auch wenn die Arbeitsagentur über keinerlei Akten über mich verfügte, die bewiesen, dass ich bei ihnen registriert war. Beruhigen Sie sich, Frau Holloway, ich musste weitermachen, bis Roger Schnitt rief, also zog ich meine Füße aus dem Sand und lief näher an Adele heran. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Seitdem du zu uns gekommen bist, ist alles anders. Du, du bist nur ein Dienstmädchen. Ich blickte sie finster an. Wirklich? Ich bin nur ein Dienstmädchen, ich wollte damit herausplatzen, dass mir dieses Haus gehört, obwohl, allem Anschein nach wahrscheinlich nicht mehr für lange Zeit, und dass die Crew und die Besetzung mich offensichtlich sehr wohl mochten. Das ist lächerlich, Luke stellte sich zwischen uns und beendete unsere direkte Konfrontation. Das war auch nicht sein Text gewesen und ich konnte ehrliche Verbitterung in seiner Stimme hören. Es ist lächerlich, dass ich es zugelassen habe, mich von so etwas wie ihr manipulieren zu lassen, sie drehte sich zu mir, dieser gemeine Finger wieder auf mich gerichtet. Du bist gefeuert. Sie haben mich nicht angestellt, also werde ich nicht auf sie hören. Es steht mir zu, hier zu sein. Ich habe es verdient, ich zeigte mit meinem Finger ebenfalls auf sie, was zugegebenermaßen komplett kindisch war. Aber mit dem Finger auf sie zu zeigen fühlte sich so gut an. Ihr Gesicht wurde wutend brannt, sie schoss nach vorn und griff meinen Arm. Ich zog meinen Arm zurück. Ich möchte, dass du hier verschwindest, sie knurrte mich an, was so seltsam aussah, weil sie eigentlich wahnsinnig anmutig und hübsch war. Sie griff nach meinen Haaren und ich rutschte auf den Sand, schaffte es kaum, meinen Kopf rechtzeitig aus dem Weg zu schaffen, bevor ihre Finger sich in ihnen festkrallen konnten. Leider verlor ich mein Gleichgewicht und fiel auf sie. Wir beide kippten in Richtung des Wassers und es war, als hätte während dieser paar Sekunden die Zeit Silge standen. Adele streckte ihre Hand nach Luke aus und schrie, hilf mir. Lukes starke Arme umgingen Adele und wickelten sich um mich, ehe ich gefallen war. Adele dagegen fiel auf ihren Hintern und sah aus wie eine mit Peeletten besetzte Robbe. Sie spuckte einen Mund voll Wasser aus und etwas, was sehr verdächtig nach einem sehr kleinen Fisch aussah, ehe sie die Arme in die Luft warf. Wir waren so lange zusammen. Wieso hast du mich nicht gerettet? Ich konnte sie nicht fallen lassen, Katrina, Luke schaute ruhig herunter auf ihr bemitleidenswertes Gesicht. Ich habe mich in sie viel liebt. Ich werde nicht länger so tun, als hätte ich es nicht. War das eine Zeile aus dem Text? Oder meinte er diese Worte? Ich schaute staunend zu ihm hinauf. Und Schnitt, rief Roger. Schnitt? Ich glotzte auf die Menschen, die sich um uns herum scharrten. Maggie sah zufrieden aus und versuchte, die zwei Autoren zu beruhigen, die wütend geworden waren. Einige der Leute der Besetzung starrten uns mit weit aufgerissenen Augen an. Bette kam zur wasserdurchtränkten Adele geschnellt und zeigte mehr Besorgnis um das nasse Kleid als um die nasse Schauspielerin. Adele kämpfte sich auf ihre Füße und aus dem Wasser heraus und stürmte dann an Luke und mir vorbei. Einer ihrer falschen Wimpernkränze hing an ihrem Lied. Ihre Haare waren durchnässt, Algen auf ihren Beinen und Armen verstreut und ihr Kleid war so nass, dass es mit jedem Schritt, den sie machte, Wasser vergoss. Aber sie hatte immer noch nicht ihre Fähigkeit verloren, in den Absätzen so perfekt zu laufen. Beeindruckend! Ich freue mich auf unser Date morgen Abend, flüsterte Luke und lief dann zu Roger, der ihn gerufen hatte. Luke hatte mich wirklich gerettet. Ich wäre ein triefend nasses Durcheinander vor der Kamera gewesen, wenn er sich entschieden hätte, Adele zu helfen. Keine Chance, dass ich das Date jetzt absagen konnte. Ich hoffte nur, dass seine Entscheidung mich nicht hinterher mit einem gebrochenen Herzen sitzen lassen würde. Kapitel 12 Am nächsten Morgen wachte ich auf und in meinem Kopf drehte es sich immer noch vor der Verrücktheit der Szene am Meer für Just One Love. Nicht nur war Adele in den Ozean gefallen, sondern sie hatte es auch irgendwie geschafft, sich währenddessen den Hintern zu verletzten, und die Garderobiere musste sich etwas einfallen lassen, heute auf unsichtbare Weise Eispackungen auf ihren Allerwertesten zu legen, damit Adele weiterarbeiten konnte. Der Rest der Dreharbeiten lief genauso weiter, wie er es sollte. Wenigstens das. Ich schaffte es, meinen Text aufs Stichwort und gut aufzusagen. Ich hoffte, ich würde später mit Luke reden können, aber ein großes Magazin war in der Stadt, das Reporter geschickt hatte, um Luke und Adele zusammen zu interviewen. Als sie weggingen, um das Interview zu geben, schoss mir Adele einen hinterhältigen Blick über die Schulter zu. Ob es mir gefiel oder nicht, Luke und Adele standen im Licht der Öffentlichkeit. Dazu kam noch, dass mich ihre vorherige Anschuldigung immer noch verfolgte. Ich genoss meine fortfahrende Rolle der Pieper in der Show. Was, wenn die Menschen begannen zu denken, dass der Grund, wieso ich Luke datete, der war, dass ich mehr Text bekommen wollte. War ich zu einem Leben von Gerüchten verdammt? Ich dachte über diese Dinge nach, während ich durch die klammen Kopfsteinpflasterstraßen des Zentrums von Blue Moon Bay lief. Der Himmel hatte sich wieder aufgeklärt und hing hellblau über mir mit bauschigen weißen Wolken, und die Meeresbrise war leicht und frisch. Meine Schritte wurden langsamer, als ich eine Schlange vor dem Bayside Café sah, wo ich meine Freundinnen treffen wollte. Ich hatte mich so unauffällig wie möglich angezogen. Ich trug ein einfarbiges langärmliges Shirt, einen Maxirock in einem soften Pastellton und schöne Sandalen. Eine Sonnenbrille war auf mein Gesicht geheftet und ich trug einen Hut mit breiter Krempe, aber über die Hälfte der Frauen, die ich sah, taten dasselbe. Ich war endlich hinter die Kunst der Tarnung gekommen, oder zumindest redete ich mir das ein, und es gab keinen Grund, um nervös zu sein. Ich lief ins Café. Die Schlange erstreckte sich entlang der kleinen Seile und durch die Tür hinaus. Die Baristas waren beschäftigt und schnell, sodass die Schlange immer kürzer wurde. Ich sah Megan, Wendy und Olivia am Tisch und hoffte, sie hätten mir einen Kaffee bestellt. Guten Morgen. Eine Karamelllatte für dich, Olivia schob den Unterteller mit der großen Tasse darauf zu mir hin. Ich glitt in einen Stuhl. Danke. Die Schlange war ja noch nie so lang. Wendy schob einen Teller zart zubereiteter Schokoladentartes in meine Richtung. Wir habe auch Skones bestellt, aber die sind noch nicht fertig. Ich nippte dankbar am Kaffee und nahm eine Tarte. Wendy sah an diesem Morgen gelassen und entspannt aus, was mich zum Lächeln brachte. Wie läuft es mit dem Inn? So gut wie nie. Sie nahm einen Bissen der Apfeltarte in den Mund und verstreute dabei Krümel auf ihrer Bluse. Sie strich sie mit der Hand weg. Wie läuft es im Hause des Soaporons? Ich habe gestern Adele ins Meer geschubst, mein Gesicht wurde heiß, als sich ihre Blicke an mich hafteten. Olivia lehnte sich über den Tisch, ihr Gesicht ganz lebhaft vor Neugier. Du hast was gemacht? Es war ein Unfall, stellte ich schnell klar. Megan schnaubte. Ein Unfall ist es, wenn du über eine rote Ampel fährst und dabei jemandes Kotflügel rammst. Adele ins Meer zu schubsen hört sich nicht wie ein Unfall an. Du räumst die Konkurrenz aus dem Weg. Ich stöhnte. Sehr lustig. Wir hatten für die Szene einen vorgeschriebenen Text, aber sie hat sich nicht an ihn gehalten und hatte begonnen, mich anzuschreien. Ich machte mit, da der Regisseur uns nicht aufgehalten hatte, und wir hatten einen Minnezank, der im Meer geendet ist. Sie war nicht wirklich von mir begeistert. Wendy lachte zurückhalten. Darauf wette ich. Du hattest also eine weitere Rolle in der Show? Hast du vor, für die so abzuarbeiten, wenn sie wieder nach San Francisco geht? Ich blinzelte. Nein. Ich meine, sie brauchten mich nur für eine kleine Rolle. Sollte das nicht nur für einen Tag sein? Die Hauptdarstellerin ins Meer zu schubsen hört sich für mich nicht nach der Handlung einer kleineren Rolle an. Olivia schaute auf ihr Handy und legte es dann wieder weg. Sorry, was wegen der Arbeit? Wie laufen die Geschäfte, Megan? fragte ich, das Thema wechselnd. Sie tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. Ich habe gestern einen Vertrag für das Design einer neuen Website unterzeichnet, also ist das etwas, was gut fürs Geschäft ist. Wenn ich jetzt noch den perfekten Kerl finden könnte, wäre mein Leben vollkommen. Hast du nicht gerade jemanden gedatet? fragte Olivia sie. Megan schaute uns beklagenswert an. Das letzte Mal, als ich bei einem Date war, musste ich von meiner Freundin in Notmachschlussnachricht Gebrauch machen, aber ich hatte von dem Typen ebenfalls eine Mail bekommen, dass ich ihm den Betrag, den er für meinen Kaffee bezahlt hatte, erstatten sollte. Ich schaute sie fassungslos an. Vier Dollar? Du nimmst mich auf den Arm. Ich wünschte, es wäre so, sagte sie und plumpste auf ihren Stuhl. Er hat mir sogar seine Kontodaten und ein Foto von der Rechnung geschickt. Er hat meinen Kaffee hellrot eingekreist und darüber geschrieben, natürlich hast du das Kaffee-Special bestellt, oh, und er wollte auch die Hälfte des Trinkgelds zurück. Olivia verschluckte sich. Wendy starrte. Ich öffnete meinen Mund, stellte aber fest, dass ich darauf überhaupt nichts antworten konnte. Wendy frage schließlich, wo hast du denn den Typen kennengelernt? Megan verdrehte die Augen. Auf einer Dating-Website. Olivia Pfiff. Wow. Da bist du aber gerade nochmal so davon gekommen. Ich weiß, aber Daten macht depressiv. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Wie wär's mit Charlie und Luke? Ist er im wahren Leben auch so hinreißend? Er ist anders, als ich gedacht hätte, antwortete ich. Ich war ein bisschen in ihn verknallt, weil ich mir die so ab angeschaut habe und naja, auch weil er so umwerfend ist. Aber er ist im Grunde total bodenständig. Er liest Bücher aus der Bibliothek. Ich soll mich eigentlich heute Abend mit ihm treffen, aber ich habe Lampenfieber. Megan lebte auf. Oh, dein Date ist heute? Was ziehst du an? Ich zuckte mit den Achseln. Ich weiß es nicht wirklich. Ich befürchte, ich werde es mir anders überlegen. Ach, sind wir denn schon wieder an dem Punkt? Frage Wendy, den Barista anlächelnd, der die warmen Skrones an unseren Tisch brachte. Du hast es dir schon so oft anders überlegt, dass du diesen Ausdruck nicht einmal mehr benutzen darfst. Kurzes Gedächtnis, Wendy, Olivia wedelte mit einem Finger in der Luft herum. Ich kann mich da an eine gewisse Person erinnern, die ganz außer sich war, als sie ein Typ namens Max um ein D gebeten hat. Habe ich recht? Oh, stimmt. Wendy kicherte und tippte sich mit ihrem manikürten Finger auf die Schläfe. Ich kann mich jetzt wieder erinnern. Sag uns doch, was dir Sorgen macht, Charlie. Ich seufzte und schob meine halbverzehrte Tarte zur Seite. Es ist nur, ich hatte nach Rex noch kein Interesse an jemand anderem. Ich habe Wyatt gedartet, ja. Aber ich war nicht in ihn verliebt. Wenn ich in Lucas' Nähe bin, fühlt sich das so richtig an und dafür ist es viel zu früh. Ich meine, was, wenn es sich herausstellt, dass er ein abartiger Widerling ist? Du musst ihm dann möglicherweise die Hälfte des Preises eures Abendessens erstatten, spaßte Megan. Aber du hast doch gesagt, er sei ein netter Kerl, und dass du ihn magst. Ja, das ist er und ja, das tue ich, Verwirrung schoss durch mich hindurch. Es ist nur, dass ich bei Männern nicht wirklich ein gutes Urteilsvermögen habe. Offensichtlich. Wendy lehnte sich rüber und nahm meine Hand. Charlie, Rex hatte schon immer ein großes Ego, sogar noch bevor es außer Kontrolle geraten ist. Luke ist bereits berühmt, also sollte sein Ego bereits im Ruhezustand sein. Und es ist ja nur ein Date, es ist ja nicht so, als hätte er dich gefragt, ob du mit ihm in den Sonnenuntergang segeln möchtest. Ich atmete lange ein und gestand mir etwas ein, was ich mir noch nicht zugegeben hatte. Was, wenn wir zu diesem Date gehen, ich mich noch mehr in ihn verliebe und er dann das Interesse an mir verliert? Dann ist er verrückt und es ist sein Pech. Ich, Olivia legte ihre Hand auf meine. Eine junge Frau, die an uns vorbeiging, hielt an, drehte ihren Kopf ruckartig um und klapperte dann aus. Oh, ich hatte doch gelesen, dass Sie wieder in Blue Moon Bay sind. Sie sind Rex Rockwells Ex, nicht wahr? Schau mal, Jenna, sie griff den Arm einer anderen jungen Frau, die in der Nähe stand. Sie ist es wirklich. Sie haben ja so ein Glück. Rex ist so unglaublich heiß. Ich kann nicht glauben, dass Sie sich von einem Mann haben scheiden lassen, der so singen kann. Ich wollte mich unter dem Tisch verkriechen. Ich wollte weglaufen, als sich jeder Kopf im Raum umdrehte und mich anschaute. Da war sie, die unumgängliche Tatsache. Ich war nicht Charlie. Nein. Ich war Rex Rockwells Ex. Ich war nur die Frau, die mal mit einem Rockstar verheiratet war. Und jetzt würde ich Luke Daten, einen definitiv heißen und berühmten Kerl. Wenn das mit uns funktioniert, dann bin ich wieder die Nascherei de Jour von jemand Berühmten. Schon wieder. Ich musste das Date mit Luke absagen. Plötzlich kicherte Olivia. Wieso denken alle, dass du Rex Rockwells Ex-Frau bist? Wendy gesellte sich dazu. Zumindest hatte ich diese Dame nicht nach seiner Nummer gefragt, wie die andere. Lesen die Leute keine Magazine? Die Haare der Frau sind um einiges glänzender als deine. Total, sagte ich, mit den Achseln zuckend. Freundinnen wie meine waren unbezahlbar. Die Frau, die gesprochen hatte, sah verwirrt aus. Sie sind nicht sie? Nein, sagte Megan, als sie aufstand. Ist sie nicht. Muss am Hut liegen. Sie sind etwa die vierte Person heute Morgen, die denkt, dass meine Freundin mit einem Rockstar verheiratet war und das ist einfach zum Todlachen. Ich habe aber gehört, dass seine Ex wieder in der Stadt sein soll und am Strand in Mumus und Flipflops herumschleicht. Vielleicht sehen Sie sie ja dort. Mumus? Ist das was Unanständiges? Nein, das ist eine Art Kaftan. Sie machten eine Art Kreis um uns herum, als wir gingen, und als wir draußen waren, musste ich vor Erleichterung laut seufzen. Danke, Mädels. Wendy drückte meine Hand. Soll ich dich nach Hause fahren? Ich schüttelte meinen Kopf. Nein, ich habe am Ende der Straße geparkt. Aber danke. Ich muss erst in anderthalb Stunden am Set sein und ich möchte ein wenig spazieren gehen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Wir verabschiedeten und umarmten uns. Sie gingen und ich lief los, schnell. Die eine Sache, die mir immer weiter im Kopf herumschwirrte, war, dass alles schieflaufen könnte, wenn ich Luke dartete und ich würde mich einfach wieder verlieren, so wie ich mich mit Rex verloren hatte. Das konnte ich nicht zulassen. Kapitel 13 Ich lief in die Garderobe und erwartete, wieder diese trostlose Dienstmädchenuniform zu bekommen. Stattdessen drehte sich Bette zu mir. Welche Kleidergröße trägst du? 38 Blinzelte ich sie an. Ist was mit meiner Uniform passiert? Sie schüttelte den Kopf. Wir haben beschlossen, dass du heute etwas anderes brauchst. Sie kramte in ihren Regalen, murmelte etwas, bis sie eine bestimmte Kleiderhülle fand. Sie nahm sie runter und starrte sie an. Ja, das wird dir gut stehen. Sie öffnete die Hülle und nahm das Kleid heraus. Ich schluckte. Das Kleid war sexy. Viel zu sexy für das Tagesprogramm im Fernsehen. Viel zu sexy für mich, um darin herumzustulzieren, vor allem, wenn Luke in der Nähe war. Adele kam in den Raum, schaute mich an und gurrte, oh, Bette. Darf ich das heute tragen? Nein, Charlie darf das heute tragen, antwortete Bette. Der zufriedene Ausdruck auf Adeles' Gesicht starb. Sie stürmte raus. Ich wollte meinen Kopf gegen die nächste Wand schlagen. Wenn es heute zufälligerweise mal keine Anspannungen gegeben hätte, dann hatte das Kleid definitiv dafür gesorgt. Es war, als hätte sich Bette sich dazu verschworen, sicherzustellen, dass ich Adeles Zorn ins Auge sah. Ich zog mich an und die Maskenbildnäherin kam und vollbrachte ihr Werk auf meinem Gesicht. Als sie fertig war, starrte ich in den Spiegel, geschockt von dem Spiegelbild, was mich da ansah. Ich hatte mich früher oft zurechtgemacht, als ich noch mit Rex verheiratet war, aber das war schon eine Weile her gewesen, seitdem ich mich so aufgedonnert hatte. Ich sah glamourös und sexy aus. Das Kleid war karneolfarben, irgendwo zwischen zartem Rosa und hellem Braun, seidig und machte schlank. Der Kegelschnitt ließ mich größer und unglaublich dünn aussehen. Ich war auf einmal ganz dankbar für all die Stunden, die ich im letzten Jahr mit Yoga verbracht hatte, das meine Arme in Form und meinen Körper straff gehalten hatte, denn dieses Kleid stellte all das zur Schau. Heute trug ich Hickhels mit Riemchen um die Knöchel. Bette war also aufgefallen, dass ich ständig aus den Schuhen rutschte. Smarte Frau Ich trug einen Hauch von Purpur auf den Lippen, Kajal um meine braunen Augen und meine dunklen Haare waren nach hinten zu einer festen Spirale gebunden. Ich machte mich oft zum Set, dankbar dafür, dass wir drinnen drehten, da ich nicht wollte, dass diesem wunderschönen Kleid irgendetwas zustieß. Lukas Augen glimmten, als er mich sah. Er grinste und streckte den Daumen hoch. Ich zwinkerte ihm zu und stellte mich auf meine Markierung. Adele pirschte sich heran, trug ein einfaches schwarzes Cocktailkleid, das sie aussehen ließ, als wäre sie in Trauer. Ihre Schultern waren gesetzt und ihre Lippen formten eine feste Linie. Action, rief Roger und Anspannung erfüllte den Raum, als wir mit der Szene begannen. Adele musterte mich von oben bis unten. Was genau denkst du, dass du da machst? Meinst du ernsthaft, ein schickes Kleid macht dich zu etwas, das du nicht bist? Na toll. Adele hielt sich wieder nicht an das Skript. Ich versuchte, mir eine passende Antwort einfallen zu lassen, als Luke hereinkam. Er hatte diesen schlendernden Schritt aus der Hüfte heraus und ein Lächeln auf dem Mund. Seine Augen fielen gleich auf mich und Glücksgefühle erfüllten mein Herz. Er schaute mich an, als gäbe es niemand anderen im Raum. Ich drehte mich zu Adele. Ich brauche dieses Kleid nicht, um jemand Besonderes zu sein. Für mich bist du etwas Besonderes, Lukas Stimme war tief und vibrierte durch jede Pore in meinem Körper. Adele hob ihr Kinn. Du hast deinen Geschmack verloren, Derek. Sie ist ein Dienstmädchen. Und eine Mörderin. Sie hat meinen wundervollen Sebastian ermordet und du kannst sie nicht einfach so damit davonkommen lassen. Ah, wir sind wieder beim Skript. Das konnte ich. Ich bin keine Mörderin. Ich werde meinen Namen wieder reinwaschen und beweisen, dass sie ihn ermordet haben, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wir hielten alle still und ich wusste, dass die Kameras unsere Gesichter heranzungten und dass sie bei der Bearbeitung die unverkennbare, spannungsgeladene Musik hinzufügen würden. Schnitt, rief Roger und ließ uns abtreten. Lasst uns die Szene mit Anna und Travis machen, weil sie hier reingeschnitten wird. Charlie, Luke, Adele, tolle Arbeit. Ich ging von der Markierung und nahm mir meine Tasche von einem Beistelltisch. Luke kam auf mich zu, aber genau dann klingelte mein Telefon. Ich schaute auf den Bildschirm und meine Stirn runzelte sich. Es war Harper Avery, meine Anwältin. Ich schaute Luke reuevoll an. Tut mir leid, da muss ich ran. Wir sprechen uns später? Er nickte und ich drehte mich um, lief auf die Treppe zu und wollte nach unten, um etwas Privatsphäre zu bekommen. Ich ging ran. Hallo. Hallo Charlie. Ich würde ja fragen, wie die Dreharbeiten vorankommen, aber ich habe schon gehört, dass du eine Rolle in der Show bekommen und die Produzenten umgehauen hast. Wo hast du das denn gehört? fragte ich und erinnerte mich dann gleich, dass sie mit Maggie Sparks befreundet ist. Ach stimmt ja. Egal. Ja, die Dreharbeiten kommen toll voran. Ich wollte die Rolle zuerst nicht und wollte nur aushelfen, als eine Statistin nicht aufgetaucht ist. Aber ich, ich liebe die Schauspielerei wieder, gab ich zu und meine Augen wurden feucht. Ich hatte nicht begriffen, wie sehr mir das fehlte, weißt du? Freut mich, das zu hören. Du errätst nie, was passiert ist. Rex wurde geopfert und ich muss jetzt seine Asche aufsammeln? Sie lachte. Nein, besser. Ich atmete tief ein. Was ist es? Es hat sich herumgesprochen, dass du Schauspiel ehrst. Ein Produzent dürfte mal in die Rolle spicken, die du gerade spielst, und er möchte, dass du nach Los Angeles kommst und eine Rolle in einer romantischen Komödie spielst. Er bietet dir die Hauptrolle an, Charlie, und die Bezahlung ist gut. Mein Mund wurde trocken. Weh was? Was? Es ist eine romantische Komödie. Ich habe hier alle Details. Der Arbeitstitel ist Cherry's Jubilee, eine witzige romantische Komödie, die eigentlich zuerst ein Bestseller-Roman war. Es geht um eine Frau, die eine Kirschplantage erbt und dann versehentlich die Hälfte der Bäume in Brand steckt und dadurch einen superheißen Feuerwehrmann kennenlernt. Mein Gesicht wurde taub und ich blinzelte. Sie bieten mir die Hauptrolle an? In einem Film, der so heißt wie das Dessert? Ja, genau, wie die in Alkohol geschwenkten heißen Kirschen auf Eis. Also, die Eltern des heißen Feuerwehrmanns, sie haben so einige Namen von A-Promis auf der Liste für die männliche Hauptrolle, wurden von den Eltern der Titelheldin von der Kirschplantage vertreiben, als er noch ein Kind war, also kommt im Skript zur Komödie noch gehaltreiches Drama hinzu. Was denkst du? Adrenalin schoss durch mich hindurch. Meine Beine wurden weich. Mein ganzes Leben lang wollte ich schauspielern. Rex hatte mir eingeredet, dass ich das nicht bräuchte oder sogar überhaupt nicht wollte. Er war derjenige gewesen, der berühmt und kreativ und talentiert sein sollte und ich sollte nur seine stützende Ehefrau sein. Ich hatte diese Rolle so gut gespielt, dass ich meine eigenen Träume habe sausen lassen. Ich, ich, mir fiel nichts anderes ein, was ich noch hätte sagen können. Ich war mehr als begeistert, aber zur selben Zeit starr vor Angst. Ich konnte nicht einmal mehr Worte finden, um ihr zu antworten. Aus dem Haus rief jemand meinen Namen. Ich muss gehen, Harper. Danke für den Anruf und, ähm, wir sprechen uns bald, ja? Ich muss zurück zum Set. Ist in Ordnung. Geh, mach, spiel. Ich legte auf, machte den Ton auf meinem Handy aus und flitzte zurück zum Set. Ich legte mein Handy und meine Tasche auf einen Stuhl und nahm meine Position ein. Roger rief Action und ich drehte mich zur Luke. Tränen schossen mir plötzlich in die Augen und liefen mir die Wangen hinunter. Ich hielt ihm meine Hände entgegen. Die Dinge, die Katrina gesagt hat, haben mich schwer getroffen. Ich wollte so viel mehr sein als nur ein Dienstmädchen, Derek. Das wollte ich auch. Ich meine, ich war kein Dienstmädchen, nicht im wahren Leben. Aber Harpers Anruf und das unglaubliche Angebot hatten in mir etwas anderes geweckt, Appetit auf mehr, ein Bedürfnis danach, mir einen Traum zu erfüllen, den ich mir von Rex hatte wegnehmen lassen. Luke kam näher an mich heran. Ich konnte dabei an seinem herrlichen Aftershave schnuppern. Seine Arme schlossen sich um mich und seine Daumen fuhren genau unter meinen Unterlidern lang, als er die Tränen wegwischte. Du bist so viel mehr als nur ein Dienstmädchen, Pieper. Weißt du das nicht? Lass mich dich daran erinnern. Sein Gesicht lehnte sich vor zu meinem. Mein Herz schlug so schnell, dass ich mir ziemlich sicher war, dass es mir aus der Brust platzen und sich auf dem Boden verteilen würde. Aber Igitt. Ich wartete darauf, dass seine Lippen meine streiften. Und dann tauchte Adele im Wohnzimmer auf. Hier entlang, Officer. Warte. Was war hier los? Das stand nicht im Skript. Männer in Polizeiuniformen erschienen. Sie sahen aus wie diese heißen Bullen, die man immer im Fernsehen sieht. Einer von ihnen griff sich meinen Arm und verdrehte ihn mir hinter meinem Rücken. Sie haben das Recht zu schweigen. Was ist hier los? Reagierte ich instinktiv. Ich starrte, mich windend, und versuchte, meine Freiheit wiederzubekommen, als Panik durch mich hindurch schoss. Stahl traf auf meine Handgelenke und machte ein klickendes Geräusch. Ich glotzte Luke an, als sie begannen, mich vom Set zu ziehen. Was ist hier los? Er kam schreiend auf mich zu. Ich komme schon dahinter. Bis dahin, sag nichts. Sag nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, schrie ich zurück. Das wusste ich auch nicht. Nicht an diesem Set. Nicht in meinem Leben. Aber irgendwie hatte ich die schleichende Befürchtung, dass Adele etwas damit zu tun hatte, dass diese Szene umgeschrieben worden war. Und da Roger Schnitt und Drehschluss gerufen hatte, konnte ich rein gar nichts dagegen tun. Pieper war wegen des Mordes an Sebastian verhaftet worden. Kapitel 14 Am Set applaudierten die Leute wild und der uniformierte Mann, der den Polizisten spielte, der mich an den Armen festhielt, ließ von mir ab. Ich konnte nicht glauben, dass Pieper wegen des Mordes an Sebastian verhaftet worden war. Ich kam nicht drum herum, mich zu fragen, ob das bedeutete, dass meine kleine, süße Rolle in Just One Love nun vorbei war. Ich stand da, schaute, als einer der Autoren mit der Kündigung drohte und Maggie ihm nachrannte. Dann lief auch der uniformierte Polizist weg, der mich verhaftet hatte. Ich drehte mich um, rüttelte meine gefesselten Arme hinter meinem Rücken. Hey, kannst du mich hiervon befreien? Der Typ sah verlegen aus. Oh, stimmt ja. Tut mir leid, er tastete seine Hüften ab und dann nahm sein Gesicht einen entgeisterten Ausdruck an. Im Im Hm, was? Ich habe die Schlüssel für die Handschellen nicht. Ich glaube, sie haben sie mir nicht gegeben. War das sein Ernst? Ich räusperte mich. Wer sind sie, und wo halten sie sich auf, damit ich mir diese Schlüssel holen kann? Luke kam daher geschlendert und hatte ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Vielleicht sollte ich dir die anlassen, um sicher zu sein, dass du heute Abend mit mir ausgehst. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du mich versetzen wirst. Ich schluckte. Wenn du mich aus den Handschellen befreist, dann verspreche ich, nicht wegzurennen. Wir haben einen Deal, er kicherte, lief in die Garderobe und kam mit einem Bundschlüssel zurück. Er befreite mich aus den Handschellen und hielt meine Handgelenke in seinen Händen. Seinen starken, warmen Händen. Seine Finger streichelten die wunden und schmerzenden Stellen. Danke, seufzte ich erleichtert, aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich vielleicht gefeuert war. Was ist mit der Originalszene passiert? Wusstest du von den Änderungen? Nein, aber Roger und Maggie mochten die Spannung, also wollten sie es versuchen. Der Dreh ist für heute vorbei, also wollen wir jetzt zum Abendessen? Die Sekunden verstrichen. Jetzt oder nie? Sehr gerne, sagte ich. Er lächelte mich an. Möchtest du dich zuerst umziehen? Ja. Nein. Lass uns hier verschwinden. Ich schaute zum Mann auf, dessen Lächeln meine Brust immer flattern ließ und dieses Mal war auch keine Ausnahme. Meine Karriere befand sich zwar vielleicht in der Schwebe, da meine Rolle jetzt verhaftet worden war, und dann auch dieses ausstehende Angebot für eine romantische Komödie, aber ich konnte es kaum erwarten, den Abend mit Luke zu verbringen. Wir gingen ins Restaurant beim Inn in Blue Moon Bay, das sich Huntington's Seafood Grill nannte. Das Restaurant gehörte Wendys Freund Max und es war das erste Mal, dass sich einen Fuß da reinsetzte. Der Raum war lang und schmal, die Fenster, die auf die Bucht hinausblickten, boten eine phänomenale Aussicht auf den Ozean. Die Lobby und die Nischen waren aus dunklem Holz, was sehr gut zu den blassgrünen und silbernen Wänden passte. Die gepolsterten Nischen passten sich dem komplizierten Muster der Tapete an der hinteren Wand an. Der Maitre D. brachte uns an einen Tisch neben dem glühenden Kamin, nicht weit weg von der Bar. Nachdem wir Platz genommen hatten, zog er eine in Leder gebundene Karte hervor. Hätten Sie gerne Wein oder etwas Stärkeres? Nach einem Whisky-Soda drehe ich durch, also glaube ich, Wein ist die bessere Wahl, lachte ich und vermied, ihm zu sagen, dass ich im letzten Jahr nicht sehr viel unterwegs war. Ich legte meine Serviette auf meinen Schoß, in einem plötzlichen Ausbruch von Sorge über das Kleid. Betty würde einen Wutanfall bekommen, wenn ich es auf irgendeine Weise bekleckern würde. Wie wäre es mit Champagner? Zur Feier, dass wir heute Abend hier sind, schlug er vor und ich stimmte zu. Nachdem der Weinkelner die Bestellung aufgenommen hatte, studierten wir einige Minuten lang unsere Speisekarten. Dann lehnte sich Luke zu mir. Bist du froh, dass du mit mir ausgegangen bist? Ich nickte. Es tut mir leid, wenn ich wegen unseres Dates etwas nervös schien, aber seit der Scheidung habe ich nicht oft gedartet. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wie Leute das heutzutage machen. Ich meine, alles scheint sich ums Texten und Videoscharts und Erstattungen der Kaffeerechnung zu drehen. Er sah verwirrt aus. Erstattung der Kaffeerechnung? Lange Geschichte von einer meiner Freundinnen. Es ist nur, ich weiß nicht mehr, wie man datet. Er nahm meine Hand. Kleine Schauer schossen über mein Handgelenk nach oben. Sein Blick hielt meinen. Du machst das mit dem Daten im Augenblick sehr gut, indem du einfach nur du selbst bist. Glücksgefühle überkamen mich. Ich war so lange nicht mehr glücklich gewesen, dass jedes Mal, wenn ich das fühlte, es wie ein wertvolles Geschenk war und Luke machte mich ständig sehr glücklich. Es war wunderbar. Der Kellner kam zurück, füllte unsere Tulpengläser mit Champagner und nahm dann unsere Bestellung auf. Als er ging, öffnete sich die Eingangstür des Restaurants und die Produzentin lief hinein. Der Maître D. führte sie an unserem Tisch vorbei und sie hielt an und starrte, als sie uns sah. Ach, hallo. Ich habe nicht erwartet, euch beide zu sehen, hier. Hallo Maggie, ich schaute von ihr zum Mann, der neben ihr stand. Oh, das ist mein Mann, Greg, sie zeigte auf ihn und er nickte höflich. Greg, du kennst doch Luke. Das ist Charlie Rockwell, in ihrem Haus drehen wir. Schön, sie kennenzulernen, murmelte Greg. Hättet ihr was dagegen, wenn wir uns zu euch setzen würden, fragte Maggie. Ähm, ich schoss einen Blick in Lukas' Richtung. Das Letzte, was ich wollte, war Gesellschaft und es fühlte sich merkwürdig an, dass die Produzentin sich zu uns setzen wollte. Es sei denn, sie dachte, wir wären hier bei einem geschäftlichen Dinner? Trotzdem, ich hatte mir über dieses Date so den Kopf zerbrochen und jetzt, als es endlich passierte, wollte ich mehr Zeit mit Luke alleine verbringen, damit wir beide uns besser kennenlernen konnten. Vielleicht beim nächsten Mal, Lukas Mund formte sich zu einem lässigen Lächeln, und wenn er sich von ihrem Vorschlag belästigt gefühlt hatte, dann hatte man ihm das sicherlich nicht angesehen. Natürlich, Maggies Lächeln hatte sich zwar nicht verändert, aber trotzdem bekam ich ein ungutes Gefühl im Magen, als Adeles' Anschuldigungen wieder hochkamen. Ich hoffte, dass Maggie nichts von dem Gerücht mitbekommen hatte. Ihr beiden habt euch also zusammen einfach vom Set gemacht? Ich meine, da ihr noch die Kleidung aus der Garderobe tragt. Ich verzog mein Gesicht. Ja, das tut mir leid. Ich habe nicht mehr dran gedacht, mich noch umzuziehen. Es war ein harter Tag und ich brauchte wirklich einen Drink, also sind wir einfach losgegangen. Ich hatte auch solche Tage, sagte sie mit einem kleinen Lachen. Wart ihr beiden schon mal im Huntingtons? Erleichterung überkam mich. Maggie war nicht neugierig gewesen, sie war einfach nur um das offensichtlich teure Kleid besorgt und um die Qualität des Essens. Bäm, Moment. Konnte das stimmen? Das schienen keine wirklich großen Dinge zu sein, um die man sich Gedanken machen musste. Das ist mein erstes Mal, aber es gehört einem Freund von mir. Ich habe gehört, das Essen soll himmlisch sein. Wunderbar, sie nickte und dann folgten sie und ihr Mann dem sehr geduldigen Maitre D. zu ihrem Tisch. Ich atmete erleichtert aus. Aber diese Erleichterung hielt nicht lange an. Nach nur einigen Minuten sah ich zu Maggie rüber, wie sie uns ansah und wie sie eine Miene zog. Anspannung kam in mir hoch. Ich wollte bei der Show nicht in noch mehr Schwierigkeiten geraten. Schon gar nicht, da meine Rolle momentan in Haft saß. Bei der Rolle der Pieper ging es mir nicht um die gute Bezahlung und ich brauchte das Geld wirklich. Ich genoss die Arbeit und fühlte mich zum ersten Mal nach Jahren wie ich selbst. Ich wollte schon immer schauspielern und jetzt erst erkannte ich so langsam, wie viel mir doch entgangen war, weil ich es Rex erlaubt hatte, mich dazu zu überreden, meinen Traum zur Seite zu schieben. Meinst du, Maggie ist verärgert, weil wir zusammen hier sind? Ich meine, gibt es da eine Regel bei Just One Love, die Verabredungen nicht erlaubt oder so, fragte ich. Luke griff nach meiner Hand, seine Finger umklammerten meine. Wenn es so eine Regel gäbe, dann müssten sie die halbe Besetzung und die Mehrheit der Crew entlassen. Mach dir keine Gedanken um Maggie. Wir sind nicht bei der Arbeit und es geht sie nichts an, weder sie noch irgendjemanden sonst. Er hatte ja so recht. Ich wollte mich entspannen, aber ich konnte nicht. Ich sah ständig, wie sie uns durchdringend anschaute und mit jeder Sekunde, die Verstrich, sah sie unglücklicher aus. Kleine Knoten formten sich in meinem Magen. Ich bin wahrscheinlich paranoid, aber ich schwöre, sie starrt uns an. Ich bin einfach nur nervös, weil naja, weißt du, ich wollte immer schon schauspielern, schon seitdem ich ein kleines Mädchen war. Nachdem ich nach der Higgs-Schule nach Südkalifornien gezogen war, habe ich Schauspiel an der UCLA studiert. Als ich von hier weggegangen bin, war das unser Plan. Rex würde eine Musikkarriere haben und ich würde schauspielern. Seine Finger strichen über meine. Was ist denn passiert? Ich zuckte mit den Achseln, genoss die Wärme seiner Berührung. Ich hatte ein paar Teilzeitjobs, als ich auf dem College war, weil das Geld, was Rex mit seiner Band machte, wirklich wenig war. Und du hattest keine Zeit für Auditions? Ich nickte. Genau. Dann hatte er seinen großen Durchbruch und er wollte nicht, dass ich mit meinem Studium fortfahre. Es machte mir nichts aus, für eine kurze Weile Opfer zu bringen, weil wir uns darauf geeinigt hatten, dass ich später an der Reihe sein würde. Aber das passierte nie. Ich habe das Schauspielern aber immer geliebt. Jetzt weiß ich, dass sich daran nichts geändert hat. Es ist verblüffend, in die Rolle von jemand anderem zu schlüpfen, in deren Haut und wirklich zu der Person zu werden. Es macht mich glücklich. Tut mir leid. Das wird alles ziemlich persönlich. Es sollte dir nicht leid tun. Ich möchte dich sprechen hören, Charlie. Wenn wir schon dabei sind, ist das dein echter Name? Es ist Charlotte. Aber seitdem sie mir das in die Geburtsurkunde geschrieben haben, hat mich keiner mehr so genannt. Er kicherte. Es sind beides schöne Namen. Und Dates sind dazu da, damit die Menschen persönlicher werden. Möchtest du wissen, wieso ich das Schauspielern liebe? Ich nickte ungeduldig. Natürlich. Sein Lächeln blendete. Weil es ein Drehbuch hat. Ich schaute ihn verblüfft an. Wie meinst du das? Als Kind war ich sehr schüchtern. Ich habe dir schon von der Situation erzählt, als ich auf der Bühne erstarrt war und von den Albträumen. Der Kellner kam zurück und stellte ein Körbchen leckerer Brötchen und scheibengekühlter Butter auf den Tisch. Luke reichte mir den Brotkorb. Ich nahm ein Brötchen und butterte es, während er sein eigenes vorbereitete. Ich kann nur einfach nicht glauben, dass du solches Lampenfieber hattest und dass du schüchtern warst. Danke, dass du etwas so Persönliches mit mir teilst und mir vertraust. Ich sah für einen langen Moment in seine blaugrauen Augen, bevor er mich anlächelte und in sein Brot biss. Dann sah ich rüber und sah wieder, wie Maggie uns anstarrte. Ich schaute hastig von ihr weg und zu Luke und versuchte den sich auftürmenden Berg von Sorgen wegzuwischen, der sich durch ihr Starren offensichtlich in mir aufgebaut hatte. Das Lampenfieber ist eine Herausforderung, weil es nie wirklich weggegangen ist. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, solange alles vorbereitet ist. Sogar meine Interviews sind vorbereitet. Wenn ich den Text aus dem Drehbuch habe, dann bin es nicht wirklich ich, der da unter den Scheinwerfern steht, sondern wer auch immer ich vorgebe zu sein. Er nahm einen weiteren Bissen und dann einen langen Schluck seines Champagners. Ich würde mit dem Schauspielern aufhören, wenn ich ein Live-Interview geben müsste, das nicht vorbereitet ist. Ich würde mir das um nichts in der Welt antun. Ich hielt meinen Atem an, weil er mir etwas so Persönliches und Bedeutendes über sich verraten hatte und ich den Moment nicht ruinieren wollte. Luke nippte an seinem Champagner und stellte dann das Tulpenglas ab. Also, solange ich nach Drehbuch arbeiten kann, ist das Schauspielern nicht so. Es bringt mich nicht in Verlegenheit. Ich kenne alle aus der Besetzung und die Crew macht dasselbe, was ich mache und sie machen es genauso gern wie ich. Es fühlt sich freundlich und warm an. Und wenn ich mal einen Aussetzer habe, dann ist da immer jemand, der mir den Text zuflüstert und niemand lacht. Ich drückte seine Hand. Einen so tollen Schauspieler wie Luke zugeben zu hören, dass er auch nervös war und Angst hatte, war erstaunlich und es machte ihn noch menschlicher. Er war so authentisch und warm. Der Kopf unserer Produzentin schnellte wieder zurück und ihr starrer Blick war so offensichtlich geworden, dass man ihn nicht mehr ignorieren konnte. Nicht nur starrte sie uns an, sondern sie blickte auch noch finster drein. Merkwürdig. Du weißt doch, die Auftritte, die ich mit Adele in der Öffentlichkeit habe, erhob seine Augenbrauen. Die sind auch als Drehbuch geschrieben. Jemand anders schreibt den Text und das ist auch Teil meines Vertrags. Ich erwähne das, weil wir in der Konkurrenz für einen Preis sind. Es ist der Pärchen des Jahres Award von Soap Opera Now und wir sind vertraglich daran gebunden, zusammen zu jeder Preisverleihung zu gehen. Das hast du mir nicht sagen müssen, sagte ich und fühlte mich schüchtern. Ich wollte, dass du das weißt, denn du wirst es später sowieso hören. Mit ihr zur Preisverleihung zu gehen ist bloß Schauspiel. Gutes Schauspiel, denn ich erscheine als sehr selbstbewusst, wenn ich ein Drehbuch habe und ich weiß, dass Menschen denken, dass das bedeutet, dass ich mit Adele glücklich bin und wir demnach ein Pärchen sein müssen. Ich seufzte. Du scheinst ständig ziemlich selbstbewusst zu sein. Ich spiele das Selbstbewusstsein, sein Lächeln war etwas schief. Eine Locke seiner dichten Haare fiel über seine Stirn und ich wollte nach ihr greifen, die Frische seiner Haare zwischen meinen Fingern spüren, während ich sie wieder an die richtige Stelle strich. Das Einzige, was ich am Schauspielern nicht mag, ist der Mangel an Privatsphäre. Ich behalte mein Leben gerne für mich. Aber das war noch kein Problem, weil ich noch nie ein echtes Interview gegeben habe. Ich schluckte den prickelnden Sekt. Ich bin auch ein sehr zurückhaltender Mensch. Als ich mit Rex zusammen war, gab es nicht viel Privatsphäre und ich fühlte mich, als würde ich diese Privatsphäre endlich wieder zurückerlangen. Naja, zumindest bis ich eingewilligt habe, dass eine so ab in meinem Haus gedreht wird. Sein Blick wurde ernst. Ich bin echt froh, dass du das hast, Charlie. Mein Magen flatterte. Ich auch. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass meine Verliebtheit in ihn in diesem Moment eskaliert war. Der Kellner kam zurück und brachte uns unsere Nudelgerichte, die wir vernichteten. Ich aß mehr Pasta, als es jemand in diesem Kleid hätte tun sollen und dann hatte ich auch noch zwei Stück Brot, die in Olivenöl getunkt und mit gerösteten Tomaten und Knoblauch belegt waren. Ich sah die Produzentin immer wieder starren und finster dreinblicken, aber jedes Mal, wenn sie sah, dass ich sie dabei erwischte, schaute sie schnell weg. Das hätte meinen Appetit völlig zerstören sollen, aber seit dem Kaffee und der halben Tarte hatte ich nichts mehr gegessen und das Essen war wirklich fein. Das war auch meine Gesellschaft und Luke half mir dabei, mich von Maggie und ihrem merkwürdigen Starblick abzulenken, indem er die Unterhaltung ständig aufrecht erhielt. Eines muss ich dir sagen. Dass du Adele ins Meer geschubst hast, wird wahrscheinlich das Highlight der Pech- und Pannenkollektion auf den DVDS werden. Ich stöhnte. Sag mir bitte, dass du mich auf den Arm nimmst und dass es kein vermasseltes Szenenvideo gibt. Wenn nicht, dann sollte das wirklich eingeführt werden. Ich atmete tief ein und wollte mich öffnen und über das Angebot für die Rolle sprechen, das mir für Cherries Jubilee unterbreitet wurde. Er war so ehrlich und offen mir gegenüber gewesen, hatte mir sogar seine dunkelsten Geheimnisse über sein Lampenfieber anvertraut, das er immer hatte, außer, wenn er nach einem Drehbuch spielte. Aber etwas ließ es mich trotzdem nicht tun. Moment mal. Plötzlich begriff ich etwas. Du hast in einer Szene mit mir improvisiert, sagte ich. Das stand nicht im Drehbuch. Ich weiß, sagte er, sein Blick verfangen in meinem. Warst du denn nicht nervös, fragte ich. Er schüttelte den Kopf. Ich war überhaupt nicht nervös. Ich war viel zu sehr auf dich konzentriert. Ein Sirren knallte in meinem Magen. Oh, Luke. Ja, meine Gefühle waren jetzt weit über eine bloße Schwärmerei hinausgewachsen. Luke war so viel mehr als nur ein attraktiver, talentierter Schauspieler. Er war ehrlich und offen und nett und ich war mir ziemlich sicher, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Nein, ich war mir definitiv sicher, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Die Lichter leuchteten gedimmt von der versenkten Beleuchtung über uns und die Kerze auf dem Tisch flackerte. Die Flamme versetzte einen Teil seines Gesichts in einen Schatten und ließ ihn unglaublich sexy und geheimnisvoll aussehen. Ich lächelte, denn ich wusste, dass Worte nicht das alles ausdrücken konnten, was ich fühlte. Schließlich legte Luke seinen Löffel auf den leeren Teller. Möchtest du einen Nachtisch? Nein. Wenn ich noch einen Nachtisch nehme, platze ich aus diesem Kleid heraus. Wie wär's, wenn wir mit einem Spaziergang am Strand ein paar Kalorien von dem Abendessen verbrennen? Hört sich perfekt an, stimmte ich zu. Ich war noch nicht so weit, die Nacht enden zu lassen. Er bezahlte die Rechnung und wir liefen zum Ausgang. Er nahm meine Hand und mehr von diesen Glücksgefühlen und der Wärme schossen durch mich hindurch. Ich hatte ein breites Lächeln im Gesicht, voller Erwartung, mit ihm diesen Spaziergang am Strand zu machen. Alles war perfekt, bis wir aus dem Restaurant liefen und Dutzende von Blitzlichtern um uns herum den Abend erhellten. Toll! Wir waren von Paparazzi umstellt. Luke drehte mich schnell um. Kleine Lichtblitze waren überall vor den Augen und vernebelten meine Sicht. Ich blinzelte einige Male im Versuch, wieder klar zu sehen. Luke ging zur kleinen Nische, wo die Managerin namens Burg hinter einem Pult stand. »Haben Sie eine Hintertür?«, fragte Luke. Burke nickte. »Ja, haben wir. Folgen Sie mir.« Sie lief schnell an der Küchentür vorbei und wir folgten. Sie öffnete die Tür, spähte hinaus und flüsterte dann, »Oh, wow!« »Die sind überall auf dem Wallet-Parkplatz.« Luke stöhnte. Ich plumpste auf ihn drauf, mein Magen blutbärnd vor Sorge. Er drückte meine Hand, aber ich war viel zu panisch, um dem besondere Beachtung zu schenken. Ich sah über Brukes Schulter und sah Dutzende von Reportern auf dem Parkplatz des Einparks Services und an der Ecke des Restaurants. Offensichtlich waren sie die Letzten in ihrem Rudel. Es waren Dutzende mehr direkt vor der Tür versammelt. Ich wusste nicht, dass es so viele Medien in Blue Moon Bay gab. Ironischerweise waren diese wahrscheinlich wegen der Sonderdreharbeiten für Just One Love in der Stadt. »Was machen wir?«, fragte ich. Burke runzelte die Stirn. »Das ist fürchterlich unprofessionell. Die blockieren ja komplett unsere Gäste. Ich musste schwer schlucken. Es tut mir wirklich leid.« Sie schüttelte ihren Kopf. »Ist ja überhaupt nicht ihre Schuld. Ich werde aber nicht zulassen, dass Sie diesen Ort in einen Zirkus verwandeln. Kommen Sie, wir gehen durch die Küche. Wir können immer noch nicht weg,«, wies Luke hin. Sie haben das Auto umzingelt. »Sie haben die Autos aller Gäste umzingelt,« sagte Burke suffisant. »Sie sind aber noch nicht auf dem Parkplatz der Angestellten.« Sie nahm uns mit in die Küche. Ich hätte fast schwören können, dass sie das Drama der ganzen Sache genoss. Wahrscheinlich hoffte sie, dass die Aufmerksamkeit das Geschäft noch mehr ankurbeln würde. Aber Burke war definitiv auf unserer Seite, weil sie sich die langen Schürzen und Kochmützen griff und sie uns gab. Ich atmete schwer und legte die weiße Schürze an. Sie bedeckte mich geschickt von Kopf bis Fuß. Luke musterte mich von oben nach unten und flüsterte, »Du lässt eine Schürze gut aussehen«, und trotz der schrecklichen Situation lachte ich. Burke sprach in gedämpftem Ton mit einem älteren Mann, bis dieser nickte und auf uns zukam. Burke kam auch und sie sagte, »Das ist mein Bruder Karl. Er arbeitet hier und wird Sie sicher nach Hause bringen. Wir können das Auto morgen zu Ihnen bringen lassen.« Danke, sagte Luke. Wir schlichen mit Karl durch die Hintertür, die Schürzen flatterten uns um die Beine und die Mützen hüpften auf und ab. Luke lächelte sanft, aber ich starb innerlich. Ich wusste, von Anfang an, dass das Daten einer Berühmtheit solch einen Effekt haben würde. Zwischen der glotzenden Produzentin und den Paparazzi brach alles in sich zusammen und dabei hatten wir erst ein offizielles Date hinter uns. Ich konnte mich nicht mehr mit Luke treffen, denn das wäre dann mein Leben. Ich würde mich wieder mit den Paparazzi verheiraten. Mein größter Albtraum würde wahr werden. Kapitel 15 Am Samstagabend saß ich in meinem Lieblingssessel am Wohnzimmerfenster und fühlte mich deprimiert. Das Haus fühlte sich leer an ohne die Besetzung und die Crew, die nicht drehten, wie sonst an Wochentagen. Ich dachte, meine Privatsphäre mit Just One Love im Haus zu verlieren, würde etwas sein, mit dem ich den ganzen Monat zu kämpfen haben würde. Jetzt, als es Wochenende war, vermisste ich überraschenderweise die ganze Hektik, die die Show ins Haus brachte. Ich vermisste auch die Geselligkeit mit allen, von allem mit Luke. Claire fegte gegen 8 Uhr durch meine Eingangstür und fand mich im Wohnzimmer. Okay, Schwesterherz, raus mit der Sprache. Was war so schrecklich an deinem Day gestern, dass du Luke nicht mehr sehen möchtest? Hat er seine Suppe geschlürft? Sag mir nicht, dass er dich hat bezahlen lassen. Ich ließ mich nach hinten in meinen Sessel fallen. Nein, nichts dergleichen. Claire schnappte sich einen Stuhl und zog in Nähe an meinen Sessel heran. Was dann? Als du mich angerufen hast, hast du dich ganz entsetzt angehört. Als würdest du jeden Augenblick von den Klippen springen. Ich bin nur traurig, ich ließ mein Kinn auf meine Brust fallen und seufzte. Wow, das ist ja dramatisch, Claire lehnte sich nach hinten und schlug ein Bein über das andere. Sagst du mir, was los ist, oder bleibst du nur hier sitzen und tust so, als würdest du sterben? Ich musste auf dem Rücksitz im Wagen des Küchenchefs nach Hause fahren, eine Schürze und eine Kochmütze tragen. Und der Typ aus dem Restaurant, Karl, hatte vergessen, ein Paket Fisch aus dem Auto zu laden, das er vorher gekauft hatte. Ich musste zweimal duschen, um den Geruch von Lachs von meiner Haut zu bekommen. Claire's Mund stand offen. Oha! Warte mal, hatte Luke dich sitzen lassen und du musstest dich dann mitnehmen lassen? Ich dachte, ich seid mit dem Auto gefahren? Sind wir. Es steht immer noch dort. Sie hob eine Augenbraue. Verstehe ich nicht. Merk dir aber, wo wir stehen geblieben sind und ich hole uns einen Kaffee. Du siehst aus, als könntest du einen vertragen. Das könnte ich wirklich, gab ich zu. Ich fühlte mich taub. Ich wusste, dass ich Luke nicht mehr darten konnte, aber der Gedanke daran, sein glückliches Lächeln nicht mehr zu sehen, deprimierte mich. Ich habe schon eine Kanne der dunklen Röstung gemacht. Habe ihn nur noch nicht eingegossen. Gut, denn ich mache lausigen Kaffee. Ich bin gleich wieder da und wage es ja nicht, nicht mit der Sprache rauszurücken. Sie wirbelte aus dem Zimmer und kam mit zwei Tassen Kaffee und einer Packung Kekse zurück, die sie irgendwo gefunden hatte. Ich konnte mich nicht erinnern, sie gekauft zu haben, aber es war mir auch egal, wenn sie abgestanden waren. Ich hatte endlich einen Mann gefunden, an dem mir etwas lag und mein Liebesleben war immer noch eine Grube. Sie reichte mir die Tasse und ich nahm sie dankbar an. Ich wickelte meine Hände um die Tasse und ließ die Wärme in meine frostigen Finger sickern und nahm dann einen großen Schluck des starken Kaffees. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, vergessener Fisch und Kochmütze. Erklär mir das bitte. Ich möchte einfühlsam sein, aber die Vorstellung davon ist irgendwie zum Todlachen. Die Paparazzi hatten uns im Grunde umstellt, wir mussten uns mit diesen Schürzen und Kochmützen verkleiden, um unbemerkt verschwinden zu können, und dann hat uns der Chefkoch nach Hause gefahren. In einem Auto mit stinkendem Fisch, Claire nahm einen Keks und knabberte an ihm. Das ist zwar nicht die beste Weise, um einen Abend ausklingen zu lassen, aber was ist denn jetzt so schlimm an all dem? Auf dem Weg nach Hause sagte ich Luke, dass wir uns nicht mehr sehen können. Als Karl in meiner Auffahrt angehalten hat, bin ich aus dem Auto gesprungen und habe die Tür zugeknallt, bevor Luke noch etwas sagen konnte. Und ich wette, du bist wie eine Irre ins Haus gerannt. Ich nickte und nahm mir einen Keks. Das auch. Wow. Deswegen bin ich traurig. Ich biss in den weichen, zähen Rand und fühlte mich mit jedem Moment elender. Mein Handy klingelte. Ich schaute auf den Bildschirm und seufzte. Ist das Luke? Ich dachte daran, Claire anzulügen, aber sie hätte sich dann wahrscheinlich das Handy geschnappt und selber geschaut. Ja, es ist Luke. Und nein, ich gehe nicht ran. Wieso denn nicht? Ich meine, du solltest dem Kerl wenigstens eine gute Erklärung liefern, so wie du sie mir geliefert hast. Ach ja, hast du ja gar nicht. Wieso kannst du nicht wieder mit ihm ausgehen? Ich kann dir nicht folgen. Ich sah über meinen Tassenrand zu ihr rüber, als das Handy aufhörte zu klingeln. Ähm, hallo? Die Paparazzi? Verfaulter Fisch? Klingelt es bei dir? Ich brauche meine Privatsphäre, das weißt du. Erzähl diese lahme Ausrede jemand anderem. Weiter. Claire schob ihr Kinn nach vorn und sah mich bedeutungsvoll an. Ich stellte meine Tasse auf den Tisch, verflocht meine Finger und erzählte ihr, was Adele über mich gesagt hatte, dass ich Luke nur daten würde, um mehr Text für meine Rolle zu bekommen. Claire atmete aus. Autsch. Aber ernsthaft, kümmert es dich wirklich, was irgendeine Diva denkt? Sie ist wahrscheinlich nur eifersüchtig, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst als sie. Total lahm. Mein Handy piepste. Eine Nachricht. Luke. Claire sagte, ist das wirklich alles, was du hast? Ich schüttelte meinen Kopf. Er ist überhaupt nicht der Richtige für mich. Wieso? Weil er kein betrügerischer Mistkerl ist wie Rex? Ist so jemand vielleicht mehr dein Typ? Ich schaute sie an. Das war unter der Gürtellinie. Mag sein, aber es ist eine berechtigte Frage. Du sagst, Luke ist nicht der Richtige für dich, aber es hört sich eher an, als würdest du dir eine Million lächerliche Ausreden einfallen lassen, wieso es zwischen euch nicht klappen könnte, wenn er doch wirklich sehr nett zu sein scheint. Außerdem hast du immer diesen doofen Gesichtsausdruck, wenn du von ihm sprichst, was bedeutet, dass du ihn wirklich magst. Ich habe nicht einen vernünftigen Grund gehört, wieso er denn der Falsche für dich sein sollte. Er ist berühmt. Das bist du auch, Liebes. Übrigens, bin ich damit auch berühmt? Ich sollte es sein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mich irgendeine Zeitung jemals erwähnt hätte. So unfair. Ich setzte die Tasse ab. Du würdest dich nicht wirklich darum scheren, was die Menschen über dich sagen, nicht wahr? Claire schüttelte ihren Kopf. Nicht wirklich, nein. Mein Handy klingelte wieder. Geh endlich ran. Oder ich. Ich schnappte mir das Handy, stand auf und begann herumzulaufen. Ich kann nicht. Die letzte Nacht war schrecklich. Ich möchte nicht mein ganzes Leben damit verbringen, die Paparazzi abzuwimmeln. Ist es nicht genau das, was du im Moment tust, Fräulein Riesenhut? Hallo, Fräulein Sonnenbrille im Restaurant. Würde es nicht viel mehr Spaß machen, das zusammen mit einem tollen Kerl zu tun? Claire's Worte trafen mitten ins Schwarze. Ich weiß es nicht. Sie stand auf und kam dorthin, wo ich am Fenster stand. Der Ozean war dunkel und wogend, genau wie meine Gedanken, und sogar durch die Glasscheiben konnte ich es seufzen und rufen hören. Du weißt, dass du immer schon mein Vorbild warst, Charlie. Du warst immer so mutig. Im Moment aber bist du ein totales Weichei. Mein Handy piepste. Und dann wieder. Luke hatte mir wieder geschrieben. Wenn er nicht bald aufhörte, würden ihm noch seine Daumen abhanden kommen. Ich bin ein Weicher? Und du? Du warst viel zu feige, um mit diesem Typen zu einem Date zu gehen. Oh, ich bin gegangen. Ich drehte meinen Kopf und schaute sie an. Wirklich? Bist du? Wieso hast du nichts gesagt? Das wollte ich ja, gleich nachdem du fertig wärst. Außerdem, sie hielt inne und zupfte an dem schönen Kleid, das sie trug. Ich dachte, du würdest mich fragen, wieso ich so zurechtgemacht bin. Das Kleid hatte ich bemerkt. Den Lippenstift und die Absätze auch. Ich war nur viel zu sehr mit meinem eigenen Leid beschäftigt gewesen, um etwas zu sagen. Du siehst toll aus. Muss ein Wahnsinns-Date gewesen sein. Mein Handy klingelte. Luke war hartnäckig. Das musste man ihm lassen. Ich sprach lauter und versuchte, das Klingeln zu übertönen. Also, wie war dein Date? Claire sprach natürlich noch lauter. Naja, zuerst war es schrecklich. Ich hätte mir beinahe die Haare verbrannt, weil ich zwischen lockigem und glattem Haar schwankte. Dann bemerkte ich, dass die Mascara, die ich hatte, nicht nur ausgetrocknet war, sondern wahrscheinlich auch eine Jahresration an Bakterien beherbergte. Und das war noch, bevor meine Verabredung überhaupt gekommen war. Hört sich wie ein Desaster an. Sie nickte. Das war es zuerst auch. Wie gesagt, ich kenne es gar von der Arbeit. Ich hätte in der Lage sein müssen, mir etwas einfallen zu lassen, was ich hätte sagen können, aber ich war viel zu nervös und mir ist kein Gesprächsthema eingefallen. Als ich dann aber losplapperte, habe ich während der gesamten Fahrt zum Margeau meinen Mund nicht mehr gehalten. Margeau ist eine tolle Wahl. Ich liebe das Essen dort. Claire fuhr mit einem Finger über die Fensterscheibe. Ich auch. Vor allem mag ich den Felsenbarsch dort. Aber zurück zur Geschichte. Als wir im Restaurant ankamen, hatte ich tatsächlich aufgehört, wie eine Irre zu reden und alles lief plötzlich glatt. Dann hat er sich vergiftet. Ich bekam große Augen. Entschuldigung, hast du gerade gesagt, er hat sich vergiftet? Claire warf ihre Arme in die Luft. Ja, das habe ich gesagt. Stellte sich heraus, dass er allergisch auf Knoblauch ist. Er hatte sein Abendessen zwar ohne bestellt, aber als es kam war es mit Knoblauch vollgeladen. Ich war verwundert und fühle umgehend mit. Der arme Kerl. Nicht so schnell, Claire hob ihren Zeigefinger und wackelte mit ihm hin und her. Es stellte sich auch heraus, dass er eine Frau gedartet hatte, die dort arbeitete. Sie hätte an dem Abend keine Schicht haben sollen, aber man hatte sie gerufen, weil jemand krank und ausgefallen war. Sie muss die Bestellung wieder umgeschrieben haben. Ich bin sogar überzeugt davon, weil ich noch nie gesehen habe, dass jemand so glücklich darüber war, dass ein Mann einen Nessel-Ausschlag bekommt. Ich wollte nicht lachen. Ich versuchte wirklich sehr, es nicht zu tun. Also, die Gerüchte im Büro über Scott scheinen dann doch zu stimmen? Claire nickte. Offensichtlich. Die Frau aus dem Restaurant sagte mir, dass sie genau vor ihrer Nase gedartet hatten. Mit Betonung auf hatten, denn sie war durch mit ihm. Auch hat sie seine Frau angerufen, die gleich aufgekreuzt war, um sich ihren Mann zu holen. Nein, ich kämpfte darum, mir etwas Hilfreiches einfallen zu lassen, weil meine Schwester mit diesem Typen was gewagt hatte und es stellte sich heraus, dass er verheiratet war und auch noch eine Freundin hatte. Mir fiel nichts ein, was sich richtig angehört hätte, also nahm ich sie nur in den Arm. Du verdienst was Besseres. Ich weiß. Trotzdem ist es eine Enttäuschung. Eine Welle von Piepsern kam von meinem Handy. Claire schaute mich streng an. Sprich doch einfach mit dem armen Kerl, Charlie. Mal ehrlich, ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Wenn ich einen so tollen Kerl hätte, der mich ständig anruft und mir textet, würde ich wahrscheinlich jeden Monat seine Handyrechnung bezahlen. Ich schaute zu meinem Handy rüber. Vielleicht hast du recht. Es kann ja nicht schaden, mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, wieso wir uns nicht mehr treffen können, richtig? Es klingelte an der Tür und Charlie stürzte schnurstracks auf sie zu. Ich geh schon. Ich fragte mich, wer es denn geschafft hatte, am Sicherheitstor vorbeizukommen, holte mir mein Handy und nahm es in die Hand. Ehe ich aber überhaupt den Bildschirm berühren konnte, rief Claire, hey Charlie, schau mal, wer da ist? Ich drehte mich um und stand Angesicht zu Angesicht mit Luke. Kapitel 16 Claire sah auf absolut hämisch aus, als sie Luke ins Wohnzimmer brachte. Ich bin Charlies Schwester Claire. Wir haben uns im Over the Moon kennengelernt, als meine Schwester diesen lächerlichen Schall trug. Ich habe auch eine deiner Szenen hier am Set gesehen. Du gibst wirklich einen traumhaften Derek Bishop ab. Im Büro sind wir alle Fans und eines der Mädels hat sogar bei diesem Wettbewerb mitgemacht, um ein Mittagessen mir dir zu gewinnen. Schön, dich wiederzusehen, Claire, Luke nickte, aber sein Ausdruck schien angespannt. Also, ich muss gehen. Nett, dich gesehen zu haben, Luke. Ich schaute sie missbilligend an. Du musst noch nicht gehen. Trink deinen Kaffee aus. Ach nö, dann bleib ich nur viel zu lange wach, sie kam zu mir rüber, umarmte mich lang und flüsterte, er ist nicht verheiratet und er hat auch keine Freundin. Du bist mir schon um Lichtjahre voraus. Wenn du ihn dir entwischen lässt, wirst du am Ende wahrscheinlich den unheimlichen Cousin meines Dates daten. Denk dran, Schwesterherz. Sie hatte nicht ganz Unrecht. Wenn man bedachte, wie umwerfend sowohl meine Schwester als auch Megan waren, und so wie es mit deren Liebesleben lief, war wirklich klar, dass ein Mangel an anständigen Männern herrschte, die man daten konnte. Ich drehte mich zur Luke. Ich weiß, dass ich nicht so aus Karls Auto hätte springen sollen. Ich schwöre, ich bin nicht verrückt. Zumindest nicht normalerweise. Ich kann sehr normal sein. Und ich hätte dir auf deine Nachrichten antworten sollen. Dann kam er rüber und küsste mich. Er küsste mich. Er verschlug mir den Atem. Sein warmer Mund lud meinen dazu ein, ihn zurückzuküssen, also ergab ich mich. Der Kuss war perfekt und in die Länge gezogen. Schauer rannten mir den Rücken runter und ließen jeden meiner Gedanken zu einem kreischenden Halt kommen. Dann ließ er von mir ab. Ich war immer noch atemlos. Ich war auch in Versuchung, einfach weiterzumachen und ihn wieder zu küssen. Luke strich mir eine Haarsträhne hinter mein Ohr. Ich wollte dir nach unserem Day einen Gute-Nacht-Kuss geben, aber du bist so aus dem Auto gestürzt, dass ich mir nicht sicher war, ob du irgendeinen schlimmen medizinischen Notfall hattest oder ob du einfach nur beschlossen hattest, dass ich stinke. Das war übrigens nicht ich. Da war ein Fisch auf dem Boden. Ich weiß. Ich meine, ich weiß, dass der Gestank vom Fisch kam, meine Augenbrauen runzelten sich. Ich wollte dich letzte Nacht auch küssen. Es ist nur das. Er nahm mich zurück in seine Arme, in denen ich das ruhige und versichernde Schlagen seines Herzens hören konnte. Sein Aftershave, zweifelsfrei unfischig, fuhr in meine Nase. Ich legte mein Gesicht an seinen Nacken und atmete das köstliche Aroma ein. Ich sprach, meine Worte wurden durch die warme Haut seines Nackens gedämpft. Ich kann mich nicht mehr mit dir treffen, Luke. Warum nicht? Ich sah nach oben und schaute ihn skeptisch an. Menschen behaupten, dass ich dich nur det, damit ich eine größere Rolle in Just One Love bekomme. Seine Augenbraue kräuselte sich. Wer hat das gesagt? Nur Adele gab ich zu. Na, da hast du es doch. Ich werde ehrlich zu dir sein, okay? Adele ist ein Star. Aber seitdem du ans Set gekommen bist, ist sie ein Star, der ein Schattendasein führt. Es sind ja nicht nur die Gerüchte. Ich brauche meine Privatsphäre. Er lehnte sich näher an mich heran. Ich brauche meine auch. Es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der dir das sagen muss, Charlie, aber du wirst groß rauskommen. Du hast eine riesengroße Karriere als Schauspielerin vor dir. Vielleicht begreifst du das noch nicht, aber ich tue es. Jeder tut es. Du glänzt. Du hast diese besondere Qualität, die manche Schauspieler von anderen abhebt. Seine Worte ließen mein Herz schmerzhaft pochen. Rex hatte nie daran geglaubt, dass ich überhaupt schauspielen konnte. Er sagte immer, dass ein paar Aufführungen in der Higgs-Schul und im Ortstheater einen noch lange nicht zur Schauspielerin machten. Ich hatte nie jemanden gehabt, der an mich geglaubt hatte. Bis jetzt. Ich schüttelte meinen Kopf. Ich habe gerade eine sehr schlimme Scheidung hinter mir. Das bedeutet, dass du Single bist. Ich nickte und machte einen Schritt zurück. Ja, ich bin Single. Und ich bin auch wirklich verwirrt. Ich habe eine sehr lange Zeit überhaupt nicht gedartet. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich meine, was, wenn ich das alles in den Sand setze. Luke kam näher. Sein Blick hielt meinen fest. Was, wenn du es nicht tust? Ich hielt meine Hände nach oben und er nahm sie. Er kam immer noch näher. Ich möchte dich wiedersehen. Ich würde fast alles tun, um dich wiederzusehen. Du bist anders als alle anderen, die ich je getroffen habe. Ich fühle eine Verbindung zwischen uns und ich denke, dass wir tief in unserem Inneren uns sehr ähnlich sind. Ich bin ein totales Chaos. Er kicherte. Nun ja, das Pyjama ist etwas eigenwillig, aber ich weiß nicht recht, ob du ein Chaos bist. Ich sah nach unten. Dann wurde mein Gesicht heiß. Ich war nach Hause geeilt, hatte mir mein Pyjama angezogen und Claire angerufen. Außer ihr hatte ich keine andere Gesellschaft erwartet und trotzdem war sie aufgetaucht. Mein Pyjama bestand aus einem Top und einem Unterteil mit einem wilden Muster auf ägyptischer Baumwolle, mit Kühen, die auf Halbmonden hingen. Ja, Claire hat es mir zu Weihnachten geschenkt und ich wusste, dass sie mich fragen würde, ob ich sie getragen habe, also dachte ich mir, ich schlage gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Du siehst bezaubernd aus, Süße, er nahm mein Gesicht in seine Hände. Dann presste er seine Lippen auf meine Wange. Wer ist denn schon nicht chaotisch, auf die eine oder andere Weise? Wir sind das doch alle. Ich weiß es nicht, flüsterte ich. Ich kann es mir nicht leisten, wieder verletzt zu werden. Ich kann es wirklich nicht. Ich würde dich niemals verletzen, Charlie. Ich schaute ihm in die Augen und sah, dass er es ernst meinte. Trotzdem erfüllten mich Zweifel. Mein Herz fühlte sich fast so leer an wie mein Bankkonto. Ich empfand schon so viel für Luke. Wenn er mich verletzen würde, würde ich nie wieder heilen. Egal, wie viele Male ich Greta von Stranz Männer, wer braucht die schon? Lesen würde. Ich hatte Angst, nein, es versetzte mich in Schrecken, dieses Risiko einzugehen. Er zog mich näher heran. Ich schmiegte mich an seine Brust. Seine Finger hoben mein Gesicht und ich schaute zu ihm auf. Würdest du morgen Abend mit mir ausgehen? Ich würde gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Er küßte meine Nasenspitze. Das ist in Ordnung. Wir können am Montag darüber reden, wenn du die Zeit hattest, darüber nachzudenken. Ich lasse dir den Freiraum, den du brauchst. Er ließ mich los und ich brachte ihn zur Tür. Ich wollte nicht, dass er ging. Das Haus, das immer so warm und kuschelig gewesen war, schien mir zu groß und zu leer zu sein, und zu einsam. Ich öffnete die Tür und wir schritten auf die Vorderstufe. Die Stille und die Dunkelheit wurden plötzlich von einem Wagen, dessen Scheinwerferlichtern und dem Getöse eines lauten Motors durchbrochen, der in meiner kreisförmigen Auffahrt vorfuhr. Mein Herz taumelte in meiner Brust, als ich Paparazzi mit Kameras auf das Haus zu rennen sah, wie Lemminge, die auf einen Klippenrand zurasten. Meine Augen weiteten sich, als ich das Auto erkannte, das herangefahren war, diesen sportlichen, feuerwehrroten Ferrari. Die Fahrertür ging auf und ein Mann kam heraus, drehte sich für einen Moment um, um den Paparazzi zuzuwinken. Wenn man das Ausstrecken jeweils eines Fingers an jeder Hand als Winken auffassen mag. Mein Herz rutschte mir in die Bauchgrube, als er sich wieder zurückdrehte, seine dunkle Sonnenbrille herabsetzte, um mich zu mustern, mein beklopptes Pyjama und Luke. Lukes Arm zog sich fester um mich. Hey, ist das nicht? Ja, sagte ich durch meine Taubenlippen. Das ist mein Ex-Mann, Rex Rockwell. Kapitel 17 Ich dachte, dass es mein schlimmster Albtraum war, dass Paparazzi in meine Privatsphäre eindrangen. Jetzt hatte das Ganze ganz neue Ausmaße angenommen. Die Paparazzi, Rex, Luke und ich. Die Tatsache, dass ich ein Pyjama mit Kuhmuster trug, musste wohl das Maß noch voll machen. Ich war sowas von weg hier. Ich drehte mich um und zog mich hastig in Richtung meiner Eingangstür zurück. Luke und Rex folgten mir. Die Paparazzi schrien uns Fragen zu und das Blitzlichtgewitter donnerte. Es gab keine Chance, dass ich mich umdrehen würde und ihnen ein klares Foto liefern würde. Nicht, nachdem sie mich soeben vor meinem Haus mit sowohl Luke als auch Rex erwischt hatten. Ich wollte die morgigen Schlagzeilen wirklich nicht sehen. Ich griff die Klinke, schob die Tür auf und hätte sie genau vor Rex' Nase zugeschlagen, aber Luke war hinter ihm. Also ließ ich sie beide rein, schloss dann die Tür und verschloss sie. Wir standen alle da, in meinem Foyer, und starrten einander an. Rex sah verwirrt aus. Luke sah besorgt aus. Mein Mund öffnete und schloss sich wie Guppi. Ich meine, wie verrückt war denn mein Leben im Moment geworden? Ich hatte die Dreharbeiten für eine Soab in meinem Haus und eine echte Situation, die jede Soab an ihrem Set zu drehen stolz gemacht hätte. Mein Ex-Mann und mein Fastfreund zusammen mit mir zur selben Zeit. Nicht das Szenario, das ich mir erwünscht hatte. Rex' dunkle Augenbrauen trafen sich, während er Luke von unten nach oben musterte und einige Male blinzelte. Schließlich sagte er, oh, warte mal, ich kenne dich. Du bist doch ein Schauspieler? Ja, und du bist ein Sänger. Das stimmt, nickte Rex. Arbeitest du mit Charlie zusammen? Ja, sagte ich zustimmend. Und weshalb bist du hier, Rex? Er versuchte es mit seinem entwaffnenden Lächeln. Und es war ein ziemlich guter Versuch. Wenn ich ihn nicht so gut gekannt hätte, hätte ich es ihm glatt abgekauft. Na ja, mein Agent hat gehört, dass du ein Angebot bekommen. Gehe einfach, Rex, schrie ich, ehe er die Rolle erwähnen konnte, die mir für Cherries Jubilee angeboten worden war. Rex nahm die dunkle Sonnenbrille ab, die er trug. Wie schaffte er es, bei Nacht mit diesem Ding auf der Nase zu fahren? Das wusste nur der Himmel. Die meisten Menschen nahmen an, dass er sie erst aufsetzte, kurz bevor er aus dem Auto stieg, aber ich konnte aus eigener Erfahrung bezeugen, dass er sie während der gesamten Fahrt trug. Hör zu, Schauspieler! Ich bin nicht hier, um mich zu streiten. Gibt es einen Grund, wieso ich einen Streit anfangen sollte? Mein Gesicht brannte. Er fragte, ob Luke und ich darteten. Ich wusste es, er wusste es und Luke wusste es. Ich schritt nach vorn und mein Fuß traf auf eine glatte Stelle. Ich rutschte nach vorn, torkelte dabei wild und traf fast genau auf die Wand. Luke griff mich, sein Arm schlang sich um meine Taille. Ich kam wieder ins Gleichgewicht und lächelte ihn abgelenkt an. Ich sehe keinen Grund zum Streit, sagte Luke, während er mich immer noch festhielt. Ich schlängelte mich frei, um Rex' Neigung zu entschärfen, mit seinen Fäusten in die Gesichter von Menschen zu fallen. Rex, was willst du hier? Wieso hast du die Paparazzi mitgebracht? Weißt du nicht, dass das in allen Zeitungen sein wird? Und hast du vergessen, dass wir geschieden sind? Ich habe sie nicht mitgebracht, beschwerte er sich und zeigte dramatisch in Richtung der Tür. Sie waren schon hinter dem Tor, hatten sich auf dem Hügel versteckt. Wahrscheinlich, weil er hier ist. Sie müssen meinen Wagen gesehen haben und mir gefolgt sein. Nein, sie sind nicht wegen Luke hier. Ich hielt mir die Hände an die Seiten meines Kopfes und versuchte, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Zumindest nicht ausschließlich. Die Seifenoper dreht hier. Rex sah noch verwirrter aus. Seife? So wie Handseife? Wie tägliche Dramaunterhaltung, korrigierte Luke ihn in einem ungeduldigen Ton. Oh, stimmt, Rex schnippte mit den Fingern. Deswegen habe ich dich erkannt. Charlie klebte jedes Mal am Fernseher, wenn die Serie kam. Du liebst die Serie doch, nicht wahr, Charlie? Kann mich nicht erinnern, ich verschränkte meine Arme. Tolle Art, mich auffliegen zu lassen, Kumpel. Sicher tust du das. Du warst wütend wie eine Hornisse, als die Rolle, wie hieß sie nochmal? Blanche? Ja, Blanche. Also als Blanche vom Dach gefallen war und alle dachten, sie sei tot und dann kam sie wieder und du warst wieder glücklich. Er drehte sich zu Luke. Wie geht es Blanche eigentlich? Sie hat Amnesie. Und ein neues Baby. Das ist traurig. Sie wird sich nicht daran erinnern, dass das Baby ihres ist. Die drehen also wirklich hier? Ich meine, ich habe zwar gehört, dass du mitspielst, aber ich habe nicht gehört, dass die in meinem Haus drehen. In meinem Haus schoss ich zurück. Ich habe es bei der Scheidung bekommen, weißt du noch? Offensichtlich habe ich aber vergessen, den Code zum Tor zu ändern. Ich hätte zuerst anrufen sollen, begann er und sah so perplex aus, wie ich mich fühlte. Er kratzte sich am Kopf, zerzauste dabei seine schwarzen Haare eines Rockstars. Hör zu, können wir uns unterhalten? Unter vier Augen? Nein, sagte ich entschieden. Dein Anwalt kann meine Anwältin anrufen, wenn du mir was zu sagen hast. Jetzt mache ich mir einen Kaffee. Und wenn ich zurückkomme, dann bist du lieber hier verschwunden. Ich eilte in die Küche, rief die Bullen wegen der Paparazzi und schenkte die letzten Tropfen des Kaffees in eine Tasse, als mir ein Licht aufging. Ich hatte Rex und Luke in meinem Foyer alleine gelassen, zusammen. Nicht gut. Kapitel 18 Rex und Luke waren in mein Wohnzimmer gegangen. Sie schauten einander auch an, sich offensichtlich gegenseitig abschätzend. Ich hatte die verrückteste Vorstellung, dass in jedem Moment das Kamerateam aus einem Zimmer platzen würde und Roger Schnitt rufen würde. Das passierte aber nicht. Luke schaute rüber zu mir. Ich schaute auf meine Uhr und fragte mich, wie lange es dauern würde, bis die Polizei kommen würde. Auch wenn ich wollte, dass Rex ging, wäre es gemein, ihn rauszuschmeißen, wenn die Paparazzi noch da waren. Rex schaute mich verwirrt an. Der Kaffee? Oh, stimmt. Ich muss eine neue Kanne aufsetzen. Ich setze sie für dich auf, Charlie, scherzte Rex und lief auf die Küche zu. Nein, ich mache das schon, sagte Luke und drängte sich an ihm vorbei. Natürlich blieben sie in der Türöffnung zur Küche hängen und ein kleines Gerangel begann. Panisch und immer noch in der Hoffnung, dass die Polizisten auftauchen würden, lief ich auf sie zu, als Rex sich befreite und durch die Tür glitt. Luke folgte ihm auf den Fuß und ich lief ihnen nach, weil es nichts anderes gab, was ich hätte tun können und meine Ängste begannen zu eskalieren. Rex schaute in die Schränke und begann, die Sachen zur Seite zu schieben. Hast du die Bohnen nicht eigentlich neben der Mühle stehen? Ja, aber Claire hat als letzte Kaffee gemacht und ich weiß nicht, wo sie sie hingetan hat. Meine Aufmerksamkeit wurde für einen Moment von einem grellen Blitz von draußen abgelenkt. Ich schaute wieder auf meine Uhr. Waren das die Cops oder die Paparazzi? Ich suche mal die Bohnen, Luke begann, die Schränke zu öffnen. Rex knurrte. Nein, ich finde sie schon. Ich kenne das merkwürdige Einräumsystem meiner Schwägerin besser als du. Ex-Schwägerin, korrigierte ihn Luke, als er ein weiteres Schränkchen öffnete. Rex hörte auf, die Schränkchen zu durchstöbern und sagte, wie bitte? Luke drehte sich um und sah ihn an. Testosteron erfüllte die Luft. Ich sagte, sie ist deine Ex-Schwägerin. Du weißt schon, weil du und Charlie geschieden seid. Du brauchst mir nichts über meine Ehe oder meine Frau zu erzählen, Rex, Brust plusterte sich auf, während er sprach. Ex-Frau, und ich glaube, das muss ich schon. Ich habe Artikel darüber gelesen, wie du Charlie behandelt hast und du solltest dich wirklich was schämen. Rex' Gesicht lief rot an, als ich die Kaffeebohnen neben einer Topfpflanze sah, die aus einem Grund da standen, den nur Claire würde erklären können. Ich schnappte sie mir und rief, aha, die Kaffeebohnen. Wenn einer von ihnen meinen Versuch bemerkt hatte, einen zweitklassigen Magier nachzumachen, so sagten sie doch nichts. Luke schüttelte seinen Kopf. Du hast ihr Leben schon einmal total durcheinandergebracht. Wieso solltest du herkommen wollen und es wieder versuchen? Mein Herz schmolz. Luke hatte über mich gelesen. Das war so süß. Ich wedelte mit dem Kaffee über meinen Kopf. Leute? Kaffee? Luke griff nach den Bohnen. Ich setze die Kanne auf. Nein, ich mache es. Sie ist meine Frau. Ich weiß, wie sie ihre Bohnen gemahlen haben möchte. Ex-Frau, Luke starre ihn an. Weißt du überhaupt irgendetwas über sie? Es scheint mir, als seist du zu beschäftigt, Zeit mit deinen Produktionsassistentinnen und Groupies zu verbringen, um überhaupt Zeit mit Charlie verbringen zu können. Es war schäbig und traurig. Ich wollte nicht, dass Luke von all meinem Ballast erfuhr. Ich hatte mich damit begnügt zu denken, dass er über alles nur am Rande Bescheid wusste, aber es war offensichtlich, dass er viele der Details kannte. Was wusste er sonst noch? Ich schaute wieder auf meine Uhr. Wo blieben denn diese Bullen? Sie sollten lieber bald auftauchen, sonst würden sie am Ende einen ganz anderen Fall von Verbrechen aufklären müssen. Es war sehr gut möglich, dass Luke und Rex einander umbringen wollten. Luke schüttete die Bohnen in die Mühle. Rex schubste ihn aus dem Weg. Sie mag den Kaffee nicht so gemahlen, so Abtyp. Die Mühle ging laut an. Ein Springbrunnen aus Bohnen schoss in die Luft und flog dann rasselnd auf die Arbeitsplatte und den Boden. Luke drückte den Aus-Knopf und starte Rex an. Jetzt sieh doch, was du angerichtet hast. Rex startet zurück. Was ich angerichtet habe? Du hast doch den Deckel vergessen. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass wir so ein Kaffee-Desaster haben, nicht wahr, Charlie? Kannst du dich an das eine Mal in Monte Carlo erinnern, als wir in dieses kleine Café gegangen sind? Und du dich entschlossen hattest, einem Mädel ein Autogramm auf die Brust zu setzen? Ja, an den Trip kann ich mich nur zu gut erinnern, sagte ich, peinlich berührt, dass Luke da war und sich meine kindische Beleidigung mit anhören musste. Luke schaltete die Mühle an. Das Geräusch erfüllte den Raum. Rex schrie, um sie zu übertönen. Na ja, da war auch dieses eine Mal in Rio, als wir. Als du den ganzen Tag damit verbracht hast, mich zu versetzen, um Zeit mit einem jungen, heißen Popstar zu verbringen, das dich später wegen eines Schauspielers sitzen gelassen hatte, der aufgekreuzt war, schrie ich. Oh, wieso konnte ich bloß meinen Mund nicht halten? Ich wolle nicht, dass Luke irgendetwas davon hörte. Ich wolle es auch nicht wieder aufwärmen. Wieso konnten denn die Bullen jetzt nicht auftauchen und die Paparazzi verjagen, sodass Rex sich aus dem Staub machen konnte? Jedes Mal, wenn er sprach, war es wie ein Reflex, ihm widersprechen zu müssen. Alte Zeiten starben nur langsam. Blaulicht leuchte vor den Fenstern auf und ich atmete dankbar aus. Wir waren gerettet. Die Mühle stoppte und Luke drehte sich zu mir. Nimmst du Leitungswasser oder gefiltertes? Rex schnaubte. Siehst du? Du hast keine Ahnung, was sie mag. Er marschierte zum Kühlschrank und zog so heftig an der Tür, dass alles darin klirrte. Sie nimmt immer Gefiltertes. Naja, seitdem wir uns es leisten konnten. Hey, Charlie. Weißt du noch, als wir pleite waren und in dieser Wohnung gewohnt haben, die eine kaputte Spüle hatte und wir unsere Kaffeekanne im Bad auffüllen mussten? Ach, hör doch bitte auf, in Erinnerungen zu schwelgen. Es ist einfach nur armselig. Ich glaube, die Polizei ist hier, sagte Luke leise. Das Haus hatte dicke und robuste Wände, die den Lärm von draußen dämpften. Aber ich sah einen Kopf, der an meinem Wohnzimmerfenster auftauchte und ein heller Kamerabitz folgte. Rex begann zu applaudieren. Ich bin beeindruckt. So eine Art Presse kann man nicht kaufen. Ich marschierte zum raffinierten Knopf, der automatisch all die Jalousien im Haus runterfahren ließ. Dann stürmte ich rüber zum Fenster und zog die dicken Vorhänge zu. Luke und Rex folgten mir ins Wohnzimmer. Scheinbar war der Kaffee schon lang vergessen. Es klopfte an meiner Tür und ich schaute durchs Guckloch und öffnete sie dann. Ein uniformierter Polizist stand auf meiner Veranda. Er nickte. Wir haben sie alle vertrieben, Miss. Rufen Sie uns an, falls Sie wieder auftauchen sollten. Danke, Officer, sagte ich und schloss dann die Tür, lehnte mich gegen sie und versuchte, nicht zu weinen. Luke wich mit seinen Händen in der Luft zurück. Ich mache Kaffee. Als er verschwunden war, kam Rex auf mich zu. Komm schon, Baby. Es war doch nicht alles nur schlecht. Ich drückte meinen Nasenrücken mit meinen Fingern und kämpfte gegen den Kloss in meinem Hals an. Für dich? Natürlich nicht. Für mich? Ja, das war es. Ich möchte es nicht noch einmal durchleben und ich möchte dich jetzt auch nicht hier haben. Du hast sie gehört, sagte Luke, der wieder mit einem Tablett auftauchte, auf dem ordentlich eine Kaffeekanne und Tassen standen. Wieso gehst du also nicht einfach? Rex starrte mich an. Charlie, ich glaube, dass zwischen uns immer noch etwas ist. Wenn du wirklich möchtest, dass ich jetzt gehe, dann sag wenigstens ja und geh mit mir Mittagessen. Er rührte sich nicht vom Fleck. Ich gehe nirgendwo hin, bis du ja sagst. Weißt du, ich habe immer noch den Schlüssel zum Haus. Den hatte er? Ich knurrte. Ja, okay. Wir treffen uns am Freitag im Over the Moon zum Mittagessen. Würdest du jetzt wohl verschwinden? Er ging. Ich stand an der Tür und hielt meinen Atem an, bis der Ferrari aus der Auffahrt gefahren und aus der Sicht verschwunden war. Ich ging zurück und sah Luke dort stehen, die Hände in seinen Taschen. Das ist nur ein kleiner Teil davon, weswegen ich Bedenken habe, wieder zu daten, sagte ich und meine Stimme brach ein wenig. Luke zuckte zusammen, aber sein Blick hielt meinen. Ich verstehe, wie du dich fühlst, Charlie. Lass mich deine Küche aufräumen, damit du das nicht alleine machen musst. Ich widersprach nicht. Wir gingen in die Küche und er half mir, alles zu fegen und die Sauerei aufzuwischen und dann landeten wir irgendwie draußen auf der Veranda. Die dunkle Nacht war wieder still. Alles friedlich. Wir saßen in der Hängematte, schauten auf den Ozean und in die Sterne. Seine Hand fand meine, hielt sie und ich sah runter zu unseren verflochtenen Fingern. Unsere Hände sahen zusammen richtig aus. Ja, so richtig. Ich seufzte. Tut mir leid, dass du dir das alles anhören musstest. Er zuckte mit den Achseln. Ich arbeite bei einer so ab. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Die Sterne spähten hinunter, silbern und hell und der Ozean platschte sanft gegen das Ufer. Luke wusste, wie man alles wieder in Ordnung bringen konnte, ganz egal, wie verrückt die Dinge waren. Jetzt, da die Paparazzi weg waren, entspannte ich mich und war erschöpft. Ich schmiegte mich sogar eng an ihn heran. Hast du jemals eine deiner Freundinnen betrogen? Fragte ich. Niemals. Wenn in einer Beziehung etwas nicht funktioniert, dann beende ich die Dinge gleich, ehe ich mich wieder verabrede. Dann küßte er mich, ein langer und verweilender Kuss, von dem es mir warm in der Magengegend wurde. Ich lehnte mich an seinen Körper, fühlte mich sicher und beschützt. Nein, Luke würde niemals betrügen. Das wusste ich mit meinem ganzen Herzen. Seine Lippen streiften wieder meine und schickten Gänsehaut über meine Hände. Luke, flüsterte ich. Ja, Liebling? Ich bin froh, dass du heute Abend rübergekommen bist, sagte ich und drückte meinen Fuß gegen die Latten der Veranda, um die Hängematte in sanftes Schwingen zu bringen. Ich auch, flüsterte er und legte seine Wange an meine. Wir hingen in einem perfekten Kokon aus Wärme und Sternenlicht, mit der Meeresbrise, die über uns blies und der Hängematte, die uns vor- und zurückschaukelte. Dieser Moment war perfekt, und ich wünschte mir, er würde ewig dauern. Im Moment ignorierte ich all die Chancen, die gegen uns waren. Ich lehnte mich nur an Luke und heuchte dem besänftigenden Rhythmus des Ozeans und träumte von einem einfacheren Leben. Kapitel 19 In der Nacht habe ich nur sehr wenig Schlaf bekommen, aber als ich aufwachte, war ich aufgeregt. Egal, was in meinem Privatleben vorging, ich musste heute immer noch aufstehen und das tun, was ich beruflich liebte, Schauspielern. Ich hatte die Drehbücher letzte Nacht bekommen. Offensichtlich hatte es Maggie geschafft, die Wogen mit diesem Autor zu glätten. Entweder das, oder sie hatte unbeschreiblich schnell einen neuen Autor gefunden. Wie dem auch sei, Pieper war heute in einer Szene und sie hatte auch Text. Juchu! Ich duschte, zog mich an und lief nach oben, bereit, in den Tag zu starten. Aber als ich aufs Hauptgeschoss kam, lief ich geradezu in ein chaotisches Fiasko. Ich will, dass sie gefeuert wird. Ich will das jetzt. Es ist entweder sie oder ich, Maggie. Die ganze Besetzung und die Crew hatten sich um Adele versammelt und die meisten von ihnen schauten mit einer erschrockenen Faszination zu, so wie Menschen es tun, die zufällig an einem ganz schlimmen Unfallort vorbeigehen. Niemand bemerkte mich, was gut war, weil ich genauso von der Szene mitgenommen war. Adele stand da, schaute Roger und Maggie ins Gesicht und sogar aus meiner Perspektive musste man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu begreifen, wen sie gefeuert haben wollte. Das wäre dann wohl ich. Adele, du hast recht, Magies Stimme war cool und beruhigend. Mein Herz blieb stehen. Anna rutschte neben mich. Du spionierst auch, was? Ich spioniere nicht, log ich. Ich will da jetzt nur nicht reingehen. Würde ich auch nicht wollen, wenn ich du wäre. Adele flippt echt aus. Ich meine, ihr Kopf dreht sich nicht unbedingt auf ihrem Nacken oder so, aber es scheint, als sei sie da nah dran. Viel zu nah. Ich zog mich hinter die Tür zurück, um nicht gesehen zu werden. Die Crew hatte die Szene bereits aufgestellt und alles schien bereit für meine Rolle in der Szene zu sein. Wenn ich überhaupt dazu kommen sollte. So viel ich sehen konnte, würde Adele's Wunsch erfüllt werden. Ich habe online gelesen, dass dein Ex wieder in der Stadt ist, flüsterte Anna. Wax Rockwell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du ihn verlassen hast. Naja, es war kompliziert. Was ist denn bitte kompliziert daran, mit einem Rockstar verheiratet zu sein? Derart im Scheinwerferlicht zu stehen hört sich himmlisch an. Ich würde es lieben. Könntest du mich ihm vorstellen? Ich blinzelte. Wofür? Wofür? Er ist total heiß und ich wollte ihn schon immer mal kennenlernen. Ähm, wenn das für dich in Ordnung wäre, meine ich. Klar, ach, wieso denn nicht? Ich schaute zurück zur Szene, die sich auftat und ich zappelte. Was sollte ich tun? Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte nicht gefeuert werden. Ich wollte auch nicht diese Woche mit meinem Ex zum Mittagessen gehen oder das jemals wieder tun. Moment mal. Anna, ich sag dir was. Wenn du magst, kann ich dir ein unbeabsichtigtes Treffen mit Rex organisieren. Ich weiß zufällig, dass er am Freitag um ein Uhr im Over the Moon zum Mittag ist. Danke für den Tipp, Anna schlug ihre Arme um mich und drückte mich. Ich gehe da definitiv hin, um ihn zu treffen. Rex Workwell. Ich kann es kaum glauben. Du bist die Beste. Na sicher, ich schaute zu, wie sich Adele nach vorn lehnte, in einem leisen und wütenden Ton mit Roger sprach. Sie sah wunderschön aus und perfekt zurechtgemacht, wie immer. Wie sie sich bloß so dermaßen zusammenreißen konnte, wenn sie doch offensichtlich wütend war, war wirklich bemerkenswert. Ich wollte mir Notizen machen. Anna schmollte. Siehst du? Ich sagte doch, du würdest spionieren und du hast kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe. Ich winkte mit einer Hand ab. Tut mir leid, Anna, aber das hier ist wichtig. Ich kann sie nicht feuern, Adele, Magies Worte ließen mich aufspringen. Freude erfüllte mein Herz. Ich war doch nicht gefeuert. Die Chemie zwischen Pieper und Derek ist einfach viel zu gut. Die Wailings der ersten Episode sind durch die Decke gegangen. Jetzt lasst uns mit der Szene beginnen, Leute. Du bist dran, Mädel, Anna schubste mich und ich schoss dabei in den Raum. Ich raste in einen Mann hinein, der einen Mikroständer trug und murmelte eine kurze Entschuldigung. Ich drehte mich schnell im Raum herum, um dann mit Roger Angesicht zu Angesicht zu stehen. Ähm, guten Morgen, sagte ich, ein Lächeln erzwingend. Ich nehme an, du hast Adele gehört? Ja, gestand ich seufzend. Roger atmete aus. Sie hat herausgefunden, dass du eine ziemlich fette Rolle in einem Film angeboten bekommen hast und ist wütend. Es ist nichts Persönliches und sollte sich nicht auf deine Arbeit auswirken. Natürlich nicht, ich lief erhobenen Hauptes in die Garderobe. Ich tat, als würde ich die Blicke nicht sehen oder das Getuschel nicht hören, aber ich tat es. Wie konnte ich nicht? Sie waren viel zu offensichtlich. Als die McCoy-Bleute mit mir fertig waren, lief ich ans Set. Der Raum war umgestaltet mit sehr schönen und zarten Möbelstücken. Auch war der Raum mit Leuten gefüllt, die versuchten, aus dem Fokus der Kamera wegzubleiben, und jenen, die verzweifelt genau dahin wollten. Anna hielt die Seiten in der Hand und sprach die Worte aus, legte eine Serie von Ausdrücken auf ihr Gesicht, die komisch und überemotional waren, während ihr schwarm in der Soab, ein junger Typ, wessen Rolle Darien hieß, so tat, als würde er einen unsichtbaren Feind bekämpfen. Ihre Szenen mussten nach unseren kommen. Luke stand in der Nähe, sein Skript in der Hand. Er nickte, während er die Zeilen wieder lass. Ich machte mich zu meiner Markierung auf. Die Besetzung und die Crew schauten zu. Luke ging zu meiner Markierung und ich starrte ihn an, über Samstagabend nachdenkend. Wir waren vier Stunden lang in der Hängematte geblieben, bis er meine Schläfe küsste und mir gute Nacht gewünscht hatte. Solch ein Gentleman. Action, rief Roger. Luke und Adele begannen die Szene. Ich wartete auf mein Stichwort, meine Hände zitterten. Ich konnte meinen Text, aber als ich in den Raum kam, passierte etwas wirklich Merkwürdiges. Ich wurde richtig wütend. Adele war komplett unfair. Sie hätte nicht versuchen sollen, mich eines Traumes zu berauben, auf dessen Erfüllung ich so lange gewartet hatte, aber sie gab trotzdem ihr Bestes. Rex hätte nicht am Wochenende in meinem Haus aufkreuzen sollen und versuchen, sich zurück in mein Leben zu schlängeln. Die Paparazzi hätten nicht Fotos meines privaten Wohnorts machen sollen. Und der Typ, der mich und Luke nach Hause gefahren hatte, hätte nicht den verdorbenen Fisch in seinem Auto lassen sollen. Ich lief rein und auf meine Markierung zu. Adele drehte sich zu mir. Ihre Augen leuchteten triumphierend auf und ihre rot angemalten Lippen öffneten sich. Oh, da bist du ja, Pieper. Ich wollte dich gerade herrufen. Wirklich? Wieso? Weil du jetzt vielleicht auf Bewährung draußen bist und denkst, dass du mit einem Mord davon kommst, aber Derek kennt jetzt die Wahrheit über dich, verkündete sie in einem triumphierenden Ton. Was hast du ihm erzählt, Katrina? Luke schritt nach vorn, sein Gesicht trug einen Ausdruck von Anspannung und Belastung. Sprich mit mir, Liebes, sagte er mit beklommener Stimme. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Ich habe ihren Mann nicht umgebracht. Du kennst mich, Derek. Ich würde niemals jemanden töten. Adele zeigte mit ihrem rot angemalten Fingernagel auf mich. Lügen. Lügen und Täuschung. Das ist alles, was du zu bieten hast. Du hast meinen Geliebten getötet und das werde ich dir niemals vergeben, sagte sie, ihre Schultern zitterten und dann krümmte sie sich schluchzend zusammen. Luke ging zu ihr und legte seinen Arm um ihre zitternde Schulter. Es wird schon alles gut, Katrina. Ich verstehe, wie schwer du es jetzt hast. Ich weiß, du willst Gerechtigkeit. Ich will Sebastian zurück und ich werde ihn niemals zurückbekommen, weil sie ihn ermordet hat. Sie schaute nach oben und richtete diesen steifen Finger auf mich. Bring sie wieder zurück ins Gefängnis, bitte. Du weißt, das kann ich nicht machen, sagte Luke und kam näher an mich heran. Die Beleuchtung brachte sein sandblondes Haar zur Geltung, was auf eine sexy Weise nach hinten gekämmt war. Ich glaube nicht daran, dass sie Sebastian ermordet hat. Sag mir, dass du das nicht getan hast, Pieper. Wieso nennst du sie Pieper? Ich sagte dir, ihr Name ist Jenny. Sie ist Sebastians lang verschollenes, geliebtes Kind. Er hat nie sein Testament geändert, nachdem wir geheiratet hatten und Jenny wusste, sie würde nach seinem Tod alles erben. Deswegen hat sie ihn ermordet, um an das Geld zu kommen. Er drehte sich zu mir. Ist das wahr? Bist du wirklich Sebastians Tochter? Ja, aber das habe ich erst eine Woche vor seinem Tod erfahren. Meine Mutter hat die Wahrheit vor mir geheim gehalten. Ich wollte es dir sagen, aber er flehte mich an, es für mich zu behalten, ich sah von Adele zu Luke und umgekehrt, hielt meine Hände in einer flehenden Geste. Meine Augen brannten, als ich pausierte. Ich habe Sebastian, meinen Vater, nicht ermordet. Du musst mir glauben. Pieper, oder ist es Jenny? Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, dass du Sebastians Tochter bist? Du hast das vor mir geheim gehalten und jetzt kann ich dir nicht mehr glauben. Ich schluckte, heiße Tränen entflohen meinen Augen und liefen meine Wangen runter. Meine Mutter und ich mussten auf der Straße leben, dank ihm. Wir hatten nichts. Ich wollte nicht, dass du so von mir denkst, dass du mich bemitleidest. Alle dachten, Sebastian wäre ein guter Mann und dabei hatte er noch eine andere Familie. Er wollte mich einfach nur nicht. Lukas Augen füllten sich mit Tränen. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest. Ich habe nie begriffen, wie schwer du es doch hattest und ich wünschte, ich hätte für dich da sein können. Du lässt sie an dich herankommen, rief Adele und griff sich Lukes Arm. Sie hatte ein Motiv. Bring sie wieder in Haft. Ich verlange Gerechtigkeit. Ich zeigte mit dem Finger auf Adele und verlieh in diesem Moment meiner ganzen Wut Ausdruck. Katrina ist die Lügnerin. Und die Mörderin. Ich habe Beweise. Ich zog die Kamera heraus und hielt sie ihm hin. Ich habe das hinter ihrem Safe gefunden, als ich geputzt habe. Ich hätte es dir früher geben sollen, Derek. Aber sie tat mir leid, weil er sich wieder mit meiner Mutter getroffen hatte, nachdem er Katrina geheiratet hatte. Adele schnaufte. Davon weiß niemand. Luke nahm die Videokamera und spielte eine Streitszene ab. Katrina, das bist du. Du hast Sebastian in der Nacht die Treppe runtergeschubst. Es ist alles da, auf Video. Lass mich das sehen, sie vergrub ihr Gesicht in den Kamerabildschirm, als wir auf Zurückspulen drückten. Das bin nicht ich. Ich würde niemals so ein geschmackloses Kleid tragen. Dieser neue Beweis zeigt deine Schuld und dass du Sebastian ermordet hast, ergriff sich Adele und legte ihr Handschellen an. Du hast deinen Ehemann ermordet. Was genau denkst du, dass du da tust, schrie Adele. Zu guter Letzt mache ich das Richtige. Adele zerrte sich von Luke weg und trottete auf mich zu. Ich wich zurück und sie stolperte über ein Sitzkissen. Sie fiel hin, heulend und strampelnd. Meine Augen wölbten sich. Ich reichte ihr meine Hand, um ihr wieder nach oben zu helfen, aber sie klatschte sie weg. Ich war es nicht, Derek. Ich schwöre. Sie war es, Adele heulte, als Luke ihr auf die Beine half und begann, ihr ihre Rechte aufzusagen, während er sie aus der Szene schleppte. Was ist los? Sie sollte es sein. Nicht ich. Sie. Luke brachte Adele weg, als die Tür sich öffnete und der Schauspieler, der den anderen Detective, Travis Daring, spielte, hereinkam. Nicht so schnell, Derek, sagte er. Wir haben neue Beweise in diesem Fall. Was meinst du, Travis? Travis machte eine dramatische Pause und sagte dann, es liegen Beweise vor, dass die beiden, Katrina Holloway und Jenny Holloway, sich gemeinsam verschworen haben, Sebastian zu ermorden. Und wir haben auch jemanden, der das bezeugen kann. Schnitt, rief Roger. Dann lief er rüber zu Adele und Luke und sagte leise etwas zu ihnen. Luke nickte und schnellte dann aus dem Raum. Adele ging ebenfalls und dann kamen die Autoren zu Roger und sprachen in einem leisen, aufgeregten Ton. Einer von ihnen gestikulierte einige Male großartig, und ich knurrte innerlich. Ich hatte keine Idee, was da vor sich ging, aber ich befürchtete, dass egal, worüber sie sprachen, es mich einen schrecklichen Seifenoperntod sterben lassen würde. Roger beendete das Gespräch mit den Autoren und kam wieder zu mir. Geh nicht, Charlie. Wie bitte, ich blinzelte, fragte mich, was er wollte. Hatte er auch gehört, dass mir eine Rolle in Cherry's Jubilee angeboten worden war, unten in Los Angeles? Ich möchte in ein paar Minuten mit dir reden, also geh bitte nicht weg. Natürlich wollte er mit mir reden. Die Autoren hatten wahrscheinlich fröhlich einen Weg gestaltet, wie mich Adele die Klippen runter in den Ozean stößt. Und da dies mein Haus war, wollte er vielleicht Tipps bezüglich der besten Location dafür haben. Ich hoffte wirklich, Pieper Jenny würde überleben. Kapitel 20 Roger Abbott informierte mich darüber, dass die Autoren zwischen mehreren Szenen hin- und hergerissen waren, also wollten sie jede Szene gespielt sehen, damit sie Entscheidungen über die Chemie und so treffen konnten. Daher arbeiteten Luke, Adele und ich den ganzen Tag. Da Pieper auf Bewährung draußen war, musste sie nicht zurück ins Gefängnis und ich wollte jubeln. Orange steht mir ganz und gar nicht. Ich schaffte es, ein halbes Sandwich zwischen den Aufnahmen zu verdrücken, aber als wir für den Tag fertig waren, starb ich vor Hunger. Luke lief nach Drehschluss auf mich zu. Wie wär's mit Abendessen? Hört sich perfekt an, ich strahlte wegen der Einladung, weil Zeit mit Luke zu verbringen sich wie die perfekte Weise anhörte, einen erschöpfenden aber belohnenden Arbeitstag zu beenden. Ich war heute von deiner Szene beeindruckt, als Derek enthüllte, dass er Polizist geworden war, weil sein Vater erschossen und getötet worden war, während er an der Familientankstelle gearbeitet hatte. Sehr emotional. Danke, lächelte Luke, seine Augen leuchteten auf, als hätte ich ihm gesagt, er hätte einen Academy Award gewonnen. Zum Abendessen bietet der Zimmerservice im Inn in Blue Moon Bay einen Picknickkorb mit einer Flasche Wein an. Wir könnten ein ruhiges Abendessen unten am Strand haben? Ich stieß ihn mit meiner Hüfte an. Hört sich an, als hättest du das alles gut geplant. Er zwinkerte. Erwischt. Lass mich schnell das Sinn anrufen und den Abendessenkorb reservieren und wir können los. Eine Stunde später kamen wir am Inn in Blue Moon Bay an. Wir schlenderten durch die bekannte Lobby, einem Ort, an dem ich sehr viel Zeit verbracht hatte, während ich aufgewachsen war. In der Higgs-Schul ließ uns Wendys Oma immer hier übernachten und unsere enge Bande nutzte das natürlich so gut es ging aus. Auch wenn Wendys Oma vor einigen Monaten verstorben war, konnte ich sie fast immer noch hier zwischen diesen hellblauen Wänden spüren, wie sie uns hausgemachte Kekse anbot. Auf eine Art war sie streng gewesen, aber gleichzeitig sehr nett und liebevoll. Wendys Bruder Brian stand an der Rezeption und begrüßte uns, als wir durchliefen. Er gab Luke den Essenskorb und eine Picknickdecke, tauschte einige fröhliche Höflichkeiten mit uns aus und dann machten Luke und ich uns über die hintere Veranda zum Strand auf. Ich lächelte, während wir die alte Treppe zum Schild hinunterliefen, auf dem die Legende von Blue Moon Bay geschrieben stand. Hast du die Tafel schon gesehen? fragte ich. Luke schüttelte seinen Kopf. Ich habe aber von ihr gehört. Ich habe am Wochenende hier am Pool Max getroffen. Er erzählte mir, dass er und Wendy sich an der Stelle am Strand getroffen hatten, in der Nähe der Tafel, auf der die Legende geschrieben steht, und dass sie sich an genau der Stelle unter einem blauen Mond geküsst hatten, was bedeutete, dass sie für immer ineinander verliebt bleiben würden. Tolle Legende. Das ist sie wirklich, ich sprang von der letzten Stufe und landete am Strand. Der Sand wälzte sich unter meinen Füßen. Wir zogen unsere Schuhe aus, um besser laufen zu können. Als Wendy und ich noch klein waren, versteckten wir uns mit unseren Freunden an den Nächten von blauen Monden und warteten auf Leute, die vorbeikommen und sich genau dort küssen würden. Haben das viele Menschen gemacht? Ich schüttelte meinen Kopf. Ich nehme an, wir wussten nicht, wie ernst die Menschen die Legende auffassten. Wir dachten ernsthaft, dass jeder, der jemanden mochte, die Person hier draußen an einer der Nächte küssen könnte und sie wären dann für immer glücklich. Das ist aber nicht das wahre Leben. Wir schlenderten rüber zum verwitterten Denkmal, das sich an die Klippe lehnte, mit der Tafel, auf der die Geschichte der Legende von Blue Moon Bay geschrieben stand. Luke fuhr mit seinen Fingern über die bronzefarbenen Buchstaben auf der Tafel. Liest du mir die Legende vor, Charlie? Ein Kuss, genau hier unter dem blauen Mond, führt zu einer Liebe, die für immer hält, mein Magen flatterte. Ich begreife gerade, dass ich die Legende noch nie laut vorgelesen habe. Vielleicht sollte es ja so sein, dass du sie mir laut vorliest, er sah zu mir nach unten mit diesen blaugrauen Augen, sanft und aufrichtig. Er legte seinen Arm um mich. Aufregung schoss mir durch die Adern, als ich auf die Tafel sah. Erfahrt die Geschichte zweier junger Menschen, der Tochter von Einheimischen und des Sohnes von Urlaubsgästen, die sich an genau diesem Strand hoffnungslos ineinander verliebten. Das kann ich mir vorstellen, flüsterte Luke. Sein Atem war warm auf meinem Ohr und brachte meinen Magen dazu, Purzelbäume zu machen. Keine Ablenkungen mehr, wenn du möchtest, dass ich dir das vorlese, scherzte ich. Ich lenke dich ab, fragte er, seine Finger fuhren sanft über meinen Arm. Ich bekam eine Gänsehaut. Als ihre Eltern von deren Beziehung erfuhren, verboten sie ihnen, sich weiterhin zu treffen. Seine Eltern meinten, die Tochter aus einer Arbeiterfamilie sei unter dem Niveau ihres Sohnes, und ihre Eltern befürchteten, der Skandal könne ihr Geschäft ruinieren. Aber in der Nacht, bevor die Familie zurück nach Hause fuhr, schickte der Sohn eine Nachricht an die Tochter und sie trafen sich hier unter den Sternen. Sie hatten sich geschworen, ein Jahr lang aufeinander zu warten, bis er 18 und ein Mann werden würde, solange könnten sie sich heimlich schreiben und er würde sich schon einen Weg einfallen lassen, wie sie zusammen sein könnten. Die junge Frau wusste, dass ihre Eltern das niemals zulassen würden. Sie gehorchte ihren Eltern immer und war nie stark gewesen, sich gegen deren Wünsche zu stellen, nicht einmal für die vollkommene Liebe, die sie mit ihm teilte. Mit gebrochenem Herzen verabschiedeten sie sich an genau dieser Stelle voneinander. Ein blauer Mond hing am Nachthimmel und strahlte auf ihren letzten Kuss hinunter, als sie sich versprachen, sich für immer zu lieben und sich niemals zu trennen, wie sie es tragischerweise taten. Er legte für einen Moment seinen Kopf auf meinen. Zu Hause in Florida gibt es einen Baum, der deiner Legende von Blue Moon Bay irgendwie ähnlich ist. Unser Märchen behauptet, dass wenn man seine Namen in diesen bestimmten Baum einritzt, man für immer zusammen sein würde. Wirklich, fragte ich und tippte die Decke an, die er unter seinem Arm gehalten hatte. Meine Knie waren weich geworden und ich musste mich ganz schnell hinsetzen. Luke gab mir eine Ecke der Picknickdecke, nahm das andere Ende und wir falteten sie aus, befestigten das steife Material mit Haken, die im Korb waren. Dann setzten wir uns hin und Fragen durchdrangen mein Gehirn. Hast du deinen Namen jemals in diesen Baum geritzt? Ich biss mir auf die Unterlippe, unsicher, ob ich die Antwort wirklich hören wollte oder nicht. Ja, antwortete er. Oh, das Einwortgeständnis stieß mir einen Dolch durchs Herz. Ich beneidete das Mädchen, wer auch immer sie gewesen war, aber ich erinnerte mich selbst daran, dass das zu seiner Vergangenheit gehörte. Ich meine, hallo? Ich war mal verheiratet. Ich sollte mir keine Gedanken wegen einer alten Freundin machen. Aber wenn Luke deren Namen in diesen Baum geritzt hatte, bedeutete das, dass er sie geliebt hatte und das war meilenweit von dem entfernt, wo wir uns gerade befanden. Ich versuchte, mich beschäftigt zu halten und nahm die versiegelten Essensbehälter, die Teller und das Besteck heraus. Ähm, was ist denn mit euch beiden passiert? Christine und ich kannten uns noch von zu Hause. Einmal, nach dem College, war ich zum Besuch nach Hause gefahren und sie war auf einer Party. Wir kamen ins Gespräch und naja, schließlich darteten wir. Ich war zwei Wochen dort und in den zwei Wochen war viel passiert. Wie etwa, dass wir unsere Namen in den Baum geritzt hatten. Er griff nach dem Wein und dem Korkenzieher, öffnete die Flasche und schenkte uns dann jeweils ein Glas ein. Ich nahm das Glas Weißwein an, versuchte, locker zu wirken, auch wenn ich es kaum erwarten konnte zu hören, was mit denen beiden passiert war. Und dann? Er nippte an seinem Wein, starrte in Gedanken verloren auf die Meereswellen. Ich wollte, dass sie nach New York kommt, wo ich gearbeitet hatte, aber sie war in ihrem Abschlussjahr auf dem College und konnte nicht mehr wechseln. Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht, hin und her zu fliegen, und sie auch. Ein Blick auf sein Gesicht verriet mir, dass sein Gehirn zu dem Teil ihrer Beziehung gewandert war, an dem was schiefgelaufen war. Ich nahm seine Hand. Hört sich so an, als hätte es funktioniert? Die Entfernung hat uns zerstört, seine Stimme war eisern und er drückte meine Hand. Menschen leben sich auseinander, wenn sie keine Zeit miteinander verbringen. Jetzt weiß ich, dass wir alles hätten sofort beenden sollten. Ich lasse mich nie wieder auf eine Fernbeziehung ein. Ein Schauer lief mir den Rücken hinauf. Wenn ich mich entschließen sollte, die Rolle in Los Angeles anzunehmen, würde Luke das mit uns beenden? War das nicht, was er eben gesagt hatte? Bei dem Gedanken drehte sich mir der Magen. War die Entfernung für dich und Rex jemals ein Problem? Nein, aber seine wandernde Augen waren ein Problem, spaßte ich und wartete auf den Stich von Schmerz, der immer kam, wenn ich an Rex' Untreue dachte. Aber etwas Merkwürdiges passierte. Statt mich verletzt zu fühlen, blubbärte ein Lachen aus mir heraus. Wenn ich so zurückblicke, hätte ich das mit uns sofort beenden sollen, als ich herausgefunden habe, dass er mir untreu war. Ich habe viel zu lange in Verleugnung gelebt. Sein Blick wurde finster. Ich bin mir sicher, es wäre eine schwierige Entscheidung gewesen, die Ehe zu beenden. Ich nickte. Ich hatte aufgehört, so zu tun, als würde ich seine Gesangskarriere unterstützen. Ich wollte ihn unterstützen und ich dachte, er würde dasselbe für mich machen, dass wir beide unsere Träume wahr werden lassen würden. Luke legte sein Glas zur Seite. Er legte das knusprige Fried Chicken auf unsere Teller und legte auch noch weiches, lecker aussehendes Brot und cremigen Kartoffelsalat dazu. Er schaute zu mir rüber. Du musst ja zuerst glücklich gewesen sein, da du ihn ja geheiratet hast. Was hat sich verändert? Ehrlich? Ich glaubte mal, dass der Ruhm ihn verändert hatte. Aber er hatte schon immer ein großes Ego, schon in der Higgs-Schul, ich versenkte meine Gabel im Kartoffelsalat. Ich war jung und verliebt. Ich hatte das, was Rex und ich hatten, mit etwas Tieferem verwechselt. Ich hatte ihm geglaubt, als er sagte, dass ich mit meiner Schauspielerei später drankommen würde. Aber er hatte das Interesse an dieser Hälfte unserer Abmachung verloren. Verstehe, er biss in das Hähnchen und kaute nachdenklich. Möwen flogen vom Himmel herunter, gierig auf unser Abendessen und sie liefen im Sand herum. Die Außenbelüchtung des Inns ging an, beleuchtete die Treppe und die Pfosten neben den Strandmöbeln bei den Klippen. Der zunehmende Mond stieg in den dunkel werdenden Himmel. Das Ufer war friedlich. Es wurde merklich kühler und auch wenn mein Sweater warm war, konnte ich ein Kältegefühl sich darunter einschleichen fühlen. Ich fröstelte. Luke kam näher zu mir ran. Wir saßen Seite an Seite, unsere Teller auf unseren Schößen. Wir aßen unser Abendessen und warfen den Möwenkrümel zu, auch wenn wir wussten, dass sie das nur dazu ermutigte, uns zu belästigen. Luke warf seinen Kopf nach hinten. Schau dir den Mond an. Ich schaute hinauf in den Himmel, wo der Mond voll und üppig stand und silbern strahlte. Kein blauer Mond, da es gestern keinen Vollmond gab, aber ein perfekter Mond für uns. Ich atmete alles ein und fühlte mich entspannter und glücklicher, als ich mich seit Ewigkeiten gefühlt hatte. Ich möchte dir etwas sagen, Charlie. Ich drehte mich zu ihm. Was denn? Ich war noch nie imstande dazu, mich so für eine Frau zu interessieren. Ich war immer viel zu vorsichtig oder ängstlich oder immer noch verletzt gewesen. Aber mit dir fühle ich mich wie, er machte eine Pause, als suchte er nach den richtigen Worten. Er beendete den Satz aber nie. Stattdessen nahm er mich in seine Arme und zeigte es mir. Er neigte seinen Kopf und presste seine Lippen auf meine, für einen Kuss, der all die Dinge sagte, die ich fühlte, und noch viel mehr. Der Duft des Ozeans vermischt mit dem köstlichen Duft seines Aftershaves. Die Brise blies meine Haare um unsere Gesichter, aber keinen schien das zu kümmern. Seine Hände strichen entlang beider Seiten meines Gesichts, ließen es in meiner Brust prickeln und mich geschätzt fühlen. Das war der süßeste, romantischste Moment, den ich jemals erlebt hatte. Er vertiefte den Kuss, lehnte mich nach hinten auf den Sand und seine Brust traf meine. Ich konnte das irre Pochen unserer Herzen spüren. Er drückte seine Zunge auf meine Lippen, spreizte sie und ich schmeckte ihn immer wieder von Neuem. Die Vögel sangen im rauen Chor, ein Kontrapunkt zum sanften Meeresflüstern, und der Mond strahlte auf uns hinunter, badete uns in seinem silbernen Licht. Das sanfte Licht wurde plötzlich ganz hell, in schneller Folge blitzte es auf einmal. Wir unterbrachen den Kuss und drehten uns in Richtung der Lichter, Staaten benommen, während die Blitzlichter um uns herum überall auf dem Strand aufhellten, und die Möwen lärmend die Flucht ergriffen. Oh, nein! Die Paparazzi hatten uns gefunden. Ich versuchte aufzustehen, aber der Sand rutschte genau dann, als ein Blitz aufleuchtete. Ich fiel nach hinten, genau in Lukas Schoß. Geht es dir gut? Flüsterte er. Nein, antwortete ich. Weil es mir nicht gut ging. Die Kameras schossen weiter und die Nacht verwandelte sich in einen Horror von hellem Licht und schreienden Stimmen. In der Legende von Blue Moon Bay hatte man nirgends mit dem Eindringen der Medien gerechnet. Und unser wunderschöner, privater Moment war ruiniert. Einfach so. Kapitel 21 Frankis Fiesta war bereits voll, als ich am Freitagabend dort ankam. Das heitere und farbenfrohe Dekor zauberte mir ein Lächeln auf die Lippen, sowie auch die tanzenden Menschen vor der klitzekleinen Bühne, wo die Mariachi-Band manchmal aufgestellt war. Sie schienen so sorglos. Und das war etwas, was Menschen als selbstverständlich ansahen, da sie ja nicht von Paparazzi verfolgt wurden, die nur darauf warteten, von jedem Moment ihres Lebens einen Schnappschuss zu machen. Die Hostess, eine hübsche, junge Frau mit dunklem Haar, fragte mich, ob ich einen Tisch wollte, als ich Olivia, Wendy und Megan neben dem Billardtisch erblickte. Nein, danke. Ich sehe schon meine Freundinnen. Ich zeigte in deren Richtung und die Hostess nickte und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf die Leute hinter mir. Meine Absätze klickten auf den großen Kacheln, während ich mich auf den Weg zu den Billardtischen machte. Aufpassen, rief jemand. Ich sprang gerade noch rechtzeitig zur Seite, um nicht den großen Krug mit Margaritas aus Wendys Herd zu schlagen. Sie grinste mich an. Du kommst gerade rechtzeitig. Die Margaritas sind im Angebot, zwei für den Preis von einem. Ich schaute auf die schäumende grüne Mischung im Krug. Und wo ist denn die andere? Ihr blödes Grinsen verriet mir, ehe sie es ausgesprochen hatte. Wir haben sie schon getrunken. Ich habe noch vier Gläser bestellt. Freut mich, dass du dich zu uns gesellt hast, aber du hast was nachzuholen, während wir Olivias neuen Vertrag feiern. Die Musik hielt an und begann dann wieder mit einem wirbelnden Strudel von Klang, der nichts dazu beitrug, meine Anspannung zu lösen. Mein Blick schoss herum, hielt Ausschau nach den Paparazzi, während ich Wendy zum Billardtisch folgte. Sie stellte den Krug auf einen kleineren Tisch in der Ecke. Ein Körbchen mit Blaumeisschips und eine halbleere Schüssel Salsa standen auch da. Ich nahm einen Tortillerchip, als Wendy einen guten Schluck der Margarita in ein Glas goss und es mir gab. Megan schaute mich lange an. Ich hätte dich fast nicht erkannt. So ohne Hut oder Sonnenbrille. Auch ohne Schal. Was hat es damit auf sich, fiel Olivia ein. Ich stopfte mir den Chip in den Mund und hoffte, es würde etwas vorfallen, was sie ablenken würde, während ich kaute. Das Glück hatte ich nicht. Dem Chip folgten ein großer Bissen Tarte und die leckere Margarita. Verkleidungen scheinen mir irgendwie sowieso nichts Gutes zu tun. Das denke ich auch, Olivia rümpfte die Nase. Diese sexy Fotos von dir und Luca am Strand sind überall. Sie hatten die Fotos also gesehen. Na toll. Ich hob das kühle Glas in die Luft. Ein Toast auf keine Privatsphäre. Und darauf, dass man nichts dagegen machen kann. Olivia drückte meinen Arm. Wenigstens ergibst du dich ihnen nicht, indem du dich versteckst, richtig? Ich räusperte mich. Richtig. Wendy gestikulierte hinter Megan. Hey, ich glaube, diese Jungs warten auf einen Billardtisch und auf euch beide, sie schaute Olivia und Megan zärtlich an. Wir hängen hier sowieso umsonst rum. Lasst uns in eine Nische gehen, damit wir reden können. Olivia zog die Hostess zur Seite und besorgte uns eine Nische im hinteren Teil, wo es ruhiger und privater war. Sie bestellte uns auch mehr von den Margaritas, den Chips und der Salsa. Ich studierte kurz die Speisekarte, versuchte mich zu entscheiden, ob ich Hunger hatte. Mein Magen war schon die ganze Woche über ganz verknotet. Ich stellte die Speisekarte ab. Wie läuft es mit dem Inn? Wendy tunkte einen Chip in die grüne Tomatensalzer. Oh, wir sind komplett voll. Brian arbeitet wirklich hart. Wusstest du, dass er sich vorgenommen hat, die Zäune und die Stühle zu schnitzen? Ich wusste ja, dass er mit dem Holz sehr gut umgehen kann, aber ich hätte nie gedacht, dass er dabei auch noch so kreativ sein würde. Er war schon immer talentiert, fügte Megan hinzu und nahm einen Schluck ihrer Margarita. Ein kleines Lächeln entfloh meinen Lippen. Naja, ich kann mich schon daran erinnern, wie er den Zaun für uns repariert hatte, als wir uns das eine Mal aus der Higgs-Schule geschlichen hatten. Olivia stolperte an der Treppe und haute ein Stück Holz raus. Olivia schaute mich spöttisch an. Ich bin gestolpert, weil du kalte Füße bekommen hattest und genau vor mir stehen geblieben warst. Du warst so besorgt darüber, dass Wendys Oma uns erwischen könnte und unsere Eltern anrufen. Ich spottete. Megan hatte gesagt, sie hätte Wendys Oma den Gang entlang kommen gehört. Megan wurde rot und versuchte, sich hinter ihrem Glas zu verstecken. Ich dachte wirklich, ich hätte sie kommen hören. Ein Kellner kam und nahm unsere Bestellungen an. Ich entschied mich für einen Burrito, auch wenn ich nicht wirklich Hunger hatte. Ich konnte es ja immer noch einpacken lassen und mitnehmen. Als der Kellner ging, hob Olivia ihr Glas in die Luft. Danke, dass ihr heute Nacht mit mir feiert. Euch sitzt die neue Eventplanerin für die Wohltätigkeitsveranstaltung der Blue Moon Bay Bibliothek gegenüber. Wir jubelten alle, stießen mit unseren Gläsern an und nahmen einen Schluck. Ich liebte es, wie wir einander unterstützten und unsere Errungenschaften feierten. Ich war mir nicht mehr sicher, wie ich es all die Jahre ohne meine besten Freundinnen ausgehalten hatte. Ist diese Wohltätigkeitsveranstaltung ähnlich dem Kürbisfestival? fragte Wendy. Olivia schüttelte ihren Kopf. Es ist eine glamouröse Abendveranstaltung und ich werde wie verrückt Werbung machen, um sicherzustellen, dass alle hohen Tiere mit tiefen Geldbeuteln dort auftauchen. Unser Ziel ist die komplette Renovierung der Bibliothek. Es wurde mir warm ums Herz. Das ist aufregend. Lass mich wissen, wenn du ein Banner oder etwas für die Veranstaltung brauchst. Ich opfere gerne meine Zeit für solch einen guten Zweck, sagte Megan. Ich spielte mit meiner Gabel herum und wünschte mir, ich könnte etwas für die Renovierung der Bibliothek spenden. Designst du immer noch gerne Websites, Megan? Sie nickte. Das macht mir wirklich Spaß. Es ist nur, dass ich zwischen der Arbeit und dem Kleiderladen keine Zeit mehr zum Malen habe. Das ist aber schade, Wendy machte eine Pause, als unser Essen kam, dann ging der Kellner weg und sie lehnte sich wieder nach vorn. Du hast doch früher immer gemalt. Im Zimmer meiner Oma hängt immer noch ein Bild einer Meereslandschaft. Man sollte sich definitiv Zeit nehmen, Dinge zu tun, die man liebt, fügte Olivia hinzu. Meganes Stirn runzelte sich. Ich habe die Zeit aber nicht. Glaub mir, ich wünschte, ich hätte sie. Erstaunt von der Note von Verbitterung in ihrer Stimme, legte ich meine Hand über ihre. Du findest schon einen Weg. Halt nur die Ohren steif, ich ließ los, als sie mich anlächelte. Ich versuche gerade selbst, einige meiner Karrierefragen zu klären. Ich liebe das Schauspielern. Ich hasse nur das Scheinwerferlicht. Megan schnippte mit den Fingern. Du hast dich doch früher nach den Scheinwerfern gesehnt. Ich kann mich erinnern, als du uns dazu überredet hattest, nach Los Angeles zu fahren und die Stars zu sehen, die in den Universal Studios in Hollywood Autogramme gegeben hatten. Wendy tippte mit ihren Fingern auf dem Tisch. An die Zeiten kann ich mich auch noch erinnern. Du hattest immer gesagt, du wolltest ein Star sein. Damals hattest du es genossen, dich mit ihnen zu umgeben. Ich hutschte auf meinem Stuhl hin und her. Ich dachte, dass berühmt zu sein bedeutet, keine Probleme zu haben. Stattdessen hat man immer noch die gleichen Probleme wie alle anderen, nur, dass diese Probleme in den Medien breitgetreten werden und alle anderen sie mitbekommen. Nein, berühmt zu sein ist wirklich nicht das, als wasen es angepriesen wird. Nicht einmal annähernd. Wendy schluckte den Bissen der Fajita, den sie sich soeben in den Mund geschoben hatte. Mit Rex zusammen zu sein war nicht das, als was es angepriesen worden war. Luke dagegen scheint ein echt netter Kerl zu sein. Er ist bodenständig und romantisch, mit diesem Picknick-Dinner am Strand, was er da für dich organisiert hatte. Megan klatschte sich in die Hände. Strandpicknick? Na, der hat es drauf. Olivia nickte. Das ist wahnsinnig romantisch. Ich dachte an das Picknick am Strand und wie ich Luke geküsst hatte. Es war der perfekte Abend, bis die Paparazzi ihn ruiniert haben. Jetzt sind Fotos von mir und Luke, wie wir miteinander rummachen, überall im Internet. Definitiv nicht romantisch. Die Band machte eine Pause und aufgenommene Musik kam durch die Lautsprecher. Wendy legte ihre Gabel ab. Du und Luke scheint sowohl vor als auch der hinter der Kamera toll miteinander zu funktionieren. Da ist schon etwas. Möchtest du das wirklich verpuffen lassen, ohne es wenigstens zu versuchen? Meine Abwehrhaltung verstärkte sich. Ich habe es ja versucht und das hat dazu geführt, dass ich aus einem Restaurant in einer Schürze und einer Kochmütze rausgeschmuggelt wurde und auf den Hintersitz eines Autos mit einem tagealten Fisch darin gestopft wurde. Olivia kicherte. Na, das ist doch mal eine urkomische Geschichte, die du mal deinen Enkeln erzählen kannst. Sehr lustig, witzelte ich, aber der Gedanke daran, dass Luke und ich Kinder und Enkel haben könnten, war ein Szenario, das ansprechend auf mich wirkte. Lustig, wie ich mir noch nie vorgestellt hatte, mit Rex Kinder zu haben. Da gibt es aber ein Problem. Wisst ihr noch, die Rolle, die mir in L.A. angeboten wurde? Naja, Luke und seine Ex hatten sich nach einer Fernbeziehung getrennt. Er hat mir erzählt, dass er sowas nie wieder mitmacht. Das ist nicht fair, sagte Wendy. Er mag das ja vielleicht theoretisch denken, aber wenn du ihm erzählen würdest, wie viel die Rolle dir bedeutet, würde er vielleicht seine Meinung ändern. Olivia drehte ihren Kopf. Du hast doch nicht vor, die Rolle sausen zu lassen, oder? Ich faltete meine Hände. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das könnte dein Durchbruch sein, der zu weiteren großen Rollen führt, betonte Olivia. Ich nickte. Ja, aber Luke und ich bauen wirklich eine Verbindung auf. Meine Gefühle sind, ich weiß es nicht genau. Aber wenn ich mit Luke zusammen sein möchte, kann ich nicht in Los Angeles sein, während er in San Francisco ist. Und ich muss in L.A. sein, um die Rolle spielen zu können. Es ist also eine Entscheidung zwischen Luke und dem Film. Olivia schmiss ihre Serviette auf den Tisch. Du kannst wegen eines Typen nicht deine Karriere aufgeben, nicht einmal, wenn er so toll ist wie Luke. Du bist eine Schauspielerin und diese Rolle ist deine Chance. Wegen Rex hattest du deine Träume hinten angestellt, aber jetzt ist es deine Entscheidung. Okay, ich verstehe ja, was Olivia sagt, aber ich denke auch, dass du dir die Frage stellen musst, die auch ich mir gestellt habe. Oh. Ich bereitete mich vor, weil ich bereits wusste, was kommen würde. Wendy zwang mich, meinen Blick abzuwenden. Was ist dir wichtiger, Charlie? Eine Karriere oder die Liebe? Da war es. Der ganze Kern des Dilemmas. Ich wollte beides. Kapitel 22 Während des Wochenendes verdrängte ich mein Dilemma aus dem Kopf. Luke nahm mich mit zum Segeln in der Bucht, was eine wundervolle Ablenkung von meinen Problemen war. Am Sonntag waren wir runter ins Napa Valley gefahren und haben Wein in verschiedenen Weinkellern verkostet. Wieder einmal hatten wir eine tolle Zeit. Je mehr ich Luke kennenlernte, umso mehr wollte ich mit ihm zusammen sein. Andererseits hatte ich über das Wochenende kein Skript bekommen, was bedeutete, dass ich am Montag keinen Text hatte. Ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte. Hatte es Adele schließlich doch geschafft, dass ich gefeuert werde? Es spielte auch keine Rolle. Zumindest redete ich mir das am Montagmorgen ein, als ich mir meine Tasche schnappte und so schnell wie möglich aus dem Haus verschwand, um der Besetzung und der Crew aus dem Weg zu gehen. Es spielte keine Rolle, wieso ich keinen Text hatte, weil es ein wunderschöner Tag war, viel zu schön, um in meinem eigenen Haus herumzuschleichen und darauf zu hoffen, dass mich niemand von der Schirbe mitleiden würde oder mir schlechte Neuigkeiten überbringen würde. Ich kurbelte das Dach meines schwarzen Cabrios runter, das ich vor den Scheidungsbussaden noch hatte retten können. Die Sonne goss sich über meinen Kopf und über meine Schultern und ein Lächeln erleuchtete mein Gesicht, als ich mich dazu entschloss, den Morgen in der Blue Moon Bay Bibliothek zu verbringen. Die Bibliothek vermittelte mir immer ein Gefühl der Sicherheit und Glückseligkeit. Also flitzte ich durch meine Auffahrt, durch das Tor hindurch, erleichtert, dass die Paparazzi mal zur Abwechslung irgendwo anders beschäftigt waren. Vielleicht wartete ja doch eine Glückssträhne auf mich. Als der Wind durch meine Haare blies, schaute ich auf den himmelblauen Ozean mit Funken von Licht, die jede aufsteigende Welle trafen. Das Inn in Blue Moon Bay war darunter gelegen und ich schaute, wie es vor mir auftauchte. Ich fuhr die Autobahn weiter, bis ich das Zentrum erreichte, in dem sich charmante Geschäfte an den Straßen aus Pflasterstein reiten. Ich liebte meine idyllische und malerische Heimatstadt. Plötzlicher Schmerz traf mein Herz. Ich hatte es zurück nach Blue Moon Bay geschafft, zurück zu einem Teil von mir selbst, wer ich früher war, und wenn ich die Rolle in L.A. annehmen würde, würde ich es wieder verlassen müssen. Oder ich könnte die Rolle ablehnen. Ich könnte hier bleiben und den ganzen Tag Eis essen, mir vier oder fünf Katzen anschaffen und ein farbenfreudiger Mensch werden, wie es die Hälfte der Menschen in der Stadt bereits waren. Ich könnte auch weiter in Just One Love spielen, angenommen, meine Rolle würde wieder in einer tatsächlichen Szene auftauchen und mit meinen Freundinnen an den Wochenenden abhängen, mir den Sonnenuntergang über der überwältigenden Bucht anschauen, während ich auf meiner hinteren Veranda eine Limonade trank. Was aber, wenn die Produzenten meine Rolle gestrichen hatten? Was, wenn sie, unfairerweise, Pieper die Schuld an Sebastians Tod zuschrieben und sie in eine Zelle sperrten, aus der heraus niemand mehr etwas von ihr hören oder sehen würde? Ich hatte nichts im Lebenslauf stehen, was mir eine andere Rolle einhandeln könnte. Dann würden die Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen und ich würde am Ende pleite und obdachlos dastehen. Dieses letzte Szenario trübte meine Stimmung. Ich hielt an einer roten Ampel in der Stadt an und dachte an die letzten paar Wochen und das Geld, das mir die Show eingebracht hatte. Ich brauchte meine eigene Karriere und mein eigenes Einkommen. Ich brauchte etwas Unabhängigkeit. Andernfalls würde ich nur stagnieren. Und das bedeutete, um es gelinder auszudrücken, ich würde pleite bleiben. Ich bog auf den Parkplatz der Bibliothek ein, zog das Dach zu und machte den Motor aus. Die Bibliothek war noch nie so süß und schön gewesen wie alles andere in der Stadt. Sie war schon vor langer Zeit als ein funktionales Gebäude errichtet worden und jetzt sah sie verwittert und traurig aus. Hoffentlich würde das Event, das Olivia veranstaltete, die nötigen Mittel einbringen, um diesem Gebäude die liebevolle Pflege geben zu können, die es verdiente. Ich schlenderte durch die Eingangstür, winkte der Bibliothekarin zu und machte mich auf zu den Regalen, überflog die zerfledderten Liebesromane und die Mysteriesriller, bis ich um eine Ecke bog und an die Stelle kam, wo die Magazine auf den Regalen ruten. Luke hatte mich an dieser Stelle um ein D gebeten. Glücklicher Seufzer Ich war bereit zu entspannen und meine Sorgen aus meinem Kopf zu verbannen und schnappte mir ein Magazin und lief auf einen Stuhl zu, als mein Handy klingelte. Vielleicht riefen die vom Set an. Vielleicht brauchten sie mich ja doch für den Dreh. Ich fummelte in meiner Tasche nach meinem Handy und das unaufhörliche Klingeln handelte mir einen scheltenden Blick einer älteren Dame ein. Ich verkrampfte mich, drückte auf den Knopf, um zu antworten, ohne dass ich mir die Nummer überhaupt angesehen hatte und ich bereute die Entscheidung umgehend, als ich Rex' Stimme in meinem Ohr hörte. Ich kann nicht glauben, dass du mir das angetan hast. Ich verdrehte meine Augen, eilte von der genervten Frau weg und lief tiefer zwischen die hohen Bücherregale. Was angetan, Rex? Mir mit diesem Mädchen im Over-the-Moon eine Falle stellen, wenn du dich doch dort hättest mit mir zum Essen treffen sollen. Sie tänzelte rein und sagte, du hättest sie geschickt und dann hat sie meine Pfannkuchen gegessen. Sie hat meine Pfannkuchen gegessen, Charlie, direkt von meinem Teller. Oh, dass ich stellte das Magazin ab und schaute nochmal vorsichtig in den Gang, ehe meine Stimme wieder leiser wurde. Anna ist ein nettes Mädel und sie wollte dich kennenlernen. Tut mir leid, wenn du sauer bist. Nein, das tut es dir nicht. Ich rieb mir an meiner Schläfe, während ein paar Teenies den Gang entlang liefen und ich für sie Platz machte, ehe ich mich in einen anderen Gang einige Reihen weiter aufmachte. Na gut, es tut mir nicht wirklich leid. Dass du sie geschickt hast oder dass du nicht aufgetaucht bist? Ich lehnte meinen Ellbogen an eines der Regale. Beides. Es tut mir wohl vielleicht etwas mehr leid, dass ich mir die Pfannkuchen habe entgehen lassen. Diese kleinen Scheiben sind einfach nur köstlich. Ach Charlie, das kann doch nicht dein Ernst sein? Ich gebe mir hier Mühe. Ich liebe dich, Baby. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber kannst du nicht einfach nur? Es geht immer nur darum, was du möchtest. Nicht wahr, Rex? Du hörst mir nicht einmal zu, sagte ich, hielt meine Stimme leise, im Falle, dass direkt im Gang hinter mir jemand stand. Könntest du mir das erklären? In meinem Leben dreht es sich nicht mehr um dich. Wir sind geschieden. Jetzt geht es um mich. Und ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht zum Essen treffen würde. Aber du wolltest nicht aus meinem Haus verschwinden, also stimmte ich zu, auch wenn ich es nicht so gemeint hatte. Sein scharfes Einatmen heilte über die Entfernung wieder. Du hast recht, es hätte viel öfter um dich gehen sollen. Ich schätze, ich musste das auf die harte Tour lernen, aber mein Erfolg ist ohne dich wertlos. Ich liebe dich, Baby. Ich weiß, es sah nicht immer so aus, aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Tränen bildeten sich in meinen Augen. Er hörte sich an wie der alte Ronny, der Kerl aus seiner Heimatstadt mit den großen Träumen, der nichts sehnlicher wollte, als Musiker zu werden. Es freut mich, dass du verstehst, dass Beziehungen wichtiger sind als Ruhm. Aber zwischen uns ist es trotzdem vorbei, Rex. Ich habe meine Träume wegen dir hinten angestellt, denn, wenn du jemanden liebst, bedeutet das, die Person zu unterstützen und ihr alles zu geben. Nur, dass das nie auf Gegenseitigkeit beruht hat. Du hast mich niemals unterstützt und irgendwie kam es dann so, dass ich meine Träume komplett aufgegeben habe. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich habe mich selbst für eine lange Zeit verloren, Rex. Jetzt habe ich wieder erfahren, wer ich bin. Ich muss auch meinen Träumen nachgehen, ich hielt einen Moment inne, als ich begriff, dass ich sowohl zu mir selbst als auch zu meinem Ex sprach. Ich atmete tief aus. Danke für deine Entschuldigung. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich bin nicht mehr in dich verliebt. Eigentlich bin ich in jemand anderen verliebt. Es ist für dich an der Zeit, mich loszulassen. Charlie Ich lege den Hörer auf und fühlte mich komplett befreit. Es geschah erst in dem Moment, dass ich begriff, dass ich meine Träume aufgegeben hatte. Als es klar geworden war, dass meine Beziehung eine Einbahnstraße war, hätte ich an mich glauben sollen. Ich hätte mein Studium wieder aufnehmen sollen. Aber jetzt leuchtete es mir endlich ein. Ich schlenderte den Gang entlang, kam hinter den Regalen hervor und blieb überrascht stehen. Vor mir auf einem großen Stuhl saß Luke. Er hatte ein offenes Buch auf seinem Schoß liegen und der Ausdruck auf seinem Gesicht verriet mir, dass er soeben jedes Wort gehört hatte, das ich gesagt hatte. Kapitel 23 Ich starrte Luke an. Er hatte eine alte lässige Jeans an, ein dunkelblaues langärmliches Knopfshirt und ein paar braune Slipper. Der lässige Look stand ihm, aber trotzdem schaute er auch in diesen Klamotten immer noch durch und durch wie ein Star aus. Wie hatte er es hinbekommen, genau zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein? Ich hatte mich vor ihm zur Idiotin gemacht. Mein Gesicht wurde heiß. Ich steckte mein Handy zurück in meine Tasche, aber es begann wieder zu klingeln. Ich griff nach ihm, stellte den Ton aus und pflasterte mir ein freundliches Lächeln aufs Gesicht. Hallo, Luke. Na, hallo, er stand auf und küsste meine Wange, brachte meine Haut zum Prickeln. Solltest du nicht, ähm, beim Dreh sein? Er legte sein Buch auf den Tisch. Sein Blick hielt meinen. Keinen Text für heute. Meine Kinnlade fiel runter. Du hast auch keinen Text? Sie schreiben heute das Skript in großem Stil um. Ich wollte nicht dort abhängen, während sie Szenen drehen, bei denen sie mich nicht brauchen. Sie schreiben das Skript um, ich nagte an meiner Unterlippe. Das war es dann wohl für mich. Ich habe keine Szenen gehabt und jetzt schrieben sie das Skript um, wahrscheinlich, damit sie ohne mich weiterdrehen konnten. Zu neugierig, um vorsichtig zu sein, fragte ich, geben sie Adele eine größere Rolle oder so? Er zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht, was sie verändern. Adele habe ich heute auch nicht dort gesehen. Jetzt, da wir mit den Gesprächen über die Arbeit fertig waren, hatte ich eine leise Ahnung, dass er mich nach meinem Gespräch mit Rex fragen würde. Ich kreuzte meine Finger. Naja, war schön dich zu treffen. Ich lasse dich mal zu deinem Buch zurückkehren. Wir sprechen uns später. Ich schlenderte davon, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich erblickte eine Tür, die zur alten Veranda hinausführte und lief auf sie zu. Mir war nach Heulen zumute. Warte mal, Charlie, Lukas Hand schnappte sich meinen Arm, seine Berührung ließ sanftes Kribbeln über meine Haut fahren. Er drehte mich auf der Ferse um, seine Hand immer noch auf meinem Arm. Ich muss wissen, was los ist. Ich bin nicht Rex, weißt du. Ich betrüge nicht und ich werde deine Träume immer unterstützen. Das weiß ich, stammelte ich. Ich wusste, dass Luke all das war, was ich schon immer wollte, aber ich wurde wahrscheinlich aus der Soab geschmissen und konnte die Rolle in L.E. nicht annehmen, ohne Luke aufzugeben. Ich wollte diese Entscheidung nicht treffen. Ich konnte Luke nichts darüber erzählen. Ich wollte nicht, dass er sich schuldig fühlte, falls ich mich dazu entschließen würde, in Blue Moon Bay zu bleiben. Er streichelte meine Wange. Mir liegt so viel an dir, Süße. Mich von dir wegzustoßen wird das auch nicht ändern. Ich kann das im Moment nicht, ich machte einen Schritt zurück, stolperte dabei über den kleinen Fußhocker hinter mir und ich wäre gefallen, hätte er mich nicht gefangen. Er hielt mich genau gegen sich. Unsere Körper stießen zusammen und ich schaute zu ihm hinauf, versuchte, vor mir selbst abzustreiten, wie sehr ich es mochte, in seinen Armen zu sein und dass das der Ort war, an dem ich immer sein wollte. Ich habe dein Telefonat gehört, Charlie. Ich weiß, dass du Angst hast und ich verstehe das, aber... Ich konnte mir das jetzt nicht anhören. Ich löste mich von ihm. Er hatte eine Antwort auf jeden meiner Zweifel und wenn ich zuhörte, würde er mich sicherlich überzeugen zu bleiben. Nicht, dass es viel Überzeugung brauchte. Ich rannte zur Tür und achtete nicht einmal auf das kleine Schild an der Seite. Der Alarm ging an. Der schrille Ton läutete immer und immer wieder. Ich stand da, unfähig mir einfallen zu lassen, was ich tun sollte, während der Ton sogar immer lauter wurde. Ein Mann erschien und ich duckte mich, dachte, es seien Paparazzi, die Fotos von mir schießen wollten. Stattdessen drückte er einen Knopf. Der Alarm ging aus. Er schloss die Tür auf und schaute von mir hin zu Luke. Die Veranda muss etwas erneuert werden, also lassen wir die Leute hier normalerweise nicht durch. Aber wenn sie zweies müssen, dann nur zu. Ich stürzte durch die Tür. Als ich ein Kind war, war die Veranda einer meiner Lieblingsplätze gewesen. Die langen weißen Leisten und der hübsche Zaun waren jetzt aber baufällig. Die Dielen waren zersplittert und der Zaun sah stellenweise marode aus. Die tiefen Rattanstühle und die Sofas waren jetzt alle weg. Ich lief an eine Stelle an der inneren Ecke des Gebäudes und hörte Schritte hinter mir. Luke, bitte nicht. Schau dir die Aussicht an, Charlie. Mein Blick folgte seinem und die Aussicht auf die Bucht war spektakulär. Der lange Bogen des Meeres schimmerte blau und glitzerte golden. Das grüne Gras verlief über den Park bis hin zum Sand, smaragdgrün und schön getrimmt. Das Meer war beruhigend, machte alles zeitlos und die Sorgen verschwinden. Es ist wunderschön, ich rutschte rüber, als er sich zu mir ans Geländer gesellte. Der Wind blies unsere Haare nach hinten aus unseren Gesichtern. Ich schaute verstohlen zu ihm rüber und bemerkte, dass er mich mit einem ernsten Ausdruck beobachtete, der über sein ganzes Gesicht gepflastert war. Du hast Angst. Nicht nur vor mir, sondern davor, dich in das alles reinzustürzen. Du hast aufgehört, dir das zu holen, was du möchtest. Du hattest dich damit abgefunden, dass Rex berühmt war. Du hattest dich damit abgefunden, seine Frau zu sein und du hattest das nicht einmal gewusst, zumindest damals nicht. Ich hielt mich am Geländer fest. Jetzt weiß ich das. Seine Schulter strich gegen meine. Du hast Angst, Charlie. Sie hat dich fest im Griff. Du hast viel zu sehr Angst, loszulassen. Du hast Angst, dich einfach fallen zu lasen. Rex hat dir beigebracht, dir selbst nicht zu trauen, du das war das Schlimmste, was er dir angetan hatte, egal, wie verkorkst alles andere auch gewesen sein mag. Du hast recht, sagte ich, Tränen rollten mir über die Wangen. Ich wusste nicht, ob es der Ausblick über den Ozean war oder Lukas' leise und besänftigende Stimme, die meine Abwehr zusammenbrechen ließ. Er hob mein Kinn. Die Kuppe seines linken Daumens fuhr unter meinem Auge entlang und wischte mir die Tränen weg. Ich glaube an dich, als Person und auch als Schauspielerin. Ich werde dich immer unterstützen. Kannst du das nicht sehen? Meine Kehle zog sich zusammen. Das kann ich. Du scheinst über deine Rolle in der SOAB besorgt zu sein. Vielleicht hat das ja all das hervorgerufen, er umarmte mich und ich verschmolz mit ihm, unfähig, ihm zu antworten. Er streichelte mein Haar. Schau mal, wenn Adele nicht damit klarkommt, dass du eine große Rolle hast, dann kann ich mit dem Regisseur und all den Produzenten sprechen. Du gehörst in Just One Love. Ich werde mich für dich einsetzen. Und wenn Adele mit harten Bandagen kämpfen möchte, dann mache ich das auch. Ich wischte mir das Gesicht trocken. Was meinst du? Ich meine, wenn sie weiter damit droht, aus der Serie zu steigen, wenn deine Rolle nicht gestrichen wird, dann werde ich damit drohen auszusteigen, falls sie gestrichen werden sollte, seine Brust vibrierte, während er lachte. Es wird eine Sackgasse gewaltigen Ausmaßes. Du würdest deine Karriere aufgeben? Für mich? Für mich? Ich würde für dich alles tun, sagte er und seine blaugrauen Augen wurden feurig. Dann umfasste sein Mund den Meinen. Es war alles da, in nur einem Kuss. Was wir füreinander empfanden. Wie weit wir beide bereit waren, füreinander zu gehen. Und dann traf ich meine Entscheidung. Ich wollte Luke mehr als die Rolle in Hollywood. Es mochte töricht gewesen sein, wieder meinem Herzen zu vertrauen, aber Luke ließ mich daran glauben, dass Träume wahr werden konnten. Er ließ mich glauben, dass die Liebe mehr zählte als alles andere. Und ich liebte ihn. Kapitel 24 Einige Stunden später lief ich in den Kleiderladen, die Glocke an der Tür läutete, als ich sie aufmachte. Megan stand beim Eingang und rapierte ein Stück farbenfrohen Seidenstoffs an einer Schaufensterpuppe. Sie drehte sich um, um zu sehen, wer an der Tür war und lächelte mich mit einem ihrer strahlenden Lächeln an. Hey, Charlie. Was bringt dich hierher? Ich betrachtete einige der ausgestellten Kleider. Ich suche nach einem Kleid. Luke hat mich gefragt, ob ich ihn zur Wohltätigkeitsveranstaltung für die Bibliothek begleiten möchte und ich möchte aufs Ganze gehen. Megan kam auf mich zu. Ach so? Ist das nicht erst in einem Monat oder so? Ja, sagte ich, und tauschte ein heimliches Lächeln mit ihr aus. Es ist eine vornehme Veranstaltung, also hätte ich gerne ein nobles Cocktailkleid. Megan nickte. Verstanden? Naja, du willst keine Seide. Die Wohltätigkeitsveranstaltung findet in Wendy's in Stadt, wenn ihr dann also später am Strand spazieren geht und Salznebel auf dein Kleid kommt, dann ruinierst du es. Stimmt, ich zupfte am Ärmel eines reizenden kleinen, rosefarbenen Kleides. Das hier ist süß. Megan schüttelte den Kopf. Wir haben es erst reinbekommen, also ist der Preis unerschwinglich. Kauf es noch nicht. Ich warte, bis es im Ausverkauf ist. Sobald es das ist, setze ich noch meinen Angestelltenrabatt drauf und kaufe es. Ich ließ das Kleid los. Was empfiehlst du mir? Megan begann von verschiedenen Ständern Kleider auszuwählen und schob mich dann zur Ankleidekabine. Ist dieses bevorstehende Date der Grund, wieso du so glücklich aussiehst? Hat es was damit zu tun, dass es noch so weit weg ist und du trotzdem sicher scheinst, dass du mit Luke zusammen sein wirst? Wahrscheinlich, ich nagte an meiner Lippe, als es aus mir rausplatzte. Ich habe meine Anwältin angerufen und ihr eine Nachricht hinterlassen, dass ich die Rolle in Cherry's Jubilee ablehne. Ich warte nur darauf, dass sie mich zurückruft und dann werde ich offiziell meine Entscheidung treffen, in Blue Moon Bay zu bleiben. Megan blieb kurz stehen, während sie die Tür zur Ankleidekabine aufmachte. Ein finsterer Blick ließ ihre Stirn runzeln. Was ist passiert? Ich dachte, du wolltest die Rolle so sehr? Das will ich. Ich meine, ich wollte es. Aber ich möchte näher bei Luke leben und da ich für die Rolle nach L.E. müsste, habe ich entschieden, dass das viel zu weit weg ist. Megan gab mir ein atemberaubendes, flaschengrünes Kleid. Hm, probier dieses Kleid zuerst an. Ich blieb mitten an der Tür stehen. Wechselst du das Thema, weil du nicht einverstanden bist? Megan seufzte. Ich bin nur von deiner Entscheidung überrascht. Ich dachte, die Schauspielerei sei dein Traum. Bist du sicher, dass du das machst, was für dich am besten ist? Nein, ich werde dich das nicht fragen. Offensichtlich bist du das, aber, naja, war es nicht schwer, das aufzugeben? Ich frage nur, weil du so ganz Feuer und Flamme für die Rolle warst und so sicher, dass sie dich als Schauspielerin voranbringen und dir mehr Rollen bringen würde. Ich war aufgeregt, das stimmt, ein kleiner, stechender Schmerz durchbohrte mein Herz und Zweifel machten sich breit. Ich schüttelte das Gefühl schnell ab, weil ich mich wie eine Verräterin fühlte, dass ich es überhaupt erst hatte aufkommen lassen. Aber ich habe mich verliebt. Megan lächelte mich sanft an. Ich freue mich so für dich. Ich mich auch, ich ging in die Ankleidekabine und probierte das Kleid schnell an. Dann öffnete ich die Tür, sodass mir meine Freundin ihre Meinung sagen konnte. Megan schaute mich an und begann zu kichern. Nein. Ich verzog mein Gesicht. Ich weiß, oder? Ich sehe in diesem Teil irgendwie aus wie ein Spargel. Megan gab mir ein schwarzes Cocktailkleid mit einem süßen Korsett und ohne Ärmel. Ich tauchte wieder in die Kabine und wälzte mich aus dem ersten, schmiss es über die Tür zu ihr hin. Ich wünschte, meine Schwester würde meine Meinung akzeptieren, so wie du es tust. Claire ist nicht einverstanden, fragte Megan, ihre Stimme halte durch die Tür. Ich starrte mich selbst im Spiegel an. Das Kleid hatte einen Reißverschluss an der Seite und ich zog ihn hoch und schüttelte dann meinen Kopf. Es war ein schönes Kleid, ja, aber ich dachte einfach nicht, das sei ich. Claire ist wirklich wütend darüber, dass ich die Rolle ablehne, um in Lucas' Nähe zu bleiben. Sie behauptet, dass ich es schon wieder mache, die gleichen Fehler, die ich schon mit Rex gemacht habe. Einen Typen meiner Karriere vorziehen und so, ich öffnete die Tür. Was denkst du? Meganes Gesicht zeigte einen besorgten Ausdruck und ich begriff, dass sie nicht so sehr um das Kleid besorgt war. Sie antwortete nicht, weil sie dachte, ich würde sie nach ihrer Meinung darüber fragen, was Claire gesagt hatte und sie wollte offensichtlich nicht antworten. Ich frage dich nach deiner Meinung über das Kleid, stellte ich klar. Megan tippte sich mit einem Finger auf den Zahn. Es ist nett. Okay, sag es einfach. Meinst du, ich mache einen Fehler, weil ich die Rolle ablehne? Megan hob ihre Schultern so hoch, dass ihre Ohren fast aus der Sicht verschwanden. Ich denke, dass du weißt, was du willst, und solange du glücklich bist, ihre Stimme wurde leiser. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen, Charlie. Niemand von uns wird dein Leben leben, nur du. Ich hatte die Entscheidung getroffen. Claire denkt, dass Luke mich irgendwie dazu gebracht hat, die Entscheidung zu treffen, aber das hat er nicht. Er würde niemals von mir verlangen, die Rolle aufzugeben. Er weiß nicht mal was davon, weil ich es ihm nicht gesagt habe. Und du findest es in Ordnung, das vor ihm geheim zu halten? Ich nickte, aber mein Herz wollte dem so sehr zustimmen. Fand ich das in Ordnung? Wirklich? Es war ja jetzt auch egal. Ich hatte die Rolle abgelehnt und ich war glücklich mit meiner Entscheidung. Größtenteils zumindest. Sie reichte mir ein anderes Kleid und ich lief wieder in die Ankleidekabine. Ich habe ein neues Skript von Just One Lover halten. Ich bin immer noch in den Szenen, also kann ich vielleicht genug mit dieser Rolle in der Soab verdienen, damit ich das Haus behalten kann. Das Haus behalten, echte Besorgnis schimmerte durch Meganes Ton durch. Wieso hatte ich das gesagt? Ich räusperte mich. Es ist in Ordnung, wenn ich das Haus nicht behalten kann. Es macht mir eigentlich nichts aus, wenn wir es verkaufen müssen. Oh, aber ich wollte mein Haus nicht verkaufen. Ich liebte meine Oase in Blue Moon Bay. Ich schaute in den Spiegel. In diesem grellen Gelb sehe ich aus wie eine verrückte Butterblume. Es ist schrecklich an mir. Gib mir bitte ein anderes, ja? In diesem hier zeige ich mich niemandem, nicht einmal dir. Megan öffnete die Tür. Ihr geht. Sag ich doch. Sie schnaubte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm sein könnte. Hier, zieh dich schnell um, bevor du dich selbst im Spiegel blendest. Das nächste Kleid kam in meine ausgestreckten Arme geflogen. Megan schloss die Tür. Ich betrachtete mein Spiegelbild. Keines dieser Kleider fühlte sich richtig an. Keines von ihnen war das gewesen, was ich wollte, nicht einmal das eine, was ich noch nicht anprobiert hatte. Ich schloss meine Augen und versuchte nachzudenken. Es fühlte sich alles so zusammenhängend an. Die Kleider, die Entscheidungen bezüglich der Karriere, die ich machte. Ich wollte etwas so Außergewöhnliches und das Leben gab mir ständig nur Dinge, über deren Besitz ich eigentlich hätte glücklich sein sollen. Aber ein Teil von mir wollte etwas noch Außergewöhnlicheres. Wie etwa diese Hauptrolle in Cherries Jubilee. Geht es dir gut da drin? trällerte Megan. Ich räusperte mich. Ja, danke. Wofür, ihre Füße erschienen unter der Tür. Dass du nicht versuchst, mir meine Entscheidung auszureden, oder sie mir einzureden. Weißt du, dafür, dass du mich einfach akzeptierst. Megan kicherte. Dafür sind Freunde doch da. Ich flatterte aus der gelben Grässlichkeit und in das nächste Kleid hinein. Megan sprach wieder. Ich muss es aber zugeben. Ich bin etwas neidisch. Du darfst das machen, was du liebst, und ich? Ich hänge hier in diesem Kleiderladen fest. Ich hielt inne. Willst du sagen, dass du Vollzeit-Websites designen willst? Oder vermisst du immer noch das Malen? Ihre Füße rutschten unter der Tür. Malen. Du hast keine Ahnung, was ich drum geben würde, wenn ich Vollzeit malen könnte, es einfach wagen und niemals mehr zurückschauen. Websites zu designen stellt zwar zum Teil die verzweifelte Künstlerin in mir zufrieden, schätze ich mal, aber das reicht nicht aus. Und ich denke nicht, dass es das jemals tun wird. Ich konnte mir vorstellen, was sie meinte, ich konnte es mir sehr gut vorstellen. Ich wollte es auch einfach wagen, mit dieser Rolle in L.E. und ich wusste nicht, ob es mir ausreichen würde, in der so abzubleiben, vorausgesetzt, ich könnte überhaupt bleiben. Was würde passieren, wenn ich später begreifen würde, dass es nicht ausgereicht hatte, es aber dann zu spät sein würde? Mein Handy klingelte. Ich fummelte es aus meiner Tasche heraus, sah die Nummer meiner Anwältin auf dem Bildschirm und ging ran. Hallo. Hallo, Harper. Danke, dass du zurückrufst. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich mich entschlossen habe, die Rolle in Cherries Jubilee nicht anzunehmen. Bedanke dich bitte bei den Produzenten für deren großzügiges Angebot, ich hielt inne, während Harper in den Hörer drauflos plapperte. Ja, ich begreife, was für ein großer Durchbruch das für meine Karriere wäre. Nein, ich habe es mir schon gut überlegt. Sag ihnen einfach ab, Harper. Tschüss. Ich legte auf und Furcht erfüllte jede meiner Poren. Was hatte ich da gerade getan? Kapitel 25 Am nächsten Morgen hatte ich wieder Szenen zu drehen und arbeitete an meinem Text, während ich im Stuhl in der Maske saß. Der beleuchtete Spiegel zeigte mein Gesicht und meinen Körper, genauso wie die Menschen hinter mir, die das Bühnenbild hin und her bewegten und die Markierungen auf den Boden klebten. Eine kleine Gruppe von Menschen stand auf der einen Seite, kleinere Rollen, die an dem Tag eine große Szene drehten. Alle lachten und scherzten und ich sah Anna, die ein hautenges Bandagekleid und Hickels trug. Sie warf mir einen bösen Blick zu, ehe sie den anderen etwas zuflüsterte. Ich knurrte innerlich, erinnerte mich daran, wie irritiert Rex gewesen war, als sie seine Pfannkuchen aufgegessen hatte. Ich wollte an dem Tag die beste Ausgabe meiner selbst sein und ich konnte mir keine Ablenkung erlauben. Ich dachte ständig daran, was Luke gestern gesagt hatte, dass er sich für mich einsetzen würde. Ich wusste, dass er tun würde, was er gesagt hatte. Die Frage, die sich dann aber stellte, war, was, wenn sie uns beide feuerten? Furcht kam in mir auf und blockierte meine Fähigkeit, mir die Zeilen zu merken. Ich konzentrierte mich sehr und lasse mir immer wieder durch, entschlossen, meinen Job zu machen und zwar ihn auch gut zu machen. Nein, besser als gut. Perfekt. In der Szene war definitiv kein Raum für Improvisation, oder die Autoren drohten mit der Kündigung, und es gab auch keinen Raum für Fehler. Sie war sehr strikt geschrieben, drehte sich um meine und um Adeles Rollen, die beide auf Bewährung draußen waren. Es gab immer noch keine Andeutungen, wer denn der Zeuge war, der behauptete, Sebastians Ermordung mit angesehen zu haben. Ich wollte nicht als die Mörderin enden, weil das einen überstürzten Abgang aus der Show bedeutet hätte. Außerdem, wenn ich es als Fan der Serie betrachtete, bestand nicht die geringste Möglichkeit, dass Pieper jemanden ermorden würde. Charlie, Claires Stimme tönte über das Set, während sie sich an zwei Männern vorbeiduckte, die eine Couch umstellten. Ich bekam große Augen. Nein, ich konnte mich Claire jetzt nicht stellen. Aber sie war richtig herausgeputzt. Sie trug ein umwerfendes schwarzes Kleid mit weißen Punkten im Stil der 50er, rote Pumps und einen dazu passenden Hut mit breitem Rand. Außerdem trug sie auch einen entschlossenen Gesichtsausdruck. »Stirbt gerade jemand, Claire?« »Falls nicht, ich arbeite gerade und es wird warten müssen.« Die Maskenbildnerin sagte, »Augen bitte zu.« »Ich muss wieder die Wimpern dorthin kleben, wo sie abgefallen sind.« Ich schloss gefügig meine Augen. Claire schnaufte. »Ich kann das nicht zulassen.« Ich öffnete meine Augen. Die Maskenbildnerin atmete hörbar und gereizt aus. »Das sind doch nur künstliche Wimpern, Claire.« »Du solltest es auch mal mit ihnen versuchen,« fügte die Make-up-Artistin hinzu. Claire schaute sie bezwingend an. Ich seufzte. »Ist das jetzt wirklich wichtig?« »Ich denke schon, ihr Kinn schob sich nach vorn.« Die Maskenbildnerin wurde verärgert. »Das hier ist wichtig.« »Ich muss die jetzt anbringen.« »Sie kann nicht vor die Kamera und dabei so aussehen, als wäre eine Spinne auf ihren Wimpern gestorben.« »Ich schloss meine Augen.« »Mach bitte weiter.« »Claire, können wir bitte später darüber sprechen?« »Ich kann doch nicht zulassen, dass du deine Träume wieder hinschmeißt, Charlie.« »Oh, nein.« »Nicht jetzt.« »Ich hatte es geschafft, ein Auge zu öffnen und sie so freundlich anzulächeln, wie ich nur konnte.« »Oh, alles klar.« »Wir können später darüber reden, aber nicht jetzt.« »Okay?« Kleber traf auf mein Augenlid. »Ich schloss es automatisch, ließ das andere Auge lange genug offen, um zu sehen, wie Claire ihren Kopf schüttelte.« »Keine Chance.« »Ich muss jetzt mit dir darüber reden, ehe es zu spät ist.« »Na toll.« »Jetzt starten uns die Leute an.« Die Maskenbildnerin zwängte eine Wimper zwischen die anderen, die bereits da waren. Ich bekam es hin, mein Lächeln einzufrieren. Ich hätte wissen sollen, dass Claire nicht warten würde und dass die mit mir darüber reden wollte, dass ich die Rolle abgelehnt hatte. Ich musste sie hier wegschaffen, und zwar schnell, bevor sie alle mitbekommen lassen würde, was passiert war. »Claire, ich schwöre, ich spreche mit dir darüber, sobald ich hier fertig bin.« »Bei einem Drink später?« »Bitte?« Claire stampfte auf ihrem Absatz. »Nein, wir müssen jetzt darüber sprechen, bevor du die Rolle ablehnst.« »Ich kann es nicht wieder machen.« »Ich kann nicht wieder tatenlos herumsitzen und zusehen, wie du deine Träume wegschmeißt, so wie du es getan hast, als du mit Rex zusammen warst.« »Ich hätte schon damals was sagen sollen, aber ich tat es nicht, denn ich dachte mir, solange du glücklich scheinst, dann wirst du es auch wohl sein.« »Ich weiß, dass du niemals glücklich werden wirst, wenn du diese Rolle ablehnen würdest.« »Ich werde dich aufhalten, bevor du das machst.« Die Maskenbildnäherin schaute mich zufrieden an. »Da. Alles fertig. Ich lasse euch zwei alleine.« Ich ließ mich weiter in meinen Stuhl fallen, während Claire ihre Arme verschränkte und mit einem Fuß auf- und abtippte. »Du musst diese Rolle annehmen, Charlie. Du wirst das sonst für den Rest deines Lebens bereuen.« »Nein, ich muss diese Rolle nicht annehmen,« flüsterte ich Barsch. Ich erblickte Luke, wie er auf der anderen Seite des Raumes stand und uns beobachtete. Er konnte wahrscheinlich nicht hören, was wir sagten, weil das Set immer noch in einigen Bereichen aufgestellt wurde und es laut war. Ich musste Claire hier rausschaffen, ehe er ihre superlaute und nervige Stimme hören konnte. »Charlie«, schrie Maggie. Ich stand auf. Claire stellte sich mir in den Weg. Ihre Stimme war beharrlich. »Komm schon, Charlie. Nimm die Rolle an.« »Mach dieses Mal das Richtige.« »Du weißt doch, dass du es willst.« »Es ist wahrscheinlich im Moment für dich das Wichtigste auf der Welt.« »Nein, es ist für mich nicht das Wichtigste auf der Welt,«, ich seufzte, »aber es war schon wichtig, und ich wusste es.« Ich begann wieder zu gehen. Ich schaute Claire flüchtig an. Ich habe Harper schon angerufen und abgelehnt. Sie wurde blass. »Ist es zu spät, um das zurückzunehmen?« »Hat sie die Produzenten schon angerufen?« »War es zu spät?« »Ich wusste es nicht.« Luke kam rüber und blieb vor mir stehen. Alles in Ordnung, sein Blick wanderte von mir zu Claire. »Wieso seid ihr beide so aufgewühlt?« Ich konnte Luke nicht die Wahrheit sagen, aber ich hatte Angst, dass Claire es ihm sagen würde. Ich konnte ihn auch nicht belügen. Aber wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde, dann würde er mich möglicherweise dazu drängen, die Rolle anzunehmen und mit mir Schluss machen. Oder er würde sich schuldig fühlen, dass ich die Rolle nicht angenommen hatte, weil ich wusste, dass er sich auf keine Fernbeziehung einlassen würde. In beiden Fällen wäre mein Herz gebrochen. Also stand ich nur da und wusste nicht, was ich tun sollte. Kapitel 26 Mein Herz machte etwas, was sich wie ein Rückwärtssalto anfühle. Meine Schwester war auf meiner Arbeit aufgekreuzt, um mich zu retten, aber stattdessen ruinierte sie alles. Sie schien auch nicht das Desaster zu verstehen, das sie da veranstaltet hatte. Sie stand nur da, triefte vor rechtschaffener Entrüstung und tippte mit dem Fuß auf meinem schönen Ahornboden. Ich kann nicht glauben, dass du es abgelehnt hast. Geh bitte nach Hause, meine Stimme war streng. Claire's Blick wanderte von mir zu Luke. Nein, ich gehe nicht. Ich meine, wir müssen jetzt darüber sprechen, ehe es zu spät ist. Du kannst doch nicht dieselben Fehler aufs Neue wiederholen. Welche Fehler? fragte Luke. Mein Gesicht wurde heiß. Ist nicht wichtig. Sie wollte gerade gehen. Was? Du meinst, du hast es ihm nicht einmal. Geh nach Hause, platzte es aus mir heraus, weil ich wusste, dass die Zeit für drastische Maßnahmen gekommen war. Wie etwa, sie mir zu schnappen und sie aus dem Haus zu zerren, ehe sie noch meine Beziehung zerstören konnte. Claire's Mund fiel zu. Du rufst mich lieber sofort an, wenn du hier fertig bist. Gut, sagte ich und schaute ihr dabei zu, wie sie rausstürmte. Luke starrte mich an, ein finsterer Blick warf die Haut zwischen seinen Augenbrauen in Falten. Er öffnete seinen Mund. Luke. Charlie, schrie Maggie. Er schaute mich noch einmal lange an, bevor wir ans Set eilten. Mein Puls raste und ich versuchte mich zu beruhigen, indem ich meinen Text im Kopf wiederholte, während Luke und Adele sich an ihre Markierungen stellten. Action, rief Roger. Die Szene begann. Luke kam in den Raum. Katrina. Du wolltest mich sehen? Adele stand an der Bar, schenkte Drinks ein und lächelte ihn sachte und sinnlich an. Ja, Derek. Ich wollte mit dir reden. Worum geht es? Sie hielt ihm ein Glas hin und er nahm es. Ihre Hand verweilte auf seiner und ich wusste, dass die Kamera heranzummte. Du weißt doch noch, wie gut es zwischen uns war, nicht? Damals, als es nur uns zwei gegen den Rest der Welt gab. Irgendwie haben sich die Dinge so dermaßen verfahren und ich wollte es wieder gut machen. Lukas Ausdruck wurde strenger. Wie kannst du das zu mir sagen? Wie kannst du überhaupt denken, wir hätten eine Chance, wenn das Video deutlich zeigt, dass du deinen Ehemann ermordet hast? Sie nippte an ihrem Drink. Aber ich habe Sebastian nicht ermordet und das wirst du auch herausfinden, wenn die Ermittlungen vorbei sind. Ich glaube an dich, Derek. Ich weiß, dass du hinter die Wahrheit kommst, aber das ist es nicht, was sich zwischen uns gestellt hat. Sie ist es. Das Dienstmädchen. Ein Kloss formte sich in meinem Hals, während ich ihrem Dialog zusah. Er war so gut. Auch wenn ich technisch betrachtet wollte, dass Derek mit Pieper zusammen war. Katrina hatte Derek nie wertgeschätzt, als sie ihn noch gehabt hatte. Adele trippelte näher an Luke heran. Wir waren früher glücklich und wir könnten es wieder sein. Derek leerte den Drink aus und stellte das Glas beiseite. Er wich anständig ihrem Versuch der Umarmung aus und lenkte mit einer Geste ab. Es kann nie wieder so werden wie früher. Ihr Ausdruck erfüllte sich mit purer Verletzlichkeit und Schmerz. Sag mir, dass wir wieder zusammen sein können. Seitdem ist eine Menge vorgefallen, Katrina. Ich habe diese Gefühle ihr gegenüber nicht erwartet, Dinge, die ich früher nie empfunden habe. Warte mal, hast du mich deswegen heute Abend herbestellt? Du sagtest, es ginge um Leben oder Tod. Ihre Hände wanderten zu seiner Brust. Sie schaute hinauf in seine Augen. Es geht auch um Leben oder Tod, Derek. Es ist unser Leben. Unsere Zukunft. Ich möchte dich zurück. Ich möchte uns zurück. Oh, Mann. Das war so gut. Luke kam auf Katrina zu. Seine Hände strichen über ihr Gesicht. Es gibt kein uns mehr. Du bist wegen Mordes angeklagt und ich bin der Hauptfahnder. Adele zog an seinem Ärmel. Ich habe Sebastian nicht ermordet. Glaube mir, bitte. Das war mein Stichwort. Ich lief rein und wusste, dass bei der Bearbeitung langsame Orgelmusik ertönen würde. Ich musterte die beiden und spielte einen geschockten Ausdruck. Derek? Was machst du hier? Wieso bist du mit ihr? Adele drängte sich zwischen Luke und mich. Die Frage ist wohl eher, was du hier machst. Siehst du denn nicht, dass er mit mir besser dran ist als mit dir? Ich richtete mich zu meiner vollen Größe auf. Er ist mit dir besser dran? Was könntest du ihm wohl geben außer falscher Versprechen und Hoffnung? Du hast ihm doch nie die Liebe gegeben, die er verdient. Ich legte für den dramatischen Effekt eine Pause ein und fügte dann hinzu, außerdem bist du eine Mörderin. Adele kam auf mich zu gerast, aber Luke hielt sie zurück. Er hielt sie an seinen Körper geklammert, was mich ein bisschen eifersüchtig machte. Das reicht jetzt, Katrina. Adele packte sein Shirt. Du kennst doch überhaupt nicht ihr wahres Gesicht, Derek. Sie hat Geheimnisse und das weißt du. Das Blut wich mir schlagartig aus dem Gesicht. Ich hatte ein Geheimnis. Ein großes Geheimnis, das zwischen uns stand. Luke schaute mich an. Das stimmt. Ich mag das auch nicht. Wie kannst du etwas vor mir geheim halten, Pieper? Wieso hast du Geheimnisse vor mir? Ich presste meine Hände zusammen. Tränen flossen mir aus den Augen und kullerten meine Wangen runter. Die Maskenbildnärin würde mich umbringen, wenn sie diese Wimpern wieder würde ersetzen müssen. Die Tränen standen nicht im Drehbuch. Sie waren echt. Ich hatte nicht vor, irgendwas vor dir zu verbergen. Ich wollte dich nur beschützen. Er sprach langsam. Mich beschützen? Oder dich selbst beschützen? Das ist doch hier die wirkliche Frage. Er ließ Adele los und kam näher zu mir, sein Blick genau auf mich gerichtet. Die Anspannung konnte man förmlich ertasten. Mein Elend war echt, ein eigenständiges Wesen, das meinen Körper und meinen Ausdruck verzerrte, als er widersprach. Wie soll ich denn wissen, dass du nicht die Tatsache vor mir verbirgst, Sebastian ermordet zu haben? Ich bin Detective bei diesem Fall und ich muss mich an die Beweise halten. Ich habe morgen früh einen Termin, um mit Travis' Zeugen zu sprechen. Ich schnaufte. Schnitt, rief Roger. Applaus brach um uns herum aus und als ich mich umsah, weinten auch einige der Crewmitglieder. Diese Szene war die beste, die ich je gedreht hatte und zwar deswegen, weil ich mein wahres Leben in meine Rolle eingebracht hatte. Ich atmete ein, aber der Atemzug füllte nicht meine Lungen. Es war alles so viel zu nah, viel zu echt. Ich sah wieder zu Luke. Sein Blick traf meinen. Da stand eine Frage in diesen blaugrauen Augen geschrieben. Ich musste schwer schlucken. Ich schuldete ihm einer Erklärung, aber ich konnte ihm einfach niemals beichten, was ich gemacht hatte. Niemals. Wie konnte ich ihm denn bloß erzählen, dass ich etwas so Wichtiges aufgegeben hatte und mich für ihn anstatt für die Rolle entschieden hatte, ohne ihn dabei zu verärgern? Ehe ich mir einfallen lassen konnte, was ich ihm sagen könnte, drehte er sich um und ging. Kapitel 27 Nachdem ich diese gigantische Szene ausgelaugt hatte, wankte ich wieder in den Schminkstuhl. Ein Blick in den Spiegel verriet mir, dass mein Gesicht genauso mitgenommen war wie meine Nerven. Ich saß still da, während der größte Schaden abgewischt wurde und neues Makoib über die Stellen kam, an denen es wegen der Tränen verlaufen war. Jemand rief, es sei Zeit fürs Mittagessen und die Maskenbildnähren warnte mich, jetzt zerstör das bitte nicht auch noch, ja? Nach dem Mittagessen bist du als Erste dran und ich habe noch eine Menge anderer Leute, die ich schminken muss. Ich nickte stumm und stand auf. Die Tische für das Mittagessen waren draußen am Rasen aufgestellt und ich machte mich auf den Weg dorthin. Ich hatte keinen Hunger, aber ich hoffte darauf, Luke da draußen zu finden. Dem war aber nicht so. Wo war er bloß hin? War er wütend auf mich? Das Mittagessen ging zu Ende und ich war nicht näher an einer Lösung dran. Ich schleppte mich zurück zum Haus und wurde von Anna angehalten, die mir sagen wollte, laut und mir so vielen Ausrufezeichen, dass mir die Ohren wehtaten, als sie endlich fertig war, was passiert war, als sie Rex im Over the Moon getroffen hatte. Ich stand nur da, nickte und versuchte mitzufühlen, während sie mit ihren Händen umherwedelte und ihre ganze Begegnung nachstellte. Als sie fertig war, rief mich die Produzentin runter zum Strand, wo die nächste Szene gedreht werden sollte. Ich machte mich auf den Weg dorthin und hoffte, dass ich die Gelegenheit bekommen würde, mit Luke zu sprechen, wenn die Szene vorbei war. Die Kameras waren am Ufer aufgestellt und die Crew stand hinter ihnen. Die Produzentin und der Regisseur saßen in ihren Stühlen auf dem Sand, kleine Schirme über deren Köpfen. Action, rief Roger. Ich stellte mich an meinen Platz und mimte eine theatralische Pose. Der Schauspieler, der auf mich zugeschlendert kam, spielte die Rolle des Travis, Dirac's Partner, in der Show. Er war attraktiv und groß, sein braunes Haar schimmernd und er hatte dezente und sexy Bartstoppeln auf seinem Kinn. Pieper sollte sich zu Travis hingezogen fühlen, also tat ich so, als wäre es Luke, der da auf mich zukam. Luke, mit seinen perfekten Küssen und dem offenen Lächeln. Ich ließ diese Anziehung aus mir herausfließen, zusammen mit all meinen Gefühlen gegenüber Luke. Travis blieb an seiner Markierung stehen, beim brillant blauen Wasser, trug ein zerknittertes Hemd und eine offene blaue Krawatte. Weißt du, woran ich soeben gedacht habe, Pieper? Wie wunderschön du bist! Wie der Wind das Haar aus deinem Gesicht weht, sodass ich jeden Zentimeter deiner Porzellanhaut sehen kann. Ich stellte mir vor, Luke würde diese Dinge zu mir sagen. Die Luft blieb mir im Halse stecken. Die Kamera summte heran. Danke, Travis. Aber ich bin mir nicht sicher, wieso du mir das sagst. Seine Finger streiften über meine Arme. Ich drehte mich um und wollte gehen, aber er zog mich an seine breite Brust. Lass mich dir helfen, Pieper. Ich kenne deine Vergangenheit und ich weiß, wie schwer dich der Tod deines Vaters getroffen hat. Lass mich die Dinge für dich besser machen. Ich kann das tun. Ich kann dich sauber aus dieser Mordermittlung bekommen. Das würde ich für dich tun. Auch wenn es mich den Job kosten würde. Ich kämpfte mir meinen Weg frei. Wieso tust du das? Du weißt, was ich gegenüber Derek empfinde. Moment, ich hielt inne und tat, als würde ich über diesen letzten Teil seiner Aussage nachdenken. Du könntest meinen Namen reinwaschen? Wieso denkst du, würde dich das deinen Job kosten? Ich bin unschuldig. Du würdest deine Karriere nicht riskieren. Sein Grinsen wurde breiter. Ich wusste, dir liegt was dran. Ja, mir liegt was an Derek, sagte ich einfühlsam. Die Kamera schwebte in der Nähe und ich wusste, dass sie jetzt mein Gesicht heranzummte. Travis griff meinen Arm. Ich wusste, er würde das tun, aber als sich seine Finger um meine Haut schlossen, sprang ich etwas auf. Derek ist nicht einer von den Typen, die wissen, was sie wollen. Aber ich bin es. Und ich will dich. Man bekommt im Leben nicht immer das, was man möchte. Die Wahrheit dieses Sprichworts traf mich schwer und ich bezog diese Emotion in mein Schauspiel mit hinein. Niemand bekommt immer das, was er möchte, Travis. Du begreifst also, dass du Derek vielleicht nicht bekommst? Katrina will ihn und sie ist fest entschlossen, ihn auch zu bekommen. Nur über meine Leiche. Du möchtest doch nur, dass ich denke, dass er mich nicht liebt. Aber deine Manipulationen funktionieren bei mir nicht. Nichts, was du sagst, wird mich ihn weniger lieben lassen. Travis' Gesicht nahm einen verletzten Ausdruck an. Aber ich liebe dich, Pieper. Du kannst dir nicht sicher sein, dass Derek dasselbe für dich empfindet, jetzt, wo du wegen Mordes verhaftet worden bist. Ich stellte mich Travis. Es war, als würde ich mich wieder meinen Zweifeln und meiner Angst stellen. Ich liebe ihn und ich vertraue ihm, Travis. Dir könnte ich niemals vertrauen. Er lehnte sich nach vorn, voll mit boshaften Absichten und Entschlossenheit. Ich würde solche Dinge nicht sagen, wenn ich du wäre. Nicht, wenn ich diesen Zeugen dazu bekommen könnte, zu vergessen, vor dem Gericht aufzutauchen und gegen dich auszusagen. Ich stoppte, ein entsetzter Ausdruck vereiste auf meinem Gesicht. Den Zeugen? Ja, den einen, der dich in dieser Nacht mit Sebastian gesehen hat, genau bevor er ermordet wurde. Ich drehte mich wieder zurück, der Sand blies um meine Sandalen. Ich war jetzt wirklich wütend. Wirklich wütend. Auf mich. Auf Claire. Ich zeigte diese Wut. Versuchst du mich zu erpressen? Travis kicherte. Ich versuche nicht, dich zu erpressen. Ich erpresse dich. Wie kannst du behaupten, dass dir etwas an mir liegt, wenn du nicht einmal an meine Unschuld glauben möchtest? Denkt denn dein geliebter Derek, dass du unschuldig bist? Ich schnaufte. Meine Hände flogen zu meinem Mund und ich wusste, dass sie die schockierende Orgelmusik hinzufügen würden, wenn die Kamera eine Großaufnahme von mir machte. Schnitt. Drehschluss, rief Roger. Travis grinste mich an. Tolle Arbeit, Charlie. Du auch, ich entspannte mich aus meiner Pose, emotional erschöpft. Hinter mir war auf einmal ein Rumoren zu hören und ich bekam Panik. Hatte ich die Szene vermasselt? Oder war ich wirklich so gut gewesen? Mein Blick wanderte zu den Leuten, die sich da versammelt hatten. Dann wanderte mein Blick dorthin, wo sie hingestarrt haben, oder besser gesagt, wen sie angestarrt haben. Wax Rockwell stand am Strand in voller Rockstar-Manier. Er trug eine Lederhose, ein schwarzes Shirt, eine dunkle Sonnenbrille und ein breites Lächeln. Die Besetzung gaffte ihn an, als hätten sie noch nie zuvor eine berühmte Person gesehen, auch wenn viele von ihnen bereits selbst berühmt waren. Die Hälfte der Frauen aus der Crew lief auf ihn zu, ihre Gesichter aufleuchtend. Anna stürzte durch die Hintertür, rannte auf ihn zu. Rex, der die ganze Aufmerksamkeit gar nicht wahrzunehmen schien, klemmte seine Sonnenbrille an seine Stirn und rief, Bravo, Charlie. Applaus für meine Frau. Alle drehten sich von ihm zu mir. Mein Gesicht wurde heiß. Ex-Frau, sagte ich zaghaft. Und wenn er mir nur etwas näher gewesen wäre, hätte ich ihn in den Ozean geschubst. Kapitel 28 Der letzte Ort auf Erden, an dem ich sein wollte, war irgendwo in der Nähe von Rex Rockwell. Aber hier war er wieder, in meinem Haus und ich wusste, er würde nicht einfach so verschwinden. Er kam auf mich zu, um mir einen Kuss zu geben, aber ich wich ihm aus. Rex lächelte nur und nickte in meine Richtung. Dann gab er einen Haufen Autogramme. Ich wollte nicht mit Rex sprechen. Ich wollte mit Luke sprechen. Aber offensichtlich musste ich die Dinge mit Rex ein für allemal klären. Können wir uns auf der hinteren Veranda treffen, fragte ich. Ironischerweise war auf der hinteren Veranda der Ort, wo sich meine neue Hängematte befand. Er beendete die Unterzeichnung der Autogramme und wir machten uns auf den Weg dorthin. Ich hielt beim Geländer an, so weit von ihm weg, wie es ging, ohne lauter reden zu müssen, um mit ihm zu sprechen. Was machst du hier, Rex, fragte ich fordernd. Hey Rex, hier unten. Ich sah nach unten, genervt, und erblickte einige der Crewmitglieder, die lächelten und winkten, als wären sie auf einem Wagen bei einer Parade. Rex winkte ihnen zu. Ich hielt eine Hand hoch. Ich habe es satt, dass du in meinem Haus auftauchst, Rex. Er lehnte sich ans Geländer. Ich musste persönlich herkommen, um es dich sagen zu hören. War denn alles zwischen uns wirklich so schlecht? Ich verschränkte meine Arme. Ja, es war schlecht. Schlecht, 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 schlecht. All die Selbstgefälligkeit wich aus seinem Gesicht. Seine Schultern sackten zusammen. Er schüttelte seinen Kopf und sah dann rüber zur Hängematte. Als er sprach, war all die Heuchelei weg, alle diese königlichen Rockstarrelüren und die Niedlichkeit waren weg. Charlie, es tut mir so leid. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Ronny, mein Herz zog sich zusammen. Endlich, nach all diesen Jahren, war er wieder da. Nicht Rex. Ronny, der Kerl, in den ich mich vor so langer Zeit verliebt hatte. Ich bin hier, Baby, der Mann, der mich ansah, war kein übermütiger Rockstar. Er war ein Kerl, der begriffen hatte, dass er es in den Sand gesetzt hatte. Ich hab es vermasselt, nicht wahr? Alle möchten oder brauchen etwas von mir. Du warst der einzige Mensch, der mich um meinetwillen liebte. Es gab nichts, was ich hatte, das du wolltest oder brauchtest, außer mir. Und ich hab's vermasselt. Ja, du hast mich verletzt, aber das ist Vergangenheit. Ich vergebe dir. Mein Herz ist weitergegangen und ich bin jetzt glücklich. Ich bin wirklich wieder ich selbst, also mach dir keine Sorgen um mich. Er lächelte mich an, aufrichtig. Nicht mit einem seiner aufgesetzten Grinsen. Ich kann sehen, dass du glücklich bist. Das freut mich. Ich kenne immer noch keine einzige Menschenseele außer dir, der man vertrauen kann. Und ich habe dich verloren. Du hast immer noch deine Musik, ich schluckte meine Tränen runter. Ich liebte ihn nicht mehr. Was für ein Schmerz auch immer zwischen uns existiert hatte, er war jetzt weg. Und darüber hätte ich froh nicht sein können. Er grinste mich schief ein. Ich hatte Recht damit, zu befürchten, dass du Schauspielerin wirst. Meine Stimmung wanderte in den Keller. Würde er jetzt was Gemeines sagen? Er hob einen Finger und legte ihn auf meinen Hals. Dort, wo er ihn immer schon hingelegt hatte, über der Schlagader. Ich wusste, wenn du beginnst, haust du alle um. Ich wusste, du hast es in dir. Ich wusste, dass du einer von den Großen werden würdest und ich hatte Angst, dich zu verlieren. Das tut mir auch leid. Es tut mir leid, dass ich deine Träume aufgehalten habe. Aufgehalten. Ich blinzelte. Das ist in Ordnung. Ich mache es jetzt. Er nahm seinen Finger von meiner Schlagader und klemmte sich ans Geländer. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Charlie. Ich weiß nicht, was in meinem Leben als nächstes passieren soll. Geh zurück nach LEG und finde dein Leben, Rex. Ich weiß nicht, welchen anderen Rat ich dir geben könnte. Ich könnte dir vielleicht vorschlagen, dich mit Frauen wie Virna Di Angelo zu treffen. Vielleicht hörst du auch auf, mit Gruppies rumzumachen. Keine Frau, die bei gesundem Menschenverstand ist, möchte sich mit einem Typen treffen, der dafür bekannt ist, seine Gruppies zu daten. Ich hoffe, du findest jemand anderen, Rex. So wie ich es habe. Du meinst diesen Schauspielertypen, nicht? Heiratet ihr beiden in der Show? Ich war irritiert. Gerade, als ich dachte, es würde sich zum Besseren wenden. Ich mache nur Spaß. Ich hoffe, ihr werdet glücklich zusammen. Ich habe einige Fehler ihm gegenüber gemacht und ich muss die jetzt wieder gut machen. Rex drückte sich vom Geländer ab. Wenn er auch nur ein bisschen Hirn im Kopf hat, wird er alles machen, um dich zu behalten. Du bist das Beste, was es gibt, Charlie, und du bist es wert. Das ist das Netteste, was du jemals zu mir gesagt hast. Ich umarmte ihn, eine Umarmung, die all die Lebewohls beinhaltete, die wir einander jemals sagen würden müssten. Ich wich zurück. Wieso gehst du nicht Anna Hallo sagen? Wem? Ich verdrehte meine Augen. Na dem Mädel, das so aufgeregt war, dich zu treffen? Sie hat deine Pfannkuchen gegessen? Sie ist da drin. Lebe wohl, Charlie, er nickte und ging rein. Jetzt musste ich Luke finden und ihm die Wahrheit über die Rolle sagen, die mir für Cherries Jubilee angeboten worden war. Ich hoffte, Rex hatte recht und Luke würde mir vergeben. Denn ich wollte mir eine Zukunft ohne ihn nicht einmal vorstellen. Kapitel 29 Nachdem Rex gegangen war, eilte ich wieder vors Haus, aber ich konnte Luke nicht finden. Es schien, als hätte er Feierabend gemacht, ohne sich von mir zu verabschieden. Wieso würde er das machen? Ich sah Anna, wie sie mit jemandem von der Crew sprach und lief auf sie zu. Hey, hast du Luke irgendwo gesehen? Sie nickte und zeigte den Flur runter zu einem kleinen Eckzimmer, das die Produzentin und der Regisseur requiriert hatten. Ja, er ist vor ein paar Minuten da reingegangen. Danke, ich lief den Flur runter, entschlossen ihn zu finden und ihm alles zu sagen. Dass mir die Rolle angeboten worden war, ich sie aber abgelehnt hatte. Und ich wollte mich entschuldigen, dass ich mit dem Vertrauen zurückhaltend war, was nichts mit ihm zu tun hatte. Es war mein eigenes Problem gewesen. Ich hätte ihm genug vertrauen sollen, um es ihm eher zu sagen, aber jetzt vertraute ich ihm vollkommen. Mein Magen flatterte, als ich auf die Tür zukam und meine Schritte wurden langsamer. Ich musste da reingehen und mit ihm sprechen. Ich musste es. Ich hatte nur unglaublichen Bammel davor. Wie würde er sich wegen dem fühlen, was ich getan hatte? Wäre er wütend oder traurig? Würde er mir vergeben? Ich faltete meine Hände zusammen und lief wieder auf die Tür zu. Sie war einen Spalt offen gewesen und ich hob meine Hand, um sie ganz aufzumachen, aber ich blieb stehen, als ich Stimmen von drinnen hörte. Ich glitt an eine Seite und spähte durch den Spalt. Luke, die Produzentin und der Regisseur waren alle da und genau, als ich hereinsah, hörte ich Roger sagen, hör zu, Adele hat uns ein Ultimatum gestellt. Entweder sie oder Charlie. Meine Finger flogen zu meinem Mund. Ich wusste ja, dass sie das früher oder später besprechen würden, aber ich hatte nicht vorgehabt, sie auszuspionieren, während sie das taten. Ich schaute auf den Flur. Ich konnte nicht wieder an der Tür mit dem offenen Spalt vorbeigehen. Ich hatte sowieso Glück gehabt, dass sie mich erst gar nicht gesehen hatten. Und? fragte Luke. Wir haben uns entschlossen, uns von Adele zu trennen. Die Einschaltquoten sind durch die Decke geschossen, seit Charlie bei der Show dabei ist. Und du und Charlie habt eine unglaubliche Chemie. Fans schreiben uns ständig. Es ist also unsere Entscheidung. Adele ist raus. Wir werden Charlie die Hauptrolle anbieten. Ich wollte mitten auf dem Flur in einen Freudentanz ausbrechen. Adeles Pech tat mir aber bei meiner Freude leid, wirklich. Sie hatte hart gearbeitet und sie war eine großartige Schauspielerin. Aber sie hatte den Produzenten ein Ultimatum gestellt und es war nach hinten losgegangen. Und was mich anging? Konnte ich endlich alles haben? Ich würde mein geliebtes Haus in dem genauso geliebten Blue Moon Bay behalten können. Ich würde auch nach San Francisco pendeln können, um für Just One Love zu arbeiten. Und Luke und ich würden zusammen sein können. Alles in meinem Leben schien endlich zu klappen. Ich sollte da reingehen und ihnen sagen, was ich gehört hatte. Ja, das wäre das Richtige. Ich schob die Tür nur einen kleinen Spalt weiter auf, bereit hereinzugehen und mich zu ihnen zu gesellen. Nein, sagte Luke entschlossen. Ich blinzelte. Hatte Luke soeben Nein gesagt? Wozu? Ich wich wieder hinter die Tür und spähte wieder durch den Spalt. Luke saß auf einer Seite des Tisches. Der Regisseur saß ihm gegenüber und die Produzentin stand neben ihm. Ich konnte Lukas Hinterkopf sehen und die feste Haltung seiner Schultern, die nur ein Stückchen von den Seiten des Stuhls seitlich herausragten. Und ich konnte die Gesichtsausdrücke der anderen zwei Menschen sehen. Sie sahen aus, als hätte ihnen jemand mit einem Kantholz soeben eine reingehauen. Der Regisseur schaute die Produzentin an. Ich wollte weinen, da hineinplatzen und fragen, was denn vor sich ging. Wozu sagte er da Nein? Ich verstehe nicht, sagte Roger. Ja, das wären dann schon zwei. Ich drückte mein Ohr auf den Spalt, im Versuch, sie besser zu hören. Wenn ihr Adele feuert, bin ich raus aus der Show, sagte Luke. Meine Beine drohten nachzugeben. Was machte er da? Hast du deinen Verstand verloren? Wir können Charlie nicht feuern und Adele bleibt nicht, wenn sie da bleibt. Aber dich können wir nicht verlieren. Travis' Rolle wächst zwar, aber die Fins lieben Derek Bishop. Dann feuert Charlie. Im Moment ist es ja noch eine kleine Rolle. Ihr habt ihr noch keine größere angeboten. Sagt ihr, ihr schickt sie wegen des Mordes an Sebastian ins Gefängnis. Gut, das ging jetzt wirklich zu weit. Wie konnte er überhaupt daran denken, der armen Pieper das anzutun? Sie würde doch keiner Fliege was zuleidet tun. Mein ganzer Körper bebte. Luke, mein Luke, sagte, man sollte mich feuern? Ich konnte nicht glauben, dass das hier wirklich geschah. Die Produzentin lief auf und ab. Ich hielt meinen Atem an, betete, dass ihr was Gutes eingefallen war, irgendein Grund, wieso ich bleiben musste, oder das alles war einfach nur ein schlechter Scherz, den die drei mit mir machten. Was, ganz ehrlich, überhaupt nicht lustig wäre. Ich bluffe nicht. Wenn ihr Adele feuert, bin ich weg. Dann könnt ihr euch einen neuen Derek Bishop suchen. Schmerz durchstach mein Herz. Ich konnte dem nicht länger zuhören. Ich eilte den Flur entlang und verarbeitete immer noch, dass Luke mich soeben verraten hatte. Ich hatte die Rolle meines Lebens aufgegeben, nur um mit ihm zusammen zu sein, und jetzt wollte er mich feuern lassen? Konnte ich mich denn so in ihm getäuscht haben? Ich flüchtete die Hintertreppe runter. Ehe ich aber zu meinem Zimmer kam, entfloh mir ein Schluchzer, gefolgt von einem weiteren und von noch einem. Ich ließ mich gegen die Wand fallen und sank zu Boden. Luke hatte mich verraten. Mein Herz zerbrach in tausend Stückchen. Ich wusste nicht, ob es jemals wieder zusammengesetzt werden könnte. Kapitel 30 Sie lassen Katrina mit Mord davon kommen. Oh, und ich gehe ins Gefängnis, weil ich Sebastian ermordet habe und dabei habe ich das gar nicht getan. Das ist nicht nur unfair, das ist unerhört. Ich trat noch etwas stärker aufs Gaspedal. Oh, ich weiß, dass ich überhaupt nicht wirklich ins Gefängnis wandere. Aber, wirklich? Ehrlich? So wollen Sie mich aus der Show schmeißen? Indem Sie die arme, unschuldige Pieper zu einer kaltblütigen Vatermörderin machen? Ich begriff, dass ich gefährlich schnell fuhr und nahm meinen Fuß vom Gaspedal. Wütend und genervt darüber zu sein, dass ich aus der Show gekickt wurde, war ja eine Sache, aber dem Tod um eine Haaresbreite zu entkommen nochmal eine völlig andere. Die Produzentin hatte mich am Abend zuvor zu sich bestellt. Ich stand da und hatte so getan, als sei ich überrascht, als sie sich so sehr bei mir für meine harte Arbeit bedankte, mir sagte, sie hätte gerne mit mir zusammengearbeitet, aber meine Rolle sei nun ausgespielt. Sie hat mir auch direkt ins Gesicht gelogen, ich bog an der verzwickten Stelle an der Klippe vorbei, drückte mich an der engsten Straßenstelle vorbei und kam auf die lange Straße, die mich zum Inn in Blue Moon Bay führen würde. Adele hätte in Handschellen abgeführt werden sollen, weil sie mich überhaupt hatte feuern lassen wollte. Und sie sollte auch nicht die Einzige sein. Luke hätte auch mit ihr dabei sein sollen. Nur, dass mich die Vorstellung von ihm hinter Gittern schmerzte, auch wenn es nur als Derek Bishop war. Ich drückte rechtzeitig auf die Bremse, um gerade noch die kleine Schleife vor dem Inn zu umfahren. Ich parkte neben einem wirklich luxuriösen Sedan, machte den Motor aus und bereitete mich darauf vor, um mit Luke alles auszutragen, hier und jetzt. Ich stürmte in die Lobby. Brian schaute von der Rezeption auf. Seine braunen Haare waren ordentlich nach hinten gekämmt und er trug ein kurzärmliches Polo-Shirt und eine Kaki-Hose. Ich sah die Kaki-Hose, als er hinter der Rezeption vortrat, seine Arme in der Luft. Hey, was immer dich so wütend gemacht hat, ich war es nicht. Ich veränderte mein Gesicht zu etwas, von dem ich hoffte, es wäre ein freundliches Lächeln, da Wendys Bruder ja nichts dafür konnte, was Luke gemacht hatte. Ich muss Luke Montgomery sehen. Ist er hier? Brian kratzte sich am Kopf. Du weißt, dass Wendy es nicht mag, wenn ich Infos über die Gäste rausgebe. Ich neigte meinen Kopf zur Seite und schaute ihn an. Aber da er genau genommen im Moment nicht im Gebäude ist, sein Blick wanderte zu den Hinterfenstern. Weil er ja am Strand ist und so. Danke, Brian, ich lief auf die Hintertür zu, beeilte mich über die Veranda und eilte in Rekordgeschwindigkeit die Treppe hinunter. Ich hatte ihn nicht gleich gesehen, aber es war ein weitläufiger Strand. Ich schaute herum und sah ihn dann neben dem Denkmal stehen und die Legende von Blue Moon Bay lesen. Ich schleppte mich durch den Sand. Luke! Er drehte sich um. Charlie? Was machst du denn hier? Was dachte er wohl, was ich hier mache? Dachte er ernsthaft, ich hätte mich entschlossen, ein perfektes Paar Schuhe mit Algen und Sand und Salzwasser zu ruinieren und das ohne irgendeinen Grund? Ich kam näher. Ich muss mit dir reden. Sein Gesicht war ausdruckslos. Verstehe. Ich hielt an. Atemlos, etwas keuchend, mit einem schmerzenden Herzen jenseits jeglichen Fassungsvermögens, suchte ich in seinem Gesicht und in seinen Augen nach einem Hinweis. Was in diesem seinen Kopf vorging. Wieso hast du mich feuern lassen und bist abgehauen? Du sagtest, dir lege was an mir, dass du für mich da sein würdest. Er trat von einem Fuß auf den anderen, eine Spur von Emotionen kam über sein Gesicht, aber dann wurde es wieder kühl. Ich starrte ihn an und fragte mich, was davon ehrlich war, sein Schmerz, oder dass es ihm egal war. Es tut mir leid, Charlie. Aber es ist vorbei. Ich atmete ein. Vorbei? Ich kam näher. Eine Krabbe lief auf mich zu und ich wollte über sie springen, kam ungeschickt auf und das Riemchen meiner rechten Sandale platzte auf. Der Schuh rutschte mir vom Fuß und fiel in den Sand. Der Absatz der anderen Sandale war mindestens fünf Zentimeter hoch, also sah ich aus wie ein laufender Zombie. So viel zu meiner Würde. Luke wollte mich schnappen, aber ich wich aus. Ich kann im Moment keine Beziehung haben. Tut mir leid. Der Wind, der zuvor sanft war, wehte jetzt über den Ozean. Es traf mich schwer, der Geruch des Salzes, der Geruch der Tränen. Wieso bist du dann überhaupt erst mit mir ausgegangen? Ich wollte mich nie an dich binden. Ich hatte versucht, die Dinge mit dir zu beenden, ehe ich zu tief reingeraten würde, aber du hattest mich ja nicht gelassen. Ich habe alle möglichen Dinge gemacht und versucht, auf der sicheren Seite zu bleiben und du bist jedes Mal zu mir durchgedrungen. Wieso hättest du das alles machen sollen, wenn du mich nicht wirklich wolltest? Er steckte seine Hände in seine Taschen. Der Wind blies an uns vorbei. Seine Schultern hoben sich. Beschützte er sich vor dem Wind oder vor mir? Ich muss alleine sein. Du machst doch überhaupt keinen Sinn. Wieso warst du hinter mir her, wenn du doch alleine sein wolltest? Er antwortete nicht. Der Wind wurde stärker. Er trug ein Pfeifen in seine Zähne. Die Möwen drehten ihre Runden, tauchten ins Wasser ein und die Wellen trafen auf den Sand mit einem pochenden, klopfenden Getöse. Ich dachte, wir wären richtig füreinander, ich begann zu weinen. Ich wollte es nicht, aber ich konnte einfach nicht anders. Lukas Gesicht verzog sich wieder und ich sah ihn heftig einatmen. Er kam auf mich zu und blieb dann stehen. Es tut mir so leid, sagte er, ich wollte dich niemals verletzen. Ich will dich nicht verletzen. Dann gib uns nicht auf. Seine Schultern sackten nach unten. Ich muss, Charlie. Aber glaube mir, es tut mir leid. Mir tut es leid, dass ich mich in dich verliebt habe, schoss ich zurück, drehte mich dann um und begann zu laufen. Ich kickte auch den anderen Schuh vom Fuß, hob den Kaputten aus dem Sand und hielt sie mir an die Brust, im Versuch, all meinen Schmerz drinnen zu behalten. Ich hätte mich um alle möglichen Gründe mit ihm streiten können, aber letztendlich waren seine Gründe unwichtig. Luke liebte mich nicht. Ich war todunglücklich. Mehr als je zuvor. Kapitel 31 Meine Taschen waren schon gepackt und warteten bei der Tür. Die Besetzung und die Crew waren weg. Ich hatte am Freitag meine letzte Szene gedreht und dabei geweint. Meine Rolle war von Derek ins Gefängnis gebracht worden und ich war die ganze Zeit über in Handschellen gewesen und hatte seine steinerne Mine angestarrt. In der Woche, als er mit mir Schluss gemacht hatte, war ich professionell gewesen und bin meinen schauspielerischen Verpflichtungen nachgekommen. Ich wollte mit Luke reden, es wieder mit ihm versuchen, aber die Autoren hatten unsere Szenen so geschrieben, dass wir nichts zusammen gedreht hatten. Stattdessen war Travis in romantischer Hinsicht an mir interessiert gewesen, dann wurde mir ein Mord untergeschoben und ich wurde ins Gefängnis gezehrt. Toll gemacht, Autoren. Nicht. Es war so unfair. Jeder schien mit mir übereinzustimmen und es scheute sich auch keiner, das auszusprechen. Ich drückte die Crew und die Besetzung zum Abschied und begriff, dass ich da wirklich tolle Freunde gewonnen hatte und ich sie alle vermissen würde. Das Schock hier endste an allem, Adele war sogar in meinen kleinen Umkleideraum gekommen und hatte sich entschuldigt. Sie war wirklich reuevoll und tat nicht nur so. Sie sagte, sie hoffte, ich würde ihr eines Tages vergeben und dass ich es würde verstehen können, denn die Soab war alles, was sie hatte. Ich wünschte ihr nur Glück. Immerhin hatte sie ja das Ultimatum gestellt, was aber außer mir, der Produzentin, dem Regisseur und Luke niemand wusste, war, dass es eigentlich Luke war, wegen dem ich gefeuert worden war. Luke hatte mir sogar Glück gewünscht, aber es war kalt und unpersönlich wie auch jedes andere Wort, das er zu mir gesagt hatte, seitdem wir Schluss gemacht hatten. Also war es vorbei. Ich lehnte mich zurück in mein Hängemattenkissen, stellte meine Zehen auf den Verandterboden und stieß mich leicht ab, um die Hängematte ein wenig schwingen zu lassen. Das Haus war leer und es war jetzt einfach wieder nur ein Haus und kein Set für eine Seifenoper. Rex war in L.E. und tat, was auch immer er da tat, aber ich hatte gelesen, dass er Anna zu einigen Preisverleihungen mitgenommen hatte. Ich wusste, dass sie außer sich sein musste, also freute ich mich für die beiden. Die Besetzung und die Crew waren weg und ich wollte auch nach L.E. gehen, um mit meiner neuen Rolle in Cherry's Jubilee zu beginnen. An dem Tag, als ich rausgeschmissen worden war, hatte ich meine Anwältin angerufen und gefragt, ob es noch irgendeine Möglichkeit gab, die Rolle doch noch zu bekommen. Ich sagte nur, dass sich mein Zeitplan unerwarteterweise geändert hatte und dass ich jetzt doch noch Zeit dafür hatte. Da ihre Freundin aber die Produzentin war, wusste sie, dass ich einen Korb bekommen hatte. Ich schaffte es, die Rolle zurückzubekommen und ich war wirklich aufgeregt darüber, meine schauspielerischen Flügel auszustrecken. Meine Freude aber wurde durch den Verlust von Luke getrübt. Ich hatte wirklich gedacht, er sei mein Seelenverwandter gewesen. Hey, du, Claires Stimme ertönte hinter mir und ich drehte meinen Kopf zu ihr, als das Geräusch ihrer Absätze, die auf der Veranda klackerten, näher kamen. Ich lächelte sie an. Hey, Schwesterherz! Claire setzte sich in die Hängematte. Sie schob sie sanft an und wir schaukelten vor und zurück, während sich unsere Schultern berührten. Ich zeigte auf den Umschlag in ihrer Hand. Was ist das? Das? Naja, sie drehte sich zu mir. Mit den oberen Zähnen nagte sie besorgt an ihrer Unterlippe. Ich soll dir das geben. Aber zuerst wollte ich dich wissen lassen, wie sehr ich hinter dir stehe. Ich bin froh drüber, dass du dich nicht mehr in deiner Villa versteckst und ich bin froh darüber, dass du diese Rolle annimmst. Du verdienst es. Ich sah aufs Meer hinaus. Es war still an dem Tag, so still wie mein Herz. Ich habe Rex die Schuld daran gegeben, dass er mich und meine Träume nicht unterstützt hat. Und das hatte er ja auch wirklich nicht. Aber, weißt du was? Jetzt begreife ich, dass ich auch Angst hatte. Es ist schwer, seine Träume zu verfolgen, denn was passiert, wenn man scheitert? Claire hob eine Augenbraue. Ich nehme an, man rappelt sich auf und verfolgt sie aufs Neue? Ich lachte. Wenn du mir das bloß früher gesagt hättest. Sie kicherte. Versprich mir nur, dass du jetzt nicht so ganz Hollywood-mäßig wirst. Nicht, dass du als nächstes eine Luftdiät machst und dir die Kosmetikerin Blattgold aufs Gesicht streicht. Nein, das mache ich nicht, sagte ich und mein Lächeln schwand plötzlich. Ich hatte auch mit Luke Angst. Aus den gleichen Gründen. Ich hatte Angst, ihm zu vertrauen und Angst, ihm zu sagen, wie ich mich fühlte und deswegen habe ich ihn verloren. Ich hatte Angst, zu dem zu werden, was ich sein wollte, weil ich ihn hätte verlieren können. Ich hab's vermasselt und ich vermisse ihn wirklich. Ich habe die Klatschpresse heute Morgen gesehen. Da war ein Foto von Rex, wie er deinen Hals berührt und dann hattet ihr euch umarmt. Die behaupten. Dass ich Rex wegen Luke zurückgewiesen hatte und dann genau das bekommen hatte, was ich verdiente, als Luke mich zurückgewiesen hat. Ich habe alles gelesen. Diese Geier können mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sie drückte meine Hand. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie sich solche Lügen ausdenken. Ich zuckte mit den Schultern. Ist mir nicht mehr wichtig, was die sagen. Ihre Kinnlade fiel herunter. Ist es nicht? Nein. Sie verkaufen die Zeitungen, nicht die Wahrheit. Sie sagen, was immer sie sagen müssen, um an ihr Ziel zu kommen. Sie lügen, aber ich kann die Menschen nicht aufhalten, den Lügen zu glauben und das hat überhaupt nichts mit meinem wahren Ich zu tun. Claire seufzte. Es tut mir leid, dass du so verletzt worden bist, aber ich freue mich trotzdem für dich, Charlie. Ich drückte ihre Schulter. Ich auch. Ich muss jetzt langsam los. Ich muss den Flieger erwischen. Wir standen da und Claire übergab mir den Umschlag, von dem ich schon vergessen hatte, dass sie ihn hielt. Rex ist letzte Woche zu mir gekommen. Er hat sich dafür entschuldigt, ein so lausiger Schwager gewesen zu sein. Er wollte dir etwas geben, aber er hatte Angst, dass du es nicht von ihm annehmen würdest. Also hat er mich gebeten, es dir zu geben. Ich nahm den Umschlag und drehte ihn um. Er sagte nicht, was es ist. Claire schüttelte den Kopf. Nö. Ich muss jetzt auch los. Ich muss zur Arbeit. Wir umarmten uns. Sie drückte ihr Gesicht in meine Schulter. Du wirst mir fehlen. Du mir auch. Aber in sechs Monaten bin ich wieder da. Das solltest du auch lieber. Lass mich nicht nach da unten kommen und dich holen. Ich lachte und wir trennten uns. Claire ging und ich schaute wieder auf den Umschlag und öffnete ihn dann vorsichtig. Da war eine Notiz und auch ein weiterer Umschlag. Ich faltete die Notiz auf uns lass. Liebe Charlie. Ich musste wieder an unsere erste gemeinsame Wohnung denken. Wie du immer den ganzen Tag an der Uni warst und während der ganzen Nächte in dem kleinen Diener gearbeitet hast. Wie du nach Hause kamst und nach Toast und Pfannkuchen gerochen hast, ins Bett gekrochen bist und mir erzählt hast, dass alles gut werden würde. Ich hatte während dieser Jahre so viele Versuche hinter mir und nichts schien der große Durchbruch zu werden, aber du hattest immer an mich geglaubt, hattest für uns gearbeitet und mir vertraut. Das hatte ich vergessen und ich hatte auch eine Menge anderer Dinge vergessen. Ich hatte vergessen, wie sehr ich dich liebte. Ich hatte vergessen, dass ich tief in mir drin immer noch Ronny aus Blue Moon Bay war. Ich hatte vergessen, dass meine Träume zu verwirklichen nicht bedeutete, dass ich mich von allem und allen habe lösen müssen, die ich vorher kannte. Ich dachte irgendwie, tief in mir, dass, wenn mich jemals jemand sehen würde, den echten Ronny sehen würde, dieser Rex Rockwell einfach nur verschwinden würde und nichts mehr übrig bleiben würde. Das ist ein Risiko, dass ich jetzt gewillt wäre, einzugehen. Ich verstehe jetzt auch, wie unfair ich dich behandelt habe. Du hattest die Scheidung eingereicht und ohne dich fühlte ich mich verloren. Ich hatte versucht, dich zu zwingen, bei mir zu bleiben, indem ich die Scheidungsvereinbarung so schwierig wie möglich machen wollte, aber ich hatte nur an mich gedacht. In meinem Herzen fühlte ich, dass alle Menschen nur nur Geld von mir wollten. Als das nicht geklappt hatte, erinnerte ich mich wieder daran, wer du bist. Du warst niemals wegen des Geldes da. Du warst nur meinetwegen da. Und ich habe dich enttäuscht. Ich weiß, dass das hier nicht das Wiedergut machen kann, wie ich dich behandelt habe, als wir verheiratet waren oder die Tatsache, dass ich während der Scheidung so unnachgiebig war, aber ich hoffe, es hilft dir zu begreifen, dass ich jetzt weiß, dass unser Leben während dieser Zeit, in der wir verheiratet waren, eine Partnerschaft war und meine Karriere jetzt nicht an dem Punkt sein würde, an dem sie ist, hätte es deine standhafte Unterstützung nicht gegeben. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder Freunde sein können und dass du mich als die Person sehen wirst, an welcher dir anfangs doch so viel lag. Für immer. Rex Ich öffnete den zweiten Umschlag und bekam große Augen. Es war ein Scheck mit vielen, vielen, vielen Nullen. Die Hälfte des Reinvermögens von Rex Rockwells Grundbesitz nahm ich mal an. Ich war froh, dass Rex sein Leben auf die Reihe bekam und erkannte, was wichtig war. Ich hatte mein Leben auch auf die Reihe bekommen, ein bisschen zu spät. Meine getrübte Geistesgegenwart hatte mich Luke gekostet, den Mann, den ich liebte und den Mann, den ich immer noch mit meinem ganzen Herzen wollte. Kapitel 32 Ich lehnte mich auf eine Plüschcouch in der Club Lounge der Airline zurück und nippte an dem Kräutertee, den ich an einer Kaffee- und Teebar in der Nähe gefunden hatte und fühlte mich dankbar, dass ich der einzige Passagier im Raum war. Ich sollte erst in 20 Minuten die Maschine für meinen Flug besteigen und ich war gar nicht in der Stimmung für ein aufgesetztes Lächeln, als wäre in meinem Leben alles schön und gut. Ich vermisste Luke wie verrückt. Ich versuchte mich auf das Positive zu konzentrieren, nahm das Drehbuch für meine kommende Rolle heraus und blätterte durch die Seiten. Ich hatte schon immer davon geträumt, eine Rolle wie diese zu ergattern, finanziell war ich endlich abgesichert, aber mein Herz sehnte sich immer noch nach Luke. Wieder einmal hatte mein Verstand Probleme damit zu begreifen, wie schnell sich seine Gefühle so verändert haben konnten. Wenn ich ihm vollkommen vertraut hätte, dann wäre vielleicht alles anders gekommen und ich konnte nur mir selbst die Schuld daran geben. Schmerz schnitt durch meine Brust beim bloßen Gedanken an ihn. Das Geräusch eines Nebelhorns fing meine Aufmerksamkeit und ich schaute nach oben zum Fernsehbildschirm an der Wand, die mir am nächsten war. Die Morgenshow aus San Francisco, unter dem Namen All About the Bay, hatte soeben begonnen. Die Show war wahnsinnig beliebt und die Moderatoren, Rita Rose und John Smythe, waren lustig und smart. Auch wenn ich mich als einen Fan von All About the Bay sah, ertappte ich mich dabei, wie ich mich wegdrehte. Fernzusehen würde mir nicht dabei helfen, die Liebe meines Lebens zurückzuerobern. Guten Morgen, Bay Area, Rita Roses enthusiastische Stimme drang durch den Raum auf den vielen Bildschirmen und ich suchte nach einer Fernbedienung, um sie auszuschalten. John und ich sind wahnsinnig aufgeregt, an diesem tollen Morgen hier mit Ihnen zu sein, denn wir haben heute einen Überraschungsgast zu Besuch. Sie kennen ihn wohl als den heißen und attraktiven Detective Derek Bishop aus Just One Love. Ja, fuhr John Smythe mit einem Nicken und Lächeln fort. Und er ist in diesem Moment hier bei uns und gibt uns ein Live-Interview. Also begrüßen Sie bitte mit einem warmen Applause Luke Montgomery. Moment mal, Luke? Der Applaus aus dem Studio ertönte durch den ganzen Raum und mein Blick flitzte zum Bildschirm. Luke gab ein Live-Interview? Er gab nie Live-Interviews. Er hatte als Junge eine Panikattacke auf der Bühne gehabt und die ganze Klasse hatte ihn ausgelacht, was ihn traumatisiert hatte. Also liefen alle seine Interviews nach einem Drehbuch ab. Er hatte mir erzählt, dass der bloße Gedanke an ein Live-Interview diese Albträume aus der Kindheit wieder aufleben ließ. Wie um alles in der Welt konnte er denn dann jetzt ein Live-Interview geben? Vielleicht hatten er und Adele ein Interview nach einem Drehbuch gemacht, bei dem die Moderatoren dem Studio die Fragen im Wo ausgegeben hatten und die Show hatte Lukes Text geschrieben? Aber Rita hatte Adele nicht erwähnt. Plötzlich schlenderte Luke über die Bühne und winkte dem Publikum freundlich zu. All die Luft wurde aus meiner Brust gesogen. Ich hatte ihn seit dem letzten Drehtag nicht mehr gesehen. Na ja, mit Ausnahme der aufgenommenen Folgen von Just One Love, die ich während der letzten zwei Wochen wie besessen mit einer Packung Taschentücher gesehen hatte. Er sah unglaublich attraktiv in seinem hellblauen Knopfshirt, der lässigen dunklen Hose und den feinen Schuhen aus. Seine Haare waren frisch geschnitten und nach hinten gestylt. Er schüttelte Johns Hand, küßte Rita auf die Wange und setzte sich dann in den weißen Lederstuhl gegenüber von ihnen. Er lächelte die Moderatoren und die Kamera schüchtern an und nickte dann in die jeweilige Richtung. Hallo, Rita, John und Hallo, Bay Area Ein weiterer Ausbruch von Applaus vom Publikum, zusammen mit einigen Pfiffen. Vielen Dank, dass Sie heute bei unserer Show zu Gast sind, Luke. Ich muss sagen, Sie sehen live noch viel attraktiver aus als in Just One Love. Sie lächelte, richtete sich etwas gerade auf, während sie ihre Beine überkreuzte. Also, sagen Sie es uns. Ist es alles wahr? Er spannte seinen Nacken an. Dass ich live so attraktiv bin? Naja, die Antwort darauf kennen wir ja bereits, nicht wahr, meine Damen? Teuflisches Lachen kam aus Ritas rotbemaltem Mund. Das Publikum gackerte auch. Aber wir wollen die Gerüchte aus der Show. Wie viele von euch schauen Just One Love? Jubel kam aus dem Publikum. Luke rutschte auf seinem Stuhl und schaffte es, gleichzeitig bescheiden und selbstbewusst zu erscheinen. Dann bemerkte ich, wie er mit seinen Fingern am Ärmel seines Shirts zupfte, eine Geste, die ich ihn machen sah, wenn er nervös war. Ich fühlte mit ihm mit. Niemand sonst schien es zu bemerken, aber ich kannte ihn gut. Ich würde sagen, wir haben heute eine Menge Fans von Just One Love hier, sagte John und klatschte, auch wenn es nicht ganz klar schien, ob er die Sendung schaute oder nicht. Das Funkeln in seinen Augen ließ mich aber erraten, dass die Serie zu schauen sein heimliches Vergnügen war. Ich schaue Just One Love seit, ach, Moment mal. Ich kann das nicht sagen, ohne mein Alter zu verraten, Rita kicherte, hielt sich eine Hand an die Brust und kurte. Nein, Luke, ich fragte mich eher, ob sie uns etwas darüber erzählen können, was wir alle in den Zeitungen gelesen haben. Ist es wahr, dass die Ex von Wax Rockwell aus der Show geschmissen wurde, weil sie versucht hatte, sie Adele auszuspannen? Wax Rockwells Ex, murmelte ich und verschränkte meine Arme. Sogar nachdem ich einen Monat lang eine Rolle in der populärsten Seifenoper gespielt hatte, kannten die Medien nicht meinen richtigen Namen. Seufz. Luke sah perplex aus. Nein, dieses Gerücht über Charlie stimmt ganz und gar nicht. Ich legte eine Hand auf mein Herz und stieß dabei meinen Tee um. Ups. Aber Luke hatte meinen eigentlichen Namen benutzt. Nicht nur Wax Rockwells Ex, also war mir nach Jubeln zumute. Rita blinzelte. Sie möchten sagen, sie wollte sie Adele nicht ausspannen? Sie können es uns sagen, ehrlich. Wir haben alle die Zeitungen gelesen. Tut mir leid, es stimmt nicht, er schüttelte seinen Kopf und zwinkerte dann charmant und sexy. Aber wenn es ihnen damit besser geht, die Version habe ich auch gelesen. Das Publikum kicherte. Luke rieb sich mit einer Hand über seinen Nacken. Er sah wirklich wie ein liebenswerter Trottel aus, nicht nur liebenswert, sondern auch trottelig. So ganz schüchtern und süß und liebenswert und ich fragte mich wieder, wieso er dieses Live-Interview gab. Weil es für mich offensichtlich war, dass es nicht nach einem Drehbuch ging. Können Sie uns dann das sagen, Rita schaute auf das weiße Kärtchen in ihrer Hand. Insider behaupten, sie hätte der Show das Filmen in der Villa ihres Ex-Mannes, unseres beliebtesten Bad-Boy-Walkers aller Zeiten, Rex Rockwell, der ihr bei der Scheidung die Villa großzügig überlassen hatte, nur erlaubt, wenn die Show auch für sie eine Rolle schreibt. Ähm, er hatte mir großzügig mein eigenes Ferienhaus überlassen? Ernsthaft? Ich wusste nicht, wie unsere Scheidung Rex noch berühmter gemacht hatte, aber endlich, nach all diesen Jahren, lachte ich wieder. Mein Mann hatte mich betrogen und hatte versucht, jeden Besitz zu behalten, es sei denn, ich bliebe bei ihm und trotzdem stand ich als eine geldgierige und herzlose Ex da, während er als der leidende Ex-Mann dargestellt wurde? Viel zu lächerlich. Wieder falsch, korrigierte Luke Reader, seine Hände in der Luft, in der Manier von Sorry, dass ich die schlechten Nachrichten überbringe, ehe er kicherte. Wie Charlie eine Rolle in der Show bekommen hat, ist aber eine lustige Geschichte, er drehte sich zum Publikum. Wollt ihr hören, wie sie wirklich die Rolle der Pieper bekommen hat? Ja, rief das Publikum und begann dann zu applaudieren. Luke zupfte wieder am Ärmel seines Shirts und ich wollte ihn unterstützend umarmen. Dieses Interview musste schwer für ihn sein und ich verstand immer noch nicht, wieso er dazu eingewilligt hatte. Charlie hatte die ursprünglich kleine Rolle der Pieper als einen Gefallen dem Regisseur gegenüber angenommen, als eine der Schauspielerinnen nicht aufgetaucht war. Sie wollte die Rolle nicht einmal. Aber als die Kamera anging? Sie war ein Naturtalent. All der Spaß, den wir am Set hatten, einschließlich der verrückten Improvisationen, kam wie ein Boomerang auf mich zugeschossen und meine Augen brannten. Ich vermisste Luke und ich vermisste auch die Show. Ich vermisste sogar Anna, auch wenn sie mich die meiste Zeit über in den Wahnsinn getrieben hatte. Jede Zeile, die Charlie bekommen hatte, hatte sie sich damit verdient, dass sie eine tüchtige, umwerfende Schauspielerin war. Luke lächelte, als würde er sich auch daran erinnern, wie viel Spaß unsere Szenen gemacht hatten. Alle am Set haben gerne mit Charlie zusammengearbeitet, einschließlich Adele. Meine Kehle zog sich zusammen und ich legte meine Hand auf mein Herz. Ich konnte den pochenden Rhythmus unter meinen Fingern spüren. Ich hatte keine Ahnung, wieso Luke Live im Fernsehen war und sich für mich einsetzte, aber das musste das erste Mal gewesen sein, dass mich jemand in den Medien lobte und das bedeutete mir so viel. Eigentlich bedeutete die Geste sogar noch mehr, da sie von ihm kam, denn ich hatte ihn offensichtlich so sehr verletzt, dass er die Dinge mit mir beendet hatte. Es ist also nichts dran an den Gerüchten, dass sie die Beziehung zwischen ihnen und Adele zerstört hat, fragte Rita, schien nicht in der Lage zu glauben, dass die Zeitungen sie in die Irre geführt hatten. Lukas Blick wanderte direkt in die Kamera und Aufrichtigkeit sickerte aus seinen wunderschönen Augen. Derek Bishop und Katrina Reed waren in der Show eine Zeit lang ein Pärchen, ehe sie Sebastian geheiratet hatte und Katrina Holloway geworden ist. Aber Adele und ich haben nie gedachtet, er drehte sich wieder zu den Moderatoren, die ganz plötzlich still geworden waren. Ich kann die Autoren bitten, Derek und Katrina wieder zusammenkommen zu lassen, wenn sie das gerne hätten, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie auf mich hören würden. Wieder kicherte das Publikum. John lachte jetzt auch. Lukas erstes Live-Interview überhaupt und er haute sie alle um. Ich war so stolz auf ihn. Ritas erstaunter Blick wurde zu einem Lächeln. Nun ja, das sind gute Neuigkeiten für all die Single-Männer da draußen, die schon seit Jahren in Adele verliebt sind. Gehörst du auch zu der Gruppe, John? John Smythe lief rot an und hustete sich dann in die Faust. Na ja, Adele Andrews ist eine talentierte und wunderschöne Frau. Es ist keine Schande zu gestehen, dass ich schon ein Verehrer von ihr bin. Adele und ich sind gute Freunde, sagte Luke und zog noch etwas mehr an seinem Ärmel. Wir geben oft gemeinsam Interviews und wir waren auch bei vielen Shows zusammen und es tut mir leid, wenn jemand dachte, dass wir auch im wahren Leben ein Pärchen seien. Es freut mich, dass ich heute mit Rita und John hier bin, um die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. John klatschte sich in die Hände. Die Freude ist ganz unsererseits, Luke. Die Klatschpresse hat ihren großen Tag und wir hier bei All About The Bay sind froh darüber, für den Rest unserer Zuschauer mit den Gerüchten aufzuräumen. Jetzt, da wir die Wahrheit hinter den Gerüchten kennen, gibt es noch einige Fragen, auf die wir brennen. Ich gestehe, dass ich ein Fan bin. Rita kicherte. Du bist ein Riesenfan, John. Ha! Ich wusste doch, dass John die Sendung sah. Er nickte. Und du auch, Rita? Wir verbringen hier lange Tage am Set, wenn wir die Nachmittagsshow machen und wir sind üblicherweise im Greenroom und sehen uns Just One Love an, wenn es kommt, also brennen wir darauf, wie sehr viele Menschen da draußen, zu erfahren, was als nächstes passiert. Rita nickte eifrig. Oh, ja. Wie etwa, kommt Pieper aus dem Gefängnis? Sagen Sie bitte ja. Sie wurde ja fürchterlich vorschnell verurteilt, fügte John hinzu. Außerdem, niemand außer dem Gerichtsmediziner hat jemals Sebastians Leiche gesehen. Vielleicht war es ja überhaupt nicht Sebastian. Rita sagte noch, und Katrina hätte einfach die Mörderin sein. Katrina ist unschuldig, fiel John ein. Rita schoss zurück. Nein, Pieper ist unschuldig. Ich stimme dem zu, dass sie ungerecht verurteilt worden ist und wenn sie ihn nicht ermordet hat, dann muss es Katrina sein. John schüttelte seinen Kopf. Ach, es hätte auch jeder andere sein können. Sebastian hatte immerhin eine Menge Feinde. Oha. Diese beiden waren wirklich hartgesottene Fans. Luke lächelte sanft, hielt die Hände nach oben und gestikulierte ein Time-Out. Ich befürchte, ich darf diese Antworten nicht verraten. Sie werden einfach einschalten müssen und sehen, was die Autoren, und meiner Meinung nach haben wir die besten Autoren, die es im Geschäft gibt, sich als nächstes einfallen lassen. Rita blätterte durch einige Papiere und grinste schelmisch in die Kamera. Vielleicht ist das ja eine Frage, die Sie uns beantworten können, Luke. Was halten Sie wirklich von Charlie Rockwell? Oh. Ich sprang auf meine Füße und begann auf und ab zu springen. Rita hatte meinen Namen gesagt. Meinen tatsächlichen Namen. Dank Luke war ich nicht länger bloß Rex Rockwells Ex. Luke flocht seine Hände ineinander. Ich habe Charlie sehr gut kennenlernen können, während ich mit ihr zusammengearbeitet habe. Sie ist eine starke und mutige Frau. Sie ist eine umwerfende Schauspielerin. Sie ist ehrlich und lustig. Sie ist wunderschön, die verblüffendste Frau, die ich je kennengelernt habe. Mein Herz blieb mir im Halse stecken und drohte, mich zu ersticken. Was hatte er da gerade gesagt? Das waren nicht die Worte eines Mannes, der mich nicht liebte. Mein Blick klebte an seinem Gesicht. Ich wartete darauf, was er als nächstes sagen würde und hoffte, dass er sagen würde, dass er mich liebte. Moment mal. Ich stand still, meine Knie zitterten. Vielleicht hatte er bereits gesagt, dass er mich liebte. Nicht mit Worten, aber da war er, gab dieses Live-Interview zum ersten Mal in seinem Leben. Er nahm mich in Schutz. Luke, der niemals Live-Interviews gab, weil er so extremes Lampenfieber hatte. Wieso sollte er das tun? Er brauchte mich nicht in Schutz zu nehmen und er brauchte auch keinen Grund dafür. Er liebte mich. Wieso hatte er mir dann gesagt, dass er mich nicht liebte? Alles zwischen uns war so wundervoll gewesen. Wir hatten nie irgendwelche Probleme, bis er meinen Streit mit Claire mitbekommen hatte. Claire. Oh. Oh, nein. Ich hätte es wissen sollen. Er war gleich verschwunden, nachdem sie aufgekreuzt war und ich wusste bereits, wie sehr sie es nicht wollte, dass ich Luke date, anstatt mich für Cherries Jubilee zu entscheiden. Es wurde auf einmal alles so schrecklich deutlich. Er hatte mit mir Schluss gemacht, nachdem er den Streit zwischen Claire und mir mitbekommen hatte. Er war beim Mittagessen verschwunden und ich dachte, dass Claire auch gegangen war, aber ich kannte meine Schwester viel zu gut. Sie hatte ihm wahrscheinlich aufgelauert und sich ihn so schnell wie möglich geschnappt. Sie wusste, dass ich ihm nichts von der Rolle erzählt hatte, also stellte sie sicher, dass er davon erfuhr. Jetzt machte alles Sinn. Luke hatte mit mir Schluss gemacht, damit ich die Rolle annimm. Deswegen hatte er auch verlangt, dass ich gefeuert wurde. Er hatte gewusst, dass ich bei der SOAB bleiben würde, auch wenn es nicht gerade das war, was ich wollte, nur um näher bei ihm zu sein. Er wusste, dass ich dabei war, eine Riesenchance wegzuwerfen. Und der Schauspieler in ihm hatte erkannt, was ich da machte und dass es verrückt und falsch war. Ich schaute zum Bildschirm zurück. Sie hatten Werbung eingespielt, aber versprochen, dass sie gleich wieder zurück sein würden, mit mehr über Luke und dass sie auch das Publikum Fragen stellen lassen würden. Der Sender war nur fünf Minuten Fahrt entfernt. Ich könnte dort sein, ehe er ging, mit ihm sprechen und ihn dazu bringen, mich anzuhören. Wenn ich mich beeilte. Das würde aber bedeuten, meinen Flug zu verpassen. Das würde bedeuten. Ich brauchte ein Taxi. Kapitel 33 Ich muss schnell zum Fernsehsender, ich schmiss mein Handgepäck und meine Tasche durch das offene Hinterfenster des ersten Taxes, das ich sah. Der Fahrer schien perplex, schaute dann um sich, als versuchte er zu bergreifen, ob ich da wirklich mit ihm sprach oder nicht. Kommen Sie schon, fahren Sie los, schrie ich, kreilte mir den Türgriff und sprang rein. Der Fahrer schaute mich fragend an, dann lief er um den Wagen und stieg ein. Welcher Sender? Indem All About The Bay ausgestrahlt wird, ich kannte den Namen des Senders nicht. Oh, wieso war ich nicht aufmerksamer gewesen? Der Fahrer schien ihn zu kennen, denn er schaltete das Taximeter ein und fuhr vom Flughafen. Ich schaute durch das Fenster, als die Nadel auf der Geschwindigkeitsanzeige auf 35 ging und dort auch blieb. Ich sagte schnell, bitte. Ich drückte mit meinem Daumen auf den Handybildschirm und brach mir dabei fast einen Nagel ab. Claire ging beim zweiten Klingeln ran. Charlie? Bist du nicht am Flughafen? Ist alles in Ordnung? Was hast du zu Luke gesagt? Ehm, was? Ich schrie den Taxifahrer an. Die Höchstgeschwindigkeit ist 65. Versuchen sie, tatsächlich auch so schnell zu fahren. Er ignorierte mich. Die Geschwindigkeitsanzeige stand auf 40. Claire sprach mir ins Ohr, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du bist eine schlechte Lügnerin, zum Fahrer schrie ich, sie fahren nicht einmal die mindeste erlaubte Geschwindigkeit für diese Straße. Das Minimum, bitte, bitte, bitte. Charlie, geht es dir gut? fragte Claire. Nein. Nein, es geht mir nicht gut. Ich bin auf dem Weg, um Luke zu finden. Er ist im Fernsehen. In All About the Bay, durch die Fenster, eingehüllt in ihren üblichen Nebel, lag die Stadt am kurvigen Hufeisen der Bucht. Du machst Witze, Claires Stimme war ein Kreischen. Ich liebe die Show. Rita Rose und John Smiles sind der Hammer. Ich weiß, und Luke ist dort und nimmt mich in Schutz. Claire keuchte. Ich schlug auf die Scheibe und der Fahrer zuckte mit den Schultern. Ich versuchte, eine Klinke zu finden oder irgendetwas, was die Scheibe zwischen uns runterfahren lassen würde. Wenn ich sein Taxi in Beschlag nehmen musste, dann sei dem ebenso. Ich muss wissen, was du zu Luke gesagt hast. Sag es mir jetzt. Sag mir auch nicht, du hättest ihm nichts gesagt. Claire seufzte. Das habe ich. Um dich zu beschützen. Ich meine, ich wollte nicht, dass du deine Träume wieder wegen eines Typen aufgibst. Es ist nicht richtig, das zu tun und du könntest auch niemals glücklich werden, wenn du so leben würdest, Charlie. Du würdest niemals glücklich werden, wenn du diese Rolle nicht annehmen würdest. Ich knurrte und widerstand dem Drang, das Handy mit meinem Absatz zu zertreten. Ich habe das für mich selbst erfahren, vielen Dank. Ich war gerade dabei, wegen der Rolle ehrlich zu Luke zu sein, aber offensichtlich hast du es vor mir zu ihm geschafft. Claire keuchte. Das hattest du vor. Wieso habt ihr beiden dann Schluss gemacht? Wieso? Machte sie Scherze? Na, weil du ihm von der Rolle in L.E. erzählt hast und er nicht wollte, dass ich sie wegen ihm aufgebe, weil er mich liebt. Er kannte nicht den wahren Grund, wieso ich die Rolle abgelehnt habe. Ja, und wieso sonst hast du es dann getan? Ich wollte nicht die Geheimnisse weitersagen, die Luke mit mir geteilt hatte, aber es war offensichtlich, dass Claire eine Antwort brauchte. Ich wollte Luke nicht den Schmerz antun, wieder eine Fernbeziehung führen zu müssen. Das hatte er schon mal. Er hatte eine Fernbeziehung mit einer Freundin, die ihm das Herz gebrochen hatte. Claire flüsterte. Oh, das ist so süß von dir. Moment mal, lass mich mal die Show einschalten, dann kann ich dir sagen, ob er aus dem Studio stürzt oder so. Ich krallte mich fest ans Handy. Ist er noch da? Hallo, Claire? Ich klopfte an die Scheibe zwischen mir und dem Fahrer. Könnten Sie noch langsamer fahren? Claire, habe ich dich verloren oder so? Oh, er hat gerade was Süßes über dich gesagt. Was hat er gesagt? Ah, Krieg. Claire, habe ich dich verloren? Nein, aber du kommst besser schnell ins Studio, ehe du ihn verlierst, denn er ist ein toller Kerl. Du solltest all die netten Dinge hören, die er über dich sagt. Ich versuchte beruhigend zu atmen. Ich mach so schnell ich kann. Vielleicht springst du lieber aus diesem Taxi und rennst. Wo sie recht hatte. Ich hatte eigentlich daran gedacht, das zu tun, aber einige Sekunden später kam das Taxi mit einem Reifenquietschen genau vor dem Studio zum Halten. Kapitel 34 Ich rannte an einer Menge von Leuten vorbei, schleppte meine Tasche und meinen Trolle wie altertümliche Waffen und schwang sie jedem entgegen, der versuchte, sich zwischen mich und das Stockwerk zu stellen, in dem das Studio war. Ich platzte genau ans Set, ließ meine Taschen fallen, als ich endlich meine Füße in den Kreis stellte, den die Kameras abdeckten. Hallo, sagte ich. Ich war am Flughafen und habe die die Show gesehen und dann, naja, ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich hier so einfach auftauche. Rita rief, was? Ich kann es nicht glauben. Sie sind hier. Schaut alle her, Pieper ist hier. Ich meine, Charlie Rockwell ist hier. John Smythe sprang auf die Beine. Das ist unübertroffen, er kam rüber und schüttelte meine Hand. Kommen Sie doch bitte mit uns auf die Bühne. Ich war ein reines Nervenbündel. Ich schaute rüber zum Publikum und dessen Ausdruck der puren Freude verlieh mir Mut. Ich war jetzt selbst eine berühmte Person und die Menschen, die mir gegenüberstanden, schienen froh darüber zu sein, mich zu sehen. Mein wahres Ich und das machte mich glücklich. Danke, sagte ich und winkte zum Publikum, während ich neben John herlief. Luke stand und hatte einen Ausdruck puren Schocks auf dem Gesicht. Wieso sitzt du nicht im Flieger nach Los Angeles? Geht dein Flieger nicht gleich? Ich spielte mit dem Kettchen an meinem Handgelenk herum. Es gab so viele Dinge, die ich zu Luke hätte sagen wollen, aber ich begriff, dass wir mitten vor einem Live-Publikum standen. Außerdem war da auch noch eine große schwarze Kamera, die uns für die gesamte Bay Area von San Francisco filmte. Also schritt ich auf ihn zu, hob meine Augenbrauen. Woher weißt du, wann mein Flieger geht, Luke? Kontrollierst du mich etwa? Vielleicht, witzelte er, zeigte mir ein Lächeln, von dem ich nicht sagen konnte, ob es für die Talkshow oder für mich war. Ich spiele immerhin einen Detektiv. Es ist sozusagen eine selbstverständliche Gewohnheit von mir. Das Lachen des Publikums explodierte durch den Raum. Wir freuen uns so, dass Sie vorbeigekommen sind, Charlie, Rita drehte sich zur Kamera mit einem blendenden Lächeln. Das ist Charlie Rockwells erstes Interview und es findet genau hier an unserem Set statt. Ich kann gar nicht sagen, wie begeistert wir sind, Sie hier bei All About The Bay zu haben. Danke, Rita. Ich bin froh, hier zu sein, das war ich auch. Jemand von der Show hatte noch einen Lederstuhl herangetragen und ihn neben Lucas gestellt. Wir setzten uns beide. John sagte, lassen wir mal das Publikum einige Fragen stellen. Sie, er zeigte auf eine niedliche Frau in der ersten Reihe. Sie lächelte uns alle benommen an, stand auf und piepste, denken sie, Pieper wurde ungerecht behandelt. Charlie? Ich nickte. Als ein Fan? Oh ja, absolut. Ich habe die Rolle zwar gespielt, aber ich habe die so ab sonst jeden Tag gesehen und habe immer heimlich für Derek Bishop geschwärmt, ich machte eine Pause während der lauten zustimmenden und verständnisvollen Ausrufe des Publikums. Also genoss ich das, was eigentlich hätte eine kleine Rolle sein sollen. Meine Rolle war ursprünglich so geschrieben, dass sie nur in einer Szene auftauchte, aber die Dinge reihten sich aneinander und auch wenn ich gearbeitet hatte, hatte ich die Show auch als ein Fan verfolgt, genau wie alle von ihnen und ich wollte so viel mehr für Pieper. Rita sagte, oh, das wollten wir alle. Luke, denken Sie, dass Pieper wieder in der Show auftauchen wird? Luke zuckte mit den Schultern. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um bekannt zu geben, dass Charlies Ausstieg aus der Show zwar bedauerlich ist, aber sie musste gehen, weil sie eine Hauptrolle in einem Film angeboten bekommen hat, und das ist sehr wichtig. Wir sind sehr traurig, dass sie uns verlässt, aber wir alle wissen, dass dies eine große Chance ist und sie verrückt wäre, wenn sie sie nicht beim Shop verpacken würde. Da waren wir also wieder? Er gab einfach nicht auf. Er war entschlossen, sicherzustellen, dass ich meine Chance nutze, und wegen seiner Taten liebte ich ihn nur noch mehr. Das ist wahr, sagte ich. Aber der Film wird in sechs Monaten abgedreht und ich hoffe, dass die Autoren bis dahin begreifen werden, dass die arme Pieper nichts mit dem Mord an Sebastian zu tun hatte. Außer natürlich, sie hatte es. Rita sagte, oh, hatte sie? Ich meine, wissen Sie etwas, was wir nicht wissen? Das Publikum schmiss unverzüglich die Hände in die Luft. John überließ das Wort einer Frau, die aufstand und sagte, sie haben immer noch nicht auf die größte aller Fragen geantwortet. Wieso sind Sie heute hergekommen, Charlie? Mein Herz schlug wie verrückt in meiner Brust. Meine Finger krallten sich an den Rand meines Stuhls. Ich habe immer Wert darauf gelegt, meine Privatsphäre für mich zu behalten, aber plötzlich wollte ich, dass alle wissen, was ich empfand. Ich bin heute hergekommen, um Luke zu sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Ach du meine Güte, rief Rita und klatschte sich in die Hände. Ich bin wirklich beeindruckt, dass sie dieses Geständnis im Live-Fernsehen machen, sagte sie und drehte sich dann zu Luke. Ihrem Gesicht nach zu urteilen, würde ich wagen zu behaupten, dass auch sie Gefühle ihr gegenüber haben? Luke, sind Sie in Charlie verliebt? Die Ränder von Lukes Augen legten sich augenblicklich in Falten, aber dann atmete er dreimal kurz ein. Du musst diese Rolle in Los Angeles annehmen, Charlie. Wenn du dich beeilst, dann kannst du immer noch deinen Flieger erwischen. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt in die Werbung, aber bleiben Sie dran, um mehr von Luke Montgomery und Charlie Rockwell zu sehen, John grinste von Ohr zu Ohr und das tat auch Rita und es war nicht nur deswegen, weil sie offensichtlich einen Einschaltquotenknüller an Land gezogen hatten. Sie schienen sich aufrichtig für uns zu freuen, und das tat auch das Publikum. Die Kameras rollten nicht weiter, aber das Publikum umstellte uns, bat nach Autogrammen und stellte uns Fragen. Lukes Hand fand meine und drückte sie fest. Als wir endlich am Publikum vorbeigekommen und in eine kleine und stille Ecke gekommen waren, nahmen wir unsere Mikros ab und starrten uns gegenseitig an. Luke und ich waren nur Zentimeter voneinander entfernt und ich musste schnell handeln, ehe diese paar Zentimeter sich in all die Meilen verwandeln konnten, die zwischen San Francisco und L.E. lagen. Ich vermisse dich, Luke, meine Worte waren ein Flüstern. Ich weiß auch, wieso du mit mir Schluss gemacht hast. Tust du das? Sein Blick suchte meinen. Ich nickte. Luke atmete aus. Ich redete eilig drauflos. Ich habe mit dir eine Million Fehler gemacht. Ich habe dich nicht an mich herangelassen. Ich habe dir nicht vertraut. Ich habe zugelassen, dass die Vergangenheit jede meiner Entscheidungen beeinflusst. Auch wenn ich dachte, ich würde das Richtige für uns tun, indem ich die Rolle in Cherries Jubilee ablehne, war doch alles, was ich wirklich getan habe, dich nicht an mich heranzulassen und das hatte mich auch nicht glücklich gemacht. Ich provozierte es geradezu, dass wir es nicht schaffen. Es tut mir leid. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich schüttelte meinen Kopf. Du warst perfekt. Du warst immer absolut perfekt. Er lächelte. Nein, das war ich nicht. Ich habe dich mehr unter Druck gestellt, als ich es hätte sollen. Ich schüttelte meinen Kopf so stark, dass mir meine Haare ums Gesicht flogen. Nein, das hast du nicht. Es war genau richtig. Ich brauchte es, dass du mich antreibst. Ich habe so viel Zeit meines Lebens damit verbracht, Rex in Richtung seiner Träume zu treiben und mich weg von meinen und ich brauchte jemanden, der kommt und mich so richtig nach vorne stößt und du hast das gemacht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich kann nicht glauben, dass du einfach hergekommen bist. Ich auch nicht, ich lächelte ihn zaghaft an. Der arme Taxifahrer, der mich vom Flughafen hier gefahren hat, versucht wahrscheinlich immer noch zu begreifen, ob ich tatsächlich verrückt bin. Er lachte. Ich denke, du bist es nicht. Oh doch, das bin ich, versicherte ich ihm. Ich bin verrückt nach dir, Luke. Total verrückt nach dir. Sein Blick wurde ernst. Du musst diese Rolle annehmen. Ja, das werde ich. Aber nur, weil wir weit weg voneinander sind, bedeutet das nicht, dass es nicht funktionieren wird. Ich glaube an uns und du musst mir versprechen, mich besuchen zu kommen. Nur, wenn du mir versprichst, mich auch besuchen zu kommen. Ich nahm seine rechte Hand. Seine linke Hand fand meine. Wir standen da, Angesicht zu Angesicht, lächelten uns an. Ich flüsterte, ist abgemacht. Wir schaffen das schon, ich schwöre. Das wird nicht auf ewig eine Fernbeziehung bleiben, Luke. Ich auch. Ich liebe dich, Charlie, er zog mich in seine Arme. Seine Lippen trafen auf meine. Unsere Münder trafen und vereinten sich. Dieser Kuss ließ die ganze Welt stillstehen. Er machte, dass alles, was falsch gelaufen war, sich selbst wieder genau dorthin zurückbrachte, wo es hatte sein sollen. Ich vergaß alles außer ihm und den Kuss und das Gefühl seines Mundes auf meinem. Er wich langsam zurück. Seine Augen funkelten. Ich habe die nächsten zwei Tage frei und du auch. Du musst wegen dieses Meetings deinen Flug noch bekommen. Wie wär's, wenn ich mit nach L.E. komme und dir helfe, dich einzugewöhnen? Mein Herz explodierte fast vor Glück. Ich schnappte ihn mir und küsste ihn nochmal. Als ich zur Luft kam, piepste ich, ja, komm mit mir. Seine Augen leuchteten und seine Lippen bogen sich zu einem Lächeln. Hey, es ist doch ironisch, nicht? Ich runzelte die Stirn. Was ist ironisch? Wir haben uns in einer Show ineinander verliebt, die Just One Love heißt. Ich schmiegte mich an ihn und lächelte. Na, das ist doch mal eine Geschichte, die wir unseren Enkelkindern erzählen können. Epilog Es war ein hektischer und wunderschöner Monat gewesen. Die Dreharbeiten hatten begonnen und ich liebte es. Ich liebte es auch, dass Luke und ich uns Zeit füreinander nehmen konnten, genau, wie wir es uns gegenseitig versprochen hatten. Ich liebte es auch, dass wir uns bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für die Blue Moon Bay Bibliothek treffen wollten und zwar genau dort, wo alles begonnen hatte, in meiner Heimatstadt. Das Sinn in Blue Moon Bay war proppenvoll. Alle waren wegen der Veranstaltung gekommen. Olivia, smart wie immer, hatte sich das Thema Lieblingsfigur einfallen lassen und alle waren als die Lieblingsfiguren aus ihren Lieblingsbüchern verkleidet. Ich war ein modisches Mädchen aus einem Meisterwerk der 20er Jahre und Luke kam als mein Angebeteter aus diesem Buch. Sein weißer Smoking und die nach hinten gegelten Haare boten den perfekten Kontrast zu meinem Pailletten bestickten Kleid mit Federn und dem Fächer. Claire war als eine Figur aus einem Liebesroman gekommen und ihr Hochzeitskleid und die Schleppe waren so süß und mit Rüschen besetzt. Als ich den Schauspieler sah, der Travis gespielt hatte, angezogen wie die Figur aus einer bekannten Krimireihe, wie er mit meiner Schwester liebäugelte, stieß ich sie zueinander hin und schlug vor, dass sie miteinander tanzen. Ich sah ihnen zu, dachte mir, was für ein nettes Pärchen sie doch abgeben, und es gab zwischen ihnen auch definitiv den einen oder anderen Funken. Wendy und Max waren als ein Ehemann-Ehefrau-Team von Detectives verkleidet und ich erinnerte mich, dass die Bücher, aus denen diese Figuren stammten, immer schon zu Wendys Lieblingsbüchern gehört hatten, als wir noch klein waren. Megan hatte ein langes, weißes Abendkleid an und trug federleichte Spitzenhandschuhe, wie ihre Lieblingsfigur. Olivia trug natürlich ein Outfit, das alles über ihre Liebe zu Hauptfiguren aus der anspruchslosen Frauenliteratur verriet. Alle waren an dem Abend da. Rita Rose und John Smythe, offensichtliche Superfunds der Seifenoper, hatten eine super Zeit, da sie mit der ganzen Besetzung und der Crew sprechen konnten. Vor allem John hatte viel Spaß, während er sich mit Adele unterhielt und es war offensichtlich, dass diese seine Aufmerksamkeit genoss. Ich stand auf einmal neben Olivia, Megan und Wendy. Ich umarmte Olivia. Wow, ich kann nicht glauben, wie gut das geworden ist. Du bist so gut in diesen Dingen. Olivias Blick wanderte im Raum umher und ihr Mund zog sich zu einem langen Lächeln. Ich glaube, das ist, weil ich meinen Job liebe. Wenn man etwas liebt, dann ist man gut darin. Wendy nickte. Das unterschreibe ich. Ich auch, sagte ich. Oh, Wendy, ich habe gesehen, dass im Blue Moon Bay Beat ein Artikel über das in erschienen ist. Solch gute Werbung für das in in Blue Moon Bay. Ich weiß, deine Oma wäre so unglaublich stolz auf dich und Brian. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Wendy gab mir eine warme Umarmung, bevor sie nach einer Schrimpfummer-Tarte vom vorbeigehenden Kellner griff. Ihr Blick wanderte zu Max, der in der Nähe stand und mit Luke und einigen anderen plauderte. Ich habe es nicht alleine hinbekommen. Ich wusste nicht einmal, wie sehr es mir gefallen würde, das inzuleiten. Schon erstaunlich, wie die Dinge im Leben ausfallen. Megan schnappte sich ein Glas Champagner von einem kreisenden Tablett und gab es mir. Sie nahm mehrere Gläser, bis wir alle eines hatten. Sie fragte, bist du froh, dass du für einige Tage wieder zu Hause bist, Charlie? Ich nahm einen langen Schluck des Champagners. Die Bläschen kitzelten meine Nase und meinen Gaumen. Das bin ich, aber ich muss gestehen, dass das Drehen in L.A. Spaß macht. Es ist eine tolle Erfahrung und sie haben mir vergeben, als ich vergessen hatte, dass ich nicht wirklich das Feuerzeug anmachen sollte und es doch getan hatte und ein Aß dann Feuer gefangen und die künstlichen Kirschbäume in Brand gesetzt hatte. Olivia lachte und hielt dann einen vorbeilaufenden Kellner an und nahm einige Pralinen von seinem Tablett. Sie legte sie auf eine Serviette und hielt sie uns dann hin, sodass wir die Naschereien alle teilen konnten. Ich freue mich so für dich, Charlie. Du kannst das machen, was du liebst und du kannst auch gleichzeitig das Haus behalten, das du liebst. Das ist wundervoll. Ist es? Übrigens, ich habe etwas für dich, ich zog den Umschlag aus meiner mit Perlen bestickten Tasche und gab ihn Olivia. Was ist das? fragte sie. Ich unterdrückte ein Grinsen. Ach, nur eine kleine Spende für die Bibliothek. Olivia öffnete den Umschlag, schnaufte und hielt ihn dann so hin, dass Megan und Wendy den Scheck sehen konnten. Charlie, bist du verrückt? Das ist das ganze Geld, das du von Rex bekommen hast. Möchtest du denn nichts davon behalten? Ich ließ eine Praline auf meiner Zunge schmelzen und spülte sie dann mit einem Schluck Champagner herunter. Nein. Ich weiß es zu schätzen, dass er mir das Geld gegeben hat, aber ich habe jetzt mein eigenes Einkommen. Ich beginne nicht neu, wirklich, denn ich habe eine Menge gelernt. Aber ich beginne frisch. Die Bibliothek ist ein Ort, der mich überhaupt erst zum Schauspiel inspiriert hat, nachdem ich mich im Lesen all dieser wundervollen Geschichten verloren hatte. Also kann die Bibliothek auch einen frischen Neubeginn bekommen, denkst du nicht? Wir umarmten uns alle, wir vier, alle wieder zu Hause und wieder Freundinnen. Meghans Glas kam etwas ins Wanken und sie stellte es hastig richtig hin, als wir uns aus der Umarmung lösten. Jetzt, da du endlich den wahren Ruhm hast, den du schon immer wolltest, ist es so, wie du es dir immer vorgestellt hattest. Ich habe festgestellt, dass es genauso wie jedes andere Leben auch ist, nur, dass die Menschen über mich schreiben. Manchmal schreiben sie Dinge, die stimmen. Manchmal schreiben sie welche, die nicht stimmen. Aber wenigstens benutzen sie jetzt meinen richtigen Namen, ich lachte. Ich weiß es zu schätzen, dass meine Arbeit die Menschen glücklich macht und mich gleichzeitig auch. Brody, Olivias Freund, kam auf uns zu und verneigte sich leicht und bat Olivia dann um einen Tanz. Als sie weg waren, drehte sich Wendy zu mir. Dem Himmel sei Dank hatte Olivia genügend Verstand, um Nein zu einer Karaoke-Maschine zu sagen, ansonsten würden wir den ganzen Abend Serienaden von Brody hören müssen. Megan verschluckte sich. Es ist aber süß, wie romantisch er ist. Wendy kicherte. Ja, es ist süß. Es ist nur, dass das letzte Mal, als er das gemacht hat, Max sich entschlossen hat, mir auch eine Serienade zu singen. Wenn wir schon von Max sprechen, sie glitt zur Stelle, an der er stand und sie machten sich auf die Tanzfläche. Ich stellte mein leeres Champagnerglas zur Seite und sah Megan, wie sie Wendys Bruder Brian anstarrte. Ich stupste sie leicht an. Frag ihn, ob er tanzen möchte. Megan verflocht ihre Hände ineinander. Er sieht mich als seine kleine Schwester. Ich verdrehte darüber meine Augen. Na und? Dann zeigst du ihm, dass du das nicht bist, zeig ihm, wer du wirklich bist. Megan hielt inne. Ihr Blick wanderte wieder zu Brian. Ach, ich weiß nicht. Lass mich dich nicht dort rüberzerren, ich krallte mich an sie fest, als wollte ich das wirklich gleich tun und sie verschwand in seine Richtung. Ich lachte, als sie ihn um den Tanz bat. Es hatte meinerseits nicht viel Überzeugungskraft gebraucht. Es war toll zu sehen, wie sie sich wohl vorstellte, mit ihm unter dem Mond zu tanzen. Wahrscheinlich sogar unter einem blauen Mond. Ich erblickte Luke, wie er alleine neben einer Topfpflanze stand und lief zu ihm rüber. Du bist der große Star im Raum. Was machst du hier bei dieser Topfpflanze? Er nahm meine Hand und zog mich näher an seine Seite. Ich habe dich beobachtet. Es scheint, als seist du in letzter Zeit meine Lieblingsbeschäftigung. Ich kühlte mich mit dem Fächer ab. Es wird heiß hier drin. Wollen wir nach draußen, frische Luft schnappen? Er blieb bei der Tür zum Notausgang stehen. Meinst du, der Alarm geht an? Ich schoss ihm einen bösen Blick zu. Ich denke, wir sind hier im Insicher. Wir lachten und machten uns auf den Weg auf die Veranda. Luke fuhr mit seinen Händen über das Geländer und lächelte nach oben zum sternenvollen Himmel und dann wieder zu mir. Wir sind also genau unter der Stelle, wo mit der Legende alles begann. Dasselbe dachte ich auch gerade, ich lächelte, als er einen Arm um mich legte, wir da standen und auf die Bucht hinaus schauten. Der Wind zog an meinen Haaren und unseren Klamotten, diesen unverkennbaren Meeresduft mit sich bringend. Das wird immer der Ort sein, an dem alles mit uns begonnen hat. Seine andere Hand lag auf meiner auf dem Geländer. Weißt du noch, als wir beide noch Klatschzeitungen gelesen und versucht haben, etwas über den anderen herauszufinden? Ich lachte. Vielleicht hätten wir einfach fragen sollen. Seine Schulter verweilte auf meiner und übertrug seine Wärme auf mich. Das hätte nicht so viel Spaß gemacht. Wir standen da, genossen es einfach nur, einander so nah zu sein. Luke hob seine Hand und drehte sich mit dem Gesicht zu mir um, an das Geländer gelehnt. Ich wollte es dir schon vorhin sagen, aber wir waren so beschäftigt damit, herzukommen, dass ich die Zeit nicht hatte. Ich habe mit allen gesprochen, mit der Produzentin, dem Regisseur und sogar mit Adele. Ich habe ihnen gesagt, wieso ich wollte, dass du gefeuert wirst. Dann habe ich mich bei ihnen entschuldigt, dass ich ihnen nicht gleich die Wahrheit gesagt habe. Ich fuhr mit einem Finger über seinen markanten Kiefer. Das hättest du nicht machen müssen. Doch, das musste ich. Sie wollen Pieper wieder zurückbringen, gleich wenn du deinen Film abgedreht hast. Kleine Freudentränen schossen mir in die Augen. Und was ist mit Adele? Sie weiß es und ich denke nicht, dass sie bald wieder irgendein Ultimatum stellen wird. Außerdem hat sie erst vor einigen Tagen noch gesagt, dass ihr die Kekse fehlen, die du immer gebacken hast und mit ans Sack gebracht hast. Ich konnte kaum atmen. Es ist also offiziell? Das ist es. Ich krallte mich an ihn und hielt ihn fest. Unsere Lippen trafen sich, während der Wind blies und die hohen Wellen aufkreuz ellte, ehe sie gegen die Küste schlugen. Luke unterbrach den Kuss für eine Sekunde, schaute über meinen Kopf. Hey, schau mal, es ist Vollmond. Der zweite in diesem Monat. Ein blauer Mond. Ich schaute nach oben. Ja, das kommt vor. Er hob mein Kinn. Dann müssen wir das hier machen. Ich legte meine Hände auf seine Brust. Müssen was machen? Uns unter dem blauen Mond küssen, damit die Legende wahr wird. Oh, Moment. Wir sind nicht an der Stelle bei der Bucht. Für mich ist die Legende schon wahr geworden, sagte ich, als sein Mund wieder auf meinen traf und mir in nur einem Kuss die ewige Liebe versprach. Ende. Wenn ihr eure Zeit gerne mit diesen Hauptfiguren verbracht habt, dann solltet ihr mit Sicherheit auch Meghan Geschichte lesen in das Freundschaftskotage, Serie, Blue Moon Bay, Buch 4. Sie haben sich der Star Traum, Serie, Blue Moon Bay, Buch 3, angehört. Copyright 2017 von Susan Hattler. Hörbuch Copyright 2024 von Susan Hattler. Susan Hattler ist eine Bestseller-Autorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und fantasiegrenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun.